Teil 2, Kapitel 1 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lektor 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 2, Kapitel 1 Der Indische Ozean So verlief also das ganze Leben des Kapitäns Nemo im Schoße des unermesslichen Meeres bis zum Grabe in unergründlicher Tiefe, An der stillen Stätte, wohin kein Ungeheuer des Ozeans drang, den letzten Schlummer der Genossen des Nautilus zu stören, Seiner Freunde, die im Tode wie im Leben fest miteinander verbunden waren. Auch kein Mensch sollte sie da stören, hatte der Kapitän beigefügt. Stets dasselbe Misstrauen, das wilde, unversöhnliche, gegen die menschliche Gesellschaft. Ich beruhigte mich nicht bei der Annahme, welche Conseil befriedigte, der Kommandant des Nautilus sei nur einer der verkannten Gelehrten, welche den Menschen ihre Gleichgültigkeit mit Verachtung erwidern. Er hielt ihn ferner für ein unverstandenes Genie, welches der Täuschungen der Erdenwelt müde, sich in dieses unzugängliche Gebiet hatte flüchten müssen, wo den Trieben seines Geistes ein freies Wirken vergönnt war. Allein meines Erachtens erklärte diese Annahme nur eine der Seiten seines Charakters. In der Tat, das Geheimnis dieser letzten Nacht, während deren wir im Gefängnis und durch Schlaf gefesselt waren, die so gewaltsam ausgeübte Vorsicht, mir das Fernrohr, womit ich den Horizont zu betrachten, im Begriff war, von den Augen wegzureißen, die tödliche Verwundung des Mannes, die von einem unerklärlichen Stoß des Nautilus herrühren sollte, all dies drängte mich in eine neue Bahn. Nein, der Kapitän Nemo beschränkte sich nicht darauf, die Menschen zu fliehen. Sein furchtbares Fahrzeug diente nicht allein seinem Freiheitsbedürfnis, sondern vielleicht auch der Absicht gewisser fürchterlicher Repressalien. In diesem Augenblick ist mir noch nichts mit Gewissheit klar. Ich sehe in diesem Dunkeln nur unbestimmten Lichtschimmer, und ich muss mich darauf beschränken zu schreiben, was mir gewissermaßen die Ereignisse diktieren. Übrigens sind wir durch nichts an den Kapitän Nemo gebunden. Er weiß, dass ein Entrennen unmöglich ist. Wir sind nicht einmal auf Ehrenwort eingehalten. Keine Ehrenverbindlichkeit fesselt uns. Wir sind nur Gefangene, deren Eigenschaft als solche durch einen Anschein von Höflichkeit mit der Benennung Gäste verdeckt ist. Demnach hat Ned Land die Hoffnung nicht aufgegeben, wieder die Freiheit zu erlangen. Gewisslich wird er die erste Gelegenheit dazu, welche ihm das Schicksal darbietet, benutzen. Ohne Zweifel werde ich es ebenso machen. Doch werde ich nur mit gewissem Leidwesen mit mir nehmen, was uns von den Geheimnissen des Nautilus durch das Vertrauen des Kapitäns mitgeteilt worden. Denn, kurz zu reden, muss man diesen Mann hassen oder bewundern. Ist er ein Opfer oder ein Henker? Und dann, offen gesagt, ich möchte gerne, bevor ich ihn auf immer verließe, diese unterseeische Fahrt um die Welt, welche so prächtig begonnen, erst vollenden. Ich möchte gerne zuvor die in den Tiefen der Meere des Erdballs vorhandenen Wunder vollständig beobachten. Ich möchte sehen, was noch kein Mensch gesehen hat. Und sollte ich dieses unersättliche Bedürfnis zu lernen mit meinem Leben bezahlen? Was habe ich bis jetzt entdeckt? Nichts oder so gut wie nichts. Denn wir haben erst 6000 Meilen durch den stillen Ozean zurückgelegt. Doch weiß ich wohl, dass der Nautilus sich den bewohnten Ländern nähert und dass, wenn sich eine Aussicht zur Rettung darbietet, es grausam wäre, meine Gefährten meiner Leidenschaft für das Unbekannte zu opfern. Ich muss mich ihnen anschließen, vielleicht sie anführen, aber wird sich eine solche Gelegenheit jemals ergeben? Der gewaltsam seiner freien Verfügung beraubte Mensch sehnt sich nach einer solchen, aber der Gelehrte in seinem Wissensdrang fürchtet sie. An diesem Tage, den 21. Januar 1868, war um Mittag der Schiffsleutnant beschäftigt, den Höhestand der Sonne aufzunehmen. Ich begab mich auf die Plattform, zündete eine Zigarre an und sah der Verrichtung zu. Es schien mir klar, dass dieser Mann Französisch nicht verstand, denn einige Mal machte ich laut in dieser Sprache Bemerkungen, welche ihm unwillkürliche Zeichen der Beachtung entlockt haben würden, wenn er sie verstanden hätte. Aber er blieb gleichgültig und stumm. Während er mit dem Sextant seine Beobachtungen anstellte, kam einer der Matrosen des Nautilus, jener kräftige Mann, der uns bei unserem ersten unterseeschen Ausflug auf die Insel Crespo begleitet hatte und reinigte die Fenster der Leuchte. Da betrachtete ich die Einrichtung dieses Apparates, dessen Wirkungskraft durch linsenförmige Ringe hundertfach verstärkt wurde, welche wie bei den Leuchttürmen angebracht waren und das Licht in der erforderlichen Ebene hielten. Die elektrische Lampe war derart eingerichtet, dass sie alle ihre Leuchtkraft hingab. Ihr Licht erzeugte sich wirklich im leeren Raum, wodurch seine Regelmäßigkeit und Stärke gesichert wurde. Dieser leere Raum sparte auch die Grafit-Spitzen, zwischen welchen die Lichtströmung sich entwickelt. Eine umso wichtigere Sache für den Kapitän Nemo, da er sie nicht leicht hätte erneuern können. Aber unter diesen Verhältnissen war ihre Abnutzung fast unmerklich. Während der Nautilus sich vorbereitete, seine unterseeische Fahrt fortzusetzen, begab ich mich wieder in den Saal hinab. Die Luken wurden wieder geschlossen und es würde gerade westliche Richtung gegeben. Wir durchschnitten also die Wogen des Indischen Ozeans. Eine Fläche von 550 Millionen Hektaren Gehalt von so durchsichtigem Wasser, dass man den Schwindel bekommt, wenn man an der Oberfläche sich darüber beugt. Der Nautilus hielt sich im Allgemeinen 100 bis 200 Meter tief. So ging es fünf Tage lang. Jedem anderen, der nicht so große Freude am Meer hatte wie ich, würden die Stunden gewiss langweilig und einförmig vorgekommen sein. Aber dieser tägliche Spaziergang auf der Plattform, wo ich mich in der erfrischenden Seeluft erquickte, der Anblick der reichen Gewässer durch die Fenster des Salons, die Lektüre in der Bibliothek, die Ausarbeitung meines Tagebuchs beschäftigten mich die ganze Zeit über und ließen mir nicht einen einzigen Augenblick Langeweile. Unser Gesundheitszustand hielt sich allerseits sehr befriedigend. Die tägliche Kost sagte uns vollkommen zu und ich meines Teils hätte ganz wohl die Abwechslung entbehren können, welche Ned Land aus Widerspruchsgeist in dieselbe zu bringen befließen war. Ferner war bei der gleichmäßigen Temperatur nicht einmal ein Katar zu befürchten. Zudem hätte das madriporische Gewächs, welches in der Provence unter dem Namen Meerfänchel bekannt ist und wovon man einigen Vorrat an Bord genommen hatte, mit dem saftigen Fleisch seiner Polypen ein vortreffliches Mittel wieder den Husten gegeben. Einige Tage lang bekamen wir eine große Menge Seevögel zu sehen, Plattfüßler, Meerschwalben oder Seemöwen. Es gelang einige zu schießen und gehörig zubereitet gaben sie ein sehr annehmliches Seewildbritt ab. Unter den Weitseglern, die alle Wärtsheer aus weiter Ferne verschlagen, von dem ermüdenden Flug auf den Wellen ausruhen, bemerkte ich prächtige Albatross, die so disharmonisch schreien wie ein Esel, sodann Fregatten, die in reißend schnellem Flug die Fische von dem Meeresspiegel fangen und zahlreiche Faeton, unter anderem den rotgesprengten von der Größe einer Taube, dessen weiße Pflaumfedern mit rosa Tönen schattiert sind, welche die schwarze Färbung der Flügel hervorheben. Die Netze des Nautilus lieferten einige Sorten Seeschildkröten von der Karettgattung mit gewölbtem Rücken und sehr geschätzter Schale. Diese Tiere tauchen leicht unter und können sich lange unterm Wasser halten, indem sie die fleischige Klappe an der Äußernmündung ihres Nasenkanals schließen. Das Fleisch derselben war meist nicht viel wert, aber ihre Eier bildeten eine treffliche Erfrischung. Die Fische erregten stets unsere Bewunderung, wenn wir bei geöffneten Läden sie bei den Geheimnissen ihres Wasserlebens belauschten. Ich bemerkte einige Arten, welche ich bisher noch nicht zu beobachten Gelegenheit hatte. Ich hebe daraus die dem roten und indischen Meer eigentümlichen Beinfische hervor. Diese sind gleich den Schildkröten, Gürteltieren, Meerigeln, Schaltieren, mit einem Panzer geschirmt, der weder kreideartig noch steinartig, sondern wirklich von Knochenstoff ist. Er hat bald die Form eines dreieckigen, bald eines viereckigen Körpers. Von den Dreieckigen waren manche einen halben Dezimeter lang, von gesundem Fleisch und ausgesuchtem Geschmack, mit braunem Schwanz und gelben Flossen. Unter den viereckigen führe ich die mit vier Buckeln auf dem Rücken an, die Dromedare mit dicken, kegelförmigen Höckern von hartem, zähem Fleisch, ferner Trigonen, welche mit Stacheln versehen sind, die durch Verlängerung ihrer beinigen Schale entstehen und die man ihres eigentümlichen Grunzens wegen Meerschweine genannt hat. Meister Cosey hatte in seinem Tagebuch eine sehr große Menge der schönsten und merkwürdigsten Fische verzeichnet, von denen ich noch manche anführen möchte, aber es würde allzu weitläufig sein. Vom 21. bis 23. Januar fuhr der Nautilus im Verhältnis von 250 Lio binnen 24 Stunden, also 540 Meilen oder 22 Meilen in der Stunde. Die mancherlei Fische, welche uns begleiteten, waren durch das elektrische Licht angelockt. Die meisten blieben bald zurück, manche jedoch konnten sich eine Zeit lang bei demselben halten. Am 24. Früh bekamen wir unter 12 Grad 5 Minuten südlicher Breite und 91 Grad 33 Minuten Länge die Insel Kieling in Sicht. Dieselbe ist madriporischen Ursprungs, mit prachtvollen Kokosbäumen bepflanzt, aber menschenleer und mit steilen Küsten, an welchen der Nautilus nahe vorbeifuhr. Darwin und der Kapitän Fitzroy hatten sie besucht. Sie verschwand uns rasch am Horizont und wir fuhren nordwestlich auf die Spitze der indischen Halbinsel zu. Zivilisierte Länder, sagte damals Nedland zu mir, das wird besser sein als Papuasien, wo man mehr Wilde als Wildbret antrifft. Auf diesem indischen Land, Herr Professor, gibt's Landstraßen, Eisenbahnen, englische, französische und hindustädte. Da würde man keine fünf Meilen zu machen haben, um auf einen Landsmann zu stoßen. Nun, ist da nicht der rechte Zeitpunkt, sich von dem Kapitän im Stillen zu entfernen? Nein, Ned, nein, erwiderte ich in sehr bestimmtem Ton. Der Nautilus nähert sich bewohnten Landschaften. Er kommt nach Europa zurück, mag uns dahin führen. Sind wir einmal in unseren heimatlichen Meeren, werden wir sehen, was die Klugheit uns raten wird, zu versuchen. Übrigens nehme ich nicht an, dass der Kapitän Nehmer uns gestatten wird, an der Küste von Malabar oder Coromandel auf die Jagd zu gehen, wie er in den Wäldern von Neuginea erlaubte. Ei, Herr, kann man's nicht ohne seine Erlaubnis tun? Ich gab dem Kanadier keine Antwort weiter. Ich wollte nicht darüber hin und her reden. Im Grunde hatte ich mir vorgenommen, bis zu Ende die Wechselfälle des Schicksals mitzumachen, welches mich an Bord des Nautilus verschlagen hatte. Von der Insel Kehling an wurde unsere Fahrt im Allgemeinen langsamer. Sie war auch launenhafter und zog uns oft in große Tiefen hinab. Wir kamen so bis auf zwei bis drei Kilometer, aber ohne jemals die großen Tiefen dieses indischen Meeres festzustellen, welche durch Sondieren mit 13.000 Meter nicht hatte erreicht werden können. Was die Temperatur der niederen Schichten betraf, so zeigte das Thermometer stets unverändert 4 Grad über Null. Ich beobachtete nur, dass in den oberen Lagen das Wasser unter der Oberfläche stets kälter war als oberhalb. Am 25. Januar, da der Ozean völlig leer war, brachte der Nautilus den ganzen Tag auf der Oberfläche zu und seine gewaltige Schraube warf bei ihren Schlägen die Wellen hoch empor. Da konnte man ihn wohl für ein Riesenungeheuer ansehen. Ich brachte drei Viertel des Tages auf der Plattform zu. Mein Blick schweifte über dem Meer. Nichts am Horizont, als gegen vier Uhr abends ein langes Dampfboot, welches westlich uns entgegenfuhr. Seine Masten waren einen Augenblick sichtbar, aber es konnte den Nautilus nicht sehen, weil er zu flach, über die Oberfläche des Wassers wenig hervorragte. Ich glaubte, dies Boot gehörte der Linie an, welche die Fahrten von Ceylon nach Sydney macht. Um fünf Uhr abends, vor der Dämmerung, welche in den Tropengegenden so kurz ist, wurden wir, Conseil und ich, durch einen merkwürdigen Anblick in Staunen versetzt. Es gibt ein reizendes Tierchen, dessen Begegnung die Alten als ein glückliches Wahrzeichen ansahen. Sie nannten es Nautilus und Pompilius. Aber die neuere Wissenschaft hatte ihm einen anderen Namen gegeben. Die Molluske, welche zu derselben Familie gehört, wie der Kalmar und der Tintenfisch, heißt jetzt Argonaut. Einer solchen Truppe von Argonauten, die auf der Oberfläche des Ozeans wanderte und mehrere hunderte zählte, begegneten wir damals. Diese zierlichen Mollusken bewegten sich vermittels ihrer Fortbewegungsröhre rückwärts, indem sie durch diese Röhre das eingesaugte Wasser entfernen. Von ihren acht Füllfäden schwammen sechs lange und feine oben auf dem Wasser, während die beiden anderen, blattförmig zusammengerollt, wie ein leichtes Segel im Winde aufgespannt waren. Ich sah genau ihre spiralförmige, gefältelte Muschel, welche Cuvier richtig mit einer eleganten Schaluppe vergleicht. In der Tat ist's ein wirkliches Boot, worin das Tier, welches durch Absonderung dasselbe geschaffen hat, fährt, ohne dass es ihm anhängt. Etwa eine Stunde lang schwamm der Nautilus inmitten dieser Molluskenschar. Darauf befiel sie ein plötzlicher Schrecken. Wie auf ein Signal verschwanden auf einmal alle Segel, die Arme zogen sich ein, die Körper schrumpften zusammen, die Muscheln änderten durch Umkehren ihren Schwerpunkt und die ganze Flottilie sank unter. Dies geschah in einem Augenblick und mit einer gleichen Gemeinsamkeit des Manövers, wie man's bei einem Schiffsgeschwader noch nie gesehen hat. Am folgenden Tage, den 26. Januar, durchschnitten wir unterm 82. Meridian den Äquator und kamen wieder auf die nördliche Hemisphäre. Während dieses Tages hatten wir eine fürchterliche Schar von Haifischen im Gefolge, ungeheuer, die in diesen Meeren massenweise vorkommen und sie sehr gefährlich machen. Oft schossen diese gewaltigen Tiere mit beunruhigendem Ungestüm wieder die Fenster des Salons. Dann hielt sich Ned Land nicht länger, wollte auf die Oberfläche des Wassers, um die Ungetüme mit seiner Harpune zu treffen. Aber der Nautilus bekam durch Verstärkung seiner Schnelligkeit leicht einen Vorsprung vor dem raschesten dieser Tiere. Am 27. Januar, bei der Einfahrt in den ungeheuren bengalischen Golf, stießen wir mehrmals auf Leichname, die auf der Meeresoberfläche schwammen. Es waren Leichen aus den indischen Städten, welche der Ganges bis ins hohe Meer getrieben hatte und welche die Geier, die einzigen Bestatter des Landes, nicht alle hatten verschlingen können. Die Haifische waren beflissen, sie in ihrem leidigen Geschäfte zu unterstützen. Gegen sieben Uhr abends fuhr der Nautilus halb unterm Wasser mitten durch ein Milchmeer. Soweit man sehen konnte, schien der Ozean aus Milch zu bestehen. War es nur Wirkung des Mondlichtes? Nein, denn der Mond, erst seit zwei Tagen im Wachsen begriffen, befand sich noch unterhalb des Horizonts. Der ganze Himmel, obgleich in der Beleuchtung des Sternenlichtes, schien schwarz im Gegensatz mit diesem weißen Gewässer. Konsei konnte seinen Augen nicht trauen und fragte mich über die Ursachen dieser auffallenden Erscheinung. Glücklicherweise war ich imstande, ihm seine Frage zu beantworten. Man nennt das ein Milchmeer, sagte ich. Weiße Meereswellen in weitem Umfang, wie man es häufig an den Küsten von Amboina und in diesen Gegenden zu sehen bekommt. Aber, fragte Konsei, kann mein Herr mich darüber belehren, welche Ursache eine solche Wirkung hervorbringt, denn das Wasser hat sich nicht in Milch umgewandelt, denke ich mir. Nein, lieber Junge, diese weiße Farbe, welche dir auffällt, rührt nur von Myriaden Infusionstierchen her, eine Art Leuchtwürmchen, die farblos sind und wie Galerte aussehen, haardünn und nicht länger als ein Fünftel Millimeter. Manche dieser Tierchen hängen meilenweit miteinander zusammen. Meilenweit, rief Konsei aus. Ja, mein Junge, und gib dir nicht die Mühe, die Zahl dieser Tierchen auszurechnen. Du würdest es nicht fertig bringen, denn irre ich nicht, so sind manche Seefahrer mehr als 40 Meilen weit über solche Milchmeere gefahren. Ich weiß nicht, ob Konsei meiner Mahnung Rechnung trug, aber er schien in tiefes Nachdenken versenkt, indem er ohne Zweifel auszurechnen bemüht war, wie viel Fünfteile von Millimetern in 40 Quadratmeilen enthalten sind. Ich meines Teils fuhr fort, das Phänomen zu beobachten. Einige Stunden lang fuhr der Nautilus über solchen weißen Wogen und ich bemerkte, dass er ganz geräuschlos durch dieses seifenartige Wasser glitt, als führe er in den Schaumwirbeln, welche mitunter zwischen den Strömungen und Gegenströmungen der Beinen entstehen. Gegen Mitternacht nahm das Meer plötzlich seine gewöhnliche Farbe wieder an, aber hinter uns bis zu den Grenzen des Horizonts schien der Himmel im Widerschein der weißen Wogen lange Zeit mit dem unbestimmten Nordlichtschimmer überzogen. Ende von Teil 2 Kapitel 1 Gelesen von Lektor Teil 2 Kapitel 2 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne Teil 1 Kapitel 2 Ein neuer Vorschlag des Kapitän Nemo Als der Nautilus zur Mittagszeit unter 9 Grad 4 Minuten nördlicher Breite wieder an die Oberfläche des Meeres kam, befand er sich in Angesicht eines Landes, das 8 Meilen westlich lag. Ich gewahrte zuerst einen Haufen etwa 2.000 Fuß hoher Berge, deren Formen sich sehr launhaft änderten. Als die Lage aufgenommen war, begab ich mich wieder in den Salon und erkannte auf der Karte, dass wir im Angesicht der Insel Ceylon waren, dieser Perle an der unteren Spitze der indischen Halbinsel. Ich suchte in der Bibliothek nach einem Buch über diese Insel, die eine der fruchtbarsten in der Erde ist. Und fand gerade einen Band von Sir H.O.S. mit dem Titel Ceylon und die Singa lesen. Als ich wieder in den Salon trat, erschienen gleich auch der Kapitän Nemo und sein Leutnant. Der Kapitän warf einen Blick auf die Karte und sprach zu mir, die Insel Ceylon ist durch ihre Perlenfischereien berühmt. Würde es Ihnen angenehm sein, Herr Aronax, eine solche Fischerei zu besuchen? Jawohl, Kapitän! Gut, es kann leicht geschehen. Nun sehen wir zwar die Fischereien, so können wir doch nicht die Fischer sehen. Die jährlich vorgenommene Ausbeutung hat noch nicht begonnen. Tut nichts. Ich will nach den Golf Manar fahren, wo wir in der Nacht ankommen werden. Der Kapitän sprach mit seinen Leutnant einige Worte, der ging so gleich hinaus und der Nautilus tauchte alsbald in sein Element hinab. Das Manometer zeigte, dass es sich in einer Tiefe von 30 Fuß hielt. Ich suchte auf der Karte den Golf von Manar. Derselbe fand sich im Nordwesten unter dem 9. Breitengrad, gebildet durch einen langen Streifen des Inselchens Manar. Man musste, um hinzukommen, das ganze westliche Ufer von Ceylon hinauffahren. Herr Professor, sagte darauf der Kapitän Nemo, man fischt Perlen im Golf von Bengalen, im Indischen Meer, dem Chinesischen und Japanischen, in den Meeren Südamerikas, in den Golfen von Panama und Kalifornien, aber zu Ceylon mit dem schönsten Erfolg. Wir kommen dafür zwar etwas zu früh, die Fische versammeln sich erst im Meers, im Golf von Manar, und dann widmen sich ihre 300 Boote 30 Tage lang ganz dem gemeinsamen Geschäft, diese Kostbarkeiten des Meeres zu holen. Jedes Boot ist mit zehn Ruderern und zehn Fischern besetzt. Die letzteren sind in zwei Rotten geteilt, die im Untertauchen miteinander abwechseln und begeben sich in eine Tiefe von zwölf Meter mit Hilfe eines schweren Steins, welchen sie zwischen ihre Füße nehmen und der mit einem Tau an das Fahrzeug befestigt ist. Also, sagte ich, immer noch das ursprüngliche Verfahren im Brauch? Immer noch, erwiderte der Kapitän Nemo, obwohl diese Fischereien dem gewerbsverständigsten Volk der Welt angehören, den Engländern, welche dieselben im Vertrag zu Amar 1802 abgetreten worden sind. Es scheint mir doch, dass der Skypander, wie sie ihn im Gebrauch haben, dabei große Dienste leisten würde. Jawohl, denn die armen Fischer können es nicht lange unterm Wasser aushalten. Der Engländer Parzival spricht zwar von einem Kaffer, der fünf Minuten lang unter Wasser bleiben konnte, aber es scheint mir dies nicht sehr glaubhaft. Ich weiß, dass manche Taucher es auf bis zu 57 Sekunden und sehr geschickt bis 87 bringen können. Doch sind solche selten und wenn die armen Kerle wieder an Bord kommen, strömt ihnen das Wasser mit Blut vermischt aus der Nase und Ohren. Ich glaube, die Durchschnittszeit, welcher dieser Fischer es aushalten könnte, nur 30 Sekunden beträgt, währenddessen sie in aller Eile mit einem kleinen Netz alle Perlmuscheln, deren sie habhaft werden können, zusammenraffen. Aber im Allgemeinen werden diese Fischer nicht alt. Sie bekommen schwache Sehkraft, es bilden sich Geschwüre an ihren Augen und zeigen sich Wunden über den ganzen Körper, und oft auch werden sie auf dem Meeresgrunde vom Schlag getroffen. Ja, sagte ich, es ist ein trauriges Gewerbe und dient doch nur, um einige Launen zu befriedigen. Aber sagen Sie mir, Kapitän, wie viel Muscheln kann ein Boot während eines Tages fischen? Etwa 40.000 bis 50.000. Man sagt sogar, dass im Jahre 1814, als die englische Regierung auf eigene Rechnung fischen ließ, ihre Taucher binnen 20 Tagen 76 Millionen Muscheln zutage förderten. Da finden sich wenigstens, fragte ich, diese Fische hinreichend belohnt. Schwerlich, Herr Professor. Zu Panama verdienen sie nur einen Dollar die Woche. Meistens bekommen sie nur einen Zoo für die Muscheln mit einer Perle. Und wie viele bringen sie hinauf, welche keine enthalten? Einen Zoo den armen Leuten, welche ihren Herren bereichern? Das ist abscheulich! Also, Herr Professor, sagte zu mir der Kapitän Nemo, Sie werden mit Ihren Gefährten die Bank von Manar besuchen. Wenn Sie vielleicht ein erwerbsamer Fischer schon dort befindet, so werden wir ihn sehen, wie er es macht. Einverstanden, Kapitän. Beiläufig, Herr Aronax, Sie fürchten sich doch nicht vor Haifischen. Vor den Haifischen? rief ich aus. Diese Frage schien mir zumindest recht müßig. Nun, wiederholte der Kapitän, ich muss Ihnen gestehen, Kapitän, dass ich mich mit dieser Art Fische noch nicht sehr befreundet habe. Wir sind daran gewöhnt, versetzte der Kapitän Nemo und mit der Zeit werden Sie sich darin finden. Übrigens sind wir ja bewaffnet und wir können unterwegs vielleicht einen Hai erlegen. Es ist das eine recht interessantere Jagd. Also, auf morgen, Herr Professor! Und in aller Frühe! Das sagte der Kapitän so leicht hin und verließ den Saal. Ladet man uns ein, im Schweizer Gebirge einen Bären zu jagen, so sagen wir, recht gern, morgen gehen wir auf Bärenjagd. Ladet man uns zu einer Löwenjagd auf den Hochebenen des Adlers oder zu einer Tigerjagd in den Niederungen Indiens ein, so sagen wir, ei, nun werden wir wohl dabei sein. Aber ladet man uns ein, in den Haifisch in seinem natürlichen Element zu jagen, so erbitten wir uns vielleicht Bedenkzeit aus, bevor wir die Einladung annehmen. Ich für meinen Teil fuhr mit der Hand über die Stirne und fühlte da einige Tropfen kalten Schweißes. Wir wollen's überlegen, sagte ich bei mir, und übereilen wir uns nicht. Fischotter in unterseeschen Wäldern zu jagen, wie wir's auf der Insel Crespo getan, geht noch an, aber sich auf den Meerigstgrund zu begeben, wenn man fast sicher ist, dort auf Haifische zu stoßen, ist doch etwas anderes. Ich weiß wohl, dass in manchen Ländern, besonders oft in Andamanen, die Neger bei der Hand sind, einen Dolch in einer Hand, eine Schlinge in der anderen, einen Haifisch anzugreifen, aber ich weiß auch, dass viele, die keck genug sind, mit diesen furchtbaren Ungeheuern anzubinden, nicht mit ihrem Leben davon kommen. Übrigens bin ich auch kein Neger, und wer nicht einer wäre, so würde ich, glaube ich, in diesem Falle eine leichte Bedenkzeit meinerseits wohl an der Stelle sein. Ich stellte mir also in Gedanken die Haifische vor, ihre ungeheuren Kinnbacken mit vielen Reihen Zähnen, die einen Menschen mit einem Biss in zwei Teile zerlegen können. Da kam mir schon ein Schmerzgefühl um die Lenden. So dann wollte mir die Gleichgültigkeit nicht behagen, womit der Kapitän diese leidige Einladung gemacht hatte. Hätte man nicht meinen sollen, es handele sich nur darum, in einem Buschwerk einen Fuchs zu prellen? Gut, dachte ich, Corsa wird sich nie entschließen, mitzugehen, und das wird mich beim Käpt'n entschuldigen. In Beziehung auf Nedland, gestehe ich, fühlte ich mich nicht so sicher seiner Klugheit. Eine noch so große Gefahr hatte für seine kampffertige Natur stets einen Reiz. Ich machte mich wieder an die Lektüre des Buches von Cyr, aber ich blätterte nur mechanisch darin. Ich sah zwischen den Zeilen die fürchterlichen Kinnbacken aufgesperrt. In diesem Augenblick traten Corsa und der Kanadier ein, mit ruhiger, selbst heiterer Miene. Sie wussten nicht, was ihnen bevorstand. »Meiner Treu, mein Herr«, sagte Nedland zu mir, »Ihr Kapitän Nemo, hol ihn der Teufel, hat uns soeben einen sehr annehmlichen Vorschlag gemacht.« »Ah«, sagte ich, »Sie wissen, nehmen Sie mir's nicht übel, mein Herr«, erwiderte Corsa. »Der Kommandant des Nautilus hat uns eingelagen, morgen in Gesellschaft meines Herrn die prächtigen Fischereien von Ceylon zu besuchen. Er hat die Einladung in seine Worte gemacht und sich wie ein echter Gentleman genommen. Sonst hat er euch nichts gesagt. »Nein, mein Herr«, erwiderte der Kanadier, außer dass er von dem kleinen Ausschluss mit Ihnen gesprochen habe. »In der Tat«, sagte ich, »und er hat Ihnen nichts Besonderes gesagt über...« »Nichts, Herr Naturforscher. Sie werden doch mit dabei sein, nicht wahr?« »Ich? »Ohne Zweifel. Ich sehe, dass Sie Geschmack daran bekommen, Meister Land.« »Ja, es ist merkwürdig, sehr merkwürdig.« »Gefährlich vielleicht«, führte ich in schmeichelnden Ton bei. »Gefährlich«, erwiderte Nedland, »ein bloßer Ausflug auf eine Austernbank?« Offenbar hatte der Kapitän Nemo für unzuträglich gehalten, den Gedanken an Haifische bei meinen Gefährten anzuregen. Ich sah sie mit besorgtem Auge an, als wenn ihnen schon ein Glied mangle. Sollte ich sie warnen? Ja, gewiß, aber ich wüsste nicht recht, wie es anzufangen. »Wird, mein Herr«, sagte Korsai, »die Güte haben, uns Näheres über die Perlenfischerei zu sagen?« »Über das Fischen selbst«, fragte ich, »oder über das, was dabei vorfallen...« »Über das Fischen«, versetzte der Kanadier. »Ehe man auf etwas eingeht, muss man den Grund kennenlernen.« »Nun denn, setzen Sie sich nieder, meine Freunde, und ich will Ihnen mitteilen, was ich von dem Engländer Sir selbst soeben gelernt habe.« Ned und Korsai setzten sich auf einen Divan und zuerst sprach der Kanadier zu mir. »Mein Herr, was ist da eigentlich eine Perle?« »Lieber Ned«, erwiderte ich, »für den Dichter ist die Perle eine Träne des Meeres, für den Orientalen ein festgewordener Tauertroffen, für die Frauen ein glängliches Kleinod von durchsichtigem Glanz und Perlmutzstoff, welches sie am Finger, Hals oder am Ohr tragen, für den Chemiker eine Mischung von Phosphorsaurem und Kohlensaurem Salz mit ein wenig Leim und endlich, für den Naturkundigen, nur eine krankhafte Ausscheidung des Organs, welches bei einigen zweischalen Muscheln die Perlmutter erzeugt. »Abteilung der Mollusken«, sagte Korsai, »Klasse der Kopflosen, Ordnung der Schaltiere.« »Ganz richtig, gelehrter Korsai, unter diesen Schalthieren nun sind alle, welche die Perlmutter ausscheiden, das heißt, die blaue, bläuliche, violette oder weiße Substanz, welche das Innere ihrer Schalen auskleidet, fähig, Perlen zu erzeugen. »Auch die Muscheln?« fragte der Kanadier. »Ja, die Muscheln einiger Bäche in Schottland, Wales, Irland, Sachsen, Böhmen, Frankreich.« »Gut, das wird man sich merken«, revidierte der Kanadier. »Aber«, fuhr ich fort, »die Mollusken, welche vorzugsweise Perlen obsondern, ist die Perlenauster, »Melaegrina magrafitera«, die kostbare Perlmuscheln. »Die Perle«, »die Perle«, »ist nur eine Perlmutter-Ausscheidung, welche Kugelform annimmt.« Entweder sitzt sie in der Schale fest oder befindet sich als Verhäutung im Fleisch des Tieres frei. Zum Kern hat sie stets ein kleines, hartes Körperchen, sei es ein unfruchtbares Eichen oder ein Sandkorn, um welches der Perlmutstoff binnen einiger Jahre nach und nach in kleinen, konzentrischen Kreisen sich absetzt. »Finden sich mehrere Perlen in derselben Auster?«, fragte Korsai. »Ja, lieber Junge, es gibt Perlmuscheln, die einen wahren Schrein bilden. Man hat sogar eine Auster angeführt, aber ich bin so frei, es in Zweifel zu ziehen, die nicht minder als hundertfünfzig Haifische enthielt.« »Hundertfünfzig Haifische?«, rief Nedland aus. »Hab ich Haifische gesagt?«, versetzte ich lebhaft. »Ich meine, hundertfünfzig Perlen.« »Haifische wär' ja sinnlos.« »Jawohl«, sagte Korsai. »Will mein Herr uns nun lehren, wie man diese Perlen herausbekommt?« »Man fährt auf verschiedene Weise, und oft, wenn die Perlen an den Schalen anhängen, reißen die Fischer sie mit der Zange ab. Aber zumeist werden die Perlmuscheln über Matten von Friemkraut gebreitet, welches am Ufer liegen. So sterben sie in der freien Luft, und nach Verlauf von zehn Tagen befinden sie sich in einem befriedigten Zustand von Fäulnis. Darauf tut man sie in ungeheure Behälter von Meerwasser, öffnet und wäscht sie. Jetzt beginnt die doppelte Arbeit der Aussonderung. Zuerst lösen sie die Perlmusblätter ab, welche in Kisten von hundertfünfundzwanzig bis hundertfünfzig Kilogramm geliefert werden. Nachher entfernen sie das Fleisch der Auster, sieden sie ab, sieben sie durch, um auch die kleinsten Perlchen herauszubekommen. »Der Preis der Perlen richtet sich nach ihrer Größe?« fragte Korsai. »Nicht allein nach ihrer Größe,« erwiderte ich. »Sondern auch nach der Form, ihrem Wasser, das heißt ihrer Färbe, nach ihrem Orient, das heißt dem schillernden farbenreichen Glanz, welcher sie dem Auge so reizend macht. Die schönsten Perlen werden Jungfernperlen genannt. Sie bilden sich vereinzelt im Fleisch der Moluske, sie sind weiß, oft undurchsichtig, doch manchmal auch durchsichtigt, opalfarbig und zumeist kugel- und bürdenförmig. Die Kugelrunden werden zu Armbändern verwendet, die bürdenförmigen zu Gehängen und die kostbarsten werden nach dem Stück verkauft. Die anderen Perlen hängen an der Schale der Auster und außergewöhnlich werden sie nach dem Gewicht verkauft. Endlich, zur geringsten Sorte gehören die Sandperlen, die nach dem Maß verkauft und ganz besonders zu Stückereien auf kirchlichem Schmuck gebraucht werden. Aber das Auslandern der Perlen nach der Größe muss eine langwierige Arbeit sein, sagte der Kanadier. Nein, mein Freund, denn sie geschieht von mittels elf Sieben, welche eine verschiedene Anzahl Löcher haben. Die Perlen, welche in dem mit zwanzig bis achtzig Löchern zurückbleiben, sind ersten Ranges. Die bei hundert bis achthundert nicht durchfallen, bilden die zweite Sorte. Für die dritte Sorte endlich, die Saatperlen, gebraucht man siebe mit neunhundert bis tausend Löchern. Das ist sinnreich, sagte Konsei. Ich sehe, dass das Klassifizieren mechanisch vor sich geht. Könnte uns mein Herr auch sagen, was die Ausbeutung der Perlausternbenkel einträgt? Laut Siers Buch sind die Fischereien Célons jährlich für die Summe von drei Millionen Haifische verpachtet. Franken, versetzte Konsei. Ja, Franken, drei Millionen Franken, wiederholte ich. Aber ich glaube, diese Fischereien trägt jetzt nicht mehr ganz so viel ein wie früher. Ebenso ist es mit dem Amerikanischen, der unter Karl V. vier Millionen Franken brachte, gegenwärtig auf zwei Drittel herabgesunken sind. Im Ganzen kann man den allgemeinen Ertrag der Ausbeutung der Perlen auf neun Millionen Franken anschlagen. Aber, fragte Konsei, man führt ja doch einzelne Perlen von sehr hohem Preis an. Ja, mein Lieber, man sagt, Cäsar habe der Sevilla eine Perle überreicht, die nach heutiger Münze auf 120.000 Franken geschätzt wurde. Ich habe, versetzte der Kanadier, meiner Braut, Kate Tender, die übrigens einen anderen geheiratet hat, ein Perlenhansband gekauft. Das kostete nur ein und einem halben Dollar und doch, der Herr Professor wird es mir kecklich glauben, wären diese Perlen nicht durch ein Sieb mit zwanzig Löchern gegangen. Guter Net, erwiderte ich bestrichen. Ach, diese Essenz, erwiderte Net, muss teuer sein. Sie kostet so viel wie nichts. Es ist nur die silberschweizte Substanz der Schuppen des Weißfisches, die man im Wasser sammelt und den Salmiag aufdebt. Sie ist ganz wertlos. Vielleicht hat Kate Tender deshalb einen anderen geheiratet, erwiderte Meister Land nachdenklich. Aber, sagte ich, um auf den hohen Preis von Perlen zurückzukommen, ich glaube nicht, dass je ein Fürst eine vom höheren Wert besaß, als die im Besitz des Kapitän Nemo. Diese hier, sagte Korsai und wies auf die prachtvolle Kleinung in seinem Glaskasten. Ich irre gewiss nicht, wenn ich ihren Wert auf zwei Millionen anschlage. Franken? sagte Korsai lebhaft. Ja, sagte ich. Zwei Millionen Franken und ohne Zweifel hat sie dem Kapitän nur die Mühe des Einsammelns gekostet. Ah, rief Nedland aus, können wir nicht morgen bei dem Ausfug eine gleiche finden? Bah, sagte Korsai und warum nicht? Was sollen wir an Bord des Nautilus Millionen uns nützen? An Bord nicht, sagte Nedland, aber sonst wo? Oh, sonst wo, versetzte Korsai mit Kopfschütteln. In der Tat, sagte ich, hat Nedland recht und wenn Europa oder Amerika bringen, so gäbe das mindestens ein starkes Beweismittel der Echtheit und zugleich der Erzählung von unserem Abenteuern einen hohen Wert. Das glaube ich wohl, versetzte der Kanadier. Aber, sagte Korsai, der stets auf das Belehrende bei den Dingen zurückkam, ist dieses Perlenfischen mit Gefahr verbunden? Nein, versetzte ich lebhaft, zumal bei einigen Vorsichtsmaßregeln. Was hat man bei dieser Arbeit zu riskieren, sagte Ned Lenz, höchstens dass man einige Schluck Seewasser zu verschlingen hat. So ist Ned, beiläufig fuhr ich fort, indem ich des Kapitän Nemo leichten Ton anzunehmen suchte. Fürchten Sie sich vor Haifischen, wackerer Ned? Ich, erwiderte der Kanadier, ein Harponier von Profession, es ist mein Geschäft, ihre zu spotten. Es handelte sich nicht darum, sagte ich, sie mit einem Haken zu fangen, auf das Verdeck zu ziehen, ihnen den Schwanz abzuhauen, den Leib aufzuschnitten und ihr Herz ins Meer zu werfen. Es handelt sich also, ja, das ist's eben, im Wasser, ja, im Wasser, meiner Treu, mit einer tüchtigen Harpone, Sie wissen, mein Herr, diese Haifische sind sehr ungeschlachte Tiere, sie müssen sich umdrehen, auf den Bauch, um nach ihnen zu schnappen und unterdessen Nedland sprach das Wort schnappen auf eine Weise aus, die es einem kalt den Rücken runter lief. Nun, Korsai, was denkst du von diesen Haifischen? Ich bin ganz an der Seite meines Herren. Das ist mir schon recht, dachte ich. Wenn mein Herr den Haifischen trotz bietet, sagte Korsai, so sehe ich nicht, warum sein treuer Diener nicht dabei wäre. Ende von Teil 2 Kapitel 2 Gelesen von Alexander Jäger Tuttlingen Teil 2 Kapitel 3 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 3 Eine Perle von 10 Millionen Die Nacht kam heran, ich legte mich zu Bette und schlief ziemlich schlecht. In meinen Träumen spielten die Haifische eine bedeutende Stuart, welchen der Kapitän Nemo besonders zu meinen Diensten bestellt hatte. Ich stand rasch auf, kleidete mich an und ging in den Salon. Der Kapitän Nemo wartete schon auf mich. Herr Aronax, sagte er zu mir, sind Sie bereit zu gehen? Folgen Sie mir gefälligst. Und meine Gefährten Kapitän? Sie sind schon in Kenntnis gesetzt und erwarten uns. Werden wir nicht unsere Scape Hände anziehen? fragte ich. Noch nicht. Ich habe den Nautilus jener Küste nicht zu nahe kommen lassen und wir sind von der Bank von Manar ziemlich weit ab in hoher See. Aber ich habe unseren Nachen zurecht machen lassen, der uns genau an den Punkt bringen wird, wo wir ausschiffen werden. Dadurch wird uns eine weite Überfahrt erspart. Er bringt unsere Tauchgeräte mit, welche wir in dem Moment, wo diese unterseelsche Untersuchung beginnt, anziehen werden. Der Kapitän Nemo führte mich zu der Mittelleiter, welche auf die Plattform führte. Ned und Konsein befanden sich schon da, voll Freude über die Vergnügungspartie, welche vorbereitet wurde. Fünf Matrosen des Nautilus warteten, die Ruder in der Hand, in dem Nachen, welche mit einem Tau an Bord befestigt war. Es war noch dunkle Nacht. Wolkenstreifen bedeckten den Himmel und ließen nur hier und da Sterne erblicken. Ich wendete meinen Blick dem Lande zu, sah aber nur einen trüben Streifen, der Dreiviertel des Horizonts von Südwest nach Nordwest schloss. Der Nautilus, welcher während der Nacht die Westküste Cylons heraufgefahren war, befand sich im Westen dabei, befand sich die Perlmuschelbank, ein unerschöpfliches Feld, das über Zwanzig Meilen weit sich erstreckt. Da Kapitän Nemo nebst mir concernet, wir saßen im hinteren Theil des Bootes. Der Führer desselben stand beim Steuer, seine vier Genossen faßten die Ruder, das Bindseil wurde losgeknüpft und wir fuhren ab. Das Boot steuerte in südliche Richtung, nicht sehr eilig. Ich beobachtete, daß die kräftig unterm Wasser geführten Ruderschläge nur von zehn zu zehn Sekunden aufeinander folgten, nach der allgemein bei der Kriegsmarine üblichen Weise. Ein leichtes Wogen von der offenen See her brachte das Boot in einige Schwanken und einiges Wellengeräusch lief ihm voran. Wir verhielten uns schweigend. Worauf hafteten des Kapitäns Nemo sinnende Gedanken? Vielleicht bei dem Land, welchem er sich näherte und das er allzu nahe fand, umgekehrt wie bei Ned, dem es noch allzu ferne vorkam. Kansai war in neugieriger Spannung. Gegen halb sechs ließ die erste Färbung des Horizont den oberen Streifen der Küste klarer erkennen. Ziemlich flach im Osten hob sie sich etwas dem Süden zu. Fünf Meilen war sie noch entfernt und ihr gestadet zerflosch noch im nebligen Gewässer. Das Meer zwischen uns war leer. Kein Fahrzeug, kein Taucher zu sehen. Völlig verlassen war die Stelle, wo die Perlenfischer zusammenzukommen pflegten. Wir kamen, wie der Kapitän Nemo mir bemerkt hatte, einen Monat zu früh in diese Gegend. Um sechs Uhr war es plötzlich Tag, so rasch, wie es in trobend Gegenden eigentümlich ist, wo man weder Dämmerung noch Morgenröte kennt. Die Sonnenstrahlen drangen durch den Vorhang des überm Horizont zerstreuten Gewölks und das strahlende Gestirn stieg rasch empor. Ich sah deutlich das Land mit hier und da zerstreuten Bäumen. Das Boot fuhr weiter auf die Insel Manazu, welche südlich sich abrundete. Der Kapitän Nemo war aufgestanden Denn der Meeresgrund, welcher an dieser Stelle einen der höchsten Punkte der Perlenbank bildete, war nur einen Meter tief. Das Boot schwenkte sich sogleich der Ebbe gemäß, welches nach dem Hohen Meer hintrieb. Nun sind wir an Ort und Stelle, Herr Aronax, sagte darauf der Kapitän Nemo. Sie sehen hier diese enge Bei. An dieser Stelle hier werden in einem Monat die zahlreichen Fischer Barken der Ausbeutenden sich einfinden und in diesen Gewässern werden ihre Taucher mit kühner Ausdauer suchen. Diese Bei ist für diese Fischerei günstig gelegen und geeignet. Im Schutz vor den stärksten Winden ist das Meer da nie sehr unruhig, ein Umstand, welcher der Arbeit der Taucher sehr zustatten kommt. Jetzt wollen wir unsere Scape-Händer anlegen und unseren Spaziergang vornehmen. Ich erwiderte nichts und in stetem Hinblick auf diese verdächtigen Wogen fing ich an mit Hilfe der Bootsleute meine schwere Seekleidung anzuziehen. Der Kapitän Nemo und meine beiden Gefährten legten ebenfalls die Kleidung an. Von der Mannschaft des Nautilus durfte uns bei diesem Ausflug niemand begleiten. Bald steckten wir bis an den Hals in der Kautschukkleidung und der bemerkte ich es dem Kapitän. Dieser Apparat würde uns nicht dienlich sein, erwiderte der Kapitän. Wir begeben uns in keine große Tiefe und die Sonnenstrahlen werden schon ausreichen unseren Weg zu beleuchten. Zudem ist nicht klug unter diese Gewässer eine elektrische Lampe mitzunehmen, weil deren heller Schein unversehens einen gefährlichen Bewohner dieser Meeresgegend herbeilocken konnte. Während der Kapitän diese Äußerung machte, wendete ich mich um nach Kansai und Nedland. Aber diese beiden Freunde hatten schon ihren Kopf in die metallene Kappe gesteckt und sie konnten weder hören noch antworten. Ich hatte noch eine letzte Frage an den Kapitän Nemo zu richten. Und unsere Waffen fragte ich? Unsere Gewehre? Gewehre? Wozu? Bekämpfen ihre Gebirgsbewohner nicht den Bären mit dem Dolch in der Hand und ist dich der Stahl eine zuverlässigere Waffe als das Blei? Hier ist eine gute Klinge, die stecken sie in ihren Gürtel und nun vorwärts. Ich blickte auf meine Gefährten. Sie waren wie wir in Rüstung und dazu schwang Nedland eine ungeheure Harpune, welche er, bevor er den Nautilus verließ, in das Boot gelegt hatte. Hierauf ließ ich mir, nach dem Beispiel des Kapitäns, den Kopf in die schwere Kupferkugel stecken und unsere Luftbehälter wurden sofort in Tätigkeit gesetzt. Alsbald darauf brachten die Bootsleute uns der Reihe nach aus dem Fahrzeug und wir fassten anderthalb Meter tief Grund auf ebenen Sand. Der Kapitän Nemo winkte uns mit der Hand, wir folgten ihm und verschwanden auf sanft abhängigen Boden unter dem Gewässer. Hier verließen mich die schlimmen Gedanken, welche meinen Kopf belagert hatten. Ich ward wieder zum Erstaunen ruhig. Die Leichtigkeit meiner Bewegungen hob mein Vertrauen und das Fremdartige des Schauspiels fesselte meine Einbildungskraft. Die Sonnenstrahlen brachten schon hinreichende Helle unter die Gewässer. Die geringsten Gegenstände waren erkennbar. Nachdem wir zehn Minuten weit gegangen, befanden wir uns in einer Tiefe von fünf Metern und der Boden wurde fast eben. Unter unseren Dritten wurden gleich Bekasien im Sumpf schwärme merkwürdiger Fische aufgescheucht aus der Gattung der Einflosse, die außer am Schwanz sonst keine Flossen haben. Ich erkannte eine acht Dezimeter lange Meerschlange mit blau-schwarzem Bauch, die man leicht mit dem Meeraal verwechseln könnte, hätte nicht dieser goldfarbene Streifen an den Seiten. Von Deckfischen mit sehr platten, ovalen Körper bemerkte ich Golddecken mit grellen Farben, die essbar sind und ein vortreffliches Gericht liefen. Inzwischen war die Sonne höher gestiegen und erleuchtete mehr und mehr die Masse der Gewässer. Der Boden endete sich allmählich und an die Stelle des Sandes trat eine ordentliche Straße mit runden Feldstücken überkleidet mit einem Teppich von Mollusken und Zoophyten. Mitten unter diesen lebendigen Pflanzen und unter den Wölbungen von Wassergewächsen liefen Legionen unbeholfener Gliedertiere zum Teil hässlich anzusehen. So stieß ich mehrmals auf den enormen von Darwin beobachteten Meereskrebs, welchem die Natur die erforderliche Kraft und den Instinkt gegeben hat, um sich von Kokosnüssen zu nähren. Er klettert am Ufer an den Bäumen hinauf wirft die Nuss herab, welche beim Fallen zerbricht, worauf er sie mit seinen ungeheuren Scheren öffnet. Hier unter den klaren Fluten bewegte sich die Krabbe mit einer Behändigkeit ohne gleichen. Gegen sieben Uhr beschritten wir endlich die Perlmuschelbank, worauf die Perlenaustern zu Millionen erzeugt wurden. Diese kostbaren Mollusken waren durch braune Büssos fest Beide von fast gleicher Größe. Manche waren mit grünlichen von oben herablaufenden Streifen geziert, sie gehörten jungen Austern. Die anderen mit rauer und schwarzer Oberfläche zehn Jahre alt oder noch älter waren bis zu fünfzehn Zentimeter breit. Der Kapitän Nemo zeigte mir mit der Hand diese erstaunlich reich aufgeschichtete Masse von Perlmuscheln und es war mir begreiflich dass diese Fundgrube wahrhaft unerschöpflich ist. Nedland beeilte sich mit den schönsten Molusken ein Garn zu füllen das er an der Seite hängen hatte. Aber wir konnten uns nicht aufhalten. Wir mussten den Kapitän folgen der auf ihm bekannten Pfaden zu gehen schien. Der Boden wurde allmählich wieder höher und manchmal reichte mein Arm wenn ich ihn aufhob über den Meeresspiegel hinaus. Nachher wurde die Bank wieder niedriger wir stießen auf hohe zugespitzte Felsen aus deren dunklen Spalten ungestallte Schalentiere mit starren Augen uns anblickten. In diesem Augenblicke öffnete sich vor unseren Augen eine ungeheure Grotte zwischen malerisch getürmten Felsen die mit allem Schmuck der unterseeschen Flora geziert waren. Dieselbe kam mir anfangs ganz dunkel vor die Sonnenstrahlen schienen darin allmählich zu erlöschen. Der Kapitän Nemo trat in dieselbe ein wir ihm nach. Meine Augen gewöhnten sich bald an das verhältnismäßige Dunkel. Wir befanden uns unter einem Gewölbe das von natürlichen Pfeilern getragen wurde die gleich den schwerfälligen Säulen toskanischer Architektur auf breiter Granitbasis ruhten. Weshalb zog uns unser rätselhafter Führer ins Innere dieser unterseeschen Grotte Wir sollten's bald erfahren. Nachdem wir einen ziemlich steilen Abhang hinabgestiegen waren betraten wir den Boden einer Art kreisrunden Schachtes. Der Kapitän Nemo blieb stehen und wies mit der Hand auf einen Gegenstand den ich noch nicht einmal wahrgenommen hatte. Es war eine Auster von außerordentlicher Größe eine Riesentridanne ein Weihkessel der einen See von Weihwasser und folglich größer als das jenige welches den Salon des Nautilus tierte. Ich näherte mich der phänomenalen Molluske. Sie war mit ihrem Büsses an eine Granitplatte befestigt und entwickelte sich da abgesondert im ruhigen Wasser der Grotte. Ich schätzte ihr Gewicht auf 300 Kilogramm. Eine solche Art Auster enthält 15 Kilo Fleisch und es gehört wohl einen Riesenmagen dazu, einige Dutzend solcher Austern zu verschlingen. Der Kapitän Nemo war ohne Zweifel schon mit dem Dasein dieses Schalentieres bekannt und besuchte es nicht jetzt zum ersten Male und ich dachte, er wolle, indem er uns dahin führte, uns nur eine Natur Merkwürdigkeit zeigen. Ich irrte mich. Der Kapitän hatte ein besonderes Interesse, sich von dem gegenwärtigen Zustand des Tieres zu überzeugen. Die beiden Schalen der Molluske waren ein wenig geöffnet. Der Kapitän näherte sich und steckte seinen Deuch zwischen die Schalen, um sie zu hindern, sich wieder zu schließen. Dann hob er mit der Hand die heutige und befranste Umhüllung auf, welches das Tier wie ein Mantel bedeckte. Hier sah ich zwischen blättrigen Fakten eines freiliegenden Perle von der Größe schätzbarem Wert. Voll Neugierde steckte ich die Hand aus, um sie zu fassen, zu betasten, aber der Kapitän hielt mich zurück, machte ein verneinendes Zeichen und zog rasch einen Dolch heraus, dass die Schalen sich wieder schlossen. Ich begriff die Absicht des Kapitäns. Er wollte die Perle in ihre Umhüllung allmählich größer werden lassen, indem das Tier jedes Jahr erstaunenswerte Frucht der Natur reif wurde. Er allein zog sie so gewissermaßen groß, um ihr eines Tages in seinem Museum ihren Platz anzuweisen. Vielleicht hatte er sogar, nach dem Beispiel der Chinesen und Inder, die Bildung dieser Perle hervorgerufen, indem er ein Stückchen Glas oder Metall zwischen die Falten der Molust geschob, das sich allmählich mit dem Perlmut bedeckte. Jedenfalls vergliche diese Perle mit denen, mir bereits bekannten, mit denen, welche in der Sammlung des Kapitäns glänzen, so schätzte ich ihren Wert auf mindestens zehn Millionen Franken. Eine prachtvolle Naturmerkwürdigkeit, kein persönlicher Schmuck, denn welche Frauenohren hätte diese Perle tragen können. Als der Besuch bei der stattlichen Tridäne abgestattet war, verließ der Kapitän Nemo die Grotte und wir begaben uns wieder auf die Muschelbank inmitten des Klares von dem Werk der Taucher noch nicht getrübten Wassers. Wir gingen einzeln, in dem jeder nach Belieben stehen blieb oder sich entfernte. Ich hatte nicht die geringste Angst vor den Gefahren, welche meine Fantasie so lächerlich übertrieben hatte. Die Bodenerhebung zog sich merklich der Meeresoberfläche zu, und bald war mein Kopf nur noch einen Meter dieser hohe Stelle war nur einige Teusen groß, und bald kamen wir wieder abwärts in unser Element. Zehn Minuten später blieb der Kapitän Nemo plötzlich stehen. Ich glaubte, er wolle wieder umkehren. Nein, mit einem Wink befahl er, an seiner Seite in Krümmung uns auf den Boden zu ducken. Er wies mit der Hand auf einen Punkt hin und ich schaute aufmerksam. In einer Entfernung von fünf Metern zeigte sich ein Schatten und kam bis zum Boden herab. Es fuhr mir der ängstliche Gedanke an Haifische durch den Kopf. Aber ich irrte mich, und diesmal noch hatten wir es nicht mit See Ungeheuern zu tun. Es war ein Mensch, ein leibhaftiger Mann, ein Inder, ein Schwarzer, wohl ein armer Teufel, der die Absicht von daraus tauchte er unter und kehrte dahin zurück. Ein gleich einem Zuckerhut zugehauener Stein, den er mit einem Fuß festhielt und der mit einem Strick an seinem Boot befestigt war, beförderte sein rasches Herabsteigen. Darin bestand sein ganzer Apparat. So wie er etwa fünf Meter tief auf den Grund kam, fiel auf die Knie, füllte einen Sack mit rasch zusammengerafften Muscheln. Dann eilte er wieder hinauf, leerte seinen Sack aus, zog seinen Stein nach und wiederholte seine Verrichtung, die nur dreißig Sekunden dauerte. Der Taucher sah uns nicht, wir waren durch den Schatten des Felses seinen Blicken entzogen. Und wie hätte auch der arme Kerl sich denken können, dass Menschen dort unter den Gewässern sich befänden, die seine Bewegungen belauerten, seine Arbeiten genau beobachteten. So tauchte er öfters auf und ab. Mehr wie ein Dutzend Muscheln bekam er bei einem Tauchen nicht, denn er musste sie von der Bank, wo sie mit ihren starken Bissus befestigt waren, losreißen. Und wie viele Muscheln waren ohne Perle, für die er sein Leben wagte. Ich sah ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Fischerei war mir interessant. Da, auf einmal, als der Inder eben auf dem Boden kniete, sah ich ihn mit Entsetzen aufspringen und sich aufwärts schwingen zur Rückkehr an die Oberfläche. Ich erkannte bald den Grund seines Schreckens. Ein riesenmäßiger Schatten zeigte sich dem unglücklichen Taucher. Es war ein Hai erster Größe, der mit feurigen Augen, offenem Rachen, schräg herbeischoss. Ich starrte stumm vor Schrecken einem kräftigen Schlag seiner Flossen auf den Inder, der zwar den Biss des Ungetüms seitwärts auswich, aber von seinem Schwanz auf die Brust getroffen zu Boden fiel. Diese Szene dauerte kaum einige Sekunden. Der Hai kam wieder, legte sich auf den Rücken und schickte sich an, den Inder zu zerfleischen, als der Kapitän Nemo, welcher neben mir kauerte, plötzlich aufsprang. Den Dolch in der Hand, ging er gerade auf das Ungeheuer los, um es im Kampf mit ihm aufzunehmen. Im Augenblick, als der Hai im Begriff war, nach dem unglücklichen Fischer zu schnappen, gewahrte er seinen Gegner, legte sich wiederum auf den Bauch und schoss auf ihn los. Der Kapitän Nemo nahm seine Stellung. Rückwärts gebogen erwartete er mit staunwerter Kaltblütigkeit das bohrte ihm sein Dolch in den Bauch. Aber damit war es noch nicht aus. Es entspann sich ein furchtbarer Kampf. Der Haifisch wurde wütend. Das Blut strömte aus seinen Wunden, das Meer färbte sich rot, und ich konnte in dem dunklen Schein nichts mehr sehen. Nichts mehr, bis zu dem Moment, wo ich durch eine lichte Stelle den kühnen Kapitän im Zweikampf mit dem Umgeheuer begriffen erblickte. Angeklammernd an eine Flosse des Tieres bearbeitete er den Bauch seines Gegners mit Deutschstößen, ohne jedoch durch einen Stich ins Herz die Entscheidung bringen zu können. Der wütend zappelnde Hai regte die Wassermasse dergestalt auf, dass der Wogenwirbel mich hinzuwerfen drohte. Ich hätte dem Kapitän zu Hilfe eigen mögen, aber vor Schreck starr vermochte ich nicht mich zu regen. Ich blickte mit verstörten Augen hin, sah die Erfolge des Kampfes schwanken. Der Kapitän fiel zu Boden, von der Wucht des enormen Masse über ihn niedergedrückt. Der Rachen des Ungetüms öffnete sich über die Maßen weit gleich der Blechschere eines Hüttenwerkes und es war um den Kapitän geschehen, während nicht flink wie ein Gedanke Nedland mit seiner Harpune auf den Hai gestürzt, um ihn den Todesstoß zu versetzen. Die Wogen vermischten sich mit masseweise strömendem Blut. Sie gerieten durch die Schläge des mit unbeschreiblicher Wucht sich bewegenden Tieres in heftige Aufregung. Nedland hatte sein Ziel nicht verfehlt. Das Zodesröcheln des Ungeheuers trat ein. Ins Herz getroffen, zappelte Kapitän freigemacht. Dieser stand unverletzt auf, ging strax auf den Inder zu, schnitt rasch den Strick in zwei, womit er an seinen Stein gebunden war, nahm ihn in seine Arme und versetzte ihm einen kräftigen Tritt mit der Ferse, wodurch er zur Oberfläche des Meeres empor kam. Wir drei folgten ihm nach, und wie durch ein Wunder gerettet, erreichten wir in einigen Augenblicken die Fischerbarke. Der Kapitän Nemo war vor allem darauf bedacht, den Unglücklichen wieder ins Leben zu rufen. Ob es gelingen würde, stand dahin. Man konnte es hoffen, da der arme Teufel nicht lange unter Wasser gewesen war. Aber der Hai konnte ihm mit seinem Schwanz einen Streich versetzt haben, der tödlich war. Glücklicherweise war dem nicht so, und ein wie musste er überrascht, ja erschrocken sein, als er die vier dicken Kupferköpfe über sich gebeugt sah. Und was musste er gar denken, als der Kapitän Nemo ein Säckchen von Perlen aus der Tasche zog und es ihm in die Hand drückte. Dieses hochherzige Almosen des Mannes unter den Gewässern wurde von dem armen Indor Cylons mit zitternder Hand angenommen. begaben wir uns wieder zu der Perlmuschelbank und indem wir denselben Weg einschlugen, welchen wir gemacht hatten, gelangten wir nach einer halben Stunde zu dem Anker, woran das Boot des Nautilus befestigt war. Sobald wir uns in dem Fahrzeug befanden, entledigten wir uns mit Hilfe der Bootsleuten der schweren Bepanzerung. Der Kapitän Nemo richtete sein erstes Wort an den Kanadier. Dank Meister Land sprach er zu ihm. Es ist eine Vergeltung gewesen, Kapitän, erwiderte Ned Land, und meine Schuldigkeit. Ein bleiches Lächeln auf den Lippen des Kapitäns, das war alles. Zum Nautilus sprach er. Das Blut flog rasch über die Wellen. Nach einigen Minuten stießen wir auf den toten Haifisch, der auf der Oberfläche schwamm. An der schwarzen Farbe der Spitzen seiner Flossen erkannte ich den furchtbaren Schwarzflosser des Indischen Meeres, der zur Gattung der eigentlichen Haifische zählt. Er war über 25 Fuß lang. Sein entsetzlich großes Maul machte den dritten Teil seines Körpers aus. Er war ausgewachsen, was an den sechs Reihen Zähnen zu erkennen war, welche in gleichschenkenden Dreiecken auf der oberen Kinnlage saßen. Concei betrachtete ihn mit rein wissenschaftlichem Interesse und ich bin überzeugt, dass er ihn unter den Knorpelfischen richtig zu klassifizieren verstand. Während ich diese träge Masse beobachtete, zeigte sich ein Dutzend dieser gefräßigen Schwarzflössler plötzlich rings um das Boot herum, doch ohne sich um uns zu bekümmern, fielen sie über den Leichnam her und stritten sich um seine Fetzen. Um halb neun Uhr befanden wir uns wieder an Bord des Nautilus. Hier überließ ich mich meinen Gedanken über die Vorfälle bei unserem Ausflug zur Bank von Manar. Zwei Bemerkungen drängten sich mir dabei unwillkürlich auf. Die eine betraf die unvergleichliche Kühnheit des Kapitän Nemo, die andere seine aufopfernde Hingebung für ein menschliches Wesen, einen Repräsentanten der Rasse, vor welcher er sich unter das Meer flüchtete. Was er auch darüber sagen mochte, dieser seltsame Mann hatte es noch nicht dahin gebracht, sein Menschenherr ganz zu vernichten. Als ich ihm diese Bemerkung machte, antwortete er mit etwas kuriertem Ton, dieser Inder, Herr Professor, ist Bewohner des Landes der Unterdrückten und ich bin noch und werde es bis zu meinem letzten Atemzug sein, diesem Lande angehörig. Ende von Teil 2 Kapitel 3 Gelesen von Alexander Jäger Tuttlingen Teil 2 Kapitel 4 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 4 Das Rote Meer Während des 29. Januar verschwand die Insel Ceylon unter dem Horizont und der Nautilus mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen in der Stunde bewegte sich vorsichtig in dem Labyrinth von Kanälen welchen die Maldediven von den Lakediven Trend erfuhr selbst längs der Insel Kitan die von matriporischen Ursprung von Vasco de Gamo im Jahre 1499 entdeckt eine der 19 Hauptinseln dieses Archipels der Lakadiven unter dem 10. Grad und 14.30 Minuten nördlicher Breite und 69 Grad bis 50.72 Minuten östlicher Länge liegt Wir hatten damals 16.200 Meilen oder 7.500 Lieus seit unserer Abfahrt im japanischen Meer zurückgelegt Am folgenden Tag den 30. Januar hat sich der Nautilus wieder auf die Oberfläche des Ozeans erhobt hatte er kein Land mehr in Sicht Er fuhr nord-nordwestlich in Richtung des Meeres von Oman welches zwischen Arabien und der indischen Halbinsel den Eingang zum Persischen Golf Bildet Von hier aus war es nicht möglich weiter zu fahren wohin führte uns der Kapitän Nemo ich hätte es nicht sagen können das konnte den Kanadier nicht befriedigen welcher die Frage aufwarf Wir fahren Meister Ned wohin das belieben des Kapitäns und führt Dies belieben kann hier nicht weiter führen Der persische Golf hat keinen Ausgang und wenn wir hineinfahren müssen wir bald wieder denselben Weg zurück machen Nun so werden wir wieder rückwärts fahren Meister Land und wenn der Nautinus nach dem persischen Golf dem Roten Meer einen Besuch abstatten will so ist die Straße von Babel Mandet nicht fern um in derselbe einzufahren Ich brauche sie nicht zu erlehren mein Herr erwiderte Ned dass das Rote Meer ebenso wie der Golf geschlossen ist da der Istmus von Suez noch nicht durchstochen ist und wäre es ein so geheimnisvolles Fahrzeug wie das unsere nicht in einen Kanal mit Schleusen sich wagen würde demnach ist das Rote Meer noch nicht der Weg uns nach Europa zu führen Ich habe auch nicht gesagt wir würden nach Europa zurück fahren Was vermuten sie denn Ich vermute dass der Nautilus nach einem Besuch in den merkwürdigen Gegenden von Arabien und Ägypten sich wieder in den Indischen Ozean begeben wird vielleicht durch den Kanal von Mosambik vielleicht in hoher See bei den Maskarenen zum Kap der guten Hoffnung Und sind wir am Kap der guten Hoffnung fragte der Kanadier besonders dringlich Nun so werden wir in den Atlantischen Ozean fahren den wir noch nicht kennen Ei Freund nett diese Reise unter Meer ist Ihnen wohl langweilig Sie sind also gleichgültig gegen den unaufhörlich wechselnden Anblick der unterseeischen Wunder Mir an meinem Teile würde es sehr leid tun wenn diese Reise welche zu machen wenig Menschen vergönnt ist schon zu Ende wäre Aber wissen Sie Herr Aronax erwiderte der Kanadier dass wir nun seit beinahe drei Monaten an Bord des Nautilus Gefangene sind Nein Kanad ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen und ich zähle weder die Tage noch die Stunden Aber was soll daraus am Ende werden Das wird sich seiner Zeit zeigen Übrigens können wir nichts ab oder zu tun und es ist frustlos darüber hin und her zu reden Kämen sie Wacker und sagten mir Das ist eine Aussicht zu entkommen So würde ich es mit ihnen besprechen Aber dieser Fall liegt nicht vor und offen zu reden ich glaube nicht dass der Kapitän Nemo sich jemals in die europäischen Meere wagen wird Man sieht ich war dem Nautilus schon so befreundet als steckte ich in der Haut seines Kommandanten Ned sprach zu sich selber das ist alles schön und gut aber ich meine doch wo Zwang ist hört das Vergnügen auf vier tage lang bis zum dritten februar befand sich der nautilus im meer von oman mit verschiedener schnelligkeit und verschiedener tiefe es schien als fahre er aufs gerade wohl als habe er über die fahrt geschwankt doch kam er nicht über den wendekreis des krebses hinaus indem wir dieses meer verließen bekamen wir einen augenblick maskate zu sehen die bedeutendste stadt im schutzungswerke in grellem abstich ich sah die runden kuppeln ihrer moscheen mit den schlanken spitzen ihrer minaretts ihren terrassen mit frischen grün aber es war nur ein gesicht meiner fantasie denn der nautilus tauchte bald unter die dunklen wellen dieser gegenden hier rauf fuhr er in einer entfernung von sechs meilen längs der arabischen küste von mara und hatramut und dessen wellenförmiger gebirgsreihe mit einigen alten ruinen am 5 februar liefen wir endlich in den golf von arden ein der einem trichter gleicht im hals von babel mandrep um die indischen gewässer ins rote meer zu gießen am 6 februar schwamm der nautilus im angesicht adens welches auf der spitze eines vorgebirges liegt das durch eine schmale landzunge mit dem 139 bemächtigt hatten wiederhergestellt und verstärkt haben ich sah die achtseitigen minarets dieser stadt welche einst wie der geschichtsschreiber edrisi berichtet der reichste und belebteste stapelplatz der küste war ich glaubte wohl der kapitän nemo werde nachdem sie so weit gekommen zurückkehren aber ich irrte und zu meiner großen überraschung war es anders am folgenden tage den 7. februar fuhren wir in die straße babel mandeb ein dieselbe ist bei einer breite von 20 meilen nur 52 kilometer lang so dass der nautilus bei schnellfahrt sie binnen einer stunde zurücklegte aber ich bekam nicht zu sehen nicht einmal die insel parime welche die englische regierung zur verstärkung des platzes befestigt hatte es fuhren zu viele englische oder französische dampfboote der linien suez-bombai calcutta melbourne bourbon san moritz die enge fahrstraße als dass der nautilus sich zu zeigen gewagt hätte auch hielt er sich vorsichtig in einiger tiefe endlich zu mittag fuhren wir auf den wogen des roten meeres das durch die überlieferung der bibel berühmte rote meer wird durch keinen regen erfrischt von keinem erheblichen fluss bespült durch eine übermäßige verdünstung unerführlich ausgepumpt so dass es jährlich eine schicht wasser von anderthalb meter einbüßt wäre der merkwürdige golf geschlossen und in den verhältnissen eines sees so wäre er vielleicht bereits völlig ausgetrocknet es ist mit ihm anders als mit dem kaspischen meer dessen niveau gerade nur so umviel gesunken ist dass die ausdünstung und der zufluss sich aufwiegen dieses rote meer ist 2600 kilometer lang bei einer durchschnittlichen breite von 240 zur zeit der ptolemäer und der römischen kaiser war es die hauptstraße des welthandels und die durchstechung des isthmus von suez wird ihm diese bedeutung wiedergeben welche durch die eisenbahn bereits zum teil wieder gewonnen ist es war mir gar nicht damit zu tun über die laune des kapitän nemo zu grübeln dass er uns in diesen golf führte aber ich billigte unverhohlen dass den nautilus hineinfuhr er hielt sich bei einer mittleren geschwindigkeit bald auf der oberfläche bald tauchte er um ein schiff auszuweichen unter und ich konnte also das merkwürdige meer in seiner tiefe und auf seiner oberfläche beobachten am 8 februar in den ersten morgenstunden hatten wir mocca im angesicht eine jetzt verfallene stadt deren mauern schon durch den kanonendonner zusammenstürzten und die hier und da von einigen grünen dattelbäumen beschattet ist zur zeit ihrer früheren bedeutung hatte sie sechs öffentliche märkte 26 moscheen und ihre mit 14 vorversehenen mauern hatten einen umfang von drei kilometern darauf näherte sich der nautilus der afrikanischen küste wo das meer bedeutend tiefer ist hier wo das wasser in einiger tiefe durchsichtig wie kristall ist ließ er uns bei und ungeheure felswände die mit einem glänzenden teppich von tang und algen bedeckt waren welch unbeschreiblich anbrigg welch mannigfaltiger wechsel von landschaften und gegenden beim vorbeifahren an diesen klippen und vulkanischen einlanden welche die libyschen küsten besäumen aber an dem östlichen gestade wohin der nautilus sich als band wendete zeigte sich der baumbewuchs in seiner unterseischen flora und fauna beim licht unserer elektrischen leuchte zu bewundern außer diesen prachtstücken konnte ich unzählige arten eines bisher noch nicht von mir beobachteten polypengeschöpfs betrachten des gewöhnlichen schwammes der schwamm gehört nicht dem pflanzenreich an wie noch manche naturforscher annehmen sondern ist ein tier der letzten ordnung ein polypengeschöpf das noch niedriger steht als die koralle eine geschöpf ansehen das in der mitte zwischen pflanzen und tier den übergang bildet doch muss sich beifügen dass die naturforscher über die art der organisation des schwammes nicht einig sind die einen nehmen ihn als ein gesellschaftstier die anderen wie malen edwards für ein alleinstehendes einheitliches individuum die klasse der schwammtiere enthält ungefähr 300 arten welche in vielen meeren und selbst in einigen flüssen sich finden vorzugsweise sind sie in den gewässern des mittelländischen meeres dem griechischen archipel an den küsten syriens und des roten meeres da wachsen die feinen weichen schwämme deren wert bis auf 150 franken steigt der blonde schwamm syriens der harte schwamm der barbarei aber weil ich keine aussicht hatte sie in der levante zu studieren so begnügte ich mich sie in den gewässern des roten meeres zu beobachten ich rief daher korsai zu mir während der knautilus bei einer durchschnittlichen tiefe von acht bis neun metern langsam an allen schönen felsen der orientalischen küste vorüber fuhr da wuchsen schwämme von allen formen gestielte blattförmige kugelrunde gefingerte welche ziemlich genau den namen entsprachen welche die fischer ihnen beilegen nämlich körbe kelche spindeln elenzorn löwenfuß faunschweif neptuns handschuhe aus ihrem fasrigen mit einer gallertartigen halbflüssigen substant gefüllten gewebe träufelten unablässig kleine wassertröpfchen welche nachdem sie jedes zählchen belebt hatten durch eine zusammenziehende bewegung draußen ausgestoßen werden diese substanz verschwindet nach dem todesisches polypen und verfault indem sie salmiak entwickelt dann bleiben nur noch diese horn oder gallertartigen gewebe woraus der hausschwamm besteht der eine rötliche farbe bekommt und nach dem verschiedenen grade seiner elastizität durchdringlichkeit oder sprödigkeit beim einweichen zum verschiedenen gebrauch verwendet wird diese polypen gebilde saßen fest an felsen muscheln von mollusken selbst an stielen von wasserpflanzen und zwar bis in die kleinsten spalten hinein sich ausbreiten bald aufwärts bald abwärts gerichtet wie korallenartige auswüchse ich belehrte Konsei dass diese schwämme auf zwei arten gefischt würden mit den kratzgarn und mit der hand dieses letzte verfahren welches taucher erforderlich macht ist vorzuziehen weil sie weit höher an wert sind wenn das gewebe so wie es gewachsen ist geschont wird die anderen zu füten welche neben dem schwamm gebilden in menge sprosten bestanden hauptsächlich in einer sehr zierlichen art medusen die mollusken waren durch eine besondere art kalmar vertreten welche nach dor vorgini dem roten meer eigentümlich sind und die reptilien durch eine schildkröten art die unserer tafel ein gesundes und schmackhaftes gericht lieferte die fische waren zahlreich und oft merkwürdig von den in unseren garnen gefangenen hebe ich hervor rochen an eierförmiger gestalt ziegelstein farbig mit blauen flecken am leib und einem doppelt gezahnten stachel stechrochen mit getüpfelten schwanz tromedarbeinfische mit einem buckel der einen rückwärts gebogenen stachel endigt schlangenfische echte moräne mit silbernen schwanz bläulich im rücken braunen grau bordierten brustflossen streifdecken mit geraden goldstreifen und in drei farben frankreich skizziert trichterfische unter anderem am 9. februar fuhr der nautilus an die weiteste stelle des roten meeres zwischen duakin um der westküste und kon sodar an der östlichen wo der durchmesser 190 meilen beträgt an diesem tag zur mittagsstunde kam der kapitän nemo auf die plattform wo ich mich bereits befand ich nahm mir vor ihn nicht wieder hinab gehen zu lassen ohne ihn wenigstens über seine weiteren pläne ausgeforscht zu haben er kam so wie er mich bemerkte gleich auf mich zu bot mir freundlich eine zigarre an und sprach zu mir nun herr professor gefällt ihnen dieses rote meer haben sie seine wunders schon recht beobachtet seine fische und zophyten schwemme und korallen wänder haben sie auch die städte an seinen ufern angesehen ja kapitän nemo erwiderte ich und der nautilus hat sich diesem studium zu erstaunen willig gezeigt ach es ist ein verständiges fahrzeug ja mein herr verständig kühn unverwundbar er scheut weder die fürchterlichen stürme des roten meeres noch seine strömungen noch seine klippen in der tat sagte ich ist dieses mehr als sehr schlimm verrufen und ich irre nicht im altertum als abscheulich jawohl herr aronax die griechischen und lateinischen geschichtsschreiber reden nicht günstig von ihm der arabische historiker edrisi der es unter der benennung golf von kolzun schildert berichtet es gingen zahlreiche schiffe auf seinen sandbänken zugrunde und niemand wage es bei nacht darauf zu fahren das meer ist behauptet er von schrecklichen stürmen heimgesucht mit ungastlichen inseln bedeckt und hat nichts gutes an sich weder in der tiefe noch an der oberfläche und wirklich so wird es von arian agatharchedes artimidorus geschildert man sieht wohl erwiderte ich daß diese historiker nicht an bord des nautilus gefahren sind allerdings versetzte lächelnd der kapitän und in dieser hinsicht sind die modernen schriftsteller nicht weiter als die alten viele jahrhunderte hat es gedauert bis man die mechanische kraft des dampfes fand wer weiß ob binnen hundert jahren ein zweiter nautilus zu sehen sein wird die welt macht ihre fortschritte langsam herr aronax sie haben recht erwiderte ich ihr schiff ist ein jahrhundert vielleicht mehrere seiner zeit zuvor gekommen umso mehr schade wenn ein solches geheimnis mit seinem erfinder wieder untergehen soll der kapitän nemo blieb die antwort schuldig nach einer pause von einigen minuten sagte er sie sprechen von der ansicht der alten historiker über die gefahren der schifffahrt auf dem roten meere so ist erwiderte ich aber waren ihre befürchtungen nicht übertrieben ja und nein herr aronax versetzte der kapitän der seines roten meeres gründlich zu kennen schien was für ein modernes solid gebautes wohl eingerichtetes schiff das dank der willfähigen dampfkraft seiner leitung meister nicht mehr gefährlich ist bot den fahrzeugen der alten gefahren aller art dar man denke nur wie mangelhaft die barken worauf die ersten seefahrer sich wagten beschaffen waren aus brettern mit stricken zusammengebunden mit gestampften harz alfaltat und mit seons fell überzogen sie besaßen nicht einmal instrumente um ihre richtung aufzunehmen und sie fuhren nach gut dünken mitten durch zahlreiche schiffbrüche vor aber heutzutage haben die dampfboote welche zwischen suez und den südlichen meeren fallen von der wut dieses golfes trotz widriger passat winde nichts mehr zu fürchten ich bin einverstanden sagte ich und der dampf scheint mir der dankbarkeit in den herzen der seeleute erstickt zu haben doch kapitän da sie dieses meer so genau studiert haben können sie mir wohl auch sagen woher die benennung rotes meer kommt denn die angabe dass nachdem pharao darin umgekommen und es so benannt worden sei befriedigt mich nicht meine persönliche ansicht herr aronax will ich ihnen sagen der name enthält eine übersetzung des hebräischen wort etrom und die alten haben ihm deswegen der besondere färbung seiner gewässer gegeben bis jetzt habe ich doch nur klare wellen ohne irgendeine besondere färbung gesehen allerdings aber wenn wir weiter in den golf hineinkommen werden sie diesen besonderen schein erkennen ich erinnere mich die bay von thor völlig rot wie eine blut sie gesehen zu haben und diese farbe ist wohl einer mikroskopischen pflanze zuzuschreiben jawohl es ist ein schleimiger purpurfarbener stoff der von jeden kleinen pflänzchen trichodesmion genannt herrührt von welchen 40.000 den raum eines quadratmillimeters einnehmen vielleicht werden wir solche zu tor finden also kapitän nemo sie befahren nicht zum ersten mal an bord des nautilus das rote meer nein mein herr dann möchte ich sie da sie vorhin vom untergang der ägypter im roten meer sprachen sie fragen ob sie unterm wasser die spuren dieses großen historischen ereignisses gesehen haben nein herr professor und zwar aus einem triftigen grund und der ist weil gerade die stelle wo moses mit seinem volk hindurch gegangen nun dergestalt versandet ist dass die kamele daran kaum ihre beine benetzen natürlich hätte da mein nautilus nicht genug wasser gehabt und diese stelle fragte ich befindet sich ein wenig oberhalb Suez in dem arm welcher ehemals als das rote meer und Seen ersteckte eine tiefe meer lache bildete ich glaube wohl dass man durch nachgrabungen in diesem sand eine große menge waffen und instrumente ägyptischen ursprung zutage fördern würde ohne zweifel erwiderte ich und die archäologen mögen hoffen dass solche nachgrabungen früher oder später angestellt werden wenn nach dem durchschluss des kanal von Suez neue städte auf dieses ist entstehen werden für einen nautilus freilich wäre ein solcher kanal wenig nütze allerdings aber für die ganze welt sagte kapitän nemo bereits die alten hatten begriffen wie nützlich es für ihren groß handeln sein würde eine verbindung zwischen dem roten und dem mitteländischen meer herzustellen aber sie dachten nicht daran einen neuen kanal zu graben sondern bedieten sich der vermittlung des nils wahrscheinlich wurde der sage zufolge der kanal welcher den nil mit dem roten meer verband unter sesostris angefangen ausgemacht ist dass 615 jahre vor christus necho die arbeiten eines kanals begann welcher von dem wasser des nils gespeist durch die nach arabien hin liegende ebene führt man fuhr denselben aufwärts in vier tagen er war so breit dass zwei triämen sich darin ausweichen und wahrscheinlich von ptolemäus dem zweiten vollendet zu strabos zeit wurde er von schiffen befahren aber der geringe fall seines wassers von seinem anfang zu buvastis bis zum roten meer veranlasste dass man ihn nur einige monate im jahre benutzen konnte bis zur zeit der antonine diente er dem handelszweck hernach versandet und verödet wurde er vom kalifen omar wieder oder 762 vom kalifen al-mansor verschüttet um seinem aufständischen gegner die lebensmittel abzuschneiden bonaparte fand in der wüste von soez die spuren desselben und von der flut überrascht wäre er einige stunden er nach hadsaroth kam beinahe umgekommen an derselben stelle wo moses 3300 jahre zuvor sein lager gehabt hatte nun kapitän was die alten nicht zu unternehmen vermochten eine verbindung der beiden meere wodurch der weg von kadiz nach indien um 9000 kilometer abgekürzt werden wird hat herr lesseps zustande gebracht und in kurzem wird er afrika zu einer ungeheuren insel gemacht haben ja herr aronax sie dürfen stolz auf ihren landsmann sein solch ein mann gereicht einer nation mehr zum ruhme als die größten feldherren seine willenskraft hat dämmung hätte sein sollen ist nur durch die energie eines einzigen mannes zustande gekommen ja ehre dem großen bürger erwiderte ich überrascht über die warme betonung und mit der kapitän nemo gesprochen leider fuhr er fort kann ich nicht durch diesen kanal von so erst mit ihnen fahren aber doch können sie bis übermorgen da wir im mittelländischen meeres sein werden die langen dämme von port zersehen im mittelländischen meer rief ich aus ja herr professor wundern sie sich darüber ich wundere mich daß wir übermorgen dort sein sollen wirklich ja kapitän obwohl ich seit ich an ihrem bord bin mir das staunen hätte abgewöhnen können aber was ist denn dabei zum erstaunen die entsetzliche schnelligkeit womit sie um afga herum bis ins mittelländische meer fahren wollen und wer sagt denn herr professor daß den nautilus um das kampf der guten hoffnung herum fahren will doch wenn er nicht zu lande über dem isthmus fahren will oder unter denselben herr aronax unter denselben allerdings erwiderte ruhig der kapitän nemo längst hat die natur unter dieser landenge geschaffen was der mensch jetzt darüber in ausführung bringt wie es besteht eine durchfahrt ja eine unterirdische durchfahrt welche ich arabischen tunnel genannt habe er fängt an unterhalb suez und endigt im golf von pelusium aber auf dem isthmus ist ja nur flugsand bis zu einer gewissen tiefe nur 50 meter tief findet sich eine unerschüttliche feste lage felsen haben sie diesen durchweg zufällig gefunden fragte ich immer mehr erstaunt durch zufall und überlegung herr professor und sogar mehr durch überlegung als durch zufall kapitän ich höre ihnen zu obwohl mein ohr sich dagegen sträubt diese durchfahrt existiert ich habe sie auch schon einige male benutzt sonst hätte ich mich auch nicht jetzt in diese enge gewagt darf man fragen wie sie diese entdeckung gemacht haben mein herr erwiderte der kapitän zwischen leuten die sich nicht mehr voneinander trennen dürfen gibt kein geheimnis ohne diese andeutung zu beachten hörte ich zu herr professor sprach er eine einfache beobachtung brachte mich auf die entdeckung dieser durchfahrt ich hatte gemerkt dass es im roten mittelländischen meere gewisse arten von fischen gibt die sich völlig gleich sind streifdecken schlangen fische meeradler barsche und andere diese tatsache führte auf die frage ob nicht eine verbindung zwischen den beiden meeren bestehe bestand sie so musste die strömung notwendig vom roten zum mittelländischen meer gehen lediglich wegen der verschiedenen höhe der meerespiegel ich fing nun eine menge fisch in der nähe von suez legte ihnen am schwanz einen kupferen ring an und warf sie dann wieder ins meer einige monate später fing ich an der syrischen küste etliche exemplare meiner mit nem ring gezierten fische wieder damit war die verbindung der beiden meere bewiesen ich suchte sie mit meinem nautilus auf wagte mich hinein und es wird nicht lange dauern herr professor so werden sie ebenfalls durch meinen arabischen tunnel fahren Ende von Teil 2 Kapitel 4 Gelesen von Alexander Jäger Tuttlingen Teil 2 Kapitel 5 von 20.000 Meilen unterm Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 5 Der arabische Tunnel Noch denselben Tag teilte ich Conseil und Ned den sie zunächst interessierenden Teil dieser Unterhaltung mit Als ich ihnen sagte, dass wir in zwei Tagen uns mitten im mittelländischen Meere befinden würden, klatschte Conseil mit den Händen aber der Kanadier zuckte die Achseln. Ein unterseeischer Tunnel rief er aus eine Verbindung beider Meere der hat jemals so etwas gehört. Freund Ned erwiderte Conseil hatten sie jemals vom Nautilus reden gehört? Nein und doch existiert er darum zucken sie nicht so leicht die Achseln. Wir werden's wohl sehen versetzte Nedland mit Kopfschütteln. Trotzdem will ich recht gerne an diesen Durchweg glauben und wünsche nur, dass der Kapitän uns wirklich ins mittelländische Meer führen möge. Noch denselben Abend fuhr der Nautilus unterm 21 Grad 30 Minuten nördlicher Breite auf der Oberfläche in der Nähe der Arabischen Küste Ich erblickte Jeddah das mächtige Comptoir des ägyptischen syrischen türkischen und indischen Handels Ich konnte klar ihre sämtlichen Bauten die längs des Kais ankernten und die auf der Rede liegenden Schiffe unterscheiden Die ziemlich niedrig am Horizont stehende Sonne beleuchtete hell die Häuser der Stadt deren weiße Farbe um so greller hervorstach Außerhalb derselben ließen einige Hütten von Holz oder Rohr das von den Beduinen bewohnte Quartier erkennen Bald verschwand Jeddah im Abenddunkel und der Nautilus tauchte unter das leicht phosphoreszierende Wasser Am folgenden Tage den 10. Februar zeigten sich einige Schiffe die auf uns zu fuhren Der Nautilus tauchte wieder unter aber zum Mittag begab er sich da das Meer leer war wieder an die Oberfläche In Begleitung von Ned und Concey setzte ich mich auf die Platte Form Die Ostküste zeigte sich im feuchten Nebel wie eine unklar gezeichnete Masse Wieder die Seiten des Bootes gelehnt plauderten wir von diesem und jenem als Ned Land mit der Hand auf einen Punkt wies und sprach Sehen Sie da etwas Herr Professor Nein Ned erwiderte ich aber Ihr Gesicht reicht auch weiter als das meinige wie Sie wissen Schauen Sie wohl fuhr Ned fort dort rechts vor uns fast so hoch wie die Leuchte sehen Sie da nicht eine Masse die sich zu bewegen scheint Wirklich sagte ich nachdem ich achtsam geschaut ich gewahre etwas auf der Oberfläche des Wassers das sieht wie ein langer schwärzlicher Körper aus Noch ein Nautilus sagte Conseil Nein erwiderte der Kanadier aber ich müsste mich sehr irren wenn es nicht ein Seetier ist Gibt's denn Walfische im Roten Meere fragte Conseil Ja mein Lieber erwiderte ich Bisweilen Es ist kein Walfisch versetzte Nedland der den wahrgenommenen Gegenstand nicht aus den Augen verlor Mit Walfischen stehe ich in vertrauter Bekanntschaft und ich würde ihre Bewegungen leicht erkennen Warten Sie nur sagte Conseil Der Nautilus fährt da hinaus und wir werden bald wissen wie es damit steht Wirklich der schwärzliche Gegenstand war bald nur noch eine Meile von uns entfernt Es sah aus wie eine große Klippe im Meer Was war es Ich konnte mich noch nicht darüber aussprechen Es schwimmt es taucht unter rief Nedland Tausend Teufel Was mag dies für ein Tier sein Es hat nicht den zweispaltigen Schwanz der Wallfisch oder Pottfische und seine Flossen Seen aus wie verstümmelte Gliedmaßen Aber Aber dann sprach ich Richtig fuhr der Kanadier fort Es liegt auf dem Rücken und streckt seine Brüste empor Eine Sirene rief Concey Eine echte Sirene Nehmen Sie es nicht übel mein Herr Dies Wort brachte mich auf den rechten Weg und ich sah daß dies Tier zu den Seegeschöpfen gehörte woraus die Farbe Sirenen Fischweibchen gemacht hat Nein sagte ich zu Concey Eine Sirene ist's nicht aber ein merkwürdiges Geschöpf von dem es kaum noch einige Exemplare im Roten Meere gibt Es ist ein Dugong Ordnung der Sirenen Gruppe der Fischförmigen Unterklasse der Menodelfine Klasse der Säugetiere Abteilung der Wirbeltiere erwiderte Concey Doch Nedland schaute unverwandten Blickes hin Beim Anblick des Tieres glänzten seine Augen vor Begierde Seine Hand zuckte schon um es zu harponieren Man hätte meinen können er warte nur auf den Moment sich ins Meer zu werfen um es da in seinem Element anzugreifen Oh mein Herr sprach er zu mir In dieser Äußerung zeigte sich der ganze Harponier In diesem Augenblick zeigte sich der Kapitän Nemo auf der Plateform Er bemerkte den Dugong verstand die Haltung des Kanadiers und sprach zu ihm Wenn Sie eine Harpune hätten Meister Land würde Ihnen da nicht die Hand zucken Allerdings mein Herr Und es würde Ihnen nicht unangenehm sein für einen Tag einmal wieder ihr Fischer Geschäft zu treiben und dieses Tier zu den von ihnen erlegten hinzuzufügen Es wäre mir das ganz recht Nun Sie mögen es versuchen Dank mein Herr erwiderte Nedland mit sprühndem Blicken Nur fuhr der Kapitän fort fordere ich sie auf dies Tier nicht zu fehlen und zwar in ihrem eigenen Interesse Ist gefährlich diesen Dugong anzugreifen fragte ich das Tier stürzt sich wiederholt auf seine Angreifer und wirft ihr Fahrzeug um Aber für Meister Land ist keine Gefahr zu besorgen Er hat einen raschen Blick einen sicheren Arm Ich empfehle es ihm nur deshalb weil man es als ein feines Gericht ansieht und ich weiß dass Meister Land die guten Bissen nicht verschmält Ah sagte der Kanadier dies Tier hat auch den Vorzug dass es gut schmeckt Ja Meister Land sein Fleisch ein wirkliches Fleisch ist ausnehmend geschätzt und im ganzen Malaienland hebt man es für die Tafel der Fürsten auf Darum macht man auch so hitzig Jagd auf das vortreffliche Tier dass es wie der Manati sein Stammesgenosse immer seltener wird Herr Kapitän sagte darauf Conseil im Ernst wenn vielleicht dieses das letzte seiner Rasse wäre Würde es dann nicht besser sein es zu schonen im Interesse der Wissenschaft Vielleicht entgegnete der Kanadier aber im Interesse der Küche ist besser es zu erlegen Gehen Sie nur ans Werk Meister Land erwiderte der Kapitän Nemo In dem Augenblick kamen sieben Mann von den Boots Knechten stumm und ausdruckslos wie immer auf die Platte vorn Einer trug eine Harpune und eine Schnur wie sie die Wallfischfänger brauchen Das Boot wurde aus seinem Gehäuse genommen und ins Meer hinab gelassen Sechs Ruderer besetzten die Bänke und der Steuerer nahm seinen Platz ein Ned Concey und ich setzten uns hinten hin Sie kommen nicht Kapitän fragte ich Nein mein Herr aber ich wünsche Glück zur Jagd Das Boot stieß ab und fuhr mit seinen sechs Rudern Als wir bis auf einige Klafter dem Tiere nahe gekommen waren fuhren wir langsamer und die Ruder griffen geräuschlos ins ruhige Wasser Ned line stellte sich die Harpune in der Hand auf den Vorderteil des Bootes auf Die Harpune womit man nach einem Wallfisch wirft ist gewöhnlich an einen sehr langen Strick befestigt welcher sich rasch abwickelt wenn das verwundete Tier welche schwimmend angab in welcher Richtung der Dugong sich unterm Wasser bewegte Ich war aufgestanden und betrachtete genau den Gegner des Kanadiers Dieser Dugong hatte viel Ähnlichkeit mit dem Manati sein länglicher Leib ändigte sich in einen sehr langen Schwanz und seine Seiten flossen in wirkliche Finger Vom Manati unterschied es sich durch zwei lange spitze Zähne seines Oberkiefers Der Dugong nun auf welchen Nedland Jagd machte war bei einer Länge von mindestens sieben Meter von kolossalen Verhältnissen Er rührte sich nicht und schien zu schlafen Das Boot kam dem Tiere vorsichtig bis auf drei Ellen nahe Ich richtete mich halb auf Nedland bog sich ein wenig rückwärts und warf seine Harpune mit geübter Hand Man hörte ein Zischen und der Dugong verschwand Die kräftig geschwungene Harpune hatte wohl nur das Wasser gestreift Tausend Teufel schrie der Kanadier wütend Ich hab ihn gefehlt Nein sagte ich Das Tier ist verwundet Hier sieht man Blut Aber ihre Waffe ist nicht stecken geblieben Meine Harpune Meine Harpune schrie Nedland Die Matrosen ruderten wieder und der Steuerer lenkte das Boot auf die schwimmende Tonne Die Harpune wurde wieder aufgefischt und das Boot verfolgte das Tier Dasselbe kam von Zeit zu Zeit zum Atmen an die Oberfläche Es war durch die Wunde nicht entkräftet denn es schwamm äußerst schnell Das Boot folgte von kräftigen Armen der Ruderer gefördert ihm eilig auf der Spur Manchmal kam es ihm auf einige Ellen nahe und der Kanadier war gefasst zu werfen Aber der Dugong entwischte durch plötzliches untertauchen und es ward unmöglich ihn zu erreichen Man kann sich denken wie zornig der ungeduldige Nedland wurde Er schleuderte die kräftigsten Flüche der englischen Sprache dem Tiere nach Ich meines teils ärgerte mich nur daß der Dugong sich all unseren Nachstellungen entzog Man verfolgte ihn eine Stunde lang unablässig und ich fing an zu glauben es werde sehr schwierig sein seiner Meister zu werden als dem Tiere der unglückselige Gedanke sich zu rächen kam den es jedoch zu bereuen hatte Der Kanadier merkte gleich seine Absicht aufgepasst rief er Der Bootführer sprach einige Worte in seiner seltsamen Sprache womit er vermutlich seine Leute warnte auf ihrer Hut zu sein Als der Dugong noch zwanzig Fuß vom Boot entfernt war machte er Halt zog hastig mit seinen oben auf der Schnauze stehenden ungeheuren Nasenlöchern Luft ein Darauf nahm er seinen Anlauf und stürzte sich auf uns Das Boot konnte den Stoß nicht aushalten schöpfte einige Tonnen Wasser das man wieder ausleeren musste aber dank der Geschicklichkeit des Bootsführers schlug es nicht um Nedland an den Vordersteven geklammert stach mit seiner Harpune auf das Wir waren übereinander geworfen und ich weiß nicht welchen Ausgang das Abenteuer genommen haben würde hätte nicht der Kanadier der unablässig dem Tiere hitzig zusetzte es endlich ins Herz getroffen Ich hörte das Knirschen seiner Zähne am Eisenblech der Dugong verschwand und zog die Harpune mit sich Aber bald kam die Tonne wieder auf die Oberfläche und nach wenigen Augenblicken kam auch auf dem Rücken liegend der Körper des Tieres zum Vorschein Das Boot kam herbei nahm ihn ins Schlepptau und kehrte zum Nautilus zurück Man bedurfte sehr starker Taue um den Dugong auf die Platte Form zu ziehen Er wog 5000 Kilogramm Man zerlegte das Tier vor den Augen des Kanadiers der allen Details der Verrichtung aufmerksam zusah Denselben Tag noch setzte mir der Stuart beim Dinner einige Stücke von diesem Fleisch vor das der Schiffskoch kundig zubereitet hatte Ich fand es vortrefflich und sogar vorzüglicher als Kalbfleisch wo nicht Rindfleisch Am folgenden Tage den 11. Februar wurde die Küche des Nautilus mit noch einem köstlichen Wildbret bereichert Ein Schwamm Seeschwalben ließ sich auf dem Nautilus nieder Es war eine Art der Rücken Flügel und Schwanz graulich Bauch und Kehle weiß die Füße rot Man fing auch einige Dutzend Nil Enden deren Hals und Kopf oben weiß und schwarz gefleckt sind Der Nautilus fuhr damals mit mäßiger Schnelligkeit Ich bemerkte dass das Wasser des Roten Meeres an Salz Gehalt mehr und mehr abnahm je näher wir Suez kam Gegen 5 Uhr gewahrten wir nördlich das Kap Ras Mohammed welches zwischen dem Golf von Suez und dem von Aqaba das Ende des Peträischen Arabiens bildet Der Nautilus fuhr durch die Enge von Jubal welche zum Golf von Suez führt Ich bemerkte deutlich einen hohen Berg welcher zwischen den beiden Golfen den Ras Mohammed beherrschte Es war der Berg Horeb jener Sinai auf dessen Gipfel Moses Gott von Angesicht zu Angesicht schaute und den man sich beständig von Blitzen umzuckt vorstellt Um sechs Uhr fuhr der Nautilus bald über bald unter dem Wasserspiegel auf hoher See bei Thor vorüber das in der Tiefe einer Bucht liegt deren Wasser wie der Kapitän bereits bemerkte rot gefärbt erscheint Darauf trat die Nacht ein in tiefer Stille die nur mitunter vom Geschrei des Pelikans und einiger Nachtvögel vom Geräusch der am Felsen abprallenden Wogen oder vom Wellenschlag eines in der Ferne segelnden Dampfers unterbrochen wurde Von acht bis neun Uhr blieb der Nautilus einige Meter unterm Wasser Meiner Berechnung nach mussten wir ganz nah bei Suez sein Durch die Fenster luken des Salons sah ich den Felsen Grund von unserem elektrischen Licht Boot wieder auf die Oberfläche kam begab ich mich auf die plateform vor Ungeduld den tunnel des kapitän nemo zu durchfahren hielt ich's innen nicht aus und suchte die frische nachtluft zu atmen bald gewahrte ich im dunkeln ein blasses vom nebel halb ersticktes licht eine meile weit vorn uns ein schwimmender pharos sagte jemand in meiner nähe ich drehte mich um und erkannte den kapitän der schwimmende pharos von suez wiederholte er wir werden gleich zur mündung des tunnel gelangen die fahrt darin muss schwierig sein ja mein herr darum pflege ich selbst am platze des steuerers die leitung zu übernehmen und jetzt wenn sie gefälligst hinab gehen wollen herr aronax wird der nautilus untertauchen und wird erst nachdem er durch den tunnel hindurchgefahren wieder auf die oberfläche kommen ich folgte dem kapitän nemo die luke schloß sich die wasserbehälter füllten sich und das fahrzeug tauchte etwa zehn meter hinab als ich eben im begriff war mich auf mein zimmer zu begeben redete mich der kapitän an herr professor sprach er zu mir wäre es ihnen gefällig mich in das gehäuse des steuerers zu bitten erwiderte ich so kommen sie da werden sie alles sehen was man von dieser zugleich unterirdischen und unterseeischen fahrt sehen kann der kapitän führte mich zur mittelstiege auf der hälfte derselben öffnete er eine tür und schritt durch die oberen gänge bis zum steuermanns gehäuse welches wie wir wissen am ende der plateform hervorragte es war eine kabine von sechs fuß im geführte ungefähr wie die der steuerer bei den dampfern auf dem mississippi oder hudson in der mitte drehte sich in senkrechter richtung ein rad das in die stücktaue des steuerruders eingriff welche bis zum hinterteil des nautilus liefen vier luken mit linsengläsern die in den wänden der kabine angebracht waren gewährten dem steuermann die aussicht nach allen richtungen diese kabine war dunkel aber meine augen gewöhnten sich schnell an dieses dunkel und ich gewahrte den steuerer einen kräftigen mann dessen hände sich auf die radfelgen stützten außen schien das meer von der leuchte hell bestrahlt welche hinter der kabine am anderen ende der plattform glänzte jetzt sagte der kapitän nemo suchen wir unsere durchfahrt die zelle des steuerers war durch elektrische drähte mit der maschinenkammer in verbindung gesetzt und so war der kapitän imstande seinem nautilus zugleich die richtung und die bewegung vorzuschreiben er drückte auf einen metallenen knopf und zugleich minderte sich die schnelligkeit der schraube ich betrachtete schweigend die hohe sehr steile wand an der wir eben vorbeifuhren unerschütterliche grundlage des sandigen kerns der wüste eine stunde lang fuhren wir der kapitän nemo verwandte keinen blick von dem in der kabine hängenden kompaß auf einen bloßen wink änderte der steuerer jeden augenblick die richtung des nautilus ich hatte mich an die luke zur linken seite gesetzt wo ich prächtige korallengerüste sah zoo füten algen und schalthiere die mit ihren ungeheuren tatzen welche sie aus den spalten der felsen herausstreckten hin und her langten um zehn und ein viertel eine breite finstere und tiefe galerie öffnete sich vor uns der nautilus fuhr kühn hinein ein ungewöhnliches gebrause hörte man zu beiden seiten die gewässer des roten meeres stürzten über den stark abfallenden tunnel ins mittelländische der nautilus folgte der strömung pfeilschnell so sehr die maschine sich anstrengte zu hemmen auf den engen wänden der durchfahrt sah ich nur noch schimmernde striche gerade linien feuerstreifen welche beim glänzenden licht der elektrizität durch die schnelligkeit gezogen wurden mein herz klopfte dass ich mit der hand seinen pulsschlag hemmen musste um zehn uhr fünfunddreißig minuten trat der kapitän nemo vom rad des steuers zurück und wendete sich zu mir mit den worten das mittelländische meer in weniger als zehn minuten war der nautilus von der strömung fortgerissen durch den istmus von suez hindurch gefahren Ende von Teil 2 Kapitel 5 Teil 2 Kapitel 6 von 20.000 Meilen unter Meer Der griechische Archipel Am folgende Morgen den 12. Februar mit Tagesanbruch tauchte der Nautilus an die Oberfläche empor Ich eilte auf die Platteform Drei Meilen südlich sah man einen unklaren Schattenriss von Pelusium Wir waren mit reißend abfallender Strömung durchgefahren aber aufwärts diesen Tunnel zu fahren musste unausführbar sein Gegen sieben Uhr kamen Ned und Concey zu mir Diese beiden unzertrennlichen Kameraden hatten ruhig geschlafen ohne sich weiter über die Heldentaten des Nautilus Gedanken zu machen Nun Herr Naturforscher fragte der Kanadier mit etwas spöttischem Ton Und das mittelländische Meer Wir fahren auf demselben Freund Ned Hm sagte Concey Diese Nacht Ja just diese Nacht In einigen Minuten sind wir durch diesen Istmus gefahren Das glaube ich nicht erwierte der Kanadier Und sie haben Unrecht Meister Land versitzte ich Diese niedrige Küste im Süden ist die ägyptische Das mag man mein Herr sonst jemandem weismachen entgegnete der starkköpfige Kanadier Aber da mein Herr ist versichert sagte Concey zu ihm so muss man ihm glauben Zudem Nett hat der Kapitän Nemo mir die Ehre erwiesen mich zu sich in die Zelle des Steuerers zu nehmen und ich war zugegen als er selbst den Nautilus durch die enge Fahrt lenkte Hören Sie Nett sagte Concey Und Sie Nett mit Ihren guten Augen fügte ich hinzu Sie können die Dämme am Port Said von hier aus erkennen Der Kanadier schaute achtsam hin Wirklich sagte er Sie haben recht Herr Professor und Ihr Kapitän ist ein Mann wie es keinen mehr gibt Wir sind im mittelländischen Meer Gut So wollen wir wenn's beliebt von unseren Angelegenheiten plaudern aber dass niemand uns hören kann Ich sah wohl wo der Kanadier hinaus wollte Jedenfalls dachte ich sei es besser zu plaudern weil er es wünschte und wir drei setzten uns neben den Fanal wo wir weniger den feuchten Meeresdünsten ausgesetzt waren Jetzt nett hören wir ihnen zu sagte ich Was haben sie uns mitzuteilen Was ich ihnen mitzuteilen habe ist sehr einfach erwiderte der Kanadier Wir sind in Europa und ehe die Launen des Kapitäns Nehme uns bis zum Meeresgrund des Nordens mit fortschleppen oder wieder nach dem stillen Ozean setzte Ich wollte in keiner Weise der Befreiung meiner Genossen hinderlich sein und doch spürte ich kein Verlangen den Kapitän Nemo zu verlassen Ihm und seinem Apparat verdankte ich es dass ich täglich meine unterseeischen Studien vervollständigte und ich arbeitete mein Werk über die Meerestiefen mitten in dem Element selbst um Würde ich immer als eine solche Gelegenheit wiederfinden die Wunder des Ozeans zu beobachten gewiss nicht ich konnte mich daher nicht den Gedanken anschließen den Nautilus Vorvollendung unserer Forschungen zu verlassen Freund nett sagte ich antworten sie mir frei heraus haben sie Unlust an Bord bedauern sie dass das Schicksal sie dem Kapitän Nemo in die Hand gegeben hat der Kanadier schwieg eine Weile dann kreuzte er die Arme und sprach offen gesagt gemacht ist dafür aber muss sie ein Ende nehmen dies denke ich darüber sie wird ein Ende nehmen nett wo und wann wo weiß ich nicht wann das kann ich auch nicht sagen oder vielmehr ich nehme an dass ihr Ende erreichen wird wann wir in diesen Meeren nichts mehr zu lernen haben werden in dieser Welt hat alles was einen Anfang genommen hat auch sein Ende ich denke wie mein Herr erwiderte conseil und es ist wohl möglich dass der kapitän nemo nachdem wir alle meere des erdballs durchlaufen haben uns drei zusammen in freiheit setzen wird in freiheit rief der kanadier er wird uns schon etwas anderes versetzen übertreiben wir nicht meister land versetzte ich wir haben vom kapitän nichts zu besorgen aber ich teile auch nicht die idee des conseils wir sind im besitzt der geheimnisse des nautilus und ich erwarte nicht dass sein kommandant um uns in freiheit zu setzen sich da rein finden wird dass sie mit uns sich in aller welt verbreiten aber was erwarten sie dann fragte der kanadier dass sich umstände ergeben werden welche wir benutzen können und dürfen und das in sechs monaten ebenso gut wie jetzt der Henker sagte Nedland und wo werden wir in sechs monaten sein wenn es beliebt der naturforscher vielleicht hier vielleicht in china sie wissen der nautilus fährt reißend schnell er fliegt durch die ozeane wie eine schwalbe durch die lüfte oder einen eilzug über die kontinente er scheut sich nicht vor den befahren en meeren wer sagt uns dass er nicht einmal an den küsten frankreichs englands oder amerikas sie sprechen in zukünftiger zeit wir werden dort wir werden hier sein ich rede in der gegenwart wir sind hier und man muß das benutzen die logik ned lands hatte mich in die enge getrieben ich hatte keine argumente für mich gegen ihn geltend zu machen mein herr fuhr ned fort setzen wir was unmöglich der fall der kapitän nemo bietet ihnen schon heute die freiheit an würden sie annehmen ich weiß nicht antwortete ich und wenn er beifügt dass er das heute gemachte erbieten später nicht wieder machen wird werden sie es dann annehmen ich blieb ihm die antwort schuldig und was denkt freund conseil darüber fragte ned land freund conseil erwiderte gelassen dieser brave junge freund conseil hat nichts dabei zu sagen wie sein herr wie sein kamerad ned ist er ohne familie weder frau noch eltern noch kinder und zu einem großen bedauern darf man nicht auf ihn zählen um eine majorität zu bilden es sind nur zwei personen da mein herr auf der einen ned land auf der anderen seite freund conseil hört zu und ist bereit die stiche zu zählen ich konnte mich des lachens nicht erwehren als ich sah wie conseil seine persönlichkeit so vollständig verleugnete im grunde konnte der kanadier herzlich froh sein dass er ihn nicht gegen sich hatte also mein herr sagte ned land weil conseil nicht existiert wollen wir nur unter uns disputieren ich habe meine meinung gesagt sie haben mich gehört was haben sie zu erwidern man musste offenbar zum schluss kommen und ausflüchte waren mir zuwider freund ned sagte ich ich will ihnen meine antwort sagen sie haben recht gegen mich und meine gründe können gegen die ihrigen nicht stich halten auf den guten willen des kapitäns nemo darf man nicht rechnen die gewöhnlichste klugheit verbietet ihm uns in freiheit zu setzen dagegen rät die klugheit dass wir die erste gelegenheit benutzen den autolus zu verlassen richtig herr arronax das heißt verständig gesprochen nur sag ich eine bemerkung eine einzige die gelegenheit muss eine wir die gelegenheit zu einem abermaligen versuch nicht wieder bekommen und der kapitän nemo wird uns nicht verzeihen alles dies steht richtig erwiderte der kanadier aber ihre bemerkung gilt für jeden flucht versuch mag er in zwei jahren oder in zwei tagen stattfinden folglich kommt die frage immer darauf hinaus wenn eine günstige gelegenheit sich darbietet muss man sie ergreifen einverstanden und nun sagen sie mir was verstehen sie unter einer günstigen gelegenheit wenn bei einer dunklen nacht der nautilus einer europäischen küste nahe käme und sie würden versuchen durch schwimmen zu entkommen ja wenn wir einem ufer nahe genug wären und wenn der nautilus auf der oberfläche führe nein wenn wir zu fern wären und wenn wir unter wasser führen und in diesem falle würde ich die zapfen wegnehmen und uns wieder auf die oberfläche begeben ohne dass selbst der vorne befindliche steuermann unsere flucht bemerkte gut nett spüren sie diese gelegenheit aus aber behalten sie im sinn dass ein fehlschlagen unser verderben wäre das werde ich nicht vergessen mein herr und jetzt nett wollen sie meine gedanken über ihr projekt vollständig kennen gerne herr arronax ich denke ich sage nicht hoffe ich denke dass diese günstige gelegenheit sich nicht ergeben wird weshalb weil der kapitän nemo sich nicht verhehlen kann dass wir die hoffnung unsere freiheit wieder zu erlangen nicht aufgegeben haben und dass er achtsam sein wird zumal in den meeren und an den küsten Europas ich teile meines herrn ansicht sagte conseil wir werden es wohl sehen erwiderte ned land der mit entschiedener miene den kopf schüttelte und jetzt ned land fügte ich hinzu bleiben wir dabei kein wort weiter über das alles wenn sie dazu gerüstet und bereit sind melden sie es uns und wir werden uns ihnen anschließen ich verlasse mich gänzlich auf sie diese unterredung welche später so schwere folgen haben sollte schloss also ich darf jetzt sagen dass die tatsachen mein voraussehen zu bestätigen schienen zur großen verzweiflung des kanadiers misstraute er dem kapitän nemo in diesen vielbesuchten mehren oder wollte er sich nur dem angesicht der vielen schiffe aller nationen welche das mittelländische befahren entziehen ich weiß es nicht aber er hielt sich meistens in mäßiger tiefe unter Wasser und weit ab von den küsten der nautilus fuhr entweder so unter wasser dass nur das steuermanns gehäuse hervorragte oder er verschwand in großen tiefen denn zwischen dem griechischen archipel und kleinasien fanden wir bei 2000 meter noch keinen grund am 14 februar beschloss ich einige stunden darauf zu verwenden die fische des archipel argus zu studieren aber aus irgendwelchem grunde blieben die läden geschlossen wir fuhren in der richtung nach der insel kandia am abend befand ich mich mit dem kapitän allein im salon derselbe schien voll gedanken schweigsam dann ließ er die beiden läden öffnen ging von einem zum anderen und beobachtete sorgfältig die gewässer diese insel war als ich auf dem abraham linken mich einschiffte in vollem aufstande gegen den türkischen despotismus ich hatte aber nie mit dem kapitän nemo davon gesprochen da er ja außer verbindung mit der oberwelt war ich machte mich an die betrachtung der fische und es fielen mir gleich einige schon im altertum bekannte arten auf unter andern sah ich den schon von aristoteles angeführten trichter fisch den man gewöhnlich Meergrundel nennt so dann sackflocken die etwas phosphoreszieren eine art Meerbrassen die zu den heiligen tieren der ägypter gehörten indem sie durch ihr erscheinen im fluss die befruchtende überschwemmung desselben ankündigten so dann zog meine aufmerksamkeit sich auf den sogenannten hemmfisch ein kleiner fisch von dem die alten sagten er könne wenn er sich an den kiel eines schiffes anhängt dessen lauf hemmen ich war ganz in die anschauung dieser herrlichkeiten vertieft als plötzlich eine unerwartete erscheinung mein erstaunen erregte mitten in den gewässern zeigte sich ein mann ein taucher mit einem ledernen gurt um die hüfte es war nicht ein leichnam der mit den wogen trieb sondern ein lebendiger mensch der mit kräftigem arm ruderte zuweilen verschwand um an der oberfläche luft zu schöpfen dann sogleich wieder untertauchte ich wendete mich zum kapitän und rief mit bewegtem gemüt ein mann ein schiff brüchiger den müssen wir retten der kapitän gab keine antwort und lehnte sich an das fenster der mann war nahe gekommen und betrachtete uns durch die fenster zu meinem großen erstaunen winkte ihm der kapitän der taucher erwiderte mit der hand begab sich unverzüglich wieder zur oberfläche und kam nicht mehr zum vorschein beunruhigen sie sich nicht sagte zu mir der kapitän es ist der auf allen zykladen wohl bekannte kühne taucher nikolas vom kap matapan das wasser ist ein element und er lebt in dem selben meer wie auf dem lande in dem er bis nach kreta hin alle inseln besucht ist er ihnen bekannt kapitän warum nicht herr aronax darauf wendete sich der kapitän nemo zu einem schrank neben dem linken fenster des salons nächst demselben sah ich einen mit eisen beschlagenen koffer auf dessen deckel eine kupferne platte mit der chiffre des nautilus und seiner devise mobiles in mobile befand in dem augenblick öffnete der kapitän ohne meine anwesenheit zu beachten den koffer der eine menge goldstangen enthielt woher kam das kostbare metall von so ungeheurem wert wo sammelte es der kapitän und was sollte damit geschehen ich sprach kein wort sah zu da kapitän nemo nahm eine der goldstangen nach der anderen heraus legte sie regelmäßig in den koffer ein auf mehr als 1000 kilogramm gold das heißt fast 5 millionen franc der koffer wurde wieder fest verschlossen und der kapitän schrieb auf seinen deckel eine adresse in einer schrift welche die neugriechische sein musste hierauf drückte der kapitän nemo auf einen knopf dessen draht mit dem posten der mannschaft in verbindung stand es erschienen vier mann und schoben nur mit mühe den koffer aus dem salon hinaus nachher vernahm ich dass sie ihn mithilfe von stricken die eiserne leiter hinauf zogen in dem moment wandte sich der kapitän nemo zu mir und sie sagten herr professor fragte er mich ich habe nichts gesagt kapitän dann erlauben sie mir mein herr ihnen gute nacht zu wünschen mit diesen worten verließ der kapitän den salon ich begab mich voll unruhe begreift man auf mein zimmer versuchte vergebens zu schlafen ich suchte eine beziehung zwischen der erscheinung des tauchers und dem mit gold gefüllten koffer bald bemerkte ich an einigen schwankenden bewegungen dass der nautilus aus den niederen schichten sich auf die oberfläche der gewässer hob nachher vernahm ich fußtritte auf der plateform ich merkte dass man das boot los machte und es ins meer hinab ließ es stieß einen augenblick an die seite des nautilus an dann hörte man kein geräusch mehr zwei stunden nachher vernahm man dasselbe geräusch das nämliche hin und her gehen das boot wurde herauf gezogen in seinem gehäuse geborgen und der nautilus tauchte wieder unter so waren also die Millionen zu ihrem adressaten geschafft worden an welchen ort des kontinents mit wem stand der kapitän in solcher verbindung am folgenden morgen erzählte ich conseil und dem kanadier die ereignisse dieser nacht welche meine neugierde im höchsten gerade erregt hatten meine gefährten waren nicht minder wie ich darüber erstaunt aber woher bekommt er diese millionen fragte ned land darauf war eine antwort nicht möglich ich begab an die arbeit und war bis fünf uhr mit meinem tagebuch beschäftigt dann empfand ich eine so außerordentliche hitze dass ich mein bissus kleid ablegen musste unbegreiflich denn wir befanden uns nicht unter breite graden von hoher temperatur und zudem durfte der nautilus in der tiefe eine erhöhung derselben nicht verspüren ich sah auf das meer manometer es zeigte eine tiefe von 60 fuß wohin die atmosphärische luft nicht hätte dringen können ich fuhr vor zu arbeiten aber die temperatur stieg dermaßen dass es nicht zum aushalten war sollte ein brand an bord sein fragte ich mich ich war im begriff den salon zu verlassen als der kapitän nemo eintrat er trat zum thermometer sah nach und sprach zu mir 24 grad ich spüre es wohl kapitän erwiderte ich und sollte diese hitze noch steigen so können wir es nicht aushalten oh herr professor diese hitze wird nur dann steigen wenn wir wollen sie können sie also nach belieben ändern nein aber ich kann mich von der quelle derselben entfernen also kommt sie von außen jawohl wir fahren in siedendem wasser ist es möglich rief ich aus schauen sie her die läden öffneten sich und ich sah das meer um den nautilus herum ganz weiß dicke schwefeldünste entwirbelten inmitten der wogen welche sprudelten wie siedendes wasser im kessel ich hielt meine hand an eins der fenster aber es war so heiß dass ich sie zurück ziehen musste wo befinden wir uns fragte ich nächste insel santorine herr professor erwiderte der kapitän und gerade in dem kanal welcher nea kameni scheidet ich wollte ihnen den merkwürdigen anblick eines unterseeischen vulkanausbruchs gewähren ich meinte sagte ich die bildung dieser neuen insel sei fertig in vulkanischen gegenden ist nie etwas fertig erwiderte der kapitän nemo und die arbeit der unterirdischen feuer dauert da stets fort bereits im jahre 19 unserer zeitrechnung zeigte sich nach cassiodorus und plinius eine neue insel die göttliche teia an derselben stelle wo sich neuerdings diese eilande bildeten nachher versank sie wieder um im jahre 69 wieder zu erscheinen und dann abermals zu versinken seit jener zeit bis auf unsere tage war die plutonische arbeit unterbrochen aber am 3. februar 1866 tauchte ein neues eiland dem man den namen georgsinsel gab aus den schwefeldünsten auf nächst nea kameni und vereinigte sich mit dieser am sechsten des selben monats sieben tage nachher am 13 februar erschien das inselchen afroessa so nahe bei nea kameni dass nur ein kanal von zehn meter dazwischen blieb ich befand mich während diese natur erscheinung sich begab in diesen meeren und ich konnte alle ihre phasen beobachten das eiland afroessa war von runder gestalt und hatte 300 fuß durchmesser bei 30 fuß höhe es bestand aus schwarzer glasartiger lava verbunden mit felsspatstücken endlich am 10 märz zeigte sich noch ein kleineres inselchen reka genannt nahe bei nea kameni und seitdem bilden diese drei zusammen gelöteten eilande nur eine einzige insel und der kanal worin wir uns in diesem augenblick befinden fragte ich hier ist er erwiderte der kapitän nemo und wies auf eine karte des archipel sie sehen dass ich die neuen inselchen darauf eingetragen habe aber dieser kanal wird sich einmal ausfüllen wahrscheinlich herr aronax denn seit 1866 sind acht kleine lava eilande dicht vor dem hafen st nikolas zu palea kameni aufgetaucht es ist also klar dass näher und palea in kurzer zeit sich vereinigen werden wie im stillen ozean die kontinente durch infusorien gebildet werden so geschieht es hier durch vulkanische ausbrüche sehen sie meine her so vollzieht sich die arbeit unter diesen wogen ich trat wieder ans fenster der nautilus fuhr nicht weiter die hitze war unerträglich die weiße farbe des meeres wurde rot durch hinzukommen eines eisensalzes trotzdem dass der salon hermetisch verschlossen war entwickelte sich ein unerträglicher schwefelgeruch und ich bemerkte scharlachrote flammen die so lebhaft waren dass der glanz des elektrischen lichtes sich darin verlor ich war über und über in schweiß war am ersticken wahrhaftig ich fühlte wie ich im begriff war zu braten man kann in diesem sieden im wasser nicht länger erwiderte nemo phlegmatisch es wurde befehl erteilt und der nautilus drehte sich um sich aus diesem glühofen welchem er nicht ungestraft trotzen konnte zu entfernen nach einer viertelstunde atmeten wir an der oberfläche wieder auf am folgenden tage den 16 februar verließen wir dieses becken welches zwischen rhodos und alexandria tiefen von 3000 meter zeigte und der nautilus verließ in dem er auf hoher see vor kerigo vorbeifuhr den griechischen archipel nachdem er um kap matapan herum laviert teil 2 kapitel 6 teil 2 kapitel 7 von 20.000 meilen unter mehr dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org 20.000 meilen unter meer von jules verne teil 2 kapitel 7 das mittelländische meer in 24 stunden das mittelländische da vorzugsweise blaue meer von den hebräern das große meer von den griechen das meer von den römern unser meer genannt ist an seinen gestaden mit orangen aloe kaktus pinien besetzt von myrtendüften durchdrungen von rauem gebirgsland eingefasst von reiner durchsichtiger luft gesättigt aber aber unablässig tätigen unterirdischen feuer machen es zu einem wahren schlachtfeld wo neptun und pluto sich noch um die weltherrschaft streiten an seinen ufern auf seinen gewässern findet der mensch im trefflichsten klima der welt seine stärken der erholung aber trotz dieser herrlichen eigenschaften habe ich doch von diesem becken das eine oberfläche von zwei millionen quadratkilometer enthält nur einen raschen überblick nehmen können und selbst die persönlichen kenntnisse des kapitäns nemo gingen mir ab denn der rätselhafte mann ließ sich während der eilfahrt nicht ein einziges mal sehen ich schätze den weg welchen der nautilus unter den wogen dieses meeres durchlief auf etwa 600 lieux und diese fahrt machte er in zweimal 24 stunden wir fuhren am morgen des 16 februar aus den gewässern griechenlands ab und am 18 bei sonnenaufgang hatten wir die straße von gibraltar passiert offenbar war dieses mittelländische meer eingeengt zwischen ländern welche der kapitän nemo vermeiden wollte demselben kein angenehmer aufenthalt er hatte darin nicht jene freiheit der bewegungen jene unabhängigkeit seiner unternehmungen welche die ozeane ihm gewährten und es ward seinem nautilus zu enge zwischen den allzu nahen gestaden europas und afrikas daher fuhren wir denn auch mit einer schnelligkeit von 25 meilen die stunde es versteht sich von selbst dass dabei nedland auf sein entweichungsprojekt verzichten musste unter solchen umständen den nautilus verlassen wäre so misslich gewesen als bei einem eilzug aus dem wagen zu springen zudem kam unser fahrzeug nur nachts an die oberfläche um seine luft zu erneuern und es nahm seine richtung nur nach den angaben des kompasses und des logs ich sah also vom inneren des mittelländischen meeres nur was der passagier eines eilzugs von der landschaft die vor seinen blicken entflieht das heißt den entfernten horizont und nicht die gegenstände im vordergrunde welche blitzschnell enteilen doch konnten wir manche der mittelländischen fische beobachten welche kräftig genug waren sich einige augenblicke in der umgebung des nautilus zu halten wir standen daher vor den fenstern auf der lauer und notierten was uns möglich war in den vom elektrischen licht hell erleuchteten strichen sah man lampreten die in fast allen klimaten zu hause sind von der länge eines meter fünf fußbreite rochen mit weißem bauch und aschgrauem gefleckten rücken zwölf fuß lange haifische überboten sich einander an schnelligkeit acht fuß lange seefüchse mit äußerst seiner spürkraft goldbrassen mitunter bis 13 dezimeter lang wie in silber und lasur blauer kleidung und mit goldenen wimpern eine kostbare fischgattung die in allen gewässern flüssen seen und mehren zu hause in jedem klima fortkommt alle temperaturen verträgt pracht prachtvolle störe neun bis zehn meter lang mit bläulichem braun getüpfeltem rücken schlugen mit kräftigem schwanz wieder die fenster sie sind in haifischen ähnlich doch nicht so stark und finden sich in allen meeren im frühling kommen sie gern in die großen flüsse strom aufwärts die wolger donau dem po rhein die loire die oder hinauf fressen heringe makrelen salme und andere sie gehören zwar zu den knorpelfischen sind aber schmackhaft und werden frisch getrocknet mariniert oder gesalzen gegessen am besten konnte man wann der nautilus in die nähe der oberfläche kam die thunfische beobachten mit blau schwarzem rücken silber gepanzertem leib und gold schimmernden rückenflossen man sagt von ihnen sie begleiten gern die schiffe auf ihrer Fahrt und suchten in ihren kühlen schatten schutz gegen die tropischen sonnen strahlen und so begleiteten sie auch stundenlang den nautilus an schnelligkeit mit ihm wetteifernd ich konnte mich nicht satt sehen an diesen tieren die wie für die schnellfahrt gebaut sind mit kleinem kopf schlanken glattem leib der mitunter über drei meter maß ausnehmend kräftigen brustflossen und gabelförmigen schwanz sie schwammen im schnelligkeit gleichkommen doch den provenzahlen entrinnen sie nicht welche sie ebenfalls schmackhaft finden und sie zu tausenden in großen netzen fangen indem sie blind links wie betäubt in diese hineingeraten zahllos war die menge der übrigen fische die wir nur flüchtig wahrnahmen oder bei der großen schnelligkeit nicht beobachten konnten von Seesäugetieren bemerkte ich im vorüberfahren an der Mündung des Adriatischen Meeres zwei bis drei Pottfische einige Delfine von der Gattung der Kugelköpfigen welche besonders im mittelländischen Meere vorkommen mit hellgestreiftem Vorderkopf und auch ein Dutzend Robben mit weißem Bauch und schwarzem Haut Haar denen man den Beinnamen Mönche gab und die auch ganz wie Dominikaner aussehen Am Licht gegen diese unterseeische Wand anzustoßen Ich zeigte Conseil auf der Karte des mittelländischen Meeres die Stelle wo dieses Riff sich befand Erlauben Sie mein Herr bemerkte Conseil das ist ja ein wahrhafter Istmus zwischen Europa und Afrika Ja lieber Junge erwiderte ich er versperrt völlig die libysche Enge und Smiths Sondierungen haben bewiesen dass zwischen Cap Bonn und Cap Furina die Ich glaub's wohl sagte Conseil Dazu will ich bemerken fuhr ich fort daß eine ähnliche sperre zwischen Gibraltar und Theutah besteht welche in der urzeit das mittelländische Meer völlig schloß Ah sagte Conseil wenn einmal durch eine vulkanische Einwirkung diese beiden Schranken wieder über die Meeresfläche empor gehoben würden Das ist nicht wahrscheinlich conseil Mein Herr möge mir noch die Bemerkung erlauben wenn dieses vorginge so wäre das dem Herrn von Lesseps der sich mit dem Durchstich des Isthmus so viel Mühe gibt recht unangenehm Gewiss aber wiederholte ich dieses Ereignis wird nicht eintreten Die Wirkung der vulkanischen Kräfte unter der Erde nimmt stets ab Die in der Urzeit der Welt so zahlreichen Vulkane erlöschen nach und nach Die im Inneren wirkende Wärme wird schwächer die Temperatur der unteren Schichten des Erdballs wird von Jahrhundert zu Jahrhundert bedeutend niedriger und zum Nachteil der Erde denn diese Wärme ist ihr Leben Doch die Sonne Die Sonnenwärme ist nicht ausreichend Concey Kann sie einem Leichnam sein Leben wiedergeben Nein so viel ich weiß Nun die Erde wird der einst so ein kalter Leichnam sein Sie wird unbewohnbar und unbewohnt sein wie der Mond welcher längst seine Lebenswärme verloren hat In wie viele Jahrhunderten fragte Concey In einigen hunderttausend Jahren mein Lieber Dann haben wir noch Zeit erwiderte Concey unsere Reise zu vollenden sofern Nedland sich nicht da rein mischt Und Concey machte sich ruhig wieder an das Studium der oberen Wasserschichten durch welche Eben der Nautilus mit mäßiger Schnelligkeit fuhr und wo auf felsigem und vulkanischem Grund eine ganze Flora lebender Gewächse Schwämme Holoturien und so weiter sich ausbreitete Nicht minder eifrig befasste er sich mit der Beobachtung der Mollusken und Gliedertiere und stellte ein langes Verzeichnis auf womit ich aber doch den Leser verschonen will Er war mit dem selben noch nicht fertig als der Nautilus nachdem er über die libysche Enge hinaus gekommen wieder tiefer auf den unteren Meeresgrund wo es keine Mollusken und Zoophyten mehr gibt sich begab und seine gewöhnliche Schnelligkeit annahm Während der Nacht des 16. zum 17. Februar waren wir in das zweite Becken des mittelländischen Meeres eingefahren worin die größten Tiefen 3000 Meter betragen und der Nautilus tauchte bis in die untersten Schichten hinab Hier boten in Ermangelung von Natur Merkwürdigkeiten die Gewässer den Anblick rührender und furchtbarer Szenen Denn auf diesem Teil des mittelländischen Meeres sind am häufigsten Unglücksfälle eingetreten durch Schiffbruch oder Versinken von Schiffen In Vergleichung mit dem stillen Ozean ist das mittelländische Meer nur ein See aber ein launischer See mit tückisch wechselnden Wogen heute günstig und schmeichelnd für eine zerbrechliche Tartane morgen wütend aufgeregt von Stürmen gepeitscht die stärksten Schiffe zertrümmernd Was hatte ich also bei der raschen Fahrt für eine Masse Trümmer vor Augen mit Korallen oder Rost überzogen Kanonen Anker Kugeln Eisen Geräte Stücke von Maschinen zerbrochene Zylinder versenkte Kessel Schiffsrümpfe in den verschiedensten waren zahlreicher je näher man der Enge von Gibraltar kam der Raum zwischen der afrikanischen und europäischen Küste sich verengte Der Nautilus fuhr mit reißender Schnelligkeit gleichgiltig über sie alle hinweg und langte am 18. Februar um 3 Uhr früh beim Eingang der Straße an Hier gibt's zwei Strömungen Die obere welche längst bekannt ist führt die Gewässer aus dem Ozean in das Becken des Mittelländischen sodann eine tiefer in entgegengesetzter Richtung deren Existenz nun durch Folgerungen bewiesen ist In der Tat sollte die Gesamtmasse der mittelländischen Gewässer welche durch die atlantischen und durch die einmündenden Flüsse unaufhörlich anwächst alljährlich das Niveau derselben erhöhen denn die Ausdünstung ist nicht im gleichen Grade wirksam um ein Gleichgewicht herzustellen Nun ist aber dem nicht so und hieraus hat man geschlossen dass in tieferen Schichten eine Gegenströmung den Überschuss der mittelländischen Wasser durch die Enge von Gibraltar wieder in das Atlantische Becken führe Und genauso ist's wirklich Der Nautilus fuhr mit dieser Strömung sehr rasch durch die Enge Einen Augenblick Zeit hatte ich um die Ruinen des Herkules Tempels zu bewundern welcher nach Plinius und Avienus samt der niedrigen Insel worauf er stand einst versunken ist Einige Minuten darauf schwammen wir auf den Wogen des Atlantischen Meeres Teil 2 Kapitel 8 von 20.000 Meilen unterm Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Gesine 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Vern Teil 2 Kapitel 8 Die Bay von Vigo Das Atlantische Meer Die ungeheure Wasserfläche umfasst 25 Millionen Quadratmeilen bei einer Länge von 9000 Meilen gegen eine mittlere Breite von 2700 Meilen Das nun so bedeutende Meer war im Altertum fast nicht gekannt außer vielleicht den Katagern die bei ihren Handelsfahrten längst den Westküsten Europas und Afrikas segelten Seine Gestade mit parallelen Krümmungen bilden eine ungeheure Umfangslinie und es münden in dasselbe die größten Ströme der Welt St. Lorenz Mississippi Amazonenstrom La Plata Orinoco Niger Senegal Elbe Loire Rhein und führen ihm die Gewässer aus den zivilisiertesten Ländern und den wildesten Gegenden zu Die prachtvolle Fläche ist beständig von den Schiffen aller Nationen und am Schutz aller Flaggen der Welt befahren Der Nautilus hatte bis zur Stunde nahezu 10.000 Lieux in drei und einhalb Monaten zurückgelegt was mehr beträgt als der Umfang des ganzen Erdkreises Wohin fuhren wir jetzt und was sollte uns bevorstehen Sobald wir aus der Straße von Gibraltar heraus waren fuhr der Nautilus in die hohe See und tauchte zur Oberfläche empor sodass wir wieder unseren täglichen Spaziergang auf der Plattform machen konnten Ich stieg sogleich in Gesellschaft von Nettland und Conseil heraus Zwölf Meilen entfernt sah man den unbestimmten Umrissen das Kap St. Vincent die südwestliche Spitze der spanischen Halbinsel Es wehte ein ziemlich starker Südwind Das Meer war unruhig Die Fluten gingen hoch brachten durch Argestöße den Nautilus in Schwankung sodass man sich auf der Plattform fast nicht aufrechthalten konnte Wir begaben uns also nachdem wir uns ein wenig an der frischen Luft erquickt hatten wieder hinab Ich ging in mein Zimmer Conseil in seine Kabine aber der Kanadier folgte mir nach mit etwas befangen Miene Unsere rasche Fahrt durchs mittelländische Meer hatte ihm nicht gestattet sein Vorhaben in Ausführung zu bringen und er konnte sein Missbehagen kaum verheimlichen Als die Türe meines Zimmers geschlossen war setzte er sich nieder und sah mich schweigend an Freund Ned sagte ich zu ihm Ich verstehe Sie aber Sie haben sich keinen Vorwurf zu machen Unter den Umständen der Fahrt des Nautilus wäre der Gedanke an einen Fliehen Nahheit gewesen Ned Land schwieg Aus seinen zusammengepressten Lippen der gerunzelten Stirn konnte man abnehmen dass er stark von seiner fixen Idee befangen war Sehen wir fuhr ich fort Es ist noch nichts verloren Wir fahren links der portugiesischen Küste sind nicht weit von Frankreich und England wo wir leicht eine Zufluchtsstätte finden würden Ja wenn der Nautilus als wir aus der Straße von Gibraltar herauskamen sogleich südwärts gesteuert wäre hätte er uns entgegengeschleppt wo die Kontinente mangeln so würde ich ihre Unruhe teilen aber wir wissen jetzt der Kapitän Nemo meidet nicht die zivilisierten Länder und ich glaube dass sie in einigen Tagen mit einiger Sicherheit werden handeln können Ned Land sah mich noch stacher an öffnete endlich die Lippen und sprach diesen Abend soll's sein ich nahm mich schnell zusammen ich war gestehe ich auf diese Mitteilung nicht gefasst gerne hätte ich dem Kanadier geantwortet aber es versagten mir die Worte wir waren darüber einig eine Gelegenheit abzuwarten fuhr Ned Land fort eine solche ist nun da wir werden diesen Abend nur einige Meilen von der spanischen Küste entfernt sein die Nacht ist dunkel der Wind weht günstig ich habe ihr Wort Herr Aronax und ich rechne auf sie da ich fortwährend schwieg stand der Kanadier auf trat zu mir heran und sprach diesen Abend um neun Uhr ich hab's Conceis schon gesagt dann wird der Kapitän Nemo in seiner Kammer sein und wahrscheinlich schon zu Bette weder die Maschinisten noch jemand von der Mannschaft kann uns sehen Concei und ich werden uns auf die Zentralleiter begeben sie Herr Aronax werden in der Bibliothek sich aufhalten und auf mein Signal warten Ruder, Mast und Segel befinden sich schon im Boot ich habe sogar einige Lebensmittel hingeschafft ich habe mir einen Schraubenschlüssel verschafft um das Boot vom Nautilus loszumachen so ist alles vorbereitet also diesen Abend das Meer das Meer ist nicht günstig sagte ich ich gebe es zu erwiderte der Kanadier aber man muss es riskieren die Freiheit will bezahlt sein übrigens ist das Boot solit und einige Meilen mit treibendem Wind haben nicht viel auf sich wer weiß ob wir nicht binnen heute und morgen 100 Meilen weit in die hohe See kommen wenn uns die Umstände günstig sind werden wir zwischen 10 und 11 Uhr an einem Punkt des festen Landes ausgeschifft oder nicht mehr unter den Lebenden sein darum Gott befohlen und diesen Abend nach dieser Äußerung zog sich der Kanadier zurück und ließ mich in ziemlicher Bestürzung ich hatte gedacht wann der Fall eintrete würde ich Zeit zu überlegen zum Besprechen haben mein starkköpfiger Genosse gestattete mir dies nicht was hätte ich ihm auch trotzdem sagen können Nedland hatte hundertmal recht es war beinahe ein günstiger Umstand den er benutzen wollte konnte ich die Verantwortlichkeit übernehmen aus persönlichem Interesse die Zukunft meiner Gefährten zu beeinträchtigen konnte nicht morgen der Kapitän Nemo uns in die weite See hinaus nach allen Weltgegenden hinschleppen in diesem Augenblick gab mir ein ziemlich starkes Zischen zu erkennen dass die Behälter gefüllt wurden und der Nautilus tauchte unter die atlantischen Wogen Ich blieb auf meinem Zimmer Ich wollte dem Kapitän aus dem Wege gehen um die Bewegung welche mich beherrschte ihm zu verbergen So brachte ich einen traurigen Tag hin im Schwanken zwischen dem Wunsch wieder in Besitz meiner freien Verfügung über mich zu gelangen und dem Bedauern diesen merkwürdigen Nautilus zu verlassen ohne meine unterseeischen Studien zu vollenden diesen meinen Ozean wie ich ihn schon gerne nannte ohne seine tiefsten Schichten untersucht ohne die Geheimnisse welche mir die Gewässer der Indischen Meere und des stillen Ozeans enthüllt hatten auch ihm abzulauschen Mein Roman fiel mir beim ersten Band aus den Händen mein Traum zerrann im schönsten Moment Schlimme Stunden waren dies während ich bald mich samt meinen Gefährten am Lande in Sicherheit sah bald im Widerspruch mit meiner Vernunft wünschte es möge ein unvorhergesehener Umstand die Verwirklichung der Projekte Nettlands hindern ich begab mich zweimal in den Salon ich wollte den Kompass befragen ich wollte nachsehen ob die Richtung des Nautilus uns wirklich der Küste näher oder von derselben abwärts führte nein die Nautilus hielt sich unverändert in den portugiesischen Gewässern in nördlicher Richtung längs den Gestaden des Ozeans man musste dies benutzen und zur Flucht sich bereit machen mein Gepäck war nicht schwer meine Notizen nichts weiter ich fragte mich weiter wie der Kapitän Nemo unser Entweichen aufnehmen welche Unruhe vielleicht Kränkungen es ihm bereiten würde was er wohl tun würde wenn der Plan ihm enthüllt oder vereitelt würde ich hatte gewiß nicht über ihn zu klagen im Gegenteil nirgends war mir eine aufrichtigere Gastfreundschaft zuteil geworden wie bei ihm doch konnte man mich nicht des Undanks beschuldigen wenn ich ihn verließ wir waren durch keinen Eid an ihn gebunden er zählte allein auf die Gewalt der Dinge und nicht auf unser Wort um uns immer in seine Nähe zu fesseln aber diese offen ausgesprochene Absicht uns ewig als Gefangener an seinen Wort festzuhalten rechtfertigte unsere Gegenbemühungen seit unserem Besuch auf der Insel Santorin hatte ich den Kapitän nicht wieder gesehen sollte der Zufall mich vor unserem Entweichen noch einmal mit ihm zusammenbringen ich wünschte und fürchtete es zugleich ich horchte ob ich ihn nicht an seinem an das meine gestoßenden Zimmer auf und ab gehen hören könnte ich vernahm nicht das geringste Geräusch das Zimmer war ohne Zweifel leer darauf fragte ich mich sogar ob dieser seltsame Mann an Bord sei seit jener Nacht in welcher das Boot den Nautilus um seiner geheimnisvollen Verrichtung willen verlassen hatten sich meine Ideen in Hinsicht auf denselben ein wenig geändert ich dachte was er auch sagen mochte der Kapitän Nemo müsse wohl einige Verbindungen gewisser Art mit der Erde unterhalten haben verließ er niemals den Nautilus oft verflossen ganze Wochen ohne dass ich mit ihm zusammentraf was trieb er unterdessen und während ich glaubte er sei einer Anwandlung von Menschenhass einheimgefallen vollführte er nicht indessen in der Entfernung einen stillen Akt dessen Natur mir bis jetzt verborgen geblieben alle diese Ideen bestürmten mich mit einem Mal in der seltsamen Lage worin wir uns befanden konnte das Feld der Vermutungen nur ein unendliches sein ich empfand ein unerträgliches Missbehagen dieser Tag schien kein Ende nehmen zu wollen meiner Ungeduld flossen die Stunden zu langsam hin mein Diner wurde mir wie immer auf mein Zimmer gebracht das Essen schmeckte mir nicht da ich zu sehr von Gedanken eingenommen war um sieben Uhr stand ich von der Tafel auf nur noch hundertzwanzig Minuten bis ich mit Nedland zusammenkommen sollte meine Unruhe verdoppelte sich mein Puls schlug ungestüm ich konnte mich nicht stille halten ging hin und her hoffte durch die Bewegung den Aufruhr meines Geistes zu stillen der Gedanke an ein Misslingen unseres verwegenen Vorhabens war mir am wenigsten peinlich aber es pochte doch mein Herz bei dem Gedanken dass dasselbe bevor wir den Nautilus verlassen entdeckt und ich vor das Angesicht des entrüsteten Kapitäns zurückgebracht würde ich wollte zum letzten Mal den Salon sehen schlich mich durch den Gang und kam in das Museum wo ich so viele angenehme und nützliche Stunden hingebracht hatte ich schaute mir alle diese Schätze und Kleinodien noch einmal an als sollte ich in ein ewiges Exil gehen ich war im Begriff diese Wunder der Natur diese Meisterwerke der Kunst die mir so lieb geworden auf immer zu verlassen indem ich so den Salon durchlief kam ich an die Türe welche in das Kapitänszimmer führte zu meinem großen Erstaunen war sie halb geöffnet ich fuhr unwillkürlich zurück wenn der Kapitän Nemo in seinem Zimmer war konnte er mich sehen doch da ich kein Geräusch hörte trat ich näher das Zimmer war leer ich drückte die Türe auf trat einige Schritte hinein stets das gleiche mönchische Aussehen jetzt fielen mir einige an den Wänden hängende Kupferstiche auf welche ich früher übersehen hatte es waren Brustbilder der großen historischen Männer deren Dasein eine ununterbrochene Hingebung an eine große menschliche Idee enthielt Kosciuszko Bozzaris O'Connor Washington Money Lincoln und endlich der Märtyrer der Negerbefreiung John Brown welches Band einigte diese heroischen Seelen mit der des Kapitän Nemo konnte ich endlich das Geheimnis seines Lebens lösen war er der Kampfheld unterdrückter Völker Befreier der Sklavenmassen hatte er in den letzten politischen und sozialen Bewegungen dieses Jahrhunderts eine Rolle gespielt plötzlich schlug es acht Uhr der erste Glockenschlag riss mich aus meinen Träumen ich zitterte als hätte ein unsichtbares Auge ins tiefste Geheimnis meiner Gedanken dringen können und stürzte zum Zimmer hinaus hier hafteten meine Blicke auf dem Kompass die Richtung unserer Fahrt war stets nördlich das Lok zeigte eine mäßige Schnelligkeit das Manometer eine Tiefe von etwa 60 Fuß die Umstände waren also dem Vorhaben des Kanadiers günstig ich ging wieder in mein Zimmer und kleidete mich rasch an Seestiefel, Ottermütze Reisrock von Bussous mit Robbenfell gefüttert nun war ich fertig ich wartete der Wellenschlag der Schraube allein unterbrach die tiefe Stille welche an Bord herrschte ich horchte spitzte mein Ohr war nicht aus einigen Stimmen die man plötzlich vernahm abzunehmen dass Ned Land bei seinem Entweichungsplan war überrascht worden eine Unruhe zum Sterben befiel mich vergeblich trachtete ich meine Gemütsruhe wieder zu gewinnen einige Minuten vor neun lauschte ich an der Türe des Kapitäns kein Geräusch ich verließ mein Zimmer und begab mich wieder in den Salon der in halbem Dunkel war aber niemand war anwesend ich öffnete die Türe zur Bibliothek sie war ebenso düster ebenso leer ich stellte mich neben die Türe welche zur Mittelstiege führte und wartete auf Ned Lands Zeichen in dem Moment wurden die Bewegungen der Schraube merklich schwächer dann hörte sie gänzlich auf weshalb diese Veränderung sollte dieses Anhalten das Vorhaben Ned Lands begünstigen oder stören ich konnte es nicht sagen nur noch meine Pulsschläge unterbrachen die Stille plötzlich verspürte man einen leichten Stoß ich merkte dass der Nautilus auf dem Meeresgrund hielt meine Unruhe verdoppelte sich kein Signal von Kanadier war zu vernehmen ich hatte Lust Ned Land aufzusuchen um ihn aufzufordern seinen Versuch zu verschieben denn wir fuhren nicht mehr unter den gewöhnlichen Bedingungen in dem Augenblick öffnete sich die Türe des großen Saales und der Kapitän Nemo erschien er bemerkte mich und sprach ohne weiteres ah Herr Professor sagte er in liebenswürdigem Ton ich suchte sie kennen sie die Geschichte Spaniens mag man die Geschichte seines eigenen Landes noch so gründlich verstehen in einer Lage wie die meinige war den Geist verstört den Kopf verloren wäre es unmöglich ein Wort daraus anzuführen nun wiederholte der Kapitän Nemo sie haben meine Frage gehört kennen sie die Geschichte Spaniens sehr wenig erwiderte ich das sind rechte Gelehrte sagte der Kapitän die nichts wissen dann setzen sie sich fuhr er fort und ich will ihnen eine merkwürdige Episode aus der spanischen Geschichte erzählen der Kapitän lagerte sich auf einem Divan und ich setzte mich neben ihn im Halbdunkel Herr Professor sagte er zu mir geben sie wohl Acht diese Geschichte wird sie in gewisser Hinsicht interessieren denn sie wird auf eine Frage antworten welche sie wohl noch nicht zu lösen vermochten ich gebe Acht Kapitän sagte ich indem ich nicht wusste wo er damit hinaus wollte und fragte mich ob dieser Zwischenfall sich auf unser Fluchtprojekt beziehe Herr Professor fuhr der Kapitän Nemo fort wenn es ihnen bliebt gehen wir bis auf 1702 zurück es ist ihnen bekannt daß damals ihr König Ludwig XIV in der Meinung einen Machtherrscher brauche nur die Hand aufzuheben um die Scheidewand der Pyrenäen niederzuwerfen seinen Enkel den Herzog von Anjou den Spaniern zum König aufnötigte dieser Prinz der unter dem Namen Philipp V. regierte fand im Ausland starken Widerstand in der Tat hatten im Jahre zuvor die Königshäuser von Holland Österreich und England im Haag einen Allianztraktat geschlossen um Philipp V. die spanische Krone zu entreißen und einem Erzherzog auf das Haupt zu setzen welchem sie zu früh den Namen Karl III. gaben Spanien musste dieser Koalition Widerstand leisten aber es war fast ohne Soldaten und Seeleute doch an Gold fehlte es ihnen nicht freilich unter der Bedingung dass seine mit Gold und Silber beladenen Galleonen aus Amerika in seine Häfen einlaufen konnten nun erwartete es gegen Ende des Jahres 1702 eine reiche Sendung unter Bedeckung einer französischen Flotte von 23 Schiffen unter dem Oberbefehl des Admirals Chateau-Renault denn die Flotten der Alliierten kreuzten damals im Atlantischen Meer diese Sendung sollte zu Cadiz landen aber da der Admiral hörte dass in jener Gegend die englische Flotte kreuzte beschloss er einen französischen Hafen aufzusuchen die spanischen Befehlshaber der Sendung protestierten gegen diesen Beschluss sie wollten in einen spanischen Hafen einlaufen und in Ermangelung von Cadiz in die Bay von Vigo in der Nordwestküste Spaniens welche nicht blockiert war der Admiral Chateau-Renault war schwach genug dieser Zumutung Folge zu geben und die Galleonen liefen in die Bay von Vigo ein leider hatte diese Bay nur eine offene Rede die nicht verteidigt werden kann man mußte daher schleunigst bevor die Flotten der Koalierten herankamen die Galleonen ausladen und es hätte dafür auch nicht an Zeit gemangelt wäre nicht plötzlich eine elende Rivalitätsfrage entstanden Sie folgen wohl dem Zusammenhang der Tatsachen fragte mich der Kapitän Nemo Vollständig sagte ich indem ich nicht wußte weshalb er mir diese historische Lektion erteilte Ich fahre fort hören Sie was vorging Die Kaufmannschaft zu Cadiz hatte ein Privilegium wonach alle Waren aus Westindien dort mussten ausgeladen werden Diesem Vorrecht also widersprach es dass man die Goldbarren zu Vigo auslud Auf ihre Beschwerde gewährte ihnen der schwache Philipp der Fünfte dass die Sendung ohne ausgeladen zu werden auf der Rede von Vigo sollte in Sequestra bleiben bis die feindlichen Flotten sich wieder entfernt haben würden Während man nun diesen Bescheid gab erschien am 22. Oktober 1702 die englische Flotte in der Bay von Vigo Der Admiral Chateau Renaud obwohl schwächer an Streitkräften kämpfte tapfer Als er aber sah dass die Schätze in die Hände der Feinde fallen mussten steckte er seine Galleonen in Brand und versenkte sie samt ihrer reichen Ladung Hier hielt der Kapitän inne Ich gestehe ich sah noch nicht worin das Interesse dieser Geschichte für mich liegen sollte Nun? fragte ich Nun Herr Aronax erwiderte der Kapitän Nemo Wir befinden uns eben in dieser Bay von Vigo und es steht bei uns in ihre Geheimnisse zu dringen Der Kapitän stand auf und bat mich ihn zu begleiten Ich hatte Zeit gehabt mich zu fassen Ich folgte Der Salon war dunkel aber durch die Fenster funkelten die Meeresfluten Ich schaute In einem Umkreis von einer halben Meile um den Nautilus herum waren die Gewässer von elektrischem Licht durchdrungen Ein Teil der Mannschaft mit Skarpandern gepanzert war beschäftigt halb verfaulte Fässer abzuräumen und Kisten zu leeren inmitten des schwarzen Strandgutes Aus diesen Kisten und Tonnen kamen Gold- und Silberbarren zum Vorschein Piaster und Edelsteine gleich Springwassern Der Sand war damit bedeckt Beladen mit zu kostbarer Beute brachten diese Männer sie zum Nautilus legten sie nieder und setzten dann ihr Fischen in der unerschöpflichen Quelle fort Ich verstand wohl dass an dieser Stelle am 22. Oktober 1702 die Schlacht vorgefallen und die für Rechnung der spanischen Regierung geladenen Gallionen versenkt waren Hierhin begab sich der Kapitän Nemo um nach Bedürfnis Millionen einzukassieren und sie als Ballast mitzunehmen Für ihn allein hat Amerika diese reichen Schätze gesendet Er war direkter Universalerbe der den Inkas und den von Ferdinand Cortez überwundenen eingeborenen entrissenen Schätze Wussten Sie Herr Professor fragte er mich lächelnd dass das Meer solche Schätze birgt? Ich wusste erwiderte ich dass man das in den Gewässern außer Umlauf gesetzte Geld auf zwei Millionen Tonnen anschlägt Allerdings aber um dasselbe herauszuholen würden die Kosten den Gewinn überwiegen Hier dagegen habe ich nur zusammenzuraffen was die Menschen verloren haben und nicht bloß in dieser Bay von Vigo sondern auf noch unzähligen anderen Stellen von Schiffbruch welche auf meiner unterseeischen Karte notiert sind Begreifen Sie jetzt dass ich einen Reichtum von Milliarden habe? Jawohl Kapitän Gestatten Sie mir jedoch Ihnen zu sagen dass Sie mit dem Ausbeuten dieser Bay nur den Arbeiten einer rivalisierenden Gesellschaft zuvor gekommen sind Und welche? Einer Gesellschaft welche von der spanischen Regierung das Privilegium erhalten hat die versenkten Gallionen aufzusuchen Die Aktionäre werden durch den Köder einer ungeheuren Dividende angelockt denn man schlägt den Wert dieser versenkten Schätze auf 500 Millionen an 500 Millionen antwortete der Kapitän Nemo Sie waren vorhanden sind es aber nicht mehr Wirklich sagte ich Daher wäre eine angemessene Warnung an die Aktionäre eine Wohltat Wer weiß übrigens ob man es danken würde Die Spieler bedauern bei alledem meist weniger die Einbuße an Geld als an törichten Hoffnungen Trotzdem bedauere ich sie weniger als die Tausenden von Unglücklichen welche bei richtiger Verteilung solche Schätze nützen könnten während sie nun für dieselben auf immer unfruchtbar sind Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen als ich merkte dass sie den Kapitän Nemo verletzen mussten Unfruchtbar erwiderte er lebhaft Glauben Sie denn mein Herr dass diese Schätze verloren sind wenn ich sie hole Nicht für mich selbst wie Sie meinen gab ich mir die Mühe diese Schätze zu heben Woher wissen Sie denn dass ich nicht einen guten Gebrauch davon mache Glauben Sie ich wisse nicht dass es auf dieser Erde leitende Geschöpfe gibt unterdrückte Rassen Unglückliche zu unterstützen Opfer zu rächen Begreifen Sie nicht Bei diesen letzten Worten hielt der Kapitän Nemo ein Vielleicht bedauernd dass er zu viel gesprochen habe Aber ich hatte es geahnt welche Beweggründe auch ihn bestimmt hatten die Unabhängigkeit unter dem Meer zu suchen vor allem war er Mensch geblieben Sein Herz schlug noch bei den Leiden der Menschheit und seine unbegrenzte Barmherzigkeit wendete sich sowohl den unterdrückten Rassen als dem Einzelnen zu Jetzt begriff ich auch welche Bestimmung jene Millionen hatten welche der Kapitän Nemo ausschiffte als der Nautilus in den Gewässern der im Ausstand begriffenen Insel Kreta fuhr Ende von Teil 2 Kapitel 8 Teil 2 Kapitel 9 von 20.000 Meilen und am Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Elli Ein verschwundener Kontinent Am folgenden Morgen den 19. Februar trat der Kanadier in mein Zimmer Ich erwartete seinen Besuch Seine Miene war sehr herabgestimmt Nun, mein Herr sagte er zu mir Nun, Nett Der Zufall ist uns gestern nicht günstig gewesen Ja, der verdammte Käpt'n musste gerade zu der Stunde anhalten, da wir im Begriff waren von seinem Fahrzeug zu entweichen Ja, Nett Er hatte Geschäfte bei seinem Bankier Seinen Bankier? Oder er fiel mir bei seinem Bankhause Ich verstehe darunter diesen Ozean wo seine Schätze sicherer aufgehoben sind als sie es in den Staatskassen wären Ich erzählte darauf dem Kanadier was am Abend zuvor sich begeben hatte in der stillen Hoffnung ihn auf den Gedanken zu bringen den Käpt'n nicht zu verlassen Aber meine Erzählung hatte nur den Erfolg das Nett energisch sein Bedauern aussprach dass er nicht auf eigene Rechnung einen Ausflug auf den Kampfplatz von Vigo hatte machen können Kurz sagte er es ist noch nicht aller Tage Abend nur ein vergeblicher Wurf der Harpune Ein andermal wird's glücken und gleich an diesem Abend wenn's sein muss In welche Richtung fährt die Nautilus? fragte ich Ich weiß nicht erwiderte Nett Nun denn so werden wir zu Mittag die Aufnahme sehen Der Kanadier kehrte zu Council zurück Sobald ich angekleidet war begab ich mich in den Salon Der Kompass beruhigte nicht Die Nautilus fuhr in süd-südwestliche Richtung Wir kehrten Europa den Rücken Ich wartete mit einiger Ungeduld bis die Aufnahme geschah Gegen halb zwölf entleerten sich die Behälter und unser Fahrzeug stieg zur Oberfläche des Ozeans auf Ich eilte auf die Plattform Nett Land war mir schon zuvor gekommen Es war kein Land mehr in Sicht Auf der unmesslichen Meeres zeigten sich nur einige Segler am Horizont Ohne Zweifel von solchen die bis zum Kap Rog die günstigen Winde zur Fahrt um das Kap der guten Hoffnung herumsuchten Es war ein bedeckter Himmel Ein Windstoß bereitete sich vor Nett versuchte voll Zorn den nebeligen Horizont zu durchdringen Er hoffte noch dass hinter diesem Nebel sich das so ersehnte Land zeigen werde Um zwölf Uhr schien die Sonne einen Augenblick durch Der Lieutenant benutzte diesen hellen Zeitpunkt um die Höhe aufzunehmen Darauf als das Meer unruhiger ward stiegen wir wieder hinab und die Lucke ward wieder geschlossen Als ich eine Stunde nachher auf die Karte sah bemerkte ich dass die Lage des Nautilus darauf eingetragen war mit 16 Grad 17 Minuten Länge und 33 Grad 22 Minuten Breite 150 Lieus von der nächsten Küste entfernt An ein Entweichen konnte man nicht mehr denken Man kann sich den Zorn des Kanadiers vorstellen als ich ihm zu erkennen gab wo wir uns befanden Ich meines Teils war nicht übermäßig untröstlich Ich fühlte gleichsam eine lastende Bürde mir abgenommen und ich konnte mich mit einer gewissen Ruhe wieder meiner gewohnten Beschäftigung wenden Am Abend gegen elf erhielt ich ganz unerwartet den Besuch des Käptens Nemo Er fragte mich sehr höflich ob ich mich von dem Wachen in der vorherigen Nacht ermüdet fühle Ich sagte nein Dann Herr Aronax will ich Ihnen einen merkwürdigen Ausflug vorschlagen Thun Sie das Käpt'n Sie haben den Meeresgrund noch nicht anders besucht als bei Tag und Sonnenschein Würde es Ihnen gefallen in dunkler Nacht zu sehen Recht gerne Dieser Spaziergang wird ermüden sein Sag ich zum Voraus Man muß weit gehen und einen Berg hinaus Die Wege sind nicht sehr gut gebahnt Was Sie da sagen Käpt'n erhöht nur meine Neugierde Ich bin bereit Sie zu begleiten Nun so kommen Sie Herr Professor um unsere Skarpander anzuziehen Als wir im Ankleidezimmer waren sah ich daß weder meine Gefährten noch irgendjemand von der Bemannung uns bei diesem Ausflug begleiten sollten Der Käpt'n hatte mir nicht vorgeschlagen Nett oder Counsel mitzunehmen In einigen Augenblicken waren wir angezogen Man gab uns reichlich mit Luft versierende Behälter auf den Rücken aber die elektrischen Lampen waren nicht in Bereitschaft Ich bemerkte es dem Käpt'n Sie werden uns unnütz sein erwiderte er Ich glaubte missverstanden zu haben aber ich konnte meine Bemerkung nicht wiederholen denn der Kopf des Käpt'ns war schon in seiner Metallumhüllung verschwunden Ich legte meinen Panzer vollständig an und fühlte dass man mir einen beschlagenen Stock in die Hand gab und nach einigen Minuten fassten wir Fuß auf dem Grunde des Atlantischen Meeres in einer Tiefe von 300 Meter Es war bald Mitternacht und die Gewässer in tiefem Dunkel aber der Käpt'n Nemo zeigte mir in der Ferne einen rötlichen Punkt einen weithin leuchtenden Schimmer der etwa zwei Meilen vom Nautilus entfernt glänzte Was es für ein Feuer war wodurch genährt weshalb und wie es in der Wassermenge sich wiederbelebte hätte ich nicht sagen können jedenfalls leuchtete es uns obwohl unbestimmt aber ich gewöhnte mich bald an dies eigentümliche Dunkel und ich begriff wie unnütz unter diesen Umständen der Ruhmkorfsche Apparat gewesen wäre Wir schritten also nebeneinander her gerade auf das bezeichnete Feuer los der ebene Boden stieg unmerklich Wir machten mit Hilfe des Stockes große Schritte aber im Ganzen kamen wir langsam vorwärts denn unsere Füße blieben oft in einer Art Schlammstecken der mit Algen durchknetet mit flachen Steinen bedeckt war während des Voranschreitens vernahm ich über meinem Kopf ein gewisses Rieseln dieses Geräusch wurde mitunter stärker und erzeugte gleichsam ein anhaltendes Knistern die Ursache wurde mir bald klar es war der Regen welcher ungestürm und prasselnd auf die Oberfläche fiel es kam mir instinktartig das Gefühl als würde ich durchnässt von Wasser mitten im Wasser ich konnte nicht umhin über den närrischen Gedanken zu lachen aber unter dem dichten Skapandakleid fühlt man das nasse Element nicht mehr und man meint mitten in einer Atmosphäre zu sein die etwas dichter wie auf der Erde wäre das ist alles nachdem wir eine halbe Stunde weit gegangen wurde der Boden steinig die Medusen die mikroskopischen Schaltiere die Seefedern beleuchteten ihnen wenig mit phosphorizierendem Schimmer und ich erblickte dann Steinhaufen die von Millionen Zoophyten und einer Menge Algen bedeckt waren der Fuß glitt oft aus auf dieser klebrigen Decke von Tang und ohne meinen Eisen beschlagenen Stock wäre ich manchmal gefallen wandte ich mich um so sah ich stets die weiße Leuchte des Nautilus welche in der Entfernung zu erbleichen begann diese Steinschichtungen wovon ich eben sprach waren auf dem Grunde des Ozeans mit einer gewissen Regelmäßigkeit gereiht welche ich nicht zu erklären wusste ich gewahrte riesige Furchen die sich im fernen Dunkel verloren und deren Länge nicht zu schätzen imstande war noch andere besondere Eigentümlichkeiten zeigten sich welche ich nicht zu erklären wusste es kam mir vor als zertraten meine schweren bleiernden Sohlen eine Lage von Gebein das mit trockenem Geräusch krachte was war dies für eine weite Ebene über die ich hinschritt ich hätte den Käpt'n fragen mögen aber seine Zeichensprache wodurch er mit seinen Gefährten wenn sie ihn bei seinen unterseeischen Ausflügen begleiteten sich verständigen konnte war mir noch unverständlich inzwischen vergrößerte sich der rötliche Schein welcher uns leitete und setzte den Horizont in Flammen daß es unter den Wassern einen solchen Lichtherd gab beunruhigte mich im höchsten Grade war es eine elektrische Ausströmung die sich kundgab oder eine den Geleerten der Erde noch unbekannte Naturerscheinung oder gar der Gedanke vor mir durch den Kopf hatte der Mensch bei dieser Glut die Hand im Spiele fachte er diesen Brand an sollte ich auf dem tiefen Meeresgrunde genossen freunde des kapitän nemo finden welche gleich ihm ein so seltsames dasein hatten denen er einen besuch abstatten wollte sollte ich dort unten eine ganze kolonie landesflüchtiger finden welche des irdischen elends müde die unabhängigkeit im tiefsten grunde des ozeans aufgesucht und gefunden hatten alle diese tollen unglaublichen ideen verfolgten mich und in dieser stimmung des geistes der unablässig von den zahllosen wundern die unter meinen augen geschahen überspannt war wäre ich nicht überrascht gewesen wenn ich im tiefen meeresgrunde auf eine der unterseeischen städte wovon der kapitän nemo träumte gestoßen wäre unser weg wurde heller der bleiche schimmer strahlte auf dem gipfel eines etwa 800 fuß hohen berges aber was ich bemerkte war nur der widerschein welcher sich durch das kristall der wasserschichten bildete die quelle dieser unerklärbaren helle die glutstätte war auf der entgegengesetzten seite gelegen mitten in diesen steinigen irrgärten welche den grund des atlantischen meeres durchzogen ging der kapitän nemo ohne anstoß weiter erkannte die dunkle empfade ohne zweifel hatte er sie schon oft gemacht und konnte sich nicht verirren ich folgte ihm mit unerschütterlichem vertrauen er kam mir vor wie ein genius des meeres und wann er vor mir herschritt bewunderte ich seine hohe gestalt die auf dem hellen hintergrunde schwarz abstach um ein uhr früh befanden wir uns auf den ersten gebirgsaufgängen aber um hinaufzukommen mußte man sich durch die schwierigen Pfade eines ungeheuren gehölzes wagen ja ein gehölz von abgestorbenen blätterlosen saftlosen bäumen die durch einwirkung des wassers mineralisiert waren und über welche hier und da riesenhafte fichten emporragten es war sozusagen wie ein noch aufrecht stehender kohlenschatz der mit den wurzeln im boden steckte und dessen gezweig gleich den seinen papierschnitten sich auf der oberfläche der gewässer klar abzeichnete man stellte sich einen harzwald an den seiten eines gebirges vor aber einen versunkenen wald die pfade waren mit tang und meergras überschüttet worunter eine welt von schalthieren wimmelte ich klimmte die felsen hinan schritt über hingestreckte baumstämme zerriß die meerlianen welche sich von einem baum zum andern hinzogen scheuchte die fische auf welche von einem zweig zum andern entflohen fortgerissen fühlte ich keine müdigkeit ich folgte meinem führer welchem müdigkeit unbekannt war welch ein schauspiel wie ließ es sich ein bild geben von dieser waldung und diesen felsen unten düster und wild oben in der färbung roter töne unter einwirkung jenes hellen schimmers welcher durch die zurückstrahlende kraft des gewässers verstärkt wurde wir glimmten felsen hinan die späterhin mit dem dumpfen getöse einer lawine zusammenfielen rechts und links zogen finstere gänge worin sich der blick verlor der captain nemo ging stets aufwärts ich wollte nicht zurückbleiben folgte ihm kühl unterstützt durch meinen tüchtigen stock ein fehltritt wäre verderblich gewesen auf diesem engen pfaden neben abgründen aber ich schritt weiter mit festen tritten und ohne schwindel bald sprang ich über einen tiefen spalt bald wagte ich mich über einen wankenden baumstamm der ungestürzt von einer kluft zur andern führte dort schienen monumentale felsen auf unregelmäßiger basis überhängend den gleichgewichts gesetzen zu trotzen und ich selbst fühlte nicht den unterschied der starken dichtigkeit des wassers wenn ich trotz meines schwerfälligen anzugs der kupfernen kopfbedeckung und der bleiernden schuhe über steile abhänge so leicht fast wie eine gemse aufwärts drang ich fühle wohl dass ich bei dieser erzählung unwahrscheinliches zu sagen scheine aber es ist doch wirklich und unbestreitbar so es ist kein traum den ich berichte zwei stunden nachdem wir den nautilus verlassen hatten waren wir über die linie des baumwuchses hinausgekommen und hundert fuß über unseren köpfen ragte die spitze des berges empor welcher die glänzende bestrahlung des abhangs der anderen seite verdeckte hier und da zogen sich versteinerte gebüsche im zickzack massenweise entflohen die fische unter unseren dritten wie vögel im gesträuch die felsenmasse war voll undurchdringlicher spalten tiefer grotten unergründlicher löcher worin er sich auf dem grunde fürchterlich rührte und regte mein pulsschlag stockte wenn sich mir enorme fühlhörner in den weg streckten oder im dunkel der höhlungen erschreckliche scheren klafften tausende leuchtender punkte glänzten im mitten des dunkles es waren die augen riesenmäßiger schaltiere die in ihren löchern hockten kolossale hummern die sich wie helle badiere reckten krabben wie kanonen auf ihren lafetten und grässliche polypen die ihre füllhörner gleich einem lebendigen schlangengebüsch verschlungen ausstreckten diese ungeheuerlichkeiten waren eine mir unbekannte welt seit wieviel jahrhunderten lebten diese tiere also in den tiefsten schichten des ozeans aber ich konnte mich nicht dabei aufhalten der captain nemo achtete nicht mehr darauf wir waren auf einer ersten hochfläche angelangt wo andere überraschungen meiner harten man bekam da malerische ruinen zu gesicht welche die hand des menschen erkennen ließen ungeheure haufen von stein trümmern woran man unklare formen von schlössern und tempeln unterscheiden konnte die mit einer welt von zoophyten in blüte und mit einer dicken hülle von tang und algen gleich eva überdeckt waren aber was hatte es mit diesem durch überschwemmung versenkten er teil für eine bewandtnis wer hatte diese felsen und steine als zeugen aus der urzeit aufgerichtet wohin hatte mich des captain nemo's laune geschleppt gern hätte ich ihn gefragt ich hielt ihn an faßte ihn am arm aber er schüttelte den kopf und zeigte auf den höchsten gipfel des berges als wollte er sagen komm komm immer weiter ich nahm meine letzten kräfte zusammen ihm zu folgen und in einigen minuten hatten wir die spitze erstiegen ich um etwa zehn meter über diese ganze felsen masse empor ragte ich blickte auf die seite woher wir gekommen waren zurück der berg erhob sich nur sieben bis achthundert fuß über die ebene aber auf der entgegengesetzten seite beherrschte er aus doppelter höhe den grund dieses teils des atlantischen meeres ich konnte weit hinaus blicken und gewahrte einen ungeheuren raum vom starken blitzeschein erleuchtet in der tat der berg war ein vulkan fünfzig fuß unterhalb der spitze mitten in einem regen von steinen und schlacken warf ein weiterer krater lavaströme aus die in feurigen strudeln durch die gewässer drangen so erleuchtete der vulkan wie eine ungeheure fackel die darunterliegende ebene bis zu den äußersten grenzen des horizonts ich habe gesagt der unterseeische krater warf nur laven aus keine flammen für diese bedarf's des sauerstoffs der luft und sie konnten ohne diesen sich nicht unter den wassern entwickeln aber lavaströmungen die das prinzip eines brandes in sich tragen können bis zum rotweißen gedeihen siegreich gegen das nasse element kämpfen und bei einer berührung verdunsten alle diese gase verbreiten sich in reißenden strudeln und die lavaströme glitten bis zum fuße des berges hinab wie einst aus dem krater des visuvs auf torre del greco wirklich zeigte sich da unter meinen augen im trümmern eine in den abgrund versunkene stadt mit eingestürzten dächern zerfallenen tempeln verschobenen gewölben zu boden gestürzten säulen an denen man noch die verhältnisse zu oskanischer architektur erkannte weiter hinaus trümmer eines riesenhaften aquedukts hier im schlamm vergraben eine akropole mit den formen eines pathenon dort die spuren eines k als hätte einst ein antiker hafen am gestade eines verschwundenen ozeans den kaufmannsschiff und kriegstrirähmen schutz gewährt und noch weiter hinaus lange reihen zerfallener mauern große veröderte straßen ein ganzes versunkenes pompey welches der captain nemo vor meinen augen wieder ins leben rief wo war ich ich wollte es um jeden preis wissen ich wollte reden die kupferne kugel welche meinen kopf einkerkerte abreißen aber der captain nemo kam zu mir und hielt mich ab dann hob er ein stückchen kreideartigen gesteins auf trat in einen schwarzen basaltfelsen und schrieb darauf ein einziges wort atlantis wie ein blitzstrahl fuhr mir ein gedanke durch den kopf die alte atlantis platons das einst versunkene festland dessen dasein eine menge gelehrten von origines bis humboldt geleugnet sein verschwinden unter die märchen gerechnet von andern nicht minder großen gelehrten von plinius bis buffon anerkannt wurde hier lag es vor meinen augen mit den unverwerflichen zeugnissen eines hinabsinkens es war also eine versunkene landschaft welche einst außerhalb europas asien libyens vorhanden war draußen vor den säulen des herkules wo einst das mächtige volk der atlanten lebte mit welchem das alte griechenland seine ersten kriege führte platos selbst hat in seinen schriften die großtaten dieser heronen zeit aufgezeichnet sein dialog timäus und kritias ist sozusagen unter eingebung solons geschrieben einst unterhielt sich solon mit einigen weisen greifen aus seis einer bereits 800 jahre alten stadt einer dieser kreise erzählte die geschichte einer anderen stadt die über 1000 jahre älter war diese erste 900 jahrhunderte alte athenische stadt war von den atlanten angegriffen und zum teil zerstört worden diese atlanten sagte er hatten ein unermessliches festland inne das größer war als afrika und asien zusammen und eine fläche vom 12 bis 40 grad nördlicher breite deckte ihre herrschaft erstreckte sich selbst auf ägypten sie wollten dieselbe auch über griechenland ausdehnen mussten aber vor dem unbezwinglichen widerstand der hellenen zurückweichen jahrhunderte verflossen es entstand eine überschwemmung ein erdbeben und in zeit von einer nacht und einem tag verschwand gene atlantis deren höchste spitzen madeira die azoren die kanaren die kapverdischen inseln noch hervorragend diese historischen erinnerungen rief die inschrift des captain nemo in meinem geiste wach also hatte mich das seltsame geschick dahin geleitet dass ich auf einem berg dieses kontinents stand die ruinen aus der urzeit der geologischen epochen mit händen zu berühren imstande war ach wie bedauerte ich diesen mangel an zeit gerne wäre ich die steilen abhänge des bergs hinabgestiegen um den unermesslichen kontinent ganz zu durchlaufen der ohne zweifel einst afrika mit amerika verbannt und die großen städte der urzeit zu besuchen während ich über diesen gedanken in träume versank und alle details dieser großartigen landschaft mir einzuprägen bemüht war stand auch der captain nemo wieder eine bemozte säule gelehnt ein stummes träumen verloren eine volle stunde blieben wir an dieser stelle und betrachteten beim glanz der larven die ungeheure ebene aus der tiefe drangen getöse das klar durch die umgebenden gewässer drang und mit majestätischer fülle wiederhallte in diesem augenblick schien auch der mond eine weile durch die masse der gewässer und warf einige bleiche strahlen auf den versunkenen kontinent nur ein schimmer zwar aber von unbeschreiblichem effekt der captain erhob sich war auf einen letzten blick auf diese unermessliche ebene darauf winkte er mit der hand ihm zu folgen wir stiegen errascht den berg hinab als wir den mineralischen wald einmal hinter uns hatten sah ich die leuchte des nautilus gleich einem stern glänzen der captain schritt gerade drauf los und wir befanden uns wieder an bord als eben das erste schimmern des morgenrotes die oberfläche des ozeans traf Ende von teil 2 kapitel 9 gelesen von elli mai 2009 teil 2 kapitel 10 von 20.000 meilen und am meer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrauen in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von elli 20.000 meilen und am meer von schulvern teil 2 kapitel 10 unterseeische kohlenminen am folgenden tage den 20. februar stand ich sehr spät auf die ermüdung der nächtlichen partie hatte mich bis elf zur bette gehalten ich zog mich rasch an um mich bald über die richtung des nautilus zu versichern die instrumente gaben mir an dass er mit einer schnelligkeit von 20 meilen in der stunde bei einer tiefe von 100 meter steht südlich fuhr counsel trat ein ich erzählte unseren nächtlichen ausflug und da die läden geöffnet waren so konnte er noch einen teil des versunkenen kontinents aus der ferne erkennen die nautilus fuhr in der tat nur zehn meter hoch über den boden der atlantis hin und zwar so schnell wie ein ballon den der wind über wiesenland treibt richtiger gesagt wir waren in diesem salon wie in dem wagen eines eilzuges der vordergrund von unseren augen bestand aus fantastisch zugeschnittenen felsen bäumen die bereits aus dem pflanzenreich ins mineralreich übergegangen waren ferner aus steinigen massen der im teppich von oxidien und anemonen bedeckt voll langen senkrechten wasserpflanzen ferner aus seltsam gestalteten laberblöcken welche von der wütenden gewaltsamkeit plutonische umgestaltungen zeugnis gaben während diese bizarren landschaften in der beleuchtung unseres elektrischen lichtes glänzten erzählte ich council von jenen atlanten von den kriegen dieser heronen zeit ich besprach die frage der atlantis wie ein mann der davon überzeugt ist aber council in voller zerstreuung zeigte wenig sinn für diesen historischen punkt zahlreiche fische zogen seine blicke an und in die tiefen der klassifikation versunken befand er sich nicht mehr in der wirklichen welt ich schloss mich ihm an in ichthyologischen untersuchungen übrigens zeigten die fische des atlantischen meeres keinen erheblichen unterschied von dem bisher beobachteten es waren rochen von riesenhafter größe fünf meter lang und von ungeheurer muskelkraft so dass sie sich über die oberfläche des wasses empor schnellen konnten verschiedene arten haifische unter andern ein blaugröner fünfzehn fuß langer der wegen seiner durchsichtigkeit mitten im wasser fast unsichtbar war braune sperrhaie störe gleich denen im mittelländischen meere seepferde thrombetenfische anderthalb fuß lang gelbbraune mit kleinen flossen ohne zähne noch zunge unter den knochenfischen notierte council schwärzliche makaira drei meter lang und mit einem scharfen tegen am oberkäfer seetrachen von lebhaften farben die wegen der stacheln ihrer rückenflossen schwer zu fangen sind schöne goldprassen acht meter lange schwertfische die truppenweise ziehen mit gelblichen sichelförmigen flossen und sechs fuß langen schwertern unverzagte tiere die jedoch mehr von pflanzen als fischen leben und ihren weibchen auf einen wink gehorchen wie ein bestgezogener ehemann aber neben der beobachtung der seefauna verabsäumte ich nicht die ausgedehnten ebenen der atlantis zu untersuchen manchmal war der nautilus durch launenhafte unebenheiten des bodens genötigt langsam zu fahren und glitt dann so gewandt wie ein delphin durch die engen wege zwischen den hügeln war dies unmöglich so stieg er wie ein luftballon aufwärts und setzte nachdem das hindernis beseitigt war seine schnellfahrt einige meter tiefer fort diese fahrt war reizend zum staunen ähnlich den bewegungen einer luftschifffahrt und dass der nautilus volks am der hand des steurers gehorchte um vier uhr abends zeigte das erdreich welches im allgemeinen aus dichtem schlamm mit mineralisierten gezweig vermischt bestand allmählich eine andere beschaffenheit es war steinig und schien bedeckt von einem gemenge aus basalttuf mit einigen langen lava und schwefelhältigen obsidian ich dachte auf die ausgedehnten ebenen werde bald die bergregion folgen und wirklich bei einigen schwenkungen des nautilus sah ich den südlichen horizont durch eine hohe wand versperrt welche jeden ausweg abzuschneiden schien sie ragte offenbar über den meeresspiegel hinan es musste ein kontinent oder wenigstens eine insel sein eine der kanarischen oder kapverdischen wo wir uns befanden war mir völlig unbekannt jedenfalls schien eine solche wand das ende der atlantis wovon wir nur einen sehr kleinen teil durchstreift hatten zu bilden die nacht unterbrach meine beobachtungen nicht ich befand mich allein da council sich in seine kabine begeben hatte der nautilus vor langsamer bewegte sich leicht über unklaren massen des bodens bald an denselben hinstreifend bald zur oberfläche aufsteigend dann sah ich durch die gewässer einige lebhafte sternbilder oben gerade von denjenigen welche zum schweife des orion gehören ich wäre noch lange an meinem fenster geblieben um die schönheiten des meeres und des himmels zu bewundern da schlossen sich die läden der nautilus war eben an die senkrechte wand gekommen und wie er nun manövrieren würde konnte ich nicht erraten ich begab mich auf mein zimmer der nautilus rührte sich nicht ich schlief ein fest entschlossen nach einigen stunden wieder aufzustehen aber am folgenden morgen kam ich erst um acht in den salon ich sah auf das manometer und fand daß die nautilus auf der oberfläche des meeres schwamm ich vernahm übrigens fußtritte auf der plattform doch verriegte kein schwanken den wellenschlag des meeres spiegels ich stieg zur lukenöffnung sie war geschlossen aber anstatt des tageslichts wie ich erwartete sah ich mich von dichtem dunkel umgeben wo befanden wir uns hatte ich mich geirrt war es noch nacht nein es schimmerte kein stern und so stockfinstre nacht gibt's nicht ich wußte nicht was ich denken sollte als eine stimme mich anrief sind sie's herr professor ah captain nemo erwiderte ich wo sind wir unter der erde herr professor unter der erde rief ich aus und der nautilus schwimmt noch er schwimmt fortwährend aber ich begreife nicht warten sie einige augenblicke unsere leuchte wird angezündet werden und wenn sie klarheit lieben sollen sie befriedigt werden ich betragte die plattform und wartete das dunkel war so vollständig dass ich nicht einmal den captain nemo wahrnehmen konnte doch als ich zum zenit aufblickte gerade über meinem kopf glaubte ich einen unbestimmten schimmer zu bemerken eine art dämmerlich durch ein rundes loch in dem augenblick wurde die leuchte plötzlich angezündet und vor seinem lebhaften glanz verschwand jener unbestimmte schimmer einen augenblick musste ich meine durch das elektrische licht geblendeten augen schließen dann blickte ich umher der nautilus lag stille auf der wasserfläche neben einer steilen küste die einen kai gleichgestaltet war dies meer worauf er eben lag war ein see umschlossen von felswänden in einem umkreis welcher zwei meilen durchmesser also sechs meilen umfang hatte sein wasserspiegel konnte nur das manometer wies es nach auf gleicher höhe wie der äußere sein denn es fand notwendig eine verbindung zwischen diesem see und dem meere statt die hohen wände wölkten sich oben und bildeten einen ungeheuren umgekehrten trichter von fünf bis sechs meter höhe an der spitze befand sich eine kreisrunde öffnung durch welche ich den matten schein offenbar vom tageslicht bemerkt hatte bevor ich die innere beschaffenheit dieser enormen höhle aufmerksam untersuchte bevor ich mir die frage vorlegte ob sie ein werk der natur oder des menschen sei wendete ich mich an captain nemo wo sind wir fragte ich mitten im zentrum eines erloschenen vulkans erwiderte der captain eines vulkans in dessen inneres das meer eingedrungen ist infolge einer zerreißung des bodens während sie schliefen herr professor ist der nautilus durch einen zentralen kanal zehn meter unter dem meeresspiegel in diesen see eingelaufen hier ist sein haupthafen ein sicherer bequemer geheimnißvoller gegen alle windstriche geschützt ist denn auf den küsten eurer continente oder inseln eine rede zu finden die eine so sichere zuflucht und schutz gegen wütende orkane darbüte wahrhaftig erwiderte ich hier sind sie in sicherheit captain nemo wer könnte im zentrum eines vulkans ihnen beikommen aber habe ich nicht in seinem gipfel eine öffnung bemerkt ja sein krater der vormals von lava dünsten und flammen erfüllt nun diese erquickliche luft welche wir einatmen hereinlässt aber was ist es für ein vulkanischer berg fragte ich er gehört zu einem der zahlreichen eilande womit dieses meer bedeckt ist nur eine klippe für die schiffe für uns eine unermessliche höhle der zufall hat sie mich finden lassen und hat mir damit sehr genützt aber könnte man nicht durch diese öffnung welche den krater des vulkans bildet hinabsteigen ebenso weniger als ich hinaufsteigen könnte bis zu einer höhe von hundert fuß ist der untere teil des berges innen zu ersteigen aber darüber hinaus hängen die wände über und auf ihren abhängen kann man nicht hinaufkommen ich sehe captain daß die natur ihnen überall und immer zu diensten ist sie sind auf diesem see in sicherheit und kein mensch außer ihnen kann seine gewässer besuchen aber wozu ein zufluchtsort nautilus bedarf eines hafens nicht nein herr professor aber er bedarf elektrizität um sich zu bewegen elemente zur erzeugung seiner elektrizität sodium um die elemente zu nähern kohle um sein sodium zu bereiten und kohlenminen um seine kohlen zu gewinnen nun aber bedeckt das meer eben hier ganze wälder die in der urzeit versanken und mineralisiert und in steinkohle verwandelt wie eine unerschöpfliche vorratsgrube zu bilden ihre matrosen also captain sind grubenleute jawohl diese minen laufen unter dem meere her wie die gruben von newcastle hier holen meine leute in ihren skapandern mit hacke und schaufel die kohle welche ich aus den gruben der erde nicht bedarf wenn ich diesen stoff für gewinnung des sodiums verbrenne kommt der berg durch den aus dem krater aufsteigenden dampf noch das aussehen eines tätigen vulkans und wir können ihre leute bei der arbeit sehen nein diesmal wenigstens nicht denn ich habe eile unsere unterseeische fahrt fortzusetzen darum beschränke ich mich jetzt drauf aus meinem vorrat von sodium mich zu versehen wir brauchen dafür einen tag um dasselbe an bord zu schaffen dann werden wir unsere fahrt fortsetzen wenn sie also herr aronax diese zeit benutzen wollen diese höhle zu durchwandern und den see rings zu befahren so steht sie in ihrem belieben ich dankte dem captain und suchte meine gefährten auf die noch nicht aus ihrer kabine herausgekommen waren ich lud sie ein mir zu folgen ohne ihnen zu sagen wo sie sich befanden counsel der über nichts mehr sich verwunderte sah es als etwas ganz natürliches an daß er unter einem berg aufwachte nachdem er unter dem wasser eingeschlafen war aber ned land hatte keinen andern gedanken als zu erforschen ob die höhle nicht einen ausgang habe nach dem frühstück gegen zehn uhr stiegen wir aus an die küste da sind wir wieder einmal auf dem lande sagte counsel das nenn ich nicht land erwiderte der kanadier und zudem sind wir nicht auf sondern unter demselben zwischen dem fuß der gebirgswände und dem wasser des sees zog sich ein sandiger uferrand der wo am weitesten fünfhundert fuß breit war auf diesem sandigen rand konnte man leicht um den see herum gehen aber die basis der hohen wände bildete ein unebener boden worauf malerisch aufgeschichtet vulkanische felsblöcke und ungeheure bimsteine lagen alle diese durcheinander geworfene massen durch die einwirkung der unterirdischen feuer mit einem glatten schmelz bedeckt warfen wenn die elektrischen strahlen der leuchte sie trafen einen schimmernden glanz zurück der klimmastaub des ufers den unsere dritte erregten flog auf gleich einer wolke von funken der boden erhob sich merklich so wie man sich von dem wasser entfernte und wir gelangten bald zu langen gewundenen aufwegen waren ambergen welche allmählich hinaufzukommen gestatteten aber man mußte inmitten dieser von keinem bindemittel zusammengehaltenen haufen vorsichtig schreiten und der fuß glitt auf diesen glasartigen trachyten die aus kristall von feldspat und quarz gebildet waren die vulkanische natur dieser enormen höhlungen bestätigte sich allerwärts ich machte meine gefährten darauf aufmerksam können sie sich vorstellen fragte ich sie wie dieser trichter sein müßte wenn er mit siedender lava sich füllte und das niveau dieser glühenden masse bis zur mündung des berges stieg wie das siedende metall über die wände eines gießofens ich kann mir es völlig so vorstellen erwiderte council aber kann mir mein herr sagen weshalb der große gießer seine verrichtung eingestellt hat und woher es kommt daß an die stelle eines gießofens ein see mit so stillem wasser getreten ist sehr wahrscheinlich council weil irgendeine gewaltsame zoglüftung unterhalb der meeresoberfläche diese öffnung hervorgebracht welche dem nautilus zur einfahrt gedient hat da stürzten die wasser des atlantischen meeres ins innere des berges hinein es gab dann einen fürchterlichen kampf zwischen beiden elementen aus welchem neptun als sieger hervorging aber es sind seitdem viele jahrhunderte verflossen und der vom wasser überwältigte vulkan hat sich zu einer friedlichen grotte umgewandelt sehr richtig versetzte ned land ich lasse die erklärung gelten aber ich bedauere in unserem interesse dass diese öffnung wovon der professor spricht nicht oberhalb des meerespiegels entstanden ist aber freund ned erwiderte council wäre diese öffnung nicht unter der see gewesen so hätte der nautilus nicht hinein gelangen können und ich will hinzufügen meister land die wasser wären dann nicht unter dem berg eingedrungen und der vulkan wäre vulkan geblieben ihr bedauern ist also überflüssig wir stiegen weiter aufwärts die aufwege wurden immer steiler und enger mitunter wurden sie von tiefen schluchten unterbrochen über welche man setzen musste überhängende massen mussten umgangen werden man glitt auf den knien man rutschte auf den bauch aber mit hilfe der geschicklichkeit council und der kraft des kanadiers wurden alle hindernisse überwunden in einer höhe von etwa 30 meter änderte sich die beschaffenheit des bodens ohne dass er darum bequemer zu passieren wurde an der stelle der konglomerate und trachyte traten schwarze basalte diese zogen teils in blasigen streifen teils bildeten sich regelmäßige prismen die sich wie eine kolennade reiten auf welcher das ungeheurige wölbe ruhte ein staunenswertes muster natürlicher architektur sodann schlängelten sich weithin gänge kaltgewordene lava mit hartstreifen durchzogen und stellenweise breiteten sich weite schwefellager durch den oberen teil des kraters fiel ein stärkeres licht herein und übergoss mit einem dämmerschein alle diese für immer im schoße des erloschenden gebirges vergrabenen vulkanischen auswürfe doch wurde unser aufsteigen bald auf einer höhe von 250 fuß durch unüberwindliche hindernisse gehemmt die innere wölbung ward überhängend und wir mussten nun seitwärts um den see herum wandern auf dieser stufe fing das tierreich an mit dem mineralreich zu ringen es ragten einige gebüsche selbst bäume aus den krümmungen der wand ich erkannte euphorbien und heliotropien diese letzteren konnten freilich sich nicht der sonne zuwenden weil die strahlen derselben nicht zu ihnen reichten einige grüße an themen wuchsen schüchtern neben aloe mit langen traurigen kränkelnden blättern aber zwischen den lava gängen bemerkte ich kleine feilchen die noch leicht dufteten und erquickte mich an den köstlichen geruch wir waren zu einem gebüsch gekommen das mit starken wurzeln die felsen auseinander trieb als nett land ausrieb mein herr ein bienenstock ein bienenstock versetzte ich mit ungläubiger miene ja ein bienenstock wiederholte der canardier und der summen bienen herum ich trat hinzu und musste mich durch den augenschein überzeugen es fanden sich da in der mündung eines loches in einem hohlen baume einige tausend dieser fleißigen insekten die auf den kanarischen inseln sehr häufig sind wo man auch den honig sehr zu schätzen weiß ganz natürlich wünschte da der canardier sich mit honig zu versehen und er hätte mir sehr übel genommen wenn ich ihm hätte entgegen sein wollen er entzündete mit seinem feuerstrahl ein häuschen dürrer blätter mit schwefel vermischt an und ließ den rauch zu den bienen dringen bald hörte der summen auf und die waben lieferten einige pfund duftenden honig welchen nett land in seinem ranzen park wenn ich diesen honig mit dem teig vom brotfrüchtebaum menge sprach er bin ich imstande ihnen einen schmackhaften kuchen fortzusetzen potz sagte council das gibt ja lebkuchen lassen wir jetzt den lebkuchen sagte ich und setzen unseren interessanten spaziergang fort nachdem wir auf dem pfade worauf wir uns befanden noch etwas weiter gegangen lag der see in seiner ganzen ausdehnung von unseren blicken die leuchte ließ seinen riesigen spiegel vollständig erkennen wie er ohne wellen und runzeln war der nautilus hielt sich völlig unbeweglich auf seiner plattform und dem ufer regte sich die mannschaft gleich schwarzen schatten die mitten aus dem lichtkreise sich deutlich hervorhoben in diesem augenblick kamen wir um die höchste spitze des vordergrundes der felsen auf welcher das gewölbe ruhte da sah ich dass bienen nicht die einzigen repräsentanten des tierreichs im inneren dieses vulkans waren raubvögel schweiften und streiften hier und da im dunkel und flohen aus ihren nestern auf felsspitzen es war ein sperber und schreiende weihe auf den abhängen gab es auch hübsche fette trappen die so schnell als ihre läufe sie trugen davon eilten man kann sich denken wie der kanadier luft nach solchen braten bekam und wie leid es ihm war keine flinte zur hand zu haben er versuchte durch steine das blei zu ersetzen und es gelang ihm auch nach einigen furchtlosen versuchen eines der prächtigen tiere zu verwunden zwanzig mal das ist die reine wahrheit setzte er sein leben daran bis er es in seinen sack zu den lebkuchen bekam darauf mussten wir uns wieder abwärts nach dem ufer wenden denn auf den gebirgskamm konnten wir nicht gelangen über uns sah der klaffende krater aus wie eine weite brunnenmündung von dieser stelle aus konnte man den himmel ziemlich klar erkennen und ich sah vom westwind zerzaustes gewölk ziehen das mit seinen nebelfetzen am gipfel des berges streifte also in mäßiger höhe denn der vulkan ragte nicht mehr als 800 fuß über dem meeresspiegel eine halbe stunde nach der letzten tat des kanadiers waren wir wieder am inneren ufer angelangt hier war die flora durch ein dichtes beet meerfenchel repräsentiert die kleinen schirmflänzchen welche man gerne zum einmachen verwendet council sammelte einige büschel davon die fauna zählte nach tausenden schalttiere aller art hummer krabben feldspinnen seejungfern und eine zahllose menge von muscheln porzellan purpurschnecken napfmuscheln hier öffnete sich eine prachtvolle grotte wir genossen ein wahres vergnügen uns auf den seinen sand hinzustrecken ihre wände waren vom feuer glatt emeliert und funkelnd ganz mit klimmer staub bestreut ned land bedastete die wände als wolle er untersuchen wie dick sie sein ich konnte mich des lachens nicht enthalten die unterhaltung wendete sich auf die ewigen entweichungsprojekte und ich glaubte ohne übertreibung ihnen die hoffnung geben zu können der captain nemo sei nur deshalb so weit nach süden gegangen um sich mit sodium zu versehen ich hoffte demnach er werde sich jetzt wieder den küsten europas und amerikas nähern dann sei es möglich mit mehr aussicht auf erfolg den gescheiterten versuch nochmals zu machen seit einer stunde hatten wir uns in dieser reizenden grotte gelagert die anfangs so belebte unterhaltung stockte und wir neigten zum schlaf da ich keinen grund sah dieser neigung widerstand zu leisten so gab ich mich tiefen schlummer hin ich träumte die träume liegen nicht in unserer wahl ich träumte mein dasein habe sich nun auf das vegetative leben einer molluske eingeengt es kam mir vor diese grotte bildete die doppelte schale meiner muschel da weckte mich plötzlich kaunsells lauter ruf auf auf schrie der wackere junge was gibt's fragte ich und richtete mich etwas auf das wasser dringt zu uns ein ich sprang auf das meer stützte reißend wie ein bergstrom in unsere zufluchtsstätte und da wir keine molluske waren so mußten wir allerdings flüchten in einigen augenblicken waren wir in sicherheit auf dem höchsten punkt eben dieser grotte was geht hier vor fragte kaunsell ist es ein neues phänomen nein mein freunde erwiderte ich das ist die flut nichts weiter der ozean schwillt draußen an und nach dem naturgesetz muss auch der wasserspiegel des sees steigen wir sind mit einem kleinen bade davon gekommen wir wollen zum nautilus und uns umkleiden nach dreiviertelstunden hatten wir unseren rundgang vollendet und kamen wieder an bord die leute der bemannung waren eben mit dem einladen des sodiums fertig und der nautilus hätte sogleich abfahren können doch der captain nehmung gab keinen befehl dazu wollte er die nacht abwarten und im stillen die unterseeische einfahrt passieren vielleicht wie dem auch sein mag am folgenden morgen vor den nautilus nachdem er seinen zufluchtshafen verlassen weit ab von jedem land auf hoher see einige meter unter dem spiegel des atlantischen ozeans ende von teil 2 kapitel 10 gelesen von ellie juni 2009 teil 2 kapitel 11 von 20.000 meilen unter dem meer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von alexander jäger 20.000 meilen unter dem meer von jules verne teil 2 kapitel 11 das tangmeer die richtung des nautilus hatte sich nicht geändert jede hoffnung auf eine rückkehr in die meere europas musste also für die nächste zeit aufgegeben werden der kapitän nemo steuerte geradeweg südwärts wohin schleppte er uns ich getraute mir nicht es zu ahnen an diesem tage fuhr der nautilus durch einen ansehnlichen teil des atlantischen ozeans jeder mann weiß dass darin eine große strömung warmen wasser ist bekannt unter dem namen golfstrom er fließt nachdem er aus den engen von florida herausgekommen in die richtung von spitzbergen aber bevor dieser strom in den golf von mexiko gedrungen um den vierundvierzigsten grad nördlicher breite teilt er sich in zwei arme von denen der eine nach den küsten irlands und norwegens hinzieht während der andere südlich nach den azoren zu sich wendet darauf bricht er sich an der afrikanischen küste und kehrt in einem länglichen oval nach den antillen zurück dieser zweite arm nun eher ein halsband als ein arm umgibt mit seinen ringen warmen wasser den kalten ruhigen unbeweglichen teil des ozeans welcher man das tangmeer nennt die gewässer dieser großen strömung bilden inmitten des atlantischen ozeans einen wahren see und braucht nicht weniger als drei jahre zeit um ihn ganz zu durchlaufen das tangmeer bedeckt eigentlich den ganzen teil des versunkenen atlantes manche schriftsteller haben gar die meinung aufgestellt die zahlreichen kräuter womit es bedeckt ist hätten ihren ursprung in dem wiesenland des vormaligen kontinents wahrscheinlicher jedoch ist dass diese kräuter algen und meergras vom golfström aus den küsten gegen den europas und amerikas fortgeschwemmt bis in diese zone geführt worden sind dieses war auch einer der gründe welche kolumbus auf die vermutung brachten es existiere eine neue welt als die fahrzeuge dieses kühnen entdeckers in das tangmeer kamen konnten sie nur mit mühe inmitten der kräuter fortkommen welche zum großen schrecken der mannschaft den lauf der schiffe hemmten und sie verloren drei lange wochen damit über sie hinauszukommen so war die gegend beschaffen welch der nautilus eben besuchte ein echtes wiesenland ein dichtes gewirre von algen und meergras das so fest zusammenhing dass der kiel eines fahrzeuges nur mit mühe hindurchdringen konnte der kapitän nemo wollte auch nicht seine schraube sich in dieser kräutermasse verwickeln lassen und hielt sich daher einige meter tief unter der meeresoberfläche hauptbestandteil dieser ungeheuren bank ist seegras als grund weshalb dieses wassergewächs in dem ruhigen becken des atlantischen meeres zusammenkommen führt der gelehrte murray folgendes an die erklärung sagt er welche man davon geben kann scheint aus einer allgemein bekannten wahrnehmung hervorzugehen wenn man korkstückchen oder sonst schwimmende gegenstände in ein gefäß tut und setzt das wasser des gefäßes in eine kreisbewegung so sieht man dass die zerstreuten krümelchen sich im zentrum der oberfläche zu einer gruppe sammeln das heißt an den am wenigsten bewegten punkt bei der fraglichen naturerscheinung ist das atlantische meer das gefäß der golfstrom die kreisbewegung und das tangmeer der mittelpunkt zu welchem die zerstreuten schwimmenden körper sich sammeln ich teile moris ansicht und habe die erscheinung von dem eigentümlichen standpunkt aus wohin die schiffe selten dringen studieren können über uns schwammen körper die aus allen gegenden herkamen und häuften sich mitten in diesen bräunlichen kräutern baumstämme aus den anden oder den felsengebirgen welche durch den amazonenstrom oder den mississippi herbeigeschwemmt waren zahlloses strandgut stücke von kielen und brettern dermaßen von muschelwerk beschwert dass es nicht wieder auf die meeresoberfläche aufsteigen konnte und die zeit wird einst die andere ansicht moris rechtfertigen dass diese seit jahrhunderten so zusammengehäuften stoffe durch einwirken des wassers sich mineralisieren und dann unerschöpfliche kohlengruben bilden werden so bereitet die natur einen kostbaren vorrat für die zeit wann die menschen die gruben des kontinents werden ausgebeutet haben mitten in diesem verworrenen gewebe von kräutern und seegras bemerkte ich reizende rosafarbene seesplinte meernesseln deren fühlhörner gleich langem haupthaar herabhingen grüne rote blaue medusen und besonders die großen izotomen couviers deren bläulicher schirm mit einer violetten gelande umbordet ist den ganzen 22 februar brachten wir im tangmeer zu wo die fische welche gern seepflanzen und schaltiere fressen reichlich nahrung finden am folgenden tag hatte der ozean wieder ein gewöhnliches aussehen von da an 19 tage lang vom 23 februar bis zum 12 märz fuhren wir unausgesetzt mit der geschwindigkeit von 100 lieues in 24 stunden der kapitän nemo wollte offenbar sein unterseeisches programm ausführen und ich zweifle nicht dass er im sinn hatte nachdem er um das kap horn herum gefahren in die südlichen meere des stillen ozeans zurückzukehren nedland hatte daher grund zu besorgnissen gehabt auf hoher see durfte man ja nicht versuchen von bord zu entweichen ebenso wenig konnte man sich dem willen des kapitäns nemo widersetzen das einzige was uns blieb war unterwerfung aber ich gab mich gerne dem gedanken hin das was man nicht mehr von der gewalt oder list erwarten durfte einmal durch überredung zu erlangen sein würde sollte nicht der kapitän nemo nach beendigung dieser fahrt einwilligen uns auf einen eid niemals das geheimnis seines daseins zu enthüllen die freiheit wieder zu geben wir würden ein ehrenwort gehalten haben aber man musste über diese delikate frage mit dem kapitän unterhandeln würde ich nun aber mit dieser reklamation ankommen können hatte er nicht von anfang an förmlich erklärt das geheimnis seines lebens verlange unsere ewige gefangenschaft an bord des nautilus musste ihm nicht mein stillschweigen seit vier monaten als eine stille genehmigung dieser lage vorkommen den gegenstand zur sprache zu bringen konnte ihm ein verdacht einflößen der unseren plänen schaden mußte denn sich später eine günstige gelegenheit ergeben sollte sie wieder vorzunehmen ich erwog alle diese gründe überlegte sie in meinem geist hin und her besprach sie mit kansai der ebenso verlegen war wie ich schließlich obwohl ich nicht leicht zu entmutigen war begriff ich doch dass sich die aussichten meines gleichen jemals wieder zu sehen täglich minderten zumal seit der kapitän wie unsinnig in den süden eilte während der obgedachten 19 tage begab sich kein besonderer zwischenfall ich sah den kapitän wenig er arbeitete ich sah in der bibliothek öfters bücher die er aufgeschlagen liegen ließ besonders naturhistorischen inhalts mein werk über den meeresgrund war am rande mit anmerkungen bedeckt welche oft mit meinen theorien und ansichten im widerspruch waren aber der kapitän beschränkte sich darauf dergestalt meine arbeit zu verbessern und selten besprach er sich darüber mit mir manchmal hörte ich die melancholischen töne seiner orgel die er sehr ausdrucksvoll spielte aber nur bei nacht mitten in stiller dunkelheit wann der nautilus in den einsamen gegenden des ozeans schlummerte während dieser zeit fuhren wir ganze tage lang auf der oberfläche das meer war wie öde und verlassen kaum sah man einige segelschiffe ostindienfahrer in der richtung nach dem kap der guten hoffnung eines tages wurden wir von walfischjägern verfolgt die uns ohne zweifel für einen kostbaren walfisch ansahen aber der kapitän nemo wollte nicht diesen wackeren leuten zeit und mühe verlieren lassen und tauchte unter die fische welche ich unterdessen mit consa beobachten unterschieden sich wenig von denjenigen welche wir unter anderen breiten studiert hatten hauptsächlich gehörten sie der fürchterlichen gattung der knorpelfische an welche nicht weniger als 32 arten zählt gestreifte haifische fünf meter lang mit platten kopf der breite als der körper ist zu gerundeten schwanzflossen und sieben großen schwarzen parallel streifen der länge nach auf dem rücken sodann perlgraue oder aschgraue mit sieben kiefern öffnungen und einer einzigen rückenflosse ungefähr an der mitte des körpers auch große meerhunde zogen vorüber die unendlich gefräßig sind es gibt fischermärchen welche berichten man habe im life eines solchen einen büffelkopf und ein ganzes kalb gefunden in einem anderen zwei thunfische und einen matrosen im uniform und anderes dergleichen lassen wir nun dieses dahingestellt sein so waren diese tiere doch immer von der art dass sie sich in den garnen des nautilus nicht fangen ließen um von ihrer gefräßigkeit mich selbst zu überzeugen ganze tage lang begleiteten uns tierliche und mutwillige delfine scharenweise sie zogen in banden von fünf bis sechs zusammen und hielten hetziat wie die wölfe zu lande gefräßig sind sie übrigens nicht minder als die meerhunde diese familie zählt zehn gattungen die ich bemerkte waren drei meter lang oben schwarz unten rosa weiß mit einzelnen flecken und hatten eine sehr schmale schnauze die viermal so lang war als der schädel auch trafen wir in diesen gewässern merkwürdige probestückchen von stachelflossern von denen man erzählt sie sängen melodisch wie in einem konzert und zwar schöner als menschen stimmen ich will dem nicht widersprechen muss aber bedauern dass sie uns bei dem vorüberfahren nicht mit einem ständchen bedacht haben konzai zählte endlich auch eine menge fliegender fische auf es ist gewiss merkwürdig wie die delphine mit höchster genauigkeit auf sie jagd machen wohin ein solcher vogel auch seinen flug richtete welche bahn er dabei beschreiben mag selbst über den nautilus hinaus der unglückliche fällt immer in dem zum aufschnappen geöffneten rachen des delphins es waren entweder seeherr oder meerweihe mit leuchtendem maul die bei nacht feurige streifen durch die luft zogen dann gleich sternschnuppen in das dunkle wasser fielen in dieser weise fuhren wir ununterbrochen bis zum 13 märz an diesem tage wurde der nautilus zu sondierungen verwendet welche mein lebhaftes interesse erregten wir hatten damals nahezu 13.000 französische meilen seit unserer abfahrt aus der hohen see des stillen ozeans gemacht und befanden uns unter 45 grad 37 minuten südlicher breite und 37 grad 53 minuten westlicher länge in derselben gegend hatte der kapitän denham des herald mit 14.000 meter sonde keinen grund gefunden und ebenso war der leutnant parker von der amerikanischen fregatte congress mit 15.140 meter nicht zum ziel des meeresgrundes gekommen der kapitän nemo entschloss sich mit seinem nautilus bis in die äußerste tiefe hinabzufahren um diese verschiedenen sondierungen zu prüfen ich machte mich bereit alle ergebnisse des experiments zu notieren die läden des salons wurden geöffnet und die manövers begannen um zu den so wunderhaft tiefen schichten hinabzukommen es versteht sich wohl dass nicht davon die rede sein konnte durch anfüllende behälter hinabzutauchen vermutlich hätten sie die spezifische schwere des nautilus nicht hinreichend erhöhen können so dann hätte man um wieder aufwärts zu kommen dieses übermaß von wasser hinaustreiben müssen und die pumpen hätten nicht kraft genug gehabt um den äußeren druck zu überwinden der kapitän nemo entschloss sich den meeresgrund durch eine hinreichend lange diagonale aufzusuchen von mittels seiner geneigten flächen welche in einem winkel von 45 grad zu den wasserlinien des nautilus gerichtet wurden hierauf wurde der schraube ihr höchstes maß von schnelligkeit gegeben und sie schlug mit unbeschreiblicher gewalt die wellen unter diesem mächtigen druck dröhnte der rumpf des nautilus wie eine tönende saite und sank regelmäßig unter die gewässer hinab der kapitän und ich wir begleiteten den zeiger des manometer welche reisten schnell umlief bald hatten wir die bewohnbare zone wo die meisten fische hausen zurückgelegt wenn manche dieser tiere nur an der oberfläche der meere oder flüsse leben können so halten sich andere eine geringere anzahl in sehr großen tiefen auf unter diesen letzteren beobachtete ich eine art meerhund mit sechs atmungsspalten den teleskopen mit enormen augen den panzerhahn mit grauem bauch und schwarzen brustflossen der mit einem brusthahnisch vom blassroten knochenplättchen beschützt war ich fragte den kapitän nemo ob er ihn noch größerer tiefe fische bemerkt habe fische erwiderte er selten aber nach gegenwärtigem zustand der wissenschaft was nimmt man an was weiß man das will ich ihnen sagen kapitän man weiß dass wenn man zu den niederen schichtern des ozeans hinabsteigt das vegetale leben schneller als das animale verschwindet man weiß dass da wo sich noch belebte wesen finden nicht eine einzige wasserpflanze mehr fortkommt man weiß dass die pilgermuscheln die austern in einer tiefe von 2000 metern leben und dass mac clinton einen lebenden seestern aus einer tiefe von 2500 metern geholt hat aber kapitän nemo vielleicht werden sie mir sagen dass man nichts weiß nein herr professor erwiderte der kapitän ich werde so unhöflich nicht sein doch will ich sie fragen wie erklären sie dass geschöpfe in solcher tiefe leben können ich erkläre es aus zwei gründen erwiderte ich erstens weil die senkrechte strömungen welche durch den verschiedenen salzgehalt und dichtigkeit des wasser bestimmt werden eine bewegung hervorrufen welche genügt um den niederen grad vom leben der meerpalmen unter anderem zu erhalten richtig sagte der kapitän nemo so dann weiß man dass wenn sauerstoff die basis des lebens ist die quantität im meerwasser aufgelösten sauerstoff mit der tiefe zunimmt anstatt abzunehmen und dass der druck der unteren schichten dazu beiträgt ihn darin zusammenzupressen so weiß man das erwiderte der kapitän nemo im ton einige überraschung nun herr professor man hat grund es zu wissen denn es ist wirklich so ich will nun die tatsache hinzufügen dass die schwimmblase der fische mehr stickstoff als sauerstoff enthält wenn diese tiere an der oberfläche des wassers gefischt würden dagegen mehr sauerstoff als stickstoff wenn sie aus großen tiefen geholt werden dadurch erhält ihr system eine bestätigung doch setzen wir unsere beobachtungen fort mein blick fiel auf den manometer das instrument zeigte eine tiefe von 6000 meter unser hinabfahren dauerte schon eine stunde lang der nautilus glüht über seine geneigten flächen immer tiefer hinab die leeren gewässer waren zum staunen durchsichtig eine stunde nachher waren wir 13.000 meter tief und man konnte noch nichts vom meeresgrund spüren doch bei 14.000 metern gewahrte ich schwarze spitzen die inmitten der gewässer sich erhoben aber es konnten ja spitzen von bergen sein die höher als der himalaya oder mont blanc sind und man konnte also die tiefe noch nicht abschätzen der nautilus drang immer noch tiefer ungeachtet des starken druckes den er litt ich fühlte dass seine eisenplatten unter der fügung ihrer zapfen zitterten seine eisenstangen sich krummbogen seine verschläge dröhnten die glasscheiben des salon schienen unter dem druck zu weichen und dieses solide fahrzeug hätte ohne zweifel nachgegeben wäre es nicht wie sein kapitän sagte widerstandsfähig gewesen wie ein fester block im vorbeifahren an den felswänden bemerkte ich noch einige muscheln wie serpula und spinorbis lebend aber bald verschwanden auch die letzten repräsentanten des tierlebens und in eine tiefe von 12.000 meter drange über die grenzlinie unterseeischen lebens hinaus wie wenn der ballon über die atmungsfähige zone hinaus in die lüfte steigt wir hatten eine tiefe von 16.000 meter vier lieux erreicht und die seitenwände des nautilus hatten damals einen druck von 1600 atmosphären auszustehen das heißt 1600 kilogramm auf jeder quadratzentimeter seiner oberfläche welche lage rief ich aus diese tiefen regionen zu durchlaufen wohin der mensch noch nie gedrungen ist sehen sie doch kapitän diese prachtvollen felsen diese unbewohnten grotten und warum sollten wir darauf verwiesen sein nur die erinnerung daran festzuhalten wäre es ihnen angenehm fragte mich der kapitän nemo mehr als die erinnerung daran zu nehmen was meinen sie damit ich meine dass es ganz leicht ist eine fotografische ansicht vor dieser unterseeischen gegend aufzunehmen ich hatte noch nicht zeit mein erstaunen über diesen neuen vorschlag auszudrücken als auf bestellung des kapitän nemo ein objektiv in den salon gebracht wurde durch die weit geöffneten läden in dem das umgebende wasser elektrisch beleuchtet war verteilte sich das licht mit vollständiger klarheit kein schatten keine abschwächung unserer künstlichen beleuchtung das sonnenlicht hätte einer solchen vorrichtung nicht günstiger sein können der nautilus unter dem durch seine geneigten ebenen bemeisterten druck seiner schraube hielt sich unbeweglich das instrument wurde auf die ansichten des meeresgrundes gerichtet und in einigen sekunden hatten wir ein äußerst reines negativbild ich gebe hier eine abbildung des positiven man sieht darauf jene urweltlichen felsen welche niemals das himmelslicht erblickt haben jeden granitkern welcher die mächtige grundschicht des erdballs bildet diesen tiefen in den steinmassen ausgehöhlten grotten diese unvergleichlich klaren profile deren letzter strich sich schwarz abhebt so dann weiter hinaus ein horizont von bergen eine bewunderswerte wellenlinie welche den hintergrund des gemäldes bildet unbeschreiblich ist dieses gesamtbild glatter schwarzer glänzender felsen ohne ein moosflänzchen ohne ein flecken in seltsam geschnittenen formen von solidem bau auf diesem teppich von sand der in den strahlen des elektrischen lichtes funkelte doch als die arbeit fertig war sprach der kapitän nemo jetzt wollen wir wieder aufsteigen herr professor man darf den nautilus nicht allzu lange solchem druck aussetzen jawohl erwiderte ich halten sie sich fest ich hatte noch nicht zeit zu begreifen weshalb der kapitän mir dieses empfahl als ich zu boden geworfen wurde als auf sein signal des kapitäns die schraube gehemmt die ebenen senkrecht gerichtet waren vor den nautilus wie ein ballon in die lüfte steigt mit blitzgleicher schnelligkeit aufwärts er durchschnitt die masse der gewässer mit lauten tischen unmöglich war es irgendein detail zu sehen in vier minuten legte er die vier lieues zurück welche er von der oberfläche des ozeans entfernt war vorgleich einem fliegenden fisch über dieselbe empor und fiel wieder hinab daß die wogen zum erstaunen hoch aufspritzten ende von teil 2 kapitel 11 gelesen von alexander jäger tuttlingen teil 2 kapitel 12 von 20.000 meilen unter dem meer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von alexander jäger 20.000 meilen unter dem meer von jules verne teil 2 kapitel 12 pottfische und walfische während der nacht des 13. zum 14. märz fuhr den nautilus in seiner südlichen richtung weiter ich dachte auf der höhe des kaporn werde er dieses umfahren um in dem stillen ozean seine rundreise um die erde zu vollenden wollte er zu dem pol trinken das wäre unsinnig gewesen ich fing an zu glauben dass die verwegenheiten des kapitäns hinglinglich die befürchtungen nedlands rechtfertigten der kanadier sprach seit einiger zeit nicht mehr mit mir über seine fluchtprojekte er war weniger mitteilsam fast schweigsam geworden ich sah wie die vordauer der gefangenschaft auf ihm lastete ich fühlte wie sich der zorn in ihm steigerte wenn er mit dem kapitän zusammentraf funkelten seine augen von einem düsteren feuer und ich fürchtete stets das ungestüben seines charakters werde ihn zu einem äußersten treiben am 14. märz kam er mit conseil auf mein zimmer ich fragte sie um die ursache ihres besuches ich habe eine einfache frage an sie zu recht mein herr erwiderte der kanadier reden sie ned wie viele man glauben sie dass sich an bord des nautilus befinden ich wüsste es nicht zu sagen mein freund es scheint mir versetzte nedland sein manövrieren erfordert keine große mannschaft in der tat erwiderte ich müssen in den verhältnissen worin er sich befindet wohl zehn mann höchstens dafür genügen nun sagte der kanadier weshalb sollten mehr vorhanden sein weshalb entgegnete ich und sah nedland dessen absicht leicht zu erraten waren fest ins angesicht weil sagte ich wenn ich nicht meine ahnung trügen wenn ich die existenz des nautilus recht verstehe derselbe nicht bloß ein schiff sondern eine zuflucht für diejenigen sein soll welche wie sein kommandant alle verbindungen mit der erde abgeschnitten haben vielleicht sagte kansai aber am ende kann der nautilus doch nur eine gewisse anzahl menschen fassen und mein herr könnte wohl schätzen wie viele höchstens wieso kansai durch berechnung da der umfang des schiffraums meinem herrn bekannt ist folglich auch wie viel luft er fassen kann da er ferner weiß wie viel luft jeder mensch durch einatmen verbraucht und vergleicht er diese resultate dann damit dass der nautilus alle vierundzwanzig stunden auftauchen muss ich ließ kansai nicht seinen satz ausreden denn ich sah wohl wo er hinaus damit wollte ich verstehe dich sagte ich aber diese berechnung obwohl leicht einzustellen kann doch nur eine unbestimmte ziffer ergeben gleich viel versetzte nedland dringend die rechnung ist folgende sagte ich jeder mensch verbraucht in einer stunde den in hundert liter luft enthaltenen sauerstoff das macht in vierundzwanzig stunden so viel als 2400 liter also muss man aufsuchen wie viel man 2400 liter luft der nautilus paar fasst ganz richtig sagte kansai da nun der nautilus 1500 tonnen fasst und die tonne 1000 liter luft enthält so muss der nautilus 1500 liter luft fassen die man mit 2400 zu dividieren hat ich rechnete rasch das exempel mit dem bleistift das macht 625 das will ebenso viel heißen als dass der nautilus strenge genommen so viel luft fasst als für 625 mann während vierundzwanzig stunden erforderlich ist 625 wiederholte nedland aber seien sie nur versichert fügte ich bei daß wir passagiere matrosen oder offiziere nicht den zehnten teil dieser teil ausmachen gegen drei mann ist dies zu viel brummte kansai folglich amanet kann ich ihnen nichts raten als geduld und noch mehr ergebung erwiderte kansai trotzdem fuhr er fort kann der kapitän nicht immerfort südwärts fahren er muß wohl einmal einhalten sei es auch nur von den eisbergen und muß in mehr kultivierte meere zurückkehren dann wird es zeit sein nedlands projekte wieder vorzunehmen der canadier schüttelte den kopf fuhr mit der hand über seine stirne und zog sich ohne zu antworten zurück erlaube mir mein herr sagte darauf kansai etwas zu bemerken diesem armen ned stehen seine gedanken auf alles was er nicht haben kann es kommt ihm alles aus seiner vergangenheit alles was uns untersagt ist danach sehnt er sich seine früheren erinnerungen überwältigen ihn und sein gemüt ist voll davon man muß ihn begreifen was hat er hier zu tun nichts er ist nicht ein gelehrter wie mein herr und weiß den mundern des meeres keinen geschmack abzugewinnen er würde alles daran setzen um einmal eine schenke seines landes besuchen zu können an ein tätiges leben in freiheit gewöhnt mußte der canadier die einförmigkeit des lebens an bord unerträglich finden selten tragten ereignisse ein die ihn mit leidenschaft interessieren konnten doch begab sich damals ein zwischenfall der ihm seine frohen tage als harponier in erinnerung brachte gegen elf uhr vormittags als sich der nautilus auf der meeresoberfläche befand geriet er mitten unter einem trupp walfische diese tiere flüchten nämlich wenn sie aufs äußerste verfolgt werden in höhere breitengrade der walfisch hat in der geschichte der entdeckungen eine große rolle gespielt er hat die basken die asturier engländer und holländer gegen die gefahren des meeres gleichgültig gemacht so dass sie bei seiner verfolgung von einem land zum anderen drangen sie sind vorzugsweise in den südlichen und nördlichen meeren zu hause wir saßen bei ruhiger flut auf der plattform und der oktober hat unter jenem breitengraden recht schöne herbsttage der kanadier gewahrte in einer entfernung von fünf meilen einen walfisch am östlichen horizont ach rief ned land wäre ich an bord eines walfischjägers das wäre mir eine lust was für ein stattliches tier das ist wie mächtig schleudert er die wassersäulen im vor tausend teufel dass ich auch an dieses stück eisen gefesselt bin wie ned erwiderte ich sie haben immer noch ihre alten fischer gedanken mein herr kann ein walfisch fänger sein handwerk vergessen in diesen meeren ned haben sie nie gefischt nein mein herr nur im norden und in der berings wie in der davis straße sie kennen also den südlichen walfisch noch nicht der nördliche den sie bisher gejagt haben würde sich nicht in die warmen gewässer des äquators wagen ach herr professor was sagen sie mir da erwiderte der kanadier etwas ungläubig ich sage ihnen wie es wirklich ist ich will ihnen ein beispiel sagen ich habe in jahre fünfundsechzig in der nähe von grönland einen walfisch aufgetrieben denn steckte in der seite eine harpune mit dem stempel eines walfischjägers der berings straße nun frage ich sie wie ist es möglich gewesen dass ein tier welches im westen von amerika getroffen wurde im osten erlegt wurde wenn es nicht über den äquator kam sei es ums kap horn oder ums kap der guten hoffnung das ist doch meine meinung sagte conseil und ich bin begierig was mein herr darauf antworten wird ich habe darauf zu antworten meine freunde dass die walfische ihren gattungen nach in gewissen meeren einheimisch sind welche sie nicht verlassen wenn es nun der fall ist dass ein solches tier aus der berings in die davis straße kam so ist das ganz einfach ein beweis dass zwischen dem einen und dem anderen meere eine verbindung stattfindet sei es auf der amerikanischen oder asiatischen küste darf man das glauben fragte der kanadier meinem herrn muß man wohl glauben erwiderte conseil weil ich also fuhr der kanadier fort niemals in diesen gegenden gefischt habe kenne ich nicht die da hausenden walfische das ist meine meinung ned umso mehr grund ihre bekanntschaft zu machen versetzte conseil sehen sie da sehen sie da rief der kanadier mit bewegter stimme da kommt einer herauf auf zu uns er verhöhnt mich er weiß dass ich nichts gegen ihn kann ned stampfte mit dem fuße ballte die faust als schwinge er seine harpune sind diese walfische ebenso groß fragte er als die im norden fast ebenso nett denn ich habe sehr große walfische gesehen mein herr die waren bis 150 fuß lang man hat mir sogar erzählt der hullamok und der umgalik der aloiteninseln seien im mitunter noch größer das scheint mir übertrieben erwiderte ich die hiesigen gleich den prottfischen sind im allgemeinen kleiner wie die nördlichen ah rief der kanadier der unverwandt aufs meer hinausschaute er kommt näher in den bereich des nautilus dann fuhr er fort sie haben den pottfisch ein kleines tier genannt doch führt man beispiele von riesenmäßiger größe an sie sind gescheit mitunter sagt man bedecken sie sich mit algen und meergras man hält sie für eilande lässt sich drauf nieder macht feuer an man baut häuser drauf sagte conseil ja possenreißer erwiderte nedland darauf eines schönen morgens taucht das tier unter und nimmt alle seine bewohner mit in die tiefe ein meister es scheint sie lieben solche extra geschichten ich hoffe sie glauben nicht daran herr naturforscher erwiderte der kanadier ernsthaft von den walfischen kann man alles glauben man behauptet sie können in vierzehn tagen den weg um die erde machen ich widerspreche nicht sagte ich doch muss man daran glauben nicht allzu viel erwiderte nedland ebenso wenig als wenn ich sagte es gäbe dreihundert fuß lange walfische das ist allerdings etwas stark sagte ich so plauderten sie noch eine weile von unglaublichen dingen aber nedland hörte nicht mehr zu der walfisch kam näher ach rief er aus es ist nicht mehr ein tier es sind zehn zwanzig eine ganze herde und nichts tun zu können aber freund ned sagte conseil warum fragen sie nicht den kapitän nemo um erlaubnis eine jagd zu machen conseil hatte noch nicht ausgesprochen als nedland schon die nuke hinabeilte den kapitän aufzusuchen nach einer kleinen weile erschienen sie beide wieder auf der plattform der kapitän nemo betrachtete die truppe welche sich eine meile entfernt auf dem wasser belustigte es sind südwalfische sagte er es wäre dafür eine flotte von waljägern zu tun nun mein herr könnte ich nicht jagd darauf machen sei es doch nur um mein früheres handwerk nicht zu vergessen weshalb denn erwiderte der kapitän nemo jagen nur um zu vernichten wir brauchen ein bord keinen tran doch haben sie mir im roten meere gestattet den dunggong zu verfolgen damals handelt es sich darum meiner mannschaft frisches fleiß zu verschaffen hier aber wäre es töten nur um zu töten ich weiß zwar dass dies ein vorricht des menschen ist aber ich lasse so mörderischen zeitvertreib nicht gelten wenn ihr den südlichen walfisch ebenso wie den nördlichen vernichtet unschädliche und nützliche geschöpfe so ist das zu tadeln so hat man bereits die ganze buffins bay verödet und es wird eine klasse nütziger tiere ausgerottet lasst doch die armen walfische in ruhe die an ihren natürlichen feinden den pottfischen schwert und sägefischen schon genug haben man kann sich vorstellen was der knadier bei dieser moral lektion für ein gesicht machte solche gründe waren bei einem jäger weggeworfene worte nedland sah den kapitän nemo ins angesicht verstand aber offenbar nicht was er damit meinte doch hatte der kapitän recht der barbarische und unüberlegte eifer der walfischjäger wird einmal diese tierart vom ozean vertegen nedland fiel halblaut sein yankee doodle steckte seine hände in die taschen und wendete uns den rücken indessen betrachtete der kapitän nemo die herde walfische und sprach zu mir nicht ohne grund habe ich gesagt dass auch ohne den menschen die walfische feinde genug haben es wird nicht lange dauern so werden diese ihre harte not bekommen sehen sie herr aronax acht meilen unterm wind dieses schwärzlichen punkte sich bewegen ja kapitän erwiderte ich das sind pottfische feuchterliche tiere die ich mitunter in scharen von zwei bis dreihundert getroffen habe diese ein grausames schädliches gezücht zu vernichten ist wohl gerechtfertigt bei diesen worten wendete sich der kanadier lebhaft um nun denn kapitän sagte ich es ist noch zeit zugunsten der walfische man braucht sich nicht der gefahr auszusetzen herr professor der nautilus wird schon allein mit diesen pottfischen fertig werden sein stählerner schnabel kann wohl ebenso viel ausrichten als meister land sapone der kanadier zuckte keks die achseln fische mit dem schiff schnabel anzugreifen das wäre unerhört warten sie nur herr aronax sagte der kapitän nemo wir werden ihnen jetzt eine jagd zum besten geben von der sie noch keinen begriff haben kein mitleid mit diesem wilden getier sie bestehen ja nur aus maul und zählen maul und zähne jawohl denn obwohl der pottfisch mit unter 25 meter groß ist so nimmt sein enormer kopf doch etwa den dritten teil seines körpers ein er ist besser bewährt als der walfisch dessen oberkiefer nur mit barten besetzt ist hat 25 starke 20 cm hohe balzenförmige zugespitzte 2 pund schwere zähne im oberen teil dieses enormen kopfes und den großen durch knorpel gesonderten höhlungen befinden sich drei bis 400 kilogramm des kostbaren öles welches wahlrad genannt wird der pottfisch ist ein hässliches tier von üblem körperbau ist sozusagen auf der linken seite mangelhaft sodass er auch nur mit dem rechten auge sieht inzwischen kam die truppe ungeheuer immer näher heran sie hatten die walfische bemerkt und bereiteten sich zum angriff vor man konnte den sieg der pottfische voraussehen nicht allein weil ihr körperbau ihnen den vorteil über ihre gegner gibt sondern auch weil sie länger unterm wasser aushalten können ohne auf der oberfläche luft schöpfen zu müssen es war hohe zeit den walfischen zu hilfe zu kommen der nautilus tauchte ein wenig unter die oberfläche kansai und netz setzten sich neben mir vor die fenster des salons der kapitän nemo begab sich an die seite des steuerers um sein fahrzeug als wie eine zerstörungsmaschine zu lenken bald wurden die schläge der schraube rasche und unsere schnelligkeit nahm zu der kampf zwischen den beiden gegenparteien hatte schon begonnen als der nautilus zur stelle kam er manövrierte dergestalt daß er die angreifer abschnitt diese waren anfangs ziemlich gleichgültig als sie sahen wie sich das neue ungeheuer einmischte aber bald mussten sie seinen stößen ausweichen welch ein kampf netland verlockte bald und klatschte mit den händen der nautilus kam ihm vor wie eine furchtbare harpune welche sein kapitän schleuderte er warf sich gegen die fleischmassen schnitt sie in zwei so daß hinter ihm zwei gesonderte hälften des tieres zappelten die fürchterlichen schläge seines schwanzes womit er ihn auf den seiten traf spürte er nicht ebenso wenig seine stöße war ein pottfisch vernichtet so drang er auf einen anderen ein wendete an der stelle daß es ihm nicht entgehe schoss vorwärts und zog sich zurück nach der weisung seines steuerers tauchte unter wenn sein gegner die tiefe suchte kam wieder mit ihm zur oberfläche er traf ihn geradeaus oder schräg zerschnitt oder zerfleischte und wohin er sich wendete und drehte mit seinem fürchterlichen schnabel ihn durchbohrend welch gemetzel welch getöse auf der oberfläche der fluten welch scharfes pfeifen und eigentümliche schnarchen der von entsetzen ergriffenen tiere eine ganze stunde lang dauerte das blutbad dem die großköpfe nicht entrinnen konnten einige mal machten zehn bis zwölf zusammen den versuch den nautilus durch ihre masse zu zerdrücken man sah durchs fenster ihre ungeheuren mit zähnen umsäunten rachen ihr fürchterliches auge nedland der außer sich war drohte ihnen höhnte sie man fühlte wie sie sich an unserer fahrzeug klammerten wie hunde die einen keiler packten aber der nautilus mit gesteigerter kraft seiner schraube schleuderte sie fort schleppte sie nach oder zog sie wieder auf die oberfläche ohne dass ihr enormes gewicht oder ihr mächtiges drücken ihm etwas anhaben konnten endlich lichtete sich die schar der gegner die aufgeregten wogen wurden wieder ruhig ich fühlte dass wir wieder zur oberfläche kamen die luke wurde geöffnet und wir stürzten auf die plattform das meer war mit verstümmelten leichnamen bedeckt eine fürchterliche explosion hätte nicht ärger zerrissen zerschnitten zersetzt wie hier mit diesen massen geschehen waren wir schwammen mitten durch die riesen körper mit bläulichem rücken und weißlichem bauch einige pottfische flohen voll entsetzen nach dem horizont einige meilen weit waren die wogen rot gefärbt und der nautilus schwamm durch ein blutmeer der kapitän nemo kam zu uns nun meister land sagte er ei mein herr erwiderte der kanadier dessen enthousiasmus sich gelegt hatte es ist ein schrecklicher anblick wirklich aber ich bin kein metzger sondern ein jäger und das ist eine metzelei es ist das vernächten schädlicher tiere erwiderte der kapitän und mein nautilus ist kein metzgerbeil meine apune ist mir doch lieber versetzte der kanadier jeder hat seine waffe erwiderte der kapitän und blickte nedland scharf ins angesicht ich fürchtete schon dieser werden sie sich zu einer gewalttat vortreißen lassen die gefährliche folgen haben könnte aber sein zorn legte sich im anblick eines walfisches der den zähnen der pottfischer nicht hatte entrinnen können ich erkannte den südlichen walfisch der ganz schwarz ist mit plattem kopf und sich von dem weißen und dem nordkörper anatomisch dadurch unterscheidet dass die sieben nackenwirbel zusammengelötet sind und er zwei rippen mehr hat als die anderen derselben gattung das tier lag tot auf dem rücken den bauch von bissen durchbohrt an seinem zipfel seiner flosse hing ein junges das er nicht mehr hatte retten können der kapitän nemo fuhr zu dem leichnam heran zwei matrosen stiegen auf dem leib des tieres und ich sah mit einigen erstaunen wie sie aus dem eutern desselben alle milch welche diese enthielten herausmolken im gestalt von zwei bis drei tonnen der kapitän bot mir eine tasse der noch warmen milch an ich konnte mich nicht enthalten meinen ekel davor ihm zu erkennen zu geben er versicherte mir die milch sei vortrefflich und auch nicht im mindesten von kuhmilch verschieden ich kostete und teilte seine meinung das war für uns ein nützlicher vorrat denn diese milch in form von butter oder käse musste für unsere tägliche kost eine angenehme abwechslung geben von diesem tag an merkte ich mit unruhe dass landlands stimmung gegen den kapitän immer übeler wurde und entschloss mich seine handlungen und gebärden strenge zu überwachen alexander jäger der nautilus setzte seine fahrt unabänderlich südwärts längs dem fünfzigsten meridian mit großer geschwindigkeit fort wollte er bis zum pol dringen ich dachte nicht denn bisher waren alle bemühungen bis dahin vorzudringen gescheitert übrigens war die jahreszeit bereits sehr vorwärts gerückt denn der dreizehnte märz der südpolarländer entspricht dem dreizehnten september der nördlichen regionen am vierzehnten märz bemerkte ich unterm fünfundfünfzigsten breitengrade treibeis blasse blöcke von nur zwanzig bis fünfundzwanzig fuß gleich klippen woran sich die wellen brachen der nautilus hielt sich auf der meeresoberfläche net land war schon vom norden her mit eisbergen bekannt conseil und ich wir sahen sie zum ersten mal gegen den südlichen horizont hin zeigte sich in der atmosphäre ein blendend weißer streifen ein solcher schein den auch das dichteste gewölk nicht verdüstert kündigt die nähe einer eisbank an in der tat bald zeigten sich bedeutend größere blöcke die je nach den launen des nebels in anderen farben schimmerten einige dieser massen zeigten grüne adern als seien sie mit wellenförmigen streifen schwefelsauren kupfers überzogen andere glichen enormen amatisten indem sie die strahlen desselben den einwirkungen des lichtes ausgesetzt teils auf ihre kristallfacetten zurückwarfen teils in lebhaftem reflex zu nuancen brachen je mehr wir weiter nach süden kamen desto zahlreicher und bedeutender wurden diese schwimmenden inseln polarvögel nisteten darin zu tausenden während dieser fahrt zwischen den eisblöcken befand sich der kapitän nemo häufig auf der plattform er beobachtete sorgfältig diese öden gegenden manchmal belebte sich die kalte ruhe seines blickes aber er sprach nicht blieb schweigsam unbeweglich außer wenn die lust zu manövrieren die oberhand bekam dann leitete er seinen nautilus mit vollendeter gewandtheit und wich geschickt dem stoß dieser massen aus die mitunter einige meilen lang waren und siebenzig bis achtzig meter hoch ost schien der horizont völlig geschlossen und am sechzigsten breiten grade hörte jedes fahrwasser auf aber der kapitän nemo fand bald eine enge öffnung durch welche er kühn weiter drang obwohl er wusste dass sie sich hinter ihm wieder schloss so fuhr der nautilus durch seine geschickte hand geleitet durch alle diese eisberge unendliche eisflächen und schwimmende treibeisblöcke die temperatur war ziemlich niedrig das thermometer zeigte in der äußeren luft zwei bis drei grad unter null aber wir waren warm in pelzwerk robben oder seebeerenfälle gehüllt im inneren des nautilus war man durch regelmäßige heizung mit dem elektrischen apparat gegen die strengste kälte geschützt auch brauchte er nur einige meter tief unter die wellen zu tauchen um da eine erträgliche temperatur zu finden zwei monate früher hätten wir unter dieser breite ununterbrochen tag getroffen aber schon war es drei bis vier stunden nacht und später sollten diese polar gegenden sechs monate sich in dunkel hüllen am 15 märz hatten wir die breite der new shetland und süd orkney inseln hinter uns der kapitän teilte mir mit diese striche seien ehemals von zahlreichen robben bewohnt gewesen aber die englischen und amerikanischen walfischjäger hätten in zerstörungswut durch vernichtung der erwachsenen samt den trächtigen weibchen todesstille an der stelle regen lebens verbreitet am 16 märz um acht uhr früh durchschnitt der nautilus längst im 55 meridian den südlichen polarkreis nun waren wir von allen seiten mit eis umgeben das den horizont abschloss doch der kapitän drang von enge zu enge immer weiter aber wohin fährt er denn fragte ich vorwärts erwiderte conseil doch wenn er nicht mehr weiter kann wird er halt machen darauf möchte ich nicht schwören erwiderte ich und offen gestanden diese abenteuerliche fahrt war mir nicht zuwider die schönheiten dieser neuen gegenden setzten mich über die maßen in erstaunen prachtvolle gestaltungen lagen und stellungen der eisblöcke hier sahen sie aus wie eine orientalische stadt mit zahllosen minarets und moscheen dort wie eine durch erdbeben zerfallene stadt ansichten die in den schieffallenden sonnenstrahlen unerführlich wechselten oder inmitten der schneestürme sich in graue nebel verloren dann allerwärts poltern des zusammenstürzen hinpulzelnde eisberge mit wechselnden dekorationen wie in einem diorama wenn ein solcher gleichgewichtsbruch stattfand während der nautilus untergetaucht war so pflanzte sich außerordentlich stark das getöse unterm wasser fort und durch den sturz dieser massen entstanden fürchterliche wirbelbildungen bis in die tiefsten wasserschichten hinab ost wenn ich keinen ausweg sah dachte ich wir seien unabänderlich festgefahren aber der kapitän nemo entdeckte immer wieder neue wege am 16 märz jedoch versperrte uns eine eisdecke gänzlich die bahn dies hindernis konnte den kapitän nicht aufhalten er drang mit schrecklicher gewalt auf so ein eisfeld ein und der nautilus zerspaltete wie ein keil die zerbrechliche masse das sie mit fürchterlichem krachen auseinander wich lediglich die treibkraft des fahrzeugs bahnte ihm die durchfahrt manchmal schoss es über die eisdecke und zertrümmerte sie durch sein gewicht während dieser tage wurden wir von ungestümen windstößen heimgesucht mitunter war der nebel so dicht dass man nicht von einem ende des nautilus zum andern sehen konnte der schnee fiel in dicken lagen die so hart waren dass man sie mit dem beil zerhauen musste obwohl nur fünf grad unter null war doch der nautilus außen ganz mit eis überdeckt unter diesen umständen stand das barometer meist sehr niedrig sank sogar bis 73 grad fünf minuten der kompass war in seinen angaben nicht mehr zuverlässig die irre gewordene nadel zeigt auf alle richtungen als man dem südpol des magnets nahe kam der nicht mit dem südpol des himmels zu verwechseln ist nach hansden liegt dieser pol in wirklichkeit fast unter 70 grad breite und 130 grad länge und nach den beobachtungen de pres unter 135 grad länge und 70 grad 30 minuten breite man musste da den kompass an verschiedenen stellen des schiffes anbringen zahlreiche beobachtungen anstellen und aus den verschiedenen angaben das durchschnittliche maß nehmen endlich am 18 märz sah sich der nautilus unabänderlich den weg versperrt es waren nicht nur blöcke und eisfelder welche hemmten sondern eine endlose unverrückbare schranke von aneinander gereihten eisbergen die eisdecke sagte der kanadier zu mir ich begriff dass dies für netland wie für alle früheren seefahrer ein unüberwindliches hindernis war als um mittag die sonne einen augenblick zum vorschein kam konnte der kapitän nemo eine ziemlich genaue aufnahme machen wonach wir uns unter 31 grad 30 minuten länge und 67 grad 69 minuten südlicher breite befanden von flüssiger meeresoberfläche keine spur mehr für unseren augen vor dem schnabel des nautilus lag eine unendliche ebene voll launisch durcheinander gewürfelter blöcke von riesiger größe hier und da ragten bergspitzen schlanke gipfel bis zu 200 fuß hoch empor weiter entfernt eine reihe steiler bergwände in graulicher farbe ungeheure spiegel welche die seltenen halb im nebel versenkten sonnenstrahlen reflektierten über diese öde natur breitete sich eine stille die kaum vom flügelschlag der sturmvögel oder wasserschere unterbrochen war rings alles gefroren selbst die töne so war dann der nautilus genoetigt mitten in den eisfeldern seine abenteuerliche fahrt einzustellen mein herr sagte da ned land wenn ihr kapitän noch weiterfahren wird nun dann ist sein meisterstück weshalb ned weil über die eisdecke niemand hinaus kann ihr kapitän vermag viel aber tausend teufel über die natur hinaus kann er nicht und wo diese ihre schranken gesteckt hat muss er wohl halt machen war haftig ned land und doch möchte ich gerne wissen was hinter dieser eisdecke ist eine eiswand die reizt nur mehr meine neugier mein herr hat recht sagte conseil die bergwände sind nur da um die gelehrten zu höhnen gut sagte der kanadier was es hinter dieser eisdecke gibt weiß man wohl was denn fragte ich eis nichts als eis sie ned sind davon überzeugt versetzte ich aber ich bin es nicht darum möchte ich hin um zu sehen darauf herr professor erwiderte der kanadier werden sie schon verzichten müssen sie sind bis an die eisdecke gedrungen das ist schon genug und weiter hinaus werden sie nicht kommen und ihr kapitän nemo mit seinem nautilus auch nicht er mag wollen oder nicht zurück in den norden muß er wieder ich muß zugeben daß ned land recht hatte und solange es nicht schiffe gibt die über die eisfelde hinausfahren müssen sie wohl vor der eisdecke anhalten wirklich trotz aller anstrengungen mit seinen mächtigen mitteln mußte der nautilus stille liegen gewöhnlich muß wer nicht weiter vorwärts kann seines weges wieder zurück aber hier war rückwärts ebenso wenig möglich wie vorwärts denn die durchwege hatten sich hinter uns wieder geschlossen und unser fahrzeug war im begriff einzufrieren bis zwei uhr mittags war dieses eingetreten und das frische eis bildete sich erstaunlich schnell um seine seiten herum ich muß gestehen der kapitän war doch sehr unvorsichtig ich befand mich eben auf der plattform der kapitän der seit einer weile die lage untersuchte sprach zu mir nun herr professor was halten sie davon ich denke wir stecken fest kapitän wir stecken fest was meinen sie damit ich meine wir können weder vor noch rückwärts und auch nicht seitwärts also herr professor sie meinen der nautilus könne sich nicht freimachen schwerlich kapitän herr professor versetzte der kapitän nemo ironisch sie sind doch immer derselbe sie sehen nur hindernisse ich versichere sie dass der nautilus sich nicht allein freimachen sondern noch weiter dringen wird noch weiter südlich fragte ich den kapitän ja mein herr nach dem pol nach dem pol rief ich aus mit unwirklichem ausdruck des zweifels ja erwiderte der kapitän kalt nach dem südpol dem unbekannten punkt wo alle meridiane zusammen laufen sie wissen was ich mit dem nautilus vermag ja ich wußte es daß dieser mann bis zur verwegenheit kühn sei war mir bekannt aber die hindernisse zu überwinden um bis zu dem südpol zu dringen der weit weniger zugänglich ist wie der nordpol zu welchem die erfahrensten seemänner noch nicht gelangen schien doch ein durchaus wahnsinniger gedanke zu sein es fiel mir ein den kapitän nemo zu befragen ob er den pol bereits entdeckt habe nein mein herr erwiderte er wir wollen ihn miteinander entdecken ich bin mit meinem nautilus noch nie so weit nach süden gedrungen aber sag ich nochmals er wird noch weiter dringen ich glaub's gerne kapitän fuhr ich etwas ironisch fort vorwärts denn für uns gibt's keine hindernisse zersprengen wir die eisdecke oder fahren wir darüber hinaus darüber hinaus herr professor erwiderte der kapitän nemo ruhig zwar nicht darüber hinaus aber doch darunter her darunter her rief ich aus ich begriff den kapitän die wunderbaren eigenschaften des nautilus sollten auch zu diesem übermenschlichen vorhaben dienen ich sehe daß wir anfangen uns zu verstehen herr professor sagte der kapitän lächelnd dem nautilus wird leicht was für gewöhnliche fahrzeuge unausführbar ist ist der pol von festland umgeben so wird er bei diesem halt machen ist dagegen dort freies meer so wird er bis zu ihm selbst dringen in der tat sagte ich besteht auch an der oberfläche des meeres eine feste eisdecke so sind doch seine tieferen schichten frei denn die größte dichtigkeit des meerwassers ist über dem gefrierpunkt irre ich nicht so verhält sich der unter dem meeresspiegel befindliche teil der eisdecke zu dem über demselben vorragenden wie vier zu eins beinahe herr professor gegen ein fuß über der meeresfläche haben die eisberge drei unter derselben da nun diese eisberge nicht über hundert meter hoch sind so reichen sie nicht über dreihundert meter in die tiefe und dreihundert meter was will das heißen für den nautilus nichts mein herr er wird sogar in größerer tiefe die gleichförmige temperatur des meerwassers aufsuchen können wo wir getrost den dreißig bis vierzig kältegraden der oberfläche trotz bieten können richtig mein herr sehr richtig erwiderte ich lebhaft die einzige schwierigkeit fuhr der kapitän nemo fort besteht darin daß wir mehrere tage unterm wasser bleiben müssen ohne unseren luftvorrat zu erneuern sonst keine versetzte ich füllen wir die großen behälter des nautilus und sie werden uns mit allem nötigen sauerstoff versehen wohl ausgedacht herr arronax erwiderte der kapitän lächelnd aber damit sie mich nicht der verwegenheit beschuldigen so lege ich ihnen zum voraus alle meine einwände vor haben sie denn noch weitere zu machen nur einen wenn der südpol vom meer umgeben ist so wäre der fall möglich daß derselbe dort völlig festgefuhren ist und dann könnten wir folglich nicht wieder zur oberfläche gelangen wohl mein herr denken sie nicht daran daß der nautilus mit einem fürchterlichen schnabel bewährt ist mit welchem wir in diagonale richtung die decke der eisfelder durchbohren und zertrümmern könnten ah herr professor heute haben sie ideen übrigens kapitän fuhr ich noch eifriger fort warum sollten wir nicht das meer am südpol frei finden wie es am nordpol ist die kältepole und die erdpole fallen wohl in der südlichen hemisphäre ebenso wenig zusammen wie in der nördlichen und bis das gegenteil erwiesen wird darf man an diesen punkten annehmen daß ein kontinent oder ein ozean eisfrei sein werde das glaube ich auch herr arronax erwiderte der kapitän nemo ich will ihnen nur die einzige bemerkung machen daß sie nachdem sie so viele einwände gegen mein projekt hatten nun mich durch ihre gründe überwältigen der kapitän hatte recht ich übertraf ihn schon an kühnheit ich riss ihn fort zur fahrt nach dem pol doch verlor er keinen augenblick auf ein signal erschien der schiffsleutnant die beiden männer besprachen sich rasch miteinander in ihrer unverständlichen sprache und der leutnant zeigte gar keine überraschung sei es daß er schon vorher davon unterrichtet oder von der ausführbarkeit überzeugt war aber auf conseil machte die mitteilung des planes nach dem südpol zu dringen doch noch weniger eindruck wie es meinem herrn gefällt sagte er und ich durfte damit zufrieden sein der kanadier aber zuckte gewaltig die achseln sehen sie mein herr sprach er sie dauern mich samt ihrem kapitän nemo aber doch werden wir zum pol gelangen meister land möglich aber zurück werden sie nicht kommen und hat land begab sich wieder in seine kabine um nicht ein unglück anzurichten wie er beim weggehen sagte unterdessen begann man mit den vorbereitungen zu dem kühnen unternehmen die mächtigen pumpen des nautilus füllten die behälter mit luft und pressten sie in hohem grade zusammen gegen vier uhr kündigte der kapitän nemo mir an dass die luken zur plattform geschlossen würden ich warf einen letzten blick auf die eisdecke das wetter war hell die atmosphäre ziemlich rein die kälte streng zwölf grad unter null aber da der wind sich gelegt hatte schien diese temperatur nicht zu unerträglich zehn mann heben mit beilen das eis um den nautilus herum auf eine verrichtung die rasch ausgeführt war weil das jüngst gefrorene eis noch dünn war die gewöhnlichen behälter füllten sich mit dem nun frei gewordenen wasser und der nautilus tauchte unverzüglich unter ich setzte mich neben conseil in den salon und wir betrachteten durch die freien fenster die unteren schichten des südozeans das thermometer stieg und der zeiger des manometers bewegte sich auf dem zifferblatt ungefähr 300 meter wie der kapitän nemo bemerkt hatte schwammen wir unter der wellenförmigen eisdecke aber der nautilus tauchte noch tiefer bis zu 800 meter hinab die temperatur des wassers welche an der oberfläche zwölf grad betragen hatte sank schon um einen grad herab bald schon um zwei es versteht sich dass im nautilus die temperatur durch die heizung bedeutend höher war alle seine bewegungen verzogen sich mit äußerster genauigkeit man wird zum ziel kommen erlauben sie mein herr sagte conseil ich rechne sicher darauf erwiderte ich mit dem ton völliger überzeugung der nautilus nahm unterm wasser stets auf der linie des meridian seine richtung geradezu nach dem pol vom grad dreißig minuten bis zu grad waren noch grad dreißig minuten an breite zu durchlaufen das heißt etwas über 500 lieues der nautilus fuhr mit einer mittleren schnelligkeit von 26 meilen in der stunde also der eines eilzuges behielt er dieselbe bei so reichten vierzig stunden hin um zu dem pol zu gelangen während eines teils der nacht hielt die neuigkeit der lage uns conseil und mich am fenster des salons das meer war von dem elektrischen licht des fanals beleuchtet aber es war leer die fische hielten sich in diesen eingeschlossenen gewässern nicht auf sie dienten ihnen nur zum übergang aus dem antarktischen ozean zu dem freien polarmeer wir fuhren reißend schnell wie man aus den zitternden bewegungen des stählenden schiffskörpers abnahm gegen zwei uhr morgens legte ich mich einige stunden zur ruhe und conseil folgte meinem beispiel der kapitän nemo befand sich wahrscheinlich beim steuerer am folgenden morgen den neunzehnten märz um fünf uhr nahm ich wieder meinen posten im salon das elektrische lok zeigte nur an daß die schnelligkeit des nautilus vermindert war er stieg damals aufwärts aber vorsichtig mit langsamer entleerung seiner behälter es klopfte mir das herz sollten wir schon zur freien luft des pols auftauchen nein eine erschütterung gab mir zu erkennen daß der nautilus wieder die untere fläche der eisdecke gestoßen war welche nach der schwäche des getöses zu urteilen noch sehr dick war wir befanden uns in einer tiefe von 1000 fuß das machte 2000 fuß eis über uns wovon 1000 über dem meeresspiegel die eisdecke war damals dicker als zurzeit da wir oben waren während dieses tages wiederholte der nautilus einige mal dieses nämliche experiment manchmal fand man dass die dicke 1200 meter betrug das war noch das doppelte der höhe des eises wie sie zurzeit des untertauchens war ich notierte genau die verschiedenen tiefen am abend war noch keine änderung unserer lage eingetreten das eis hatte stets eine dicke von 400 bis 500 meter es war damals acht uhr bereits seit vier stunden hätte die luft im innern des nautilus erneuert werden sollen doch lädt ich nicht sehr darunter obwohl der kapitän nemo seinen vorrat von sauerstoff in den behältern noch nicht angerührt hatte ich schlief doch unruhig während dieser nacht furcht und hoffnung hielten mich in steter spannung ich stand einige male auf die versuche des nautilus dauerten fort gegen drei uhr morgens beobachtete ich dass die untere fläche der eisdecke nur noch 50 meter tief lag wir also nur noch 150 fuß von der oberfläche geschieden waren meine blicke wichen nicht vom manometer wir fuhren immer in einer diagonale aufwärts nach der oberfläche die im widerschein der elektrischen beleuchtung schimmerte die eisdecke ward immer dünner nach oben und unten von meile zu meile endlich um sechs uhr früh öffnete sich die tür des salons und der kapitän nemo trat ein das freie meer sprach er ende von teil zwei kapitel 13 gelesen von sonja teil zwei kapitel 14 von zwanzigtausend meiden unterm meer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von sonja 20.000 meilen unter mehr von jules verne teil zwei kapitel 14 der südpol ich eilte auf die plattform ja das freie meer kaum einzelne zerstreute eisblöcke bewegliche eisberge in der ferne eine weite meeresfläche eine menge vögel in den lüften und myriaden fische in den gewässern welche je nach dem grund wechselnde tiefblau und olivengrün waren das thermometer zeigte drei hundertteilige grad über null es war verhältnismäßig gleichsam frühling hinter dieser eisdecke deren ferne massen am nördlichen horizont sich abzeichneten sind wir am pol fragte ich mit klopfendem herzen den kapitän ich weiß es nicht erwiderte er mir zu mittag werden wir die aufnahme machen aber wird die sonne durch diesen nebel sichtbar werden sagte ich mit einem blick auf den grauen himmel so wenig sie zum vorschein kommt genügt sie mir erwiderte der kapitän zehn meilen vom nautilus südlich ragte ein vereinzeltes eiland 200 meter hoch wir fuhren auf dasselbe los aber vorsichtig denn dieses meer konnte mit verdeckten klippen bedeckt sein nach einer stunde hatten wir das eiland erreicht zwei stunden später waren wir um dasselbe herumgefahren es hatte vier bis fünf meilen umfang und war durch einen engen kanal von einem ansehnlichen land geschieden das vielleicht ein festland war dessen grenzen wir noch nicht wahrnehmen konnten das dasein dieses landes schien für die hypothesen morris einen beleg zu geben der geistreiche amerikaner hat die bemerkung gemacht dass zwischen dem südpol und dem sechzigsten breitengrade das meer mit treibenden eisblöcken von enormer größe bedeckt ist wie man sie im nordatlantischen niemals trifft aus dieser tatsache hat er den schluss gezogen dass der südpolarkreis bedeutendes festland enthalten müsse weil die eisberge sich nicht im hohen meer bilden können sondern nur an den küsten seine berechnungen nach bildet die eismasse welche den südpol umgibt eine große kappe die bis 4000 kilometer breit sein müsse der nautilus hielt jedoch um nicht festzufahren drei kabellängen von einem flachen sandufer an über welches eine prachtvolle felsengruppe ragte das boot wurde ins meer hinab gelassen und der kapitän nebst zwei seiner leute mit den instrumenten conseil und mir stiegen dasselbe ein es war zehn uhr vormittags ned land sah ich nicht dem vermutlich der augenschein des südpollandes nicht angenehm war mit einigen ruderschlägen landete das boot als eben conseil herausspringen wollte hielt ich ihn zurück mein herr sagte ich zum kapitän nemo ihnen gehört die ehre zuerst dieses land zu betreten ja mein herr erwiderte der kapitän und ich eile den fuß auf diesen boden des südpols zu setzen wo bis jetzt noch kein menschliches wesen aufgetreten ist nach diesen worten sprang er flink auf den sand in tiefer rührung schlug ihm das herz er stieg auf einen felsen der überhängend ein kleines vorgebirge bildete wo er mit gekreuzten armen und glühendem blick stumm unbeweglich verweilte er schien von diesem südland besitz zu nehmen nach fünf minuten solcher gemütserhebung wendete er sich uns zu und rief mir zu wenn es ihnen blieb mein herr ich stieg mit conseil aus die beiden männer blieben im boot der boden zeigte in weiter ausdehnung einen tuff von rötlicher farbe als bestehe er aus zerstampftem ziegelstein von schlacken lavarinnen bimssteinen bedeckt ließ er seinen vulkanischen ursprung nicht verkennen an manchen stellen bezeugten leichte dünnste von schwefelgeruch daß das innere feuer noch fortdauern tätig war durch sah ich von einer hohen böschung aus im umkreis von mehreren meilen durchaus nichts von einem vulkan bekanntlich hat james ross in dieser südpol gegend unter 167 meridian bei 77 grad 32 minuten breite die krater des erebus und terror in voller tätigkeit angetroffen die vegetation dieses öden kontinents schien mir äußerst beschränkt die magere flora dieser gegend bestand aus einigen flechten auf den schwarzen felsen gewissen mikroskopischen pflänzchen eine art zellen in quarzartigen muscheln langem purpur und kamoasin farbigem seetang auf schwimmbläschen das ufer war besät mit mollusken kleinen muscheln aller art besonders von klios mit länglichem heutigem leib und einem aus zwei runden lappen bestehenden kopf ich sah auch myriaden von den drei zentimeter langen niedlichen klios von welchen der walfisch eine ganze welt mit einem male verschlingt diese reizenden flossenfüßler wahre seeschmetterlinge belebten die freien gewässer am uferrand von zoophyten fanden sich da unter anderem in den höheren schichten einige baumartige korallengewächse welche in diesem meeren bis zur tiefe von tausend metern vorkommen und eine große anzahl diesen klima eigentümliche asterien und seesterne aber in der luft war reiches leben vögel verschiedener gattungen flogen und flatterten dazu tausenden und betäubten mit ihrem geschrei andere bedeckten die felsen sahen uns ohne schüchternheit an und drängten sich vertraulich um uns es waren pinguine die im wasser ebenso flink und beweglich sind wie zu lande unbeholfen und schwerfällig ferner bemerkte ich weiße strandläufer mit kurzem schnabel und einem roten ring ums auge rußfarbiger albatross mit einer flügelweite von vier meter riesenhafte sturmvögel und eine menge kleinere dieser gattung teils blau teils weißlich mit braun eingefassten flügeln diese letzteren sind so ölhaltig dass die bewohner der faroer inseln sie nur mit einem dort versehen um sie als lampe zu gebrauchen doch der nebel stieg nicht auf und um elf uhr war noch keine sonne zu sehen dies beunruhigte mich denn sonst war eine beobachtung nicht möglich und ohne diese ließ ich nicht feststellen ob wir am pol angekommen seien als ich wieder zu dem kapitän nemo kam fand ich ihn schweigend wieder einen felsblock gelehnt und den glick zum himmel gerichtet er schien ungeduldig missgestimmt aber was war da zu machen der kühne und mächtige mann konnte der sonne nicht so gebieten wie dem meere es kam der mittag heran ohne dass das tagesgestirn einen augenblick sichtbar wurde es ließ sich nicht einmal die stelle erkennen welche es hinter dem nebel vorhang ein nahm bald löste sich der nebel im schnee auf auf morgen sagte nur der kapitän zu mir und wir begaben uns mitten im schneegestöber zum nautilus zurück während unserer abwesenheit hatte man die garne ausgesteckt und ich betrachtete mit interesse die fische welche man an bord gezogen hatte die südpolarmeere dienen einer großen anzahl von wanderfischen zur zuflucht welche aus den minder hohen breitegraden entfliehen um freilich den meerschweinen und robben unter die zähne zu geraten der schneesturm dauerte bis zum folgenden morgen auf der plattform konnte man unmöglich bleiben vom salon aus wo ich die begebenheiten dieses ausfluges auf das polarfestland notierte vernahm ich das geschrei der sturmvögel und albatross die sich mitten im unwetter ergötzten der nautilus lag nicht stille er fuhr längst der küste noch etwa zehn meilen weiter nach süden umgeben von dem halben licht welches die sonne in dem sie am rand des horizonts streifte hinter sich ließ am folgenden morgen den zwanzigsten märz hatte der schneefall aufgehört die kälte war etwas strenger das thermometer zeigte zwei grad unter null der nebel stieg auf und ich konnte hoffen dass an diesem tage unsere beobachtung stattfinden könnte da der kapitän nemo noch nicht erschienen war so stieg ich mit conseil in das boot und setzte ans land der boden war von gleicher beschaffenheit vulkanisch überall spuren von laber schlacken basalte ohne dass man einen krater sah woraus sie hervorgegangen waren auch dieser teil des polarkontinents war von unzähligen vögeln belebt aber sie teilten dieses reich damals mit ungeheuren herden von seesäugetieren die uns mit sanften augen anblickten es waren robben von verschiedener gattung teils auf dem boden gelagert teils auf treibenden eisblöcken manche kamen aus dem meere heraus oder gingen wieder hinein bei unserer annäherung ergriffen sie nicht die flucht da sie noch nie mit menschen zu tun gehabt hatten und ich zählte ihrer so viele dass man einige hundert schiffe damit hätte verproviantieren können wahrhaftig sagte conseil es ist ein glück dass netland nicht bei uns ist warum conseil weil der leidenschaftliche jäger sie alle erledigt hätte alle das will viel heißen aber ich glaube wirklich dass wir unseren freund den kanadier nicht hätten abhalten können einige dieser prächtigen tiere zu haponieren und dies wäre dem kapitän nemo unlieb gewesen der nicht gern unnütz das blut unschädliche tiere vergossen haben will er hat recht und streitig conseil aber sage mir hast du diese prachtexemplare der seefauna noch nicht klassifiziert mein herr weiß wohl erwiderte conseil dass ich im praktischen nicht sehr bewandert bin wenn ich ihren namen weiß es sind robben und walrosse deren verschiedene arten wir wenn ich nicht irre hier zu beobachten gelegenheit haben werden machen wir uns auf den weg es war acht uhr vormittags wir hatten noch vier stunden zeit bis die sonne mit vorteil beobachtet werden konnte ich lenkte unsere schritte zu einer großen bucht die von den steilen granitfelsen des uferlandes gebildet ward da waren ich kann wohl sagen in unabsehbarem umkreis die landschaft und die eisblocke mit seesorgetieren scharenweise bedeckt so dass mein blick unwillkürlich den alten proto suchte der wie die sage will neptuns und zählbare herden weidete es waren vorzugsweise robben welche gesonderte gruppen bildeten männchen und weibchen der vater seine familie überwachend die mütter ihre säuglinge stillend einige halbwüchsige junge in einiger entfernung sich freitummelnd wenn diese robben von ihrer stelle hinweg wollten bewegten sie sich mit zusammenziehen ihrer leiber in kleinen sprüngen wobei ziemlich unbeholfen ihre mangelhaften flossen sie unterstützten im wasser jedoch muss ich sagen welches vorzugsweise ihr element ist verstehen sich diese tiere mit beweglichem rückgrat engem becken glattem kurzhaarigen fell und handförmigen füßen vortrefflich aufs schwimmen beim ausruhen und auf dem lande nahmen sie äußerst granzöse stellungen an daher haben auch die alten in betracht ihre sanften züge ihres ausdrucksvollen blickes der noch über den schönsten frauenblick geht ihre sammeltartigen klaren augen ihre reizenden stellungen dieselben gemäß der ihnen eigentümlichen poetischen anschauung die mänchen in tritonen die weibchen in sirenen verwandelt ich mache der conseil aufmerksam wie bei diesen gescheiten tieren das gehirn bedeutend entwickelt ist kein säugetier ausgenommen den menschen hat eine reichlichere gehirnmasse daher sind auch die robben einer gewissen erziehung fähig sie lassen sich leicht zähmen und ich bin mit einigen naturforschern der meinung dass sie gehörig abgerichtet bei der fischerei wie hunde zu gebrauchen sein würden die meisten dieser robben schliefen auf den felsen oder dem sande unter den eigentlichen robben die keine äußeren ohren haben beobachtete ich einige varietäten die drei meter lang mit weißen haaren und bullenbeißer kopf in jedem kiefer zehn zähne hatten zwischen ihnen sah man auch seeelefanten mit kurzem und beweglichem rüssel die riesen der gattung zehn meter lang mit einem umfang von 25 fuß sie rührten sich nicht als wir in die nähe kamen es sind keine gefährlichen tiere fragte conseil nein erwiderte ich nur darf man sie nicht angreifen wenn ein robbe sein junges verteidigt wird er furchtbar wütend und nicht selten zertummert er ein fischerboot er ist dazu berechtigt versetzte conseil ich widerspreche nicht zwei meinen weiter waren wir durch ein vorgebirge gehemmt welches die brucht gegen die südwinde schützte es fiel senkrecht ins meer ab und schäumte beim wellenschlag hinter demselben vernahm ein fürchterliches gebrülle wie etwa von einer herde wiederkäuer schön sagte conseil ein konzert von stieren nein versetzte ich von walrussen sie sind im kampf im kampf oder beim spiel mit erlaubnis mein herr das müssen wir sehen jawohl conseil wir überstiegen rasch die felsen indem wir über dem glatteis der steine häufig ausglitten manchmal fiel ich zu boden daß mich die nieren schmerzten conseil der vorsichtiger war oder fest auf den füßen stand wankte nicht und hob mich auf mit den worten wenn mein herr die güte haben wollte die beine auseinander zu spreizen würde er besser das gleichgewicht halten als wir auf dem höchsten kamen des vorgebirges ankamen sahen wir auf eine ausgedehnte weiße ebene die mit walrossen bedeckt war welche miteinander sich vergnügten es war freude jauchzen was wir gehört hatten die walrosse gleichen den robben an körperbildung und anordnung der gliedmaßen doch mangeln ihrem unterkiefer die hunde zähne und schneide zähne und ihre oberen bestehen aus zwei 80 cm langen hauern die an der wurzel einen umfang von 33 cm haben diese zähne welche aus gediegenem elfenbein ohne streifen bestehen das härter wie das der elefanten ist und nicht so leicht gelb wird sind eine sehr gesuchte ware daher macht man auch in unbesonnenster weise jagd auf die walrosse so dass sie bald völlig ausgetilgt sein werden denn die jäger welche jährlich bei 4000 erlegen machen ohne unterschied auch die trächtigen weibchen und die jungen nieder als wir an den merkwürdigen tieren vorbeikamen konnte ich sie nach muße betrachten denn sie ließen sich nicht stören ihr fell war dicht und runzelig von heller ins rote spielender farbe mit kurzen nicht dichten haaren manche waren vier meter lang ruhiger und weniger furchtsam als ihre gattungsgenossen im norden stellen sie nicht zur hut ihrer lagerstätten schildwachen aus nach dieser musterung dachte ich auf den rückweg es war schon elf uhr und wann der kapitän nemo sich in günstiger lage zum beobachten befand wollte ich bei der verrichtung zugegen sein doch hatte ich keine hoffnung dass die sonne an diesem tage zum vorschein kommen werde da der mit gebrochenem gewölk bedeckte horizont sie unserem anblick entzog dennoch dachte ich auf den rückweg ein schmaler anberg führte uns auf den gipfel der felswand um halb zwölf langten wir an der landungsstelle an das boot hatte den kapitän ans land gebracht er stand von seinen instrumenten umgeben auf einem basaltblock den blick unverwandt auf den norden des horizonts gerichtet wo eben die sonne ihre längliche kurve beschrieb ich stellte mich neben ihn und wartete still es kam die mittagsstunde und wie tags zuvor kam die sonne nicht zum vorschein eine schlimme sache es war noch die beobachtung zu machen um unsere lage aufzunehmen war dies morgen nicht ausführbar so mussten wir definitiv darauf verzichten in der tat es war eben der 20 märz und morgen am äquinoctial tage sollte die sonne abgerechnet die strahlenbrechung auf sechs monate vom horizon verschwinden und damit die lange polarnacht beginnen seit dem äquinoctium des september war sie am nördlichen himmel aufgetaucht um in langen spirallinien bis zum 21 dezember aufzusteigen von diesem zeitpunkt der sommersonnenwende des nordens wieder hinabsteigend sollte sie morgen ihre letzten strahlen zusenden ich teilte meine besorgnisse dem kapitän nemo mit sie haben recht herr arronax sagte er wenn ich morgen die sonnenhöhe nicht aufnehme kann ich vor ablauf von sechs monaten die operation nicht wieder vornehmen aber auch weil der zufall mich auf meiner fahrt gerade am 21 märz in diese meere geführt hat werde ich die aufnahme sehr leicht machen wenn zum mittag die sonne sichtbar sein wird warum kapitän ich brauche dazu nur mein chronometer anzuwenden erwiderte der kapitän nemo wenn morgen den 21 märz um 12 uhr mittags die sonnenscheibe die strahlenbrechung in betracht gezogen genau vom nördlichen horizont durchschnitten wird so bin ich am südpol so ist wirklich sagte ich doch ist die behauptung nicht mathematisch genau zu nehmen weil das äquinoctium nicht notwendig auf 12 uhr fällt allerdings mein herr aber der irrtum wird keine hundert meter betragen und mehr bedürfen wir nicht auf morgen also der kapitän nemo kehrte an bord zurück ich blieb im conseil bis fünf uhr und wir gingen die küste auf und ab mit beobachten und studieren beschäftigt ich hob ein pinguinei von merkwürdiger größe auf für das ein liebhaber wohl tausend francs gezahlt hätte isabellenfarbig mit streifen und zeichen gleich hieroglyphen verziert gab es ein seltenes spielzeug ab ich übergabe es den händen conseils und der vorsichtige junge mit sicherem tritt hielt es wie kostbares chinesisches porzellan und brachte es wohlbehalten zum nautilus hier legte ich das seltene stück in einen glaskasten des museums ich verzerrte mit appetit ein treffliches stück robbenleber das fast wie schweinefleisch schmeckte und legte mich zu bette am folgenden morgen den 21 märz stieg ich schon um fünf uhr auf die plattform wo sich der kapitän nemo bereits befand das wetter heitet sich ein wenig auf sagte er zu mir ich habe gute hoffnung nach dem frühstück wollen wir ans land gehen und eine gute stelle für die beobachtung wählen ich war einverstanden und suchte net land auf um ihn mitzunehmen der starkkopf weigerte sich und ich sah wohl dass seine schweigsamkeit nebst seiner schlimmen laune täglich zunahm trotzdem hatte ich unter den gegebenen umständen seinen eigenen sinn nicht zu bedauern es waren so viele robben an land wo man durfte einen so unbesonnenen jäger nicht der versuchung aussetzen als das frühstück beendet war begabe ich mich ans land der nautilus war während der nacht noch einige meilen höher hinauf gefahren er befand sich auf hoher see eine gute meile von der küste entfernt die von einer spitzen 500 meter hohen anhöhe beherrscht wurde auf dem boote mit mir befanden sich der kapitän nemo zwei leute der bemannung und die instrumente nämlich ein chronometer ein fernrohr und ein barometer während unserer überfahrt sah ich zahlreiche walfische von drei den südlichen meeren eigentümlichen arten sie belustigten sich trupfweise in den ruhigen gewässern und man sah wohl dass dieses becken des südpols gegenwärtig den allzu arg von den jägern verfolgten tieren dieser art eine zufluchtsstätte war so dann bemerkte ich lange weißliche reihen seescheiden eine art mollusken die in gesellschaft zusammenleben und stattliche medusen die zwischen den wirbeln der wellen schaukelten um neun uhr landeten wir der himmel klärte sich auf die wolken flohen nach dem süden die nebel verließen die kalte oberfläche der gewässer der kapitän nemo ging auf die anhöhe zu welche er wohl zu seinem observatorium machen wollte das hinaufsteigen über spitze lavastücke und bimbs steine ist in einer häufig mit ausströmenden schwefeldünsten durchdrungenen luft beschwerlich der kapitän der doch des bergsteigens enthöhnt war klemmte die stahlsten abhänge mit einer leichtigkeit hinan um die ein gemmsjäger ihn beneidet hätte wir brauchten zwei stunden um auf den gipfel der anhöhe die aus porphyr und basalt bestand zu gelangen von hier aus blickten wir auf ein weites meer bis wo das himmelsgewölbe den horizont begrenzte zu unseren füßen blendende schneefelder über unserem haupte blasses blau frei von nebel im norden erschien die sonnenscheibe wie eine feuerkugel woraus die linie des horizonts bereits einen ausschnitt gemacht hatte in der ferne lag der nautilus wie ein schlafender walfisch hinter uns nach süden und osten ein unermessliches land eine chaotische häufung von fels und eisblöcken in unabsehbarer weite als der kapitän nemo auf dem gipfel der anhöhe ankam nahm er vermittels des barometers sorgfältig die höhe auf ein viertel vor zwölf erschien die sonne welche man damals nur durch brechung des lichtes sah wie eine goldene scheibe welche ihre letzten strahlen auf dem verlassenen kontinent warf der kapitän nemo beobachtete durch ein mit einem netz versehenes fernrohr welches vermittels eines spiegels die strahlenbrechen korrigierte das gestirn das in einer sehr langen diagonale allmählich unter den horizont hinab sank ich hielt das chronometer mit klopfendem herzen wenn das verschwinden der hellen sonnenscheibe bis zwölf uhr des chronometers zusammentraf so befanden wir uns am pool zwölf uhr rief ich aus der südpol erwiderte der kapitän nemo mit ernster stimme indem er mich in das fernrohr sehen ließ welches zeigte wie das tagesgestirn vom horizont genau in zwei gleiche teile geschnitten war ich sah wie die letzten strahlen auf die anhöhe fielen und das dunkel allmählich sich ihrem abhang hinauf zog darauf legte der kapitän nemo seine hand auf meine schulter und sprach zu mir mein herr im jahre 1600 erreichte der holländer gerig durch stürme verschlagen den 64 grad südlicher breite und entdeckte new shetland im jahre 1773 kam der berühmte cook längst dem 38 meridian bis zum 67 grad 30 minuten und 1774 auf dem 109 meridian bis 71 grad 15 minuten breite im jahre 1819 befand sich der russe bellinghausen auf dem 69. und 1821 auf dem 66. parallelkreis unter 111 grad westlicher länge im jahre 1820 fuhr der amerikaner murrell dessen berichte zweifelhaft sind auf den 42. meridian und entdeckte das freie meer unter 70 grad 14 minuten der breite im jahre 1825 konnte der engländer paul nicht über den 62 grad in dem selben jahr drang ein einfacher robbenjäger der engländer weddell bis zum 72 grad 14 minuten der breite auf dem 35 meridian und bis zu 74 grad 15 minuten auf dem 36. im jahre 1829 nahm der engländer forste kommandante chanticleer besitz vom südpol kontinent unter 63 grad 26 minuten breite und 66 grad 26 minuten länge im jahre 1831 entdeckte der engländer bis co am 1. februar das land enderby unter 68 grad 50 minuten breite 1832 den 5. februar das land adelaide unter 67 grad breite und am 21. februar das graham land unter 64 grad 45 minuten breite im jahre 1838 musste der franzose de mont de ville vor der eisdecke unter 62 grad 57 breite halt machen nahm jedoch das land louis philippe auf zwei jahre später unter 66 grad 30 minuten das land adelaide und gleich darauf unter 64 grad 40 minuten die küste clarie im jahre 1838 kam der engländer wilks bis zum 69. breitengrad auf dem 100. meridian 1839 entdeckte der engländer bellany das land sebrina an der grenze des polarkreises endlich entdeckte der engländer james ross mit dem erebus und terror unter 76 grad 56 minuten breite und 171 grad 7 sekunden länge das land victoria so dann nahm er unter 74 grad breite den höchsten damals erreichten punkt auf nachher kam er noch zu 76 grad 8 minuten 77 grad 32 minuten und 78 grad 4 minuten im jahre 1842 kam er wieder konnte aber nicht über den 71 grad dringen nun aber habe ich kapitän nemo am 21 märz 1868 den südpol unter 90 grad erreicht und ich nehme von diesem teil des erdkreises besitz in wessen namen kapitän in meinem eigenen mein herr und bei diesen worten entfaltete der kapitän nemo eine schwarze flagge mit einem goldenen n darauf zum tagesgestirn gewendet dessen letzte strahlen den horizont des meeres berührten rief er aus lebe wohl sonne und lasse eine sechsmonatliche nacht ihre schatten über mein neues reich breiten ende von teil zwei kapitel 14 gelesen von sonja teil zwei kapitel 15 von zwanzigtausend meilen unter mehr dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org es liest herr klugbeißer 20.000 meilen unter mehr von jules verne teil zwei kapitel 15 unfall oder zwischenfall am folgenden tage den 22 märz wurden um sechs uhr früh die vorbereitungen zur abreise begonnen der letzte dämmerschein zerfloss in der nacht es war streng kalt die sternbilder schimmerten in auf fallen stark im glanz im zenit strahlte das wunderschöne südkreuz der polarstern der antarktischen gegenden das thermometer zeigte zwölf grad unter null und wenn frischer wind wehte verursachte er stechenden schmerz die eisblöcke vermehrten sich auf dem freien wasser das meer fing an überall zu gefrieren zahlreiche schwärzliche platten auf seiner oberfläche kündigten die bevorstehende bildung frischen eises an offenbar war das südliche becken wenn es während der sechs wintermonate gefroren war durchaus unzugänglich was wurde aus den walfischen während dieser zeit ohne zweifel zogen sie unter der eisdecke in andere meere die meerverkehr gestatten die robben und walrosse welche in so strengem klima zu leben gewohnt sind blieben in den eisgegenden diese tiere werden durch instinkt getrieben löcher in die eisfelder zu bohren und sie beständig offen zu halten um an denselben luft zu schöpfen so sind denn wenn auch die vögel vor der kälte nach norden wandern diese seesäugetiere die einzigen herren des polarkontinents unterdessen waren die wasserbehälter gefüllt worden und der nautilus tauchte langsam hinab und machte in einer tiefe von tausend fuß halt seine schraube setzte ihn in bewegung und er fuhr gerade nordwärts mit einer schnelligkeit von fünfzehn meilen die stunde gegen abend schwamm er bereits unter der unermesslichen eisdecke die läden des salons waren aus vorsicht geschlossen worden denn der rumpf des nautilus konnte wieder einen versenkten eisblock stoßen daher brachte ich diesen tag damit hin meine notizen ins reine zu bringen mein geist war ganz in die erinnerungen an den pol versenkt wir hatten diesen unzugänglichen punkt ohne beschwerden und gefahr erreicht als wenn unser schwimmender waggon über die schienen einer eisenbahn litt und jetzt begann die rückkehr sollte sie mir noch ähnliche überraschungen bereiten ich dachte es da die reise der unterseeischen wunder unerschöpflich ist indessen hatten wir seit den fünf monaten da uns der zufall auf dieses fahrzeug verschlagen 14.000 lieux zurückgelegt und auf dieser fahrt welche eine längere linie enthielt als der erdäquator wie viel merkwürdige oder fürchterliche zwischenfälle hatten unserer reise reiz verliehen die jagd auf crespo das stranden in der torresstraße die perlfischerei der korallenfriedhof der arabische tunnel das heben des schatzes zu vigo die atlantes nun der südpol während der nacht beschäftigten alle diese erinnerungen von traum zu traum meinen geist und ließen ihn nicht einen augenblick zur ruhe kommen um drei uhr früh wurde ich durch einen heftigen stoß aufgerüttelt ich richtete mich auf und horchte in dem dunkel als ich mit einem heftigen ruck mitten in das zimmer geschleudert wurde offenbar saß der nautilus fest und hatte sich auf die seite gelegt ich stützte mich seitwärts an die wände und drückte mich durch die gänge bis zu dem salon welcher vom plafond herab erleuchtet war die möbel waren umgeworfen glücklicherweise waren die unten festgefügten glaskästen in ihrer lage geblieben die gemälde der rechten seitenwand hatten sich bei veränderung der vertikal linie fest an die tapeten gelegt während sie auf der linken um einen fuß abstanden der nautilus hatte sich also rechts gelegt und zwar vollständig unbeweglich innen hörte ich fußtritte verwirrte stimmen aber der kapitän nemo erschien nicht im moment als ich den salon zu verlassen im begriff war traten ned land und conse herein was ist vor fragte ich sie gleich das wollten wir von meinem herrn hören erwiderte conseil tausend teufel rief der kanadier ich weiß es wohl der nautilus sitzt fest und nach der lage zu urteilen welche er angenommen hat glaube ich nicht dass er sich wie das erste mal in der torresstraße herausziehen wird aber doch fragte ich ist er wieder auf die oberfläche gekommen das wissen wir nicht erwiderte conseil wir können uns leicht darüber gewissheit verschaffen erwiderte ich ich befragte das manometer zu meiner großen überraschung zeigte es eine tiefe von 360 meter was will das bedeuten rief ich aus man muß den kapitän nemo fragen sagte conseil aber wo ist er zu finden fragte ned land folgen sie mir sagte ich zu meinen gefährten wir verließen den salon in der bibliothek niemand auf der mittelstiege dem posten der mannschaft niemand ich vermutete der kapitän nemo müsse sich im gehäuse des steuerers befinden das beste war abwarten wir gingen wieder in den salon die verwünschungen des kanadiers übergehe ich er konnte nun seinen ganzen zorn auslassen ich ließ ihn seiner üblen laune ganz nach belieben luft machen ohne etwas zu erwidern in dieser lage befanden wir uns seit 20 minuten indem wir das geringste geräusch im inneren des nautilus belauschten als der kapitän nemo eintrat er schien uns nicht zu sehen seine gewöhnlich so bewegungslose physiognomie gab eine gewisse unruhe zu erkennen er sah schweigend auf den kompass das manometer und legte seinen finger auf einen punkt der karte in der gegend der südmeere ich mochte ihn nicht unterbrechen nur als er nach einer kleinen weile sich zu mir wendete sagte ich indem ich mich eines ausdrucks welchen er in der torresstraße gebraucht hatte bediente ein zwischenfall kapitän nein mein herr erwiderte er dieses mal ein unfall von ernstlicher bedeutung vielleicht ist die gefahr dringend nein der nautilus sitzt fest ja und woran liegt die schuld in einer laune der natur nicht in der unerfahrenheit der menschen bei unseren manövern ist kein versehen vorgekommen doch die wirkung der gleichgewichts gesetze lässt sich nicht hemmen man kann wohl menschlichen gesetzen trotz bieten aber nicht den natur gesetzen sich widersetzen dieser antwort gab mir keine auskunft darf ich wissen mein herr fragte ich ihn was diesen unfall veranlasst hat ein ungeheurer eisblock ein ganzer berg hat sich umgewendet erwiderte er wenn die eisberge durch wärmeres wasser oder wiederholte stöße an ihrer basis untergraben sind verändert sich ihr schwerpunkt dann wendet sich die ganze masse sie stürzen um dieser fall ist eingetreten ein solcher eisblock ist beim umstürzen wieder den nautilus der unterm wasserschwamm gefallen dann glitt er darunter hob ihn mit unwiderstehlicher gewalt in die höhe und brachte ihn in minder dichtere schichten wo er jetzt auf der seite fest liegt aber kann man den nautilus nicht durch entleeren seiner behälter freimachen so dass er wieder ins gleichgewicht kommt das geschieht in diesem augenblick mein herr sie können hören wie die pumpen arbeiten sehen sie auf den zeiger des manometer er zeigt an dass der nautilus im steigen begriffen ist aber der eisblock steigt mit ihm zugleich und bis das ein hindernis seine steigende bewegung hemmt bleibt unsere lage unverändert in der tat der nautilus lag fortwährend auf der rechten seite ohne zweifel würde er sich aufrichten wenn der block selbst festlege aber in diesem augenblick wer weiß ob wir nicht an die eisdecke oben anstoßen ob wir nicht erschrecklich zwischen die beiden eisoberflächen gedrängt wurden ich überdachte alle konsequenzen dieser lage der kapitän nemo beobachtete unablässig das manometer der nautilus war seit dem herabsturz des eisberges um etwa 150 fuß gestiegen aber er blieb stets in demselben winkel zur senkrechten linie plötzlich spürte man im schiffsraum eine leichte bewegung offenbar richtete sich der nautilus ein wenig auf die hängenden gegenstände nahmen allmählich ihre richtige lage wieder ein die wände wurden fast wieder senkrecht keiner von uns sprach nur ein wort mit unruhigem gemüt beobachteten spürten wir das wieder aufrichten der fußboden wurde wieder waagerecht endlich sind wir aufrecht rief ich aus ja sagte der kapitän nemo und ging nach der türe des salons zu aber werden wir wieder flott fragte ich zuverlässig erwiderte er da die behälter noch nicht leer sind und sind sie leer so muß der nautilus wieder zur meeresoberfläche aufsteigen der kapitän ging hinaus und ich sah bald daß man auf seinen befehl die aufsteigende bewegung des nautilus gehemmt hatte wirklich würde er bald wieder die untere seite der eisdecke gestoßen sein und es war besser ihn etwas tiefer sich bewegen zu lassen wir sind gut davon gekommen sagte darauf conseil ja wir konnten zwischen diesen eisblöcken erdrückt oder wenigstens eingesperrt werden und dann luftmangel ja wir sind gut durchgekommen wenn jetzt alles zu ende ist brummte netland ich wollte mich nicht mit dem kanadier in eine unnütze erörterung einlassen und gab ihm keine antwort übrigens öffneten sich in diesem augenblick die läden und durch das freie glas drang das äußere licht ein wir befanden uns wie gesagt im freien wasser aber in einer entfernung von zehn meter ragte auf beiden seiten des nautilus eine glänzende eiswand über und unter uns eine gleiche wand über uns weil die untere seite der eisdecke gleichsam einen ungeheuren plafond bildete unter uns weil der herabgestürzte block in dem er allmählich hinab rutschte an den seitenwänden auf zwei stützpunkte gestoßen war welchen ihn in dieser lage festhielten der nautilus war in einem wahrhaften eistunnel eingesperrt es war ihm jedoch leicht durch vorwärts oder rückwärts fahren aus demselben heraus zu kommen und dann einige hundert meter tiefer freie bahn unter der eisdecke zu finden die leuchte am plafond war erloschen und dennoch war der salon vom starken licht zum blenden erhellt weil die lichtströme des fanal von den eiswänden in großer stärke zurückgestrahlt wurden unbeschreiblich war die wirkung der voltaischen strahlen auf die großen launenhaft gestalteten eisblöcke mit ihren verschiedenen winkeln spitzen kleinen flächen welche jede nach beschaffenheit ihrer adern ein verschiedenes licht zurückwarfen eine unerschöpfliche mine von edelgestein besonders von safir der seine blauen strahlen mit den grünen des smaragds durchkreuzte wie herrlich schön wie schön rief conseil aus ja sagte ich es ist ein wundervoller anblick nicht wahr ned ei tausend teufel ja erwiderte ned land prachtvoll ich bin entrüstet daß ich nicht nein sagen kann so etwas hat man noch nie gesehen aber dieser anblick kann uns teuer zu stehen kommen und offen gestanden es kommt mir vor wir sehen hier dinge die gott den blicken der menschen hat entziehen wollen ned hatte recht es war allzu schön plötzlich schrie conseil laut auf ich drehte mich um was gibts fragte ich schließe mein herr seine augen schaue nicht bei diesen worten hielt conseil seine hände auf beide augen was ist dir lieber junge ich bin geblendet blind meine blicke richteten sich unwillkürlich nach dem fenster aber ich konnte das entgegenstrahlende feuer nicht aushalten ich verstand was vorgegangen war der nautilus hatte sich mit größter schnelligkeit in bewegung gesetzt aller ruhige glanz dieser eiswände hatte sich dadurch in blitzende strahlen verwandelt und es war als fahre der nautilus durch eine scheide von blitzen darauf schlossen sich die läden des salons wieder wir hielten unsere hände vor die augen die ganz von dem konzentrischen lichtschein durchdrungen waren welche vor der netzhaut flimmert wenn sie von den sonnenstrahlen allzu stark getroffen wird es bedurfte einiger zeit um die unruhe unseres blickes zu beruhigen endlich ließen wir die hände wieder herabsinken meiner treu das hätte ich niemals geglaubt sagte conseil und ich glaube es noch nicht entgegnete der kanadier wenn wir wieder auf die erde kommen werden fügte conseil bei überreizt von so vielen naturwundern was werden wir dann von dem armseligen festland denken und von den kleinen aus der menschenhand herrührenden werken nein die bewohnte welt ist unser nicht mehr würdig solche worte im munde eines phlegmatischen flamländers zeigte bis zu welchem höhepunkt der wallung unser enthusiasmus gestiegen war aber der kanadier ermangelte nicht ein tröpfchen kaltes wasser hinein zu gießen die bewohnte welt sagte er mit kopfschütteln seien sie nur ruhig freund conseil wir werden nie dahin zurückkehren es war damals fünf uhr früh in diesem augenblicke spürten wir dass der nautilus mit dem vorderteil wieder stieß ich dachte mir dass sein schnabel wieder einen eisblock gefahren sei dies musste ein falsches manöver sein denn der unterseeische von blöcken versperrte tunnel bot nicht eine leichte fahrt also meinte ich der kapitän nemo werde seinen weg ändernd diese hindernisse umfahren oder den krümmungen des tunnels folgen jedenfalls konnte die fahrt vorwärts nicht gänzlich gehemmt sein doch nahm der nautilus gegen meine erwartung eine entschiedene rückwärtsbewegung vor wir fahren rückwärts sagte conseil ja antwortete ich der tunnel muß nach dieser seite hin ohne ausgang sein und dann dann sagte ich ist das verfahren sehr einfach wir fahren den weg welchen wir kamen zurück um an der südlichen mündung heraus zu kommen das ist alles mit diesen worten wollte ich mehr beruhigung zu erkennen geben als ich wirklich hatte indessen wurde die rückwärtsbewegung des nautilus rascher und brachte uns mit großer schnelligkeit weiter das wird nur eine verzögerung sein sagte netland was liegt daran einige stunden früher oder später wenn wir nur herauskommen ja wiederholte netland wenn wir nur herauskommen ich ging auf einige augenblicke aus dem salon in die bibliothek meine gefährten blieben schweigend sitzen ich warf mich bald auf einen divan und nahm ein buch in die hand das meine augen mechanisch durchliefen nach einer viertelstunde trat conseil zu mir heran und sprach ist es ein interessantes buch worin sie lesen sehr interessant erwiderte ich das glaube ich es ist meines herrn eigenes werk mein werk wirklich hatte ich mein eigenes werk über die großen meerestiefen in der hand was ich gar nicht vermutet hatte ich machte das buch zu und setzte meinen spaziergang fort net und conseil standen auf um sich zurückzuziehen bleiben sie meine freunde sagte ich indem ich sie zurückhielt bleiben wir beisammen bis wir aus der sackgasse wieder heraus sind wie es meinem herrn beliebt erwiderte conseil es verflossen wieder einige stunden ich sah häufig auf die an der wand des salons hängenden instrumente das manometer zeigte dass der nautilus sie standhaft in einer tiefe von 300 meter hielt der kompass das er immer südwärts fuhr das lock das er 20 meilen in der stunde fuhr was in einem so engen raum etwas außerordentliches war aber der kapitän nemo wußte dass er nicht genug eilen konnte und dass damals die minuten jahrhunderte galten um 8 uhr 25 minuten spürten wir einen abermaligen stoß diesmal am hinterteil ich erbleichte meine gefährten waren zu mir getreten ich erfasste conseils hand wir fragten uns mit blicken und zwar direkter als worte unsere gedanken ausgedrückt hätten in diesem augenblick trat der kapitän in den salon ich ging auf ihn zu der weg ist doch im süden versperrt fragte ich ja mein herr der eisberg hat mit einer wendung jeden ausweg abgeschnitten wir sind abgesperrt ende von teil 2 kapitel 15 teil 2 kapitel 16 von 20.000 meilen unter mehr dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei die privox punkt org aufgenommen von herr klugbeißer 20.000 meilen unter mehr von jules verne teil 2 kapitel 16 luftmangel also befanden wir uns in einem kerker über und unter uns und ringsum undurchdringliche eiswände der kanadier schlug fürchterlich mit der faust auf den tisch conseil schwieg ich sah dem kapitän ins angesicht seine züge waren wie gewöhnlich rührungslos er kreuzte die arme sann nach der nautilus war unbeweglich der kapitän ergriff das wort meine herren sprach er in ruhigem tone in unserer jetzigen lage gibt es zwei arten zu sterben der unbegreifliche mann sprach wie ein professor der mathematik der einen satz demonstriert erstens fuhr er fort den tod des erdrückens und zweitens den des erstickens vom hungertode rede ich nicht denn unsere lebensmittel reichen gewiß weiter aus als unser leben ein ersticken kapitän erwiderte ich ist doch wohl nicht zu besorgen denn unsere behälter sind gefüllt richtig versetzte der kapitän nemo aber sie liefern nur noch für zwei tage unseren bedarf an luft bereits sind wir 36 stunden unterm wasser und die schwüle atmosphäre des nautilus bedarf der erneuerung binnen 48 stunden wird unser vorrat zu ende sein nun kapitän so müssen wir uns vor ablauf von 48 stunden freimachen wenigstens wollen wir einen versuch machen die uns umgebende wand zu durchbrechen auf welcher seite fragte ich das müssen wir erst durch sondieren erfahren ich will den nautilus auf die innere bank aufsitzen lassen und meine leute werden in ihren skarpandern die eishöhle an der mindestdicken stelle durchhauen kann man die läden des salons öffnen ohne nachteil wir sind nicht mehr in bewegung der kapitän ging hinaus bald gab ein rauschen zu erkennen daß das wasser in die behälter strömte der nautilus senkte sich langsam und saß auf dem eisgrunde in einer tiefe von 350 meter meine freunde sprach ich unsere lage ist ernst aber ich zähle auf ihren mut und ihre energie mein herr erwiderte der kanadier jetzt ist es nicht zeit zu beschuldigungen ich werde alles tun für das allgemeine beste gut ned sagte ich und reichte dem kanadier die hand ich verstehe fuhr er fort die hacke so gut zu führen wie die harpune und wenn ich nützlich sein kann stehe ich dem kapitän zu diensten er wird ihren beistand nicht ablehnen kommen sie ned ich führte den kanadier in die kammer wo die leute des nautilus ihre skapander anlegten ich teilte dem kapitän netz anerbieten mit und es wurde angenommen der kanadier legte seine meerkleidung an und war augenblicklich zur arbeit bereit jeder von ihnen trug auf dem rücken seinen rukai rollapparat der aus den behältern reichlich mit reiner luft gefüllt war es war das ein ansehnliches aber notwendiges darliehen die ruhmkaufschen leuchten waren nicht nötig weil das wasser genug erhellt war als ned angekleidet war begab ich mich in den salon zurück nahm mit conseil platz vor den fenstern deren läden geöffnet wurden und besah die umgebenden schichten worauf der nautilus ruhte gleich darauf sahen wir ein dutzend mann auf der eisbank sich aufstellen unter ihnen ned der durch seinen hohen wuchs kenntlich war der kapitän nemo befand sich auch bei ihnen bevor man zum durchhauen schritt musste man sondieren um gewiss zu sein wo die arbeiten am besten vorzunehmen waren lange sonden wurden an den seitenwänden hinab gelassen aber bei 15 metern wurden sie noch durch die dicke wand aufgehalten nach unten waren wir zehn meter vom wasser geschieden so dick war dieses eisfeld demnach handelte es sich darum ein stück desselben von der größe des nautilus an seiner wasserlinie auszuhauen es betrug ungefähr 6500 kubikmeter für ein loch wodurch wir unter das eis gelangen konnten die arbeit wurde unverzüglich in angriff genommen und mit unermüdlicher ausdauer gefördert der kapitän ließ auf der linken seite des nautilus acht meter weit eine grube abstecken darauf bohrten seine leute an verschiedenen punkten ihres umfangs zu gleicher zeit sie an bald griff die hacke diese feste masse kräftig an und große blöcke wurden abgelöst die spezifische schwere ergab den merkwürdigen erfolg dass diese blöcke weil sie leichter als das wasser waren zur decke des tunnels sozusagen empor flogen so dass diese um so viel an dicke zunahm als der boden dünner wurde nach zwei stunden rüstiger arbeit kehrte ned land erschöpft zurück und wurde von frischen arbeitern abgelöst zu denen wir conseil und ich uns gesellten der schiffsleutnant des nautilus leitete uns an das wasser kam mir ausnehmend kalt vor aber ich wurde bald durch schwingen der hacke warm meine bewegungen obwohl unter einem drucke von 30 atmosphären waren sehr frei als ich nach zweistündiger arbeit zurückkehrte um auszuruhen und einige nahrung zu mir zu nehmen fand ich einen bedeutenden unterschied zwischen dem reinen stoff welchen mir der apparat ruck raiol zuführte und der atmosphäre des nautilus die schon voll kohlensäure war die luft war seit 48 stunden nicht erneuert wurden und ihre belebenden eigenschaften waren beträchtlich schwächer doch hatten wir nach verlauf von zwölf stunden nicht mehr als eine schicht von der dicke eines meters weggeschafft das machte etwa 600 kubikmeter nahmen wir an dass in den folgenden zwölf stunden das gleiche geleistet wurde so bedurfte es noch fünf nächte und vier tage um das unternehmen zum ziel zu führen fünf nächte und vier tage sagte ich zu meinen gefährten und wir haben nur noch für zwei tage luft in den behältern ohne zu rechnen versetzte ned dass wir wenn wir einmal aus diesem verdammten kerker heraus sind dann noch unter der eisdecke stecken ohne eine mögliche verbindung mit der atmosphäre die bemerkung war richtig wer konnte damals berechnen wie viel zeit bis zu unserer befreiung mindestens erforderlich war mussten wir nicht alle ersticken bevor der nautilus wieder an die oberfläche des wassers kommen konnte sollte er das los haben samt allem die er in sich fasste in dieser eiskruft zugrunde zu gehen schreckliche lage aber alle sahen der gefahr ins angesicht entschlossen bis zum letzten augenblick ihre schuldigkeit zu tun während der nacht wurde meiner berechnung gemäß abermals eine schicht von einem meter fortgeschafft aber als ich am morgen in meinem skapander kleide bei einer temperatur von sechs bis sieben grad unter null durch die flüssige masse schritt bemerkte ich dass die seitenwände sich allmählich annäherten die von unserem graben entfernten wasserschichten welche nicht durch die arbeit und die werkzeuge in bewegung gesetzt wurden zeigten ein bestreben fest zu gefrieren was konnten wir bei dieser neuen und dringenden gefahr für aussicht auf rettung haben und wie konnten wir das einfrieren vermeiden wodurch die wände des nautilus wie glas zersprengt würden ich ließ meine beiden gefährten von dieser neuen gefahr nichts merken um nicht ihre für die rettungsarbeit nötige tatkraft herabzustimmen aber als ich an bord zurückkam bemerkte ich dem kapitän nemo den ernsten fall ich weiß es sprach er mit derselben kaltblütigkeit welche unter den fürchterlichsten umständen keine änderung erlitt es ist eine weitere gefahr ich sehe aber keine mittel sie abzuwenden die einzige aussicht auf rettung besteht darin dass man dem festfrieren zuvorkommt das ist alles zuvorkommen an solche art zu reden hätte ich gewöhnt sein müssen an diesem tage führte ich einige stunden lang die hacke mit hartnäckiger ausdauer diese arbeit hielt mich aufrecht zudem war man bei dieser arbeit nicht in der verdorbenen luft des nautilus und atmete direkt die reine luft welche den apparaten aus den behältern geliefert wurde gegen abend war unser graben abermals um einen meter tiefer geworden als ich wieder an bord kam war ich durch die kohlensäure womit die luft gesättigt war dem ersticken nahe ach wie mußten wir die chemischen mittel vermissen wodurch man das verdorbene gas entfernen kann an sauerstoff hatten wir keinen mangel und wir konnten ihn durch unsere voltagischen säulen aus dem wasser durch zersetzung gewinnen aber wozu half es da die durch unser atmen erzeugte kohlensäure alle teile des schiffes durchdrungen hatte um dieselbe fortzuschaffen hätte man gefäße mit kaustischem kali füllen und beständig rütteln müssen dieser stoff welcher doch sonst nichts zu ersetzen war fehlte aber an bord diesen abend musste der kapitän nemo die hähne seiner luft behälter öffnen und einige ströme reiner luft in den nautilus herein lassen ohne diese vorsorge wären wir nicht wieder aufgewacht am folgenden tage dem 26 märz setzte ich meine gruben arbeit mit dem fünften meter fort die seitenwände und die innere fläche der eisdecke wurden sichtbar dicker es war unverkennbar daß wir zusammengefrieren würden ehe der nautilus frei sein konnte mutlosigkeit befiel mich einen augenblick und die hacke entfiel meinen händen wozu das graben wenn wir ersticken wenn wir durch das zu stein gefrierende wasser zerdrückt werden mußten in diesem augenblicke kam der kapitän nemo welcher die arbeit leitete und selbst hand anlegte in meine nähe ich rührte ihn mit der hand an und zeigte auf die wände unseres kerkers dessen linke wand sich nun fast vier meter dem nautilus genähert hatte der kapitän verstand mich und winkte mir ihm zu folgen wir begaben uns an bord ich legte meinen skarpander ab und begleitete ihn in den salon herr aronax sagte er zu mir wir müssen irgend ein heroisches mittel versuchen sonst werden wir in diesem gefrierenden wasser wie von kit umgossen ja sagte ich aber was anfangen ach wäre doch mein nautilus stark genug um diesen druck auszuhalten ohne erdrückt zu werden nun fragte ich da ich des kapitäns idee nicht begriff begreifen sie nicht fuhr er fort dass dieses gefrieren des wassers uns dann zum beistand käme sehen sie nicht dass es durch sein gefrieren die eisfelder welche uns gefangen halten zersprengen würde wie es beim gefrieren die härtesten steine zersprengt merken sie nicht dass es so anstatt ein agent der zerstörung ein agent der rettung sein würde ja kapitän vielleicht aber so groß auch die widerstandskraft des nautilus gegen erdrückung sein mag diesen fürchterlichen druck würde er nicht aushalten können und so platt werden wie ein stück blech ich weiß es mein herr man muss also nicht auf den beistand der natur rechnen sondern nur auf uns selbst man muss dem fest gefrieren einen widerstand entgegensetzen man muss es hemmen nicht allein die seitenwände verengen sich es bleiben beim nautilus vorne und hinten keine zehn fuß wasser das einfrieren wird von allen seiten zu uns herankommen wie viel zeit fragte ich wird die luft der behälter uns noch das atmen an bord gestatten der kapitän sah mir ins gesicht übermorgen sprach er werden die behälter leer sein ein kalter schweiß befiel mich und doch war diese antwort nicht zum erstaunen am 22 märz war der nautilus im freien meere untergetaucht jetzt hatten wir den 26 seit fünf tagen also lebten wir von dem vorrat an bord und den rest von atmungsfähiger luft musste man für die arbeiter aufsparen im augenblick da ich dieses schreibe befällt noch beim gedanken daran ein unwillkürlicher schrecken mein ganzes wesen doch der kapitän sah nach schweigend unbeweglich man sah eine idee vor ihm durch den kopf aber er schien sie abzuweisen er antwortete sich mit nein endlich entfuhren seine lippen die worte siedendwasser siedendwasser rief ich ja mein herr wir sind in einem verhältnismäßig engen raume eingeschlossen würden denn nicht siedende wasser strahlen welche die pumpen des nautilus beständig ausströmten die temperatur in demselben erhöhen und so das gefrieren verzögern man muss es versuchen sagte ich entschlossen so machen wir den versuch herr professor das thermometer gab damals außen sieben grad unter null an der kapitän nemo führte mich in die küchen wo ungeheure destillationsapparate in tätigkeit waren um durch verdunstung trinkbares wasser zu bereiten sie wurden mit wasser gefüllt und die ganze hitze der elektrischen säulen wurde durch die serpentinen getrieben in einigen minuten hatte dieses wasser 100 grad hitze erreicht es wurde zu den pumpen geleitet während es durch frisches wasser nach verhältnis ersetzt wurde die elektrischen säulen entwickelten eine solche hitze dass das aus dem meere geschöpfte kalte wasser nur den apparat zu durchlaufen hatte um siedend in die pumpen zu gelangen die arbeit der pumpen begann und nach drei stunden zeigte das thermometer außen sechs grad unter null zwei stunden später nur noch vier es wird gelingen sagte ich zum kapitän nachdem ich den fortgang der operation genau beobachtet hatte ich denke wohl erwiderte er wir werden nicht erdrückt werden nur das ersticken ist noch zu fürchten während der nacht stieg die temperatur des wassers auf einen grad unter null eine höhere ließ sich nicht erzielen aber da das gefrieren des wassers nur bei zwei grad vorgeht so war ich endlich sicher dass wir nicht einfrieren würden am folgenden tage den 27 märz waren sechs meter eis heraus geschafft vier blieben noch übrig das kostete noch 48 stunden arbeit die luft im inneren des nautilus ließ sich nicht mehr erneuern sie wurde diesen tag fortwährend übler es drückte mich eine unerträgliche schwere gegen drei uhr nachmittags wurde dies gefühl der beklemmung aufs höchste gesteigert die kinnladen wurden mir doch gähnen verrenkt meine lungen keuchten indem sie das zum atmen nötige luftbestandteil suchten welches immer spärlicher wurde eine moralische erstarrung befiel mich ich lag da ohne kraft fast ohne besinnung mein wackerer conseil welcher dasselbe zu leiden hatte wich nicht von meiner seite er faßte meine hand suchte mich zu ermutigen und ich hörte ihn noch murmeln ach könnte ich doch zu atmen aufhören um meinen herrn mehr luft zu lassen tränen traten mir in die augen als ich das hörte da diese schlimme lage für uns alle unerträglich war so legte man mit hastiger freude das gar panda kleid an um zu arbeiten die arme ermüdeten die hände wurden wund aber man achtete diese beschwerden nicht hatte man doch lebenslust für die lungen man konnte atmen und doch blieb niemand länger als die ihm bestimmte zeit bei der arbeit jeder trat seinem keuchenden genossen der ihn ablöste den lebensspendenden ranzen ab der kapitän nemo ging mit dem beispiel voran und erwarf sich zuerst der strengen ordnung kam die stunde der ablösung so übergab er seinen apparat und kehrte in die verdorben atmosphäre zurück stets ruhig ohne schwäche ohne murren an diesem tage wurde die gewöhnliche arbeit noch mit mehr kraft fortgeführt es waren nur noch zwei meter auf der ganzen oberfläche fortzuschaffen dann befanden wir uns im freien meere aber die luftbehälter waren beinahe leer der kleine rest musste für die arbeiter aufgehoben werden an bord zurückgekehrt war ich dem ersticken nahe welche nacht solche leiden lassen sich nicht schildern am folgenden morgen war mein atmen unterdrückt betäubender schwindel machte mich einem trunkenen gleich meine gefährten hatten gleiches zu erleiden einige mann röchelten nun am sechsten tage unserer einsperrung beschloss der kapitän nemo da die arbeit der hacke und schaufel zu langsam war die eisschicht welche uns noch von dem wasser trennte zu zerdrücken dieser mann bewahrte seine kaltblütigkeit und tatkraft überwand durch moralische stärke die physischen schmerzen er dachte handelte auf seinen befehl wurde das fahrzeug leichter gemacht das heißt durch minderung seines spezifischen gewichts von seinem eisboden empor gehoben als es flott war zog man es über die ungeheure grube welche ausgehauen wurde darauf wurden seine wasserbehälter gefüllt daß es wieder abwärts ging und sich in die grube einsenkte jetzt begab sich die gesamte mannschaft wieder an bord die doppelte verkehrspforte wurde geschlossen der nautilus lag auf der nur noch einen meter dicken eisschicht welche an unzähligen stellen von der sonde durchbohrt war die hähne der behälter wurden weit geöffnet und hunderte kubikmeter wasser stürzten ein und erhöhten das gewicht des nautilus um hunderttausend kilogramm wir warteten horchten vergaßen unsere leiden stets hoffend ein letzter wurf im spiel um unsere rettung trotz dem summen in meinem kopf hörte ich bald ein dröhnen unter dem rumpf des nautilus das niveau legte sich tiefer das eis krachte gewaltig und wie papier zerreißt wurde die schicht vom herabsenkenden nautilus zersprengt wir dringen durch murmelte conseil in meinem ohr unfähig zu antworten ergriff ich seine hand und drückte sie unwillkürlich krampfhaft mit einem male sank der nautilus infolge seines bedeutend verstärkten gewichts wie eine kugel in die tiefe hinab nun wurde die elektrische kraft den pumpen zugewendet welche alsbald das wasser aus den behältern trieben nach einigen minuten war unser jähes herabsinken gehemmt bald zeigte das manometer eine aufsteigende bewegung und die schraube trieb uns mit höchster geschwindigkeit dem norden zu doch wie lange sollte die fahrt unter der eisdecke noch dauern einen tag noch das hätte ich nicht mehr erlebt auf einem divan der bibliothek liegend war ich am ersticken mein angesicht war violett meine lippen blau meine geisteskräfte gelähmt ich hörte sah nicht mehr der zeitbegriff war mir geschwunden meine muskeln konnten sich nicht zusammenziehen wie viele stunden so verflossen weiß ich nicht anzugeben aber ich hatte das bewusstsein des beginnenden todeskampfes plötzlich kam ich wieder zu mir einige tropfen luft drangen in meine lungen waren wir bereits an der oberfläche waren wir aus der versperrung heraus nein meine wackeren freunde ned und conseil opferten sich um mich zu retten es waren einige restchen luft in einem apparat geblieben welche sie anstatt selbst einzuatmen für mich aufgehoben hatten und träufelten mir während sie selbst dem ersticken sich näherten das leben tropfenweise ein ich wollte den apparat zurückschieben sie hielten mir die hände und ich schlürfte mit lust den atem meine blicke fielen auf die uhr es war elf uhr vormittags es musste der 28. märz sein der nautilus fuhr mit der erschreckenden geschwindigkeit von 40 meilen in der stunde wo befand sich der kapitän nemo war er gestorben waren seine genossen mit ihm erlegen in dem augenblicke zeigte das manometer dass wir nur noch 20 fuß von der oberfläche waren bloß ein eisfeld trennte uns noch von der atmosphäre war es nicht möglich dieses zu zertrümmern vielleicht jedenfalls sollte der nautilus den versuch machen wirklich fühlte ich dass er eine schiefe lage annahm das hinterteil gesenkt den schnabel aufwärts um sein gleichgewicht zu ändern hatte ein einführen von wasser genügt darauf mit voller dampfkraft getrieben griff er die eisdecke wie ein furchtbarer widder von unten an er brachte sie allmählich zum bersten zog sich zurück und schoss mit größter schnelligkeit wieder gegen dieselbe zersprengte sie und gelangte durch einen letzten mit äußerstem ungestüm geführten stoß auf die oberfläche des eises welches er mit seinem gewicht zerdrückte die luke wurde geöffnet sozusagen gesprengt und die reine luft drang nun in alle räume des nautilus Ende von Teil 2 Kapitel 16 Teil 2 Kapitel 17 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Herr Klugbeißer Vom Kap Horn nach dem Amazonenström Wie ich auf die Plattform kam, weiß ich nicht zu sagen Vielleicht hatte mich der Kanadier hinaufgetragen Aber ich atmete, schlürfte die belebende Seeluft Meine beiden Gefährten an meiner Seite tranken in vollen Zügen die Erfrischung Die Unglücklichen welche lange Zeit die Nahrung entbehrten können nicht unbesonnen über die erste Nahrung welche sich darbietet herfallen Wir dagegen brauchten uns nicht zurückzuhalten konnten unseren Lungen die volle Erquickung des Einatmens gönnen und der Seewind selbst übergoss uns mit dieser Wonne der Trunkenheit Ach, sagte Konsei Wie erquickend ist der Sauerstoff Jetzt braucht mein Herr nicht mehr mit Angst zu atmen Es ist genug da für jedermann Nedland sprach nichts Aber er sperrte die Kinnladen auf das ein Haifisch erschrecken konnte Und was für kräftige Atemzüge Allmählich kamen uns wieder die Kräfte Und als ich um mich blickte sah ich daß wir uns allein auf der Plattform befanden Von der Bemannung nicht ein einziger auch der Kapitän Nemo nicht Sonderbar genug begnügten sich die Seeleute mit der innen befindlichen Luft Meine ersten Worte waren Worte des Dankes und der Erkenntlichkeit gegen meine beiden Gefährten Ned und Konsei hatten während der letzten Stunden dieses Todeskampfes mein Dasein verlängert Ich konnte ihnen für diese Hingebung nicht genug Dankbarkeit zollen Lassen Sie das Herr Professor Erwiderte Nedland Es ist nicht der Mühe wert davon zu reden Wir hatten kein Verdienst dabei Es war nur ein Rechenexempel Ihr Dasein ist mehr wert als das unsrige Darum mußte es erhalten werden Nein Ned, versetzte ich Es war nicht mehr wert Über einen edlen und guten Menschen geht nichts und das seid ihr Gut, gut, wiederholte der Kanadier in Verlegenheit Und du, lieber Konsei, hast recht zu leiden gehabt Doch nicht allzu sehr, offen gesagt Es fehlten mir zwar einige Schluck Luft Aber ich glaube, ich würde mich schon da rein gefunden haben Konsei ward verlegen Zur Sache, sagte Konsei Fahren wir in guter Richtung Ja, erwiderte ich Weil wir der Sonne zufahren Und hier ist die Sonne im Norden Allerdings, fuhr Nedland fort Aber ich möchte wissen Ob wir wieder ins Stille oder Atlantische Meer fahren Das heißt in besuchte oder verlassene Meere Hierauf wußte ich nicht zu antworten Und ich fürchte der Kapitän Nemo Werde uns eher vielmehr in den ungeheuren Ozean führen Welcher Asien und Amerika zugleich bespült Um seine unterseeische Rundreise zu vollenden Und dort seine Unabhängigkeit vollständiger zu finden Aber was wurde dann aus Nedlands Plänen? Wir mussten über diesen wichtigen Punkt bald im Reinen sein Der Nautilus fuhr reißend schnell Bald war man über den Polarkreis hinaus Und nun ging es nach dem Kap Horn zu Am 31. März um 7 Uhr abends Befanden wir uns der Spitze Amerikas gegenüber Nun waren alle überstandenen Leiden vergessen Unsere Gedanken waren nur auf die Zukunft gerichtet Der Kapitän Nemo zeigte sich nicht mehr Weder im Salon noch auf der Plattform Da der Leutnant jeden Tag die Lage feststellte Und auf die Karte eintrug So war ich im Stande die Richtung des Nautilus Genau aufzunehmen Diesen Abend nun ward es zu meiner großen Befriedigung klar Dass wir durch das Atlantische Meer wieder nach Norden fuhren Ich teilte dem Kanadier und Conseil das Ergebnis meiner Beobachtungen mit Gute Neuigkeit Erwiderte der Kanadier Aber wohin fährt der Nautilus Das kann ich nicht sagen net Will sein Kapitän nach dem Südpol auch dem Nordpol trotz bieten Und durch die berufene nordwestliche Durchfahrt in das stille Meer kommen Man sollte ihn nicht dazu herausfordern Erwiderte Conseil Dann, sagte der Kanadier Werden wir zuvor uns davon machen Jedenfalls, fügte Conseil bei Ist dieser Kapitän Nemo ein ganzer Mann Und wir werden nicht bedauern seine Bekanntschaft gemacht zu haben Besonders wann wir von ihm fort sind Versetzte Nedland Am folgenden Tage, dem ersten April Als der Nautilus auf der Oberfläche fuhr Bekamen wir um Mittag westlich eine Küste in Sicht Es waren die Feuerlande Ein Haufen Inseln Die sich zwischen 53 und 56 Grad südlicher Breite Und 67 Grad 50 Minuten Und 77 Grad 15 Minuten westlicher Länge 30 französische Meilen lang und 80 breit erstrecken Die Küste schien mir niedrig Aber in der Entfernung ragten hohe Berge empor Ich glaubte sogar den Sarmiento zu sehen Der sich 2000 und 70 Meter hoch über dem Meeresspiegel erhebt Ein pyramidaler Schieferblock Mit sehr spitzem Gipfel Der, je nachdem er mit Dünsten umgeben oder davon frei ist Gutes oder schlechtes Wetter anzeigt Wie Nedland sagte Ein merkwürdiges Barometer, mein lieber Freund Ja, mein Herr, ein natürliches Barometer Das mich noch nie getäuscht hat Wenn ich in der Magellanischen Straße fuhr Soeben zeigte sich die Spitze in klarer Zeichnung Vor dem Hintergrund des Himmels Ein Wahrzeichen guten Wetters Der Nautilus tauchte wieder unter Und näherte sich der Küste An welcher er nur einige Meilen weit vorüber fuhr Durch die Fenster des Salons Sah ich lange Lianen und Riesentang Das bürentragende Meergras Wovon wir im freien Polarmeer Einige Musterproben gesehen hatten Mit ihren glatten und klebrigen Fasern Waren sie bis zu 300 Meter lang Wahre Taue, über einen Zoll dick und sehr zähe Dienen sie oft zum Festbinden der Schiffe Ein anderes Kraut Unter dem Namen Welp bekannt Mit vier fußgroßen Blättern Die zwischen den korellenartigen Versteinerungen staken Bedeckte den Meeresgrund Es diente Myriaden von Schal- und Weichtieren Zum Lager und zur Nahrung Bot namentlich den Robben und Ottern Ein prächtiges Mahl Über diesen fetten und üppigen Grund Fuhr der Nautilus mit äußerster Schnelligkeit Gegen Abend näherte er sich dem Archipel Der Falklandsinseln Deren steile Gipfel ich am folgenden Morgen erkennen konnte Die Meerestiefe war mäßig Ich dachte daher nicht ohne Grund Daß diese beiden Inseln Umgeben von einer Menge Eilande Ehemals zu den Magellanischen Ländern gehörten Die Falklandsinseln welche jetzt den Engländern gehören Hießen früher als sie französisch waren Malouinen In diesen Gegenden brachten unsere Garne schöne Sorten von Algen herauf Und besonders eine Art Tang an dessen Wurzeln die schönsten Muscheln hingen Gänse und Enten ließen sich zu Dutzenden auf der Plattform nieder Und fanden bald ihren Platz in der Küche Von Fischen beobachtete ich besonders eine Art Trichterfische Die zwei Dezimeter lang und ganz mit weißlichen und gelben Flecken besäet waren Desgleichen hatte ich zahlreiche Quallen zu bewundern Die schönsten der Gattung wie sie jenen Meeren eigentümlich sind Bald hatten sie die Gestalt eines halbrunden, sehr feinen Schirmchens Das mit rotbraunen Streifen geschmückt war Und in zwölf regelmäßige Blumengehänge endigte Bald bildeten sie ein umgekehrtes Körbchen Woraus reiche Blätter und lange rote Zweige herabhingen Sie bewegten schwimmend ihre blattartigen Arme Und ließen ihren reichen Hauptschmuck von Füllhörnern herabhängend in den Fluten treiben Ich hätte gerne einige Proben dieser zarten Zoophyten aufgehoben Aber es sind nur Wolken, Schatten und Schein Sie schmelzen und verdünsten, wann sie aus ihrem Element herauskommen Als die letzten Höhen der Falklandsinseln unter dem Horizont verschwunden waren Tauchte der Nautilus 20 bis 25 Meter tief unter und fuhr längs der amerikanischen Küste Der Kapitän Nemo ließ sich nicht sehen Bis zum 3. April fuhren wir an den Küsten von Patagonien Bald unterm Ozean, bald an der Oberfläche Der Nautilus passierte die weite von der Mündung des La Plata gebildete Untiefe Und befand sich am 4. April Uruguay gegenüber Über 50 Meilen auf hoher See Seine Richtung war immer nördlich längs den Krümmungen der südamerikanischen Küsten Wir hatten damals 16.000 Lyö seit unserer Abreise aus den japanischen Meeren zurückgelegt Gegen 11 Uhr vormittags wurde der Wendekreis des Steinbocks unterm 37. Meridian durchschritten Und wir fuhren auf hohe Meere beim Capfrio vorüber Der Kapitän Nemo war, zum Ergernet Lenz, nicht gerne in der Nähe dieser bewohnten Küsten Brasiliens Denn er eilte mit schwindelhaftiger Schnelligkeit Kein Fisch noch Vogel, so flink sie auch sein mochten, konnten uns begleiten Und die Naturmerkwürdigkeiten dieser Meere entzogen sich aller Beobachtung Diese reißende Eile dauerte einige Tage Und am 4. April Abends bekamen wir die östlichste Spitze Südamerikas Das Cap San Roque in Sicht Aber dann entfernte sich der Nautilus abermals Und suchte in größeren Tiefen ein unterseeisches Tal auf Zwischen diesem Cap und Sierra Leona an der afrikanischen Küste Dieses Tal teilt sich auf der Höhe der Antillen in zwei Richtungen Und endigt nördlich in eine enorme 9000 Meter tiefe Einsenkung An dieser Stelle bildet der geologische Aufriss des Ozeans Bis zu den kleinen Antillen einen steilen senkrechten Abhang von 6 Kilometer Und auf der Höhe der Kapverdischen Inseln eine andere, ebenso beträchtliche Wand Diese beiden umschließen also die ganze versunkene Atlantis Der Grund dieses ungeheuren Tales ist hier und da mit einigen Bergen besetzt Welche malerische Ansichten darbieten Ich berichte dieses hauptsächlich nach den Karten im Manuskript Welche offenbar von der Hand des Kapitän Nemo aufgrund seiner persönlichen Beobachtungen herrühren Zwei Tage lang wurden diese öden und tiefen Gewässer Vermittelt der geneigten Ebenen besucht Doch am 11. April stieg der Nautilus plötzlich wieder zur Oberfläche Und wir bekamen das Land an der Mündung des Amazonenstromes zu sehen Dessen Wasser so weit hin und so beträchtlich ausströmt Daß das Meer auf einige Meilen seinen Salzgehalt verliert Wir hatten den Äquator durchschritten Und ließen 20 Meilen westlich das französische Cayenne Wo wir leicht eine Zufluchtsstätte gefunden hätten Aber der Wind wehte zu stark Und die wütend aufgeregten Wellen Hätten einem einfachen Boot nicht gestattet Ihnen zu trotzen Nedland sah dies wohl selbst ein Denn er sprach kein Wort mit mir Ich meinerseits spielte nicht mit einem Wort auf seine Fluchtprojekte an Denn ich wollte ihn nicht zu einem Versuch veranlassen Welcher unfehlbar gescheitert wäre Ich entschädigte mich leicht für diese Verzögerung durch interessante Studien Während dieser beiden Tage Des 11. und 12. April Blieb der Nautilus auf der Oberfläche Und sein Sacknetz tat einen wundervollen Fang an Zoophyten, Fischen und Reptilien Die Zoophyten waren zum großen Teil schöne Phylaktinen Zu den Strahltieren gehörig Unter anderem eine in diesem Ozean einheimische Gattung Mit kleinen zylindrischem Stamm Der mit vertikalen Linien und roten Punkten verziert Und mit einem wundervollen Strauß von Fühlfäden gekrönt war Mollusken waren es von den bereits beschriebenen Turmschnecken Durchsichtige Hyalen, Argonauten, vortreffliche essbare Tintenfische Einige Arten Kalmar und so weiter Von Fischen, die ich noch nicht zu studieren Gelegenheit hatte Bemerkte ich einige Arten Unter den Knorpelfischen einer Aalart 15 Zoll lang, mit grünlichem Kopf, violetten Flossen Bläulich-grauem Rücken, braun-silberfarbenem, lebhaft geflecktem Bauch Einem goldenen Ring um die Iris Merkwürdige Tiere, die im Süßwasser leben Und vermutlich vom Amazonenstrom hierher getrieben wurden Kleine, einen Meter lange Haie Unter dem Namen Pantoffelfisch bekannt Grau und weißlich, deren in mehreren Reihen stehende Zähne rückwärts gekrümmt sind Fledermausseeteufel, eine Art gleichschenklicher Triangel Rötlich, einen halben Meter groß Mit einer fleischigen Verlängerung der Brustflossen Wodurch sie das Aussehen von Fledermäusen bekommen Und mit einem hornartigen Ansatz neben den Nasenlöchern Weshalb man sie Seeeinhorn benannte Einige Sorten Hornfische und anderes mehr Von den Knochenfischen beobachtete ich eine große Menge Deren Aufzählung zu langwierig sein würde Ich hebe daraus hervor Goldflosser, auf denen Silber- und Goldglanz mit Rubin und Topasen sich mischen Phosphoreszierende Goldschwanzbrassen Hellrote Lippfische Drei Dezimeter lange Sardinen mit lebhaftem Silberglanz Besonders aber muss ich noch einen Fisch nennen Dessen Conseil noch lange Zeit gedenken wird Unser Garn brachte einen sehr flachen Rochen Der vollkommen wie eine kreisrunde Scheibe geformt war Und 20 Kilogramm wog Er war oben weiß, unten rötlich mit großen tiefblauen Schwarz gerandeten Flecken Hatte eine sehr glatte Haut und eine zweilappige Flosse Er zappelte auf der Plattform Versuchte durch krampfhafte Bewegungen wieder ins Meer zu kommen Und war im Begriff mit einem letzten Satze diesen Zweck zu erreichen Da stürzte sich Conseil auf ihn und fasste ihn Ehe ich ihn noch abhalten konnte mit beiden Händen Aber plötzlich lag er zu Boden geworfen und streckte die Beine in die Luft An der Hälfte seines Körpers gelähmt schrie er Ach mein Herr, mein Herr zur Hilfe Unterstützt vom Kanadier hob ich ihn auf Und wir rieben ihn aus Leibeskräften Als er wieder zum Bewusstsein kam Murmelte er mit gebrochener Stimme Klasse der Knorpelfische Ordnung der Knorpelflosser Mit festen Kiemen Unterordnung der Phosphoreszierenden Familie der Rochen Gattung der Zitterfische Jawohl, lieber, erwiderte ich Ein Zitterfisch hatte ich in den jämmerlichen Zustand versetzt Ach, mein Herr kann mir's wohl glauben, versetzte Conseil Aber ich werde mich an diesem Tiere rächen Und wie? Ich werde es aufzehren Dies tat er noch denselben Abend Aber nur zur Revanche Denn offen gestanden, er war zähe wie Leder Es war ein Zitterfisch der schlimmsten Art La Cumana, von dem Conseil getroffen wurde Das seltsame Tier ist fähig In einer so leitungsfähigen Umgebung Wie das Wasser es ist Mehrere Meter weit die Fische mit seinem Blitz zu treffen So stark ist die Kraft seines elektrischen Organes Dessen beide Hauptoberflächen Nicht weniger als 27 Quadratfuß messen Am folgenden Tage, dem 12. April Kam der Nautilus in die Nähe der holländischen Küste Bei der Mündung des Maroni vorbei Da selbst lebten einige Trupp Seekühe beisammen Es waren Manati, welche gleich dem Dugong Zur Ordnung der Sirenen gehörten Diese schönen, friedlichen und unschädlichen Tiere Sechs bis sieben Meter groß Mussten wenigstens 4000 Kilogramm wiegen Ich belehrte Netland und Conseil Dass die Sorge der Natur Diesen Säugetieren eine wichtige Rolle zugewiesen habe Sie haben in der Tat gleich den Robben die Obliegenheit Die unterseeischen Wiesen zu beweiden Und so die Anhäufung von Kräutern zu zerstören Welche die Mündung der tropischen Flüsse versperren Und wissen Sie, fügte ich bei Was erfolgt ist, seit die Menschen diese nützlichen Rassen fast ganz vernichtet haben Die verfaulten Gewächse haben die Luft verpestet Und das gelbe Fieber erzeugt Wodurch diese herrlichen Gegenden verödet werden Die Giftpflanzen sind unter diesen Meeren der heißen Zone zahlreicher geworden Und das Übel hat sich von der Mündung des Rio de la Plata bis nach Florida unwiderstehlich entwickelt Und darf man Tufanel glauben So ist diese Plage noch unbedeutend gegen die, welche unsere Nachkommen treffen wird Wann die Walfische und Robben in diesen Meeren vertilgt worden sind Dann werden sie, voll Polypen, Quallen, Kalmar, ungeheure Herde der Verpestung Weil es nicht mehr die weiten Magen gibt, welche von Gott beauftragt sind Die Oberfläche des Meeres abzuschäumen Die Mannschaft des Nautilus, ohne jedoch diese Theorien zu verachten Erlegte ein halbes Dutzend dieser Manati Es handelte sich in der Tat darum Die Vorratskammer mit einem vortrefflichen Fleisch Welches noch vorzüglicher ist als Ochsen und Kalbfleisch zu versorgen Diese Jagd bot kein Interesse dar Die Manati ließen sich ohne Widerstand erlegen Einige tausend Kilo Fleisch, zum Trocknen bestimmt, wurden an Bord gebracht Ebenso wurden durch einen reichen Fischfang die Vorräte vermehrt Als der Fischzug vollendet war, näherte sich der Nautilus der Küste Hier schliefen eine Anzahl Seeschildkröten auf der Oberfläche des Wassers Es würde schwer gehalten haben, sich ihrer zu bemächtigen Da das geringste Geräusch sie aufweckt und ihr Schild sie gegen jede Harpune schützt Aber mit Hilfe von Seeigeln, deren man einige im Garn gefangen hatte Gelang die Operation mit großer Sicherheit Denn dieses Tier ist wie eine Angel zu gebrauchen Die Bootsleute des Nautilus befestigten an den Schwanz dieser Fische einen Ring Der weit genug war, um ihre Bewegungen nicht zu hindern Und an diesem Ring ein langes Tau, das mit dem anderen Ende an Bord fest war Als die Tiere ins Meer geworfen wurden, fingen sie sogleich ihre Rolle an Schwammen hin und hingen sich an das Bauchschild der Schildkröten Und hielten da mit solcher Zähigkeit fest, dass sie nicht mehr loszumachen waren Man zog sie dann samt den Schildkröten an Bord Auf diese Weise fing man einige Kakuanen, die einen Meter lang waren und 200 Kilo wogen Ihre Schilddecken, die mit großen, feinen, durchsichtigen, braun und weiß oder gelb gesprengelten Plättchen besetzt sind Haben einen hohen Preis Zudem sind sie essbar und von ausgezeichnetem Geschmack Nach diesem Fang verließen wir den Amazonenstrom und stachen während der Nacht wieder in die hohe See Ende von Teil 2 Kapitel 17 Teil 2 Kapitel 18 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 18 Riesenpolypen Einige Tage lang entfernte sich der Nautilus beständig von der amerikanischen Küste Offenbar wollte er nicht in den mexikanischen Golf oder dem Meer der Antillen fahren Ein Wassertief hätte es zwar dort nicht gemangelt, denn dieselbe beträgt durchschnittlich 1800 Meter Aber vermutlich gefiel diese Gegend dem Käpt'n Nemo deshalb nicht, weil sie mit Inseln besät und beständig von Booten befahren sind Am 16. April bekamen wir Martinique und Guadeloupe in einer Entfernung von etwa 30 Meilen in Sicht Eine Weile konnte ich ihre hohen Spitzberge sehen Der Kanadier hatte darauf gerechnet, in dem Golf seine Pläne in Ausführung zu bringen Entweder indem er ans Land kam oder in eines der zahlreichen Boote, welche beständig von einer Insel zur anderen fuhren Nun geriet er in große Verlegenheit Das Entrinnen wäre leicht gewesen, wenn es Netland gelungen wäre, sich heimlich des Bootes zu bemächtigen Aber ein hoher See war nicht mehr daran zu denken Wir hatten, der Kanadier, Conseil und ich, darüber eine lange Unterredung Seit sechs Monaten waren wir Gefangene an Bord des Nautilus Wir hatten 17.000 Meilen zurückgelegt Und, wie Netland sagte, man sah keinen Grund dafür, dass es ein Ende nehmen werde Er machte mir daher einen Vorschlag, dessen ich mich nicht versehen hatte Nämlich, an den Käpt'n Nemo kategorisch die Frage zu richten, ob er im Sinn habe, uns ewig an seinem Bord festzuhalten Ein solcher Schritt missfiel mir Meiner Ansicht nach konnte er nicht zum Ziel führen Man durfte nichts vom Kommandanten des Nautilus hoffen Alles nur von uns selbst Übrigens wurde dieser Mann seit einiger Zeit düsterer, zurückgezogener, weniger gesellig Er schien mich zu meiden, ich sah ihn nur in seltensten Fällen Sonst macht es ihm Vergnügen, mir die unterseeischen Wunder auseinanderzusetzen Jetzt überließ er mich meinen Studien und kam nicht mehr in den Salon Welche Veränderung war mit ihm vorgegangen? Weshalb? Ich hatte mir nichts vorzuwerfen Vielleicht war ihm unsere Anwesenheit an Bord lästig? Jedoch konnte ich nicht hoffen, dass er fähig sei, uns die Freiheit wiederzugeben Ich bat da Herr Nett, mich überlegen zu lassen, bevor wir handelten Wenn dieser Schritt keinen Erfolg hatte, so konnte derselbe seinen Argwohn wiederbeleben, unsere Lage peinlicher machen und den Projekten des Kanadiers schaden Ich fügte bei, dass wir uns in Beziehung auf unsere Gesundheit nicht im mindesten zu beschweren hätten Ausgenommen das harte Probestück der Eistecke des Südpols, hatten wir uns niemals besser befunden Weder Nett, Konsei noch ich Diese gesunde Nahrung, diese zuträgliche Atmosphäre ließen Krankheiten nicht aufkommen Und für einen Mann, dem die Erinnerung an das Land nichts vermissen ließ Für einen Käpt'n Nemo, der hier seine Heimat hat, hingeht wohin er will Der auf Wegen, welche für andere, nicht für ihn selbst, geheimnisvoll sind, auf sein Ziel zuschreitet, war mir eine solche Existenz begreiflich Aber wir hatten mit der Menschheit nicht gebrochen Ich, meines Teils, wollte nicht meine so merkwürdigen und so neuen Studien mit mir ins Grab nehmen Jetzt war ich berechtigt, das wahre Buch über das Meer zu schreiben Und ich wünschte, dass dieses Buch lieber früher wie später erschiene Auch hier, in diesen Gewässern der Antillen, zehn Meter unterhalb des Meeresspiegels Wenn ich durch die geöffneten Fenster sah, welche interessanten Produkte hatte ich in mein Tagebuch zu verzeichnen Unter anderen Zoophyten waren da die bekannten Galeerenquallen Große, längliche Blasen mit Perlmuttglanz Mit blauen Fühlfäden, die gleich Seidenfäden herabhängend wallten Reizende Medusen zum Anschauen Waren Nesseln beim Anfühlen, indem sie eine ätzende Flüssigkeit träufeln ließen Unter den Gliedertieren Ringwürmer von anderthalb Meter Länge mit rosenfarbigem Rüssel und siebzehnhundert Fortbewegungsorganen Schlängelten sich unterm Wasser und warfen beim Vorbeifahren alle Strahlen des Sonnenspektrums Unter den Fischen waren Rochen, zehn Fuß lang und sechshundert Pfund schwer, die bisweilen gleich einem dunklen Laden unsere Fenster deckten Sechzehn Dezimeter großes Komber, zur Gattung der großen Makrelen gehörig Sodann in großen Schwärmen Meerbarben mit goldenem Streifen vom Kopf bis zum Schwanz Wahre Juwelen, die schon von den römischen Damen besonders gesucht waren Endlich Stacheldeckel, mit smaragdenden Schnüren, in Samt und Seide gehüllt, zogen vor unseren Blicken gleich stattlichen Herren Silberfarbige Mondfische stiegen am Horizont der Gewässer auf, gleich Monden im Silberschein ihres blassen Lichtes Wie manche wunderhafte Musterstücke hätte ich noch beobachten können, wäre nicht der Nautilus Allgemach in tiefere Schichten hinabgestiegen Bis zu 2000 und 3500 Meter, wo das Tierleben nur noch durch Seesterne, reizende Medusenhäupter, Blutzähne und große Ufo-Mollusken repräsentiert war Am 20. April waren wir wieder zu einer Höhe von durchschnittlich 1500 Fuß aufgestiegen Das nächste Land war damals der Archipel der lokalischen Inseln, die an der Meeresfläche wie ein Haufen Pflastersteine liegen Steile Felsen ragten da hoch unter der Meere empor, gerade anstrebende Mauern aus angefressenen Steinblöcken in mächtigen Schichten aufgebaut Dazwischen schwarze, dunkle Löcher, wohin unsere elektrischen Strahlen nicht durchdringen konnten Diese Felsen waren mit starkem Gebüsch überzogen, riesenhafte Laminarien und Seetank, ein wahres Spalier von Wasserpflanzen, einer Riesenwelt entsprechend Die kolossalen Pflanzen führten uns, Consey, Ned und mich, im Gespräch auf die Riesentiere des Meeres Etwa um 11 Uhr machte mich Nedland auf ein fürchterliches Wimmeln in den großen Tankmassen aufmerksam Nun, sagte ich, da sind ja die wahren Polypenhöhlen, und es würde mich nicht eben wundern, wenn wir einige dieser Ungeheuer zu sehen bekämen Wie, sagte Consey, Calmar, bloße Calmar von der Klasse der Kopffüßler? Nein, sagte ich, mehr Polypen von riesenhafter Größe Freund Ned hat sich ohne Zweifel geirrt, denn ich sehe nichts Das tut mir leid, versetzte Consey, ich möchte gerne so einem Ungeheuer ins Angesicht schauen, vor denen ich so viele Reden hörte, und die ja selber Schiffe in den Abgrund ziehen können Diese Ungetüme, man heißt sie Kraak, Kraak genügt schon, sagte der Kanadier ironisch Krakens, entgegnete Consey, ohne sich um die Scherze seines Kameraden zu kümmern Es wird mich nie jemand davon überzeugen, sagte Ned Land, dass es solche Tiere gibt Warum nicht? erwiderte Consey Wir haben ja auch an den Narwal meines Herrn geglaubt Und wir haben nicht recht gehabt, Consey Allerdings, aber andere glauben gewiss noch daran Vermutlich, Consey, aber ich für meinen Teil gebe ganz entschieden die Existenz solcher Ungeheuer nicht eher zu, als bis ich sie eigenhändig zerlegt habe Also, fragte mich Consey, glaubt mein Herr nicht an Riesenpolypen? Wer den Teufel hat je daran geglaubt? rief der Kanadier Gar manche Leute, Freund Ned Keine Fischer, Gelehrte vielleicht Entschuldigen Sie, Ned, Fischer und Gelehrte Aber ich, sagte Consey mit der ernstesten Miene von der Welt Erinnere mich wohl gesehen zu haben, wie ein großes Fahrzeug von den Armen eines Kopffüßlers unter Wasser hinabgezogen wurde Sie haben das gesehen? fragte der Kanadier Ja, Ned Mit eigenen Augen? Mit meinen eigenen Augen Wo, wenn's beliebt? Zu St. Malo Erwiderte Consey, ohne sich irre machen zu lassen Im Hafen? Fragte Ned Land ironisch Nein, in einer Kirche In einer Kirche? Schrie der Kanadier Ja, Freund Ned Ein Gemälde stellte den fraglichen Polypen dar Gut Sagte Ned Land mit hellem Lachen Herr Consey hat mich zum Besten Wirklich, er hat recht Sagte ich Ich habe von diesem Gemälde Reden hören Aber der dargestellte Gegenstand ist aus einer Legende genommen Und sie wissen, was von Legenden in Hinsicht auf Naturgeschichte zu halten ist Aber was ist denn Wahres an den Wundergeschichten? Fragte Consey Nichts, meine Freunde Wenigstens nichts über die Grenzen der Wahrscheinlichkeit hinaus Um bis zur Fabel oder Legende gesteigert zu werden Ja, doch, für die Einbildungskraft der Erzähler bedarf es Wo nicht einer Ursache Doch eines Vorwandes Unleugbar gibt's Polypen und Kalmar von riesenhafter Größe Doch sie sind immer nicht so groß als Walfische Unsere Fischer sehen deren häufig, welche fast zwei Meter lang sind Die Museen zu Trieste und Montpellier haben zwei Meter große Skelette von Polypen Übrigens hat ein solches Tier, das nur sechs Fuß groß ist, Fühlfäden von 27 Fuß Länge Und das reicht schon hin, um ein furchtbares Ungeheuer daraus zu machen Fischt man sie noch heutigen Tages? Fragte der Kanadier Wenn die Seeleute sie nicht fischen, so sehen sie doch solche Einer meiner Freunde, der Kapitän Paul Beaus zu Havre Hat mir oft versichert, er habe in den indischen Meeren ein solches Ungeheuer von kolossaler Größe gesehen Aber eine Tatsache zum Erstaunen, die keinen Zweifel mehr über die Existenz dieser Riesentiere lässt Ist vor einigen Jahren 1861 vorgefallen Was für eine Tatsache? Fragte Ned Land Ich will die Begebenheit erzählen Im Jahre 1861 bemerkte die Mannschaft des Aviso-Schiffes Alecden Nordöstlich von Teneriffa, ungefähr unter dem Breitengrade, wo wir uns jetzt befinden Ein Ungeheuer von Kalmar, das in diesen Gewässern schwamm Der Kommandant Bouguet näherte sich dem Tiere, griff es mit der Harpune und der Flinte an Ohne großen Erfolg, denn Kugel und Harpune drangen durch das Fleisch hindurch, das weich wie eine Galerte ohne festen Kern ist Nach mehreren fruchtlosen Versuchen gelang es den Leuten, eine Schlinge um den Körper der Moluske zu werfen Diese Schlinge glitt bis zu den Schwanzflossen, wo sie festhielt Darauf versuchte man das Tier an Bord zu ziehen, aber sein Gewicht war so bedeutend, dass es beim Hinausziehen seinen Schwanz im Stiche ließ und ohne diese Zierde in den Wogen verschwand Das ist doch endlich eine Tatsache, sagte Ned Land Eine unbestreitbare Tatsache, wackerer Ned, man hat auch vorgeschlagen, diese Polypen Kalmar Bouguet zu nennen Und wie groß war das Tier? fragte der Kanadier Maß es nicht etwa sechs Meter? sagte Konsei, der am Fenster stehend wiederholt die Spalten der Küstenwand besah Gerade so viel, erwiderte ich Waren nicht an seinem Kopf, fuhr Konsei fort, acht Fühlfäden, die sich wie eine Brutschlange über dem Wasser bewegten? Gerade so Waren nicht seine vorstehenden Augen von ansehlicher Größe? Ja, Konsei, glich nicht sein Maul einem Papageienschnabel, aber einem furchtbaren Wirklich, Konsei Nun denn, wenn's meinem Herrn beliebt, versetzte ruhig Konsei Ist das nicht der Kalmar Bouguet, so ist's doch ein Bruder desselben Ich sah Konsei an Ned Land stürzte ans Fenster Das fürchterliche Tier! rief er aus Ich sah ebenfalls hin und konnte mich einer Bewegung des Widerwillens nicht erwehren Vor meinen Augen bewegte sich ein grässliches Ungeheuer, das einen Platz in den Wunderlegenden verdiente Es war ein Kalmar von kolossaler Größe, acht Meter lang Derselbe bewegte sich äußerst schnell rückwärts nach dem Nautilus zu Mit starrem Blick aus enorm großen Augen von grau-grüner Farbe Seine acht Arme, oder vielmehr Füße, befanden sich am Kopfe Weshalb man dieser Gattung Tiere den Namen Kopffüßler gibt Waren von doppelter Größe wie der Leib und ringelten sich gleich Schlangen am Haupt der Furien Deutlich konnte man zweihundert schröpfkopfartige Warzen erkennen, welche an der inneren Fläche der Fühlarme in Form von halbrunden Kapseln saßen Diese legten sich mitunter am Fensterglas an, sodass sie einen luftleeren Raum bildeten Das Maul des Ungeheuers, ein hornener Schnabel von Gestalt wie der eines Papageies Öffnete und schloss sich vertikal wie eine Blechschere Aus dieser streckte es zischend eine Zunge von Hornsubstanz, welche ebenfalls mit mehreren Reihen spitzer Zähne besetzt war Wie fantastisch! Eine Molluske mit Vogelschnabel Sein spindelförmiger, in der Mitte aufgedunsener Leib bildete eine fleischige Masse, welche zwanzig bis fünfundzwanzigtausend Kilogramm wiegen musste Die Farbe des Tieres blieb sich nicht gleich, wechselte äußerst schnell, wenn es gereizt war, wobei sie von grau-schwarz-blau ins braun-rötliche überging Worüber geriet die Molluske in Zorn? Ohne Zweifel über die Anwesenheit dieses Nautilus, der stärker war und dem seine saugenden Arme oder sein Kinnladen nichts anhaben konnten Und doch, was für Ungeheuer sind diese Polypen, welche Lebenskraft hat der Schöpfer ihnen zugeteilt, welche Kraft in den Bewegungen, denn sie sind im Besitz von drei Herzen Der Zufall hatte mich mit diesem Kalmar in Berührung gebracht und ich wollte nicht die Gelegenheit vorüberlassen, dieses Musterstück von Kopffüßlern sorgfältig zu studieren Ich überwand den widerwilligen Ekel, welchen mir sein Anblick erregte, ergriff einen Bleistift und fing an, es abzuzeichnen Es ist vielleicht das nämliche Tier des Alekton, sagte Consey Nein, erwiderte der Kanadier, denn jenes hat seinen Schwanz verloren und dieses ist damit noch versehen Das gäbe keinen Grund ab, entgegnete ich Arme und Schwanz erneuern sich bei diesen Tieren und seit sieben Jahren hatte der Schwanz des Kalmar Bouguet wohl Zeit nachzuwachsen Übrigens, versetzte Ned, ist's nicht der nämliche, so ist er doch von derselben Art und Gattung Wirklich zeigten sich andere Tiere dieser Art vor dem Fenster Ich zählte ihrer sieben Sie gaben dem Nautilus das Geleit und ich hörte, wie sie mit dem Schnabel am eisernen Schiffsrumpf kratzten Also ein Geleite nach Wunsch Ich setzte meine Arbeit fort Die Ungetüme hielten sich so genau in unserem Wasser, dass sie unbeweglich schienen Und ich hätte sie am Fenster in Verkürzung abzeichnen können Zudem fuhren wir langsamer Plötzlich stand der Nautilus stille Einstoß und er zitterte in allen Fugen Sind wir gestrandet? fragte ich Jedenfalls, erwiderte der Kanadier Würden wir bereits wieder frei sein, denn wir sitzen nicht auf Der Nautilus war ohne Zweifel flott, fuhr aber nicht Die Schraube war nicht in Thätigkeit Nach einer Minute trat der Käpt'n Nemo in Begleitung seines Leutnants in den Salon Ich hatte ihn seit einiger Zeit nicht gesehen Er sah verdrießlich aus Ohne ein Wort zu reden, vielleicht ohne uns zu sehen, trat er ans Fenster Besah die Polypen und sagte einige Worte zu seinem Leutnant Dieser ging hinaus Alsbald wurden die Läden geschlossen, der Salon von Oma leuchtet Ich trat zum Kapitän Eine merkwürdige Sammlung von Polypen Sagte ich zu ihm mit dem unbefangenen Tone eines Beobachters vor dem Fenster eines Aquariums Es ist wahr, Herr Naturforscher Erwiderte er Und wir sind im Begriff, Mann gegen Mann, Ihnen zur Leibe zu gehen Ich blickte den Kapitän an Ich glaubte, ihn nicht recht verstanden zu haben Mann gegen Mann, wiederholte ich Ja, mein Herr, die Schraube steht stille Ich glaube, daß der hornene Schnabel eines solchen Kalmars zwischen ihren Schaufeln steckt So daß sie dadurch gehemmt ist Und was wollen Sie tun? Zur Oberfläche aufsteigen und die ganze Brot vertilgen Das ist schwierig Allerdings, die elektrischen Kugeln sind unwirksam gegen dieses weiche Fleisch Und sie finden nicht Widerstand genug, um zu platzen Aber wir greifen sie mit dem Beil an Und mit der Harpune, mein Herr Sagte der Kanadier Wenn Sie meinen Beistand nicht abweisen Ich nehme ihn an, Meister Land Wir wollen Sie begleiten Sagte ich Und wir gingen in Gesellschaft des Käptains Nemo zur Mittelstiege Hier standen zehn Mann mit Entebeilen bewaffnet zum Angriff bereit Auch ich, nebst Consey, ergriff ein Beil Ned Land nahm eine Harpune in die Hand Der Nautilus befand sich damals auf der Oberfläche des Wassers Einer der Bootsleute stand auf den obersten Sprossen und schraubte die Zapfen des Deckels auf Aber die Schrauben waren kaum los, als der Deckel mit äußerster Gewalt aufgehoben wurde Offenbar von einem Polypenarme mit seinen Schröpfköpfen Alsbald glitt einer dieser langen Arme gleich einer Schlange durch die Öffnung Und zwanzig andere ringelten sich oben Der Käptain Nemo hieb mit einem Beil den fürchterlichen Arm in zwei Der sich krümmend über die Treppenstufen rutschte Im Moment, wo wir uns übereinander drängten, um auf die Plattform zu kommen Senkten sich zwei andere Arme, die Luft durchschneidend auf den vor dem Kapitän Nemo stehenden Mann herab Und hob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt in die Höhe Der Kapitän schrie laut auf und schwang sich hinaus Wir stürzten hinter ihm nach Welche Szene, der Unglückliche, von dem Fühlarm umschlungen und mit den Warzen festgehalten Wurde von dem enormen Rüssel nach Gelüsten in der Luft geschüttelt Röchelnd, erstickend, rief er um Hilfe Dieser Angstruf in französischer Sprache setzte mich in tiefe Bestürzung Also hatte ich einen Landsmann an Bord, mehrere vielleicht Diesen herzerreißenden Ruf werde ich meinen Lebtag hören Der Unglückliche war verloren Wer vermochte ihn, diese erdrückenden Umschlingungen zu entreißen? Inzwischen hatte sich der Kapitän Nemo auf das Ungetüm gestürzt Und ihm noch einen Arm mit dem Beile abgehauen Sein Leutnant kämpfte wütend gegen andere Ungeheuer an den Seiten des Nautilus Die Bemannung kämpfte mit Beilen Der Kanadier, Conseil und ich hieben die Fleischmassen ein Ein starker Moschusgeruch durchdrang die Atmosphäre Es war schrecklich Einen Augenblick glaubte ich, der Unglückliche, von dem Ungeheuer umschlungenen Mann Werde dem gewaltigen Aussaugen entrissen werden Sieben von den acht Armen waren abgehauen Ein einziger nur, der das Opfer schwank wie eine Feder Krümmte sich noch in der Luft Aber in dem Augenblick, da der Kapitän Nemo und sein Leutnant sich auf ihn stürzten Strömte das Tier einen Strahl schwarzer Flüssigkeit Welches in einem Beutel an seinem Unterleibe absonderte Uns entgegen Wir wurden dadurch wie blind Als diese Wolke sich zerstreute, war der Kalmar verschwunden Samt meinem unglücklichen Landsmanne Wir fielen nun wütend über die Ungeheuer her Gerieten außer uns Zehn bis zwölf Polypen hatten die Plattform und die Seiten des Nautilus angefallen Wir purzelten durcheinander inmitten der verstümmelten Schlangen Die auf der Plattform in einer Lache von Blut und Tinte zappelten Es schien als wüchsende klebrigen Fühlhörner wie die Köpfe der Hüterer wieder auf Nedlands Harpune tauchte bei jedem Stoß in die grau-grünen Augen der Kalmar und bohrte sie aus Aber plötzlich wurde mein kühner Genosse von den Armen eines Ungeheuers Welchen er nicht ausweichen konnte, zu Boden geworfen Ach, mein Herz wollte brechen, Verrührung und Grausen Schon öffnete sich der fürchterliche Schnabel des Tieres über Nedland, um den Unglücklichen zu zerreißen Ich stürzte zu seinem Beistande herbei Aber der Kapitän Nemo war mir schon zuvor gekommen Sein Beil verschwand zwischen den enormen Kinnbacken Und der Kanadier, wie durch ein Wunder gerettet, richtete sich auf Und tauchte seine Harpune tief bis ins dreifache Herz des Polypen Diese Revanche war ich mir schuldig, sagte der Kapitän Nemo zu dem Kanadier Ned verbeugte sich ohne Antwort Dieser Kampf hatte eine Viertelstunde lang gedauert Die Ungeheuer, überwältigt, verstümmelt, zu Tode getroffen Räumten uns endlich den Platz und verschwanden unter den Wellen Der Kapitän Nemo, in Blut gebadet, unbeweglich neben dem Fanal, sah ins Meer hinaus Welches einen seiner Gefährten verschlungen hatte Und dicke Tränen quollen aus seinen Augen Ende von Teil 2, Kapitel 18 Teil 2, Kapitel 19 Von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind liezensfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unter dem Meer Von Jules Verne Teil 2, Kapitel 19 Der Golfstrom Diese fürchterliche Szene des 20. April wird niemand von uns je vergessen können Ich habe sie unter dem Eindruck heftigster Gemütsbewegung niedergeschrieben und später durchgesehen Meine Darstellung ist völlig genau, aber ausreichend als Schilderung nicht Der Schmerz des Kapitän Nemo war unermesslich Nun hatte er schon den zweiten Genossen an Bord verloren Und was für ein Tod Zerdrückt, erstickt, zerfleischt Von dem Ungeheuer sollte er nicht auf dem stillen Friedhof des Korallenreiches seine Ruhestädte finden Mir war das Verzweiflungsgeschrei des Unglücklichen herzerreichend gewesen Die Todesangst hatte seine Muttersprache verraten Ich hatte also einen Heimatgenossen unter der, dem Kapitän Nemo mit Leib und Seele verbundenen Mannschaft War er der einzige Repräsentant Frankreiches in der aus verschiedenen Nationalitäten gemischten Gesellschaft Ein ungelöstes Rätsel, das mich unerbläsig quälte Der Kapitän Nemo zog sich in sein Zimmer zurück Und ich bekam ihn einige Zeit lang nicht zu sehen Aber dass er traurig, verzweifelt, unentschlossen sein musste Gab mir das Fahrzeug, dessen Seele er war, zu erkennen Der Nautilus fuhr nicht mehr in einer bestimmten Richtung Sondern hin und her streifend Gleich einem Leichnam dem Spiel der Wellen überlassen Seine Schraube war wieder frei Und doch gebrauchte er sie kaum Segelte aufs Geradewohl So verliefen zehn Tage Erst am ersten Mai setzte der Nautilus Nachdem er die lukaischen Inseln bis zur Mündung des Bahama-Kennals in Sicht bekommen Entschieden in nördlicher Richtung seine Fahrt fort Wir folgten darauf dem Laufe des Golfstromes Des größten Flusses im Meer Der seine Ufer, seine eigene Temperatur und Fische hat Es ist in der Tat ein Fluss Der mitten im Atlantischen Ozean selbstständig fließt Ohne dass sein Wasser mit dem des Ozean sich mischt Dieser Fluss hat mehr Salzgehalt als das umgebende Meer Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 3000 Fuß Seine mittlere Breite 60 Meilen An manchen Stellen fließt er mit einer Schnelligkeit von 4 km die Stunde Der unveränderliche Umfang seiner Gewässer ist bedeutender Als der aller Flüsse der Erde Die wahre Quelle des Golfstromes Wie sie der Commandant Maury erkannte Sein Ausgangspunkt, wenn man will, liegt im Golf von Gaskogne Hier fangen seine Gewässer an Temperaturen und Farben noch schwach sich zu bilden an Er fließt südwärts längst der afrikanischen Küste Wärmt seine Flüten in der Strahlen der heisen Zona Dann quer dusch das Atlantische bis zum Cap-Sand-Roch an der brazilischen Küste Wo er sich in zwei Arme teilt Von welchen der eine in dem Antillenmeere noch sater sich zu erwärmen trachtet Nun beginnt der Golfstrom Welcher die Bestimmung hat Das Gleichgewicht zwischen den Temperaturen herzustellen Und die tropischen Wasser mit den nördlichen zu mischen Seine ausgleichende Rolle Mit gesteigerter Wärme zieht er aus dem mexikanischen Golf nordwärts Den amerikanischen Küsten zu bis zu Newfoundland Beugt beim Anrang der kalten Stromung aus der Davis-Straße Von jener Richtung ab und fließt wieder dem Ozean zu Indem er auf einem der großen Kreise der loxodromischen Linie folgt Teilt sich unter dem dreiundvierzigsten Grade in zwei Arme Wovon der eine unterstützt von den Passatwinden Zu dem Golf von Gascogne und den Azoren zurückkehrt Und der anderen, nachdem er die laue Temperatur Der Küsten Islands und Norwegen veranlasst Bis über Spitzbergen hinaus Wo seine Wärme bis auf vier Grad herabsinkt Fortströmt und das freie Meer des Polarlandes bildet Auf diesem Ströme des Ozeans fuhr damals der Nautilus Da, wo derselbe aus dem Bahama-Kanal herauskommt Bei vierzehn Lewis breiter und drei hundertfünfzig Meter tiefer Fließt der Golfstrom im Verhältnis von acht Kilometer die Stunde Diese Schnelligkeit nimmt regelmäßig ab im Verhältnis Wie er weiter nördlich kommt und es ist zu wünschen Dass diese Regelmäßigkeit fortbestehe Weil, wenn, wie man zu bemerken glaubte Seine Schnelligkeit und Richtung sich ändern sollten Die europäischen Klimastörungen ausgesetzt wären Deren Folgen nicht zu berechnen sind Gegen Mittag befand ich mich mit Konzile auf der Plattform Und teilte ihm die Eigentümlichkeiten des Golfstromes mit Darauf lud ich ihn ein, seine Hände in die Strömung zu tauchen Konzile folgte und war sehr erstaunt Dass er gar kein Gefühl von Wärme oder Kälte empfand Dies kommt daher, sagte ich ihm, dass der Wärmegrad des Wasser des Golfstromes Beim Herausfließen aus dem mexikanischen Golf wenig von der Blutwärme verschieden ist Der Golfstrom ist ein großer Wärmeleiter Welcher den Küsten Europas es möglich macht Sich mit ewigem Grün zu schmücken Und will man Mauryglauben schenken? So würde die Wärme dieses Stromes vollständig benutzt Hinlänglich Wärmestoff liefern Um seinen Strom von geschmolzenem Eisen So groß wie der Amazonenstrom oder Missouri In Fluss zu erhalten In diesem Augenblicke betrug die Schnelligkeit des Golfstromes 2,25 Meter in der Sekunde Sein Wasser ist der Gestalt von dem umgebenden Meere geschieden Dass es zusammengedrückt über den Ozean vorragt Und ein anderes Niveau als das kalte Wasser annimmt Außerdem sticht es, dunkel und reicher an Salzgehalt Durch seine rein indigo-blaue Farbe von der Grünen der umgebenden Wasser ab Bei Nacht ist es stark phosphoresierend Dieser Strom sieht eine ganze Welt lebende Wesen mit sich fort Die Argonaten wandern da scharenweise Rochen finden sich von 25 Fuß Länge und einer kleinen Art Haifische Einen Meter lang mit mehreren Reihen spitzer Zähne In der unzähligen Menge von Knochenfischen Sind manche eigentümliche darunter eine Art Lippfische Die in allen Regenbogenfarben Schimmernd mit den schönsten Vögeln der Tropengegenden Wettteufern Und der sogenannte amerikanische Ritter Ein schöner Fisch, der sich ausnimmt Als sei er mit allen Ordensbändern der Welt geschmückt Am 8. Mai befanden wir uns Nach dem Kap Hatteras gegenüber Auf der Höhe der Nordkarolinen Wo der Golfstrom Fünfundsiebenzig Meilen breit Und zwei Hundertzehn Meter tief ist Der Nautilus fuhr fortwährend Und steht aufs Geradowol Es schien jede Überwachung zu fehlen Unter diesen Umständen konnte ein Entweichen gelingen Und die bewohnten Uferlander Boten überall leichter zu Flucht Das Meer war unablässig von zahllosen Dampfern Und kleinen Go-Lettern Welche den Küstenverkehr besorgen Befahren, wo man Aufnahme zu finden hoffen konnte Obwohl die Küste noch 30 Meilen entfernt War diese Gelegenheit doch günstig Aber die sehr ungünstige Witterung Machte doch die Ausführung der Pläne Des Canadiers durchaus unmöglich Gewitter sind in diesen Strichen sehr häufig Und es ist da eine eigentliche Heimat Der Wasserhosen Welche eben durch den Golfstrom erzeugt werden Diesem Meere mit einem zerbrechlichen Kahne tot zu bieten War sicheres Verderben Nedland sah dies selbst ein Und gab sich da rein Ungeachtet eines Bis zur Wut Gediehenen Heimwehs Welches nur durch die Flucht zu heilen war Mein Herr Sagte er zu mir in diesen Tagen Es muss jetzt ein Ende haben Mein Gemüt muss davon frei werden Ihr Nemo entfernt sich wieder vom Lande Umstauert dem Norden zu Aber ich habe am Südpol Satt bekommen Und werde zum Nordpol Nicht folgen Was ist zu machen, Ned Da ein Entweichen in diesem Moment Unausführbar ist Ich komme wieder auf meinen Gedanken Dass man mit dem Kapitän reden muss Als wir in den Meeren Ihrer Heimat uns befanden Haben sie geschwiegen Jetzt, da wir meiner Heimat nahe sind Will ich reden In einigen Tagen wird der Nautilus Auf der höheren Neuschattland sein Wo sich bei Neufaunland Eine weite Bay eröffnet Worin der St. Lawrence mündet Mein heimatlicher Fluss Woran meine Geburtsstadt liegt Wenn ich daran denke Steigt mir die Wut ins Gesicht Und meine Haare stehen zu Berge Wissen Sie, mein Herr Ich stütze mich lieber ins Meer Ich bleibe nicht hier Der Kanadier hatte offenbar Die Geduld gänzlich verloren Seine lebenskräftige Natur Konnte sich nicht In die städts fortgesetzte Gefangenschaft fügen Seine Gesetzzüge änderten sich Sein Charakter wurde täglich finsterer Ich fühlte, wie er leiden musste Denn auch mich befiel das Heimweh Fast sieben Monate waren verflossen Ohne dass wir irgend etwas vom Lande gehört hatten Ferner die Absonderung des Kapitän Nemo Sein veränderter Humor Besonders seit dem Kämpfe mit den Ungeheuern Seine Schweigsamkeit Alle ließ mich die Dinge In ganz anderem Licht ansehen Mein Enthusiasmus der ersten Tage War vorüber Nur ein Flamländer wie Consile Konnte sich in diese Lage fügen Nun, mein Herr Fuhr Ned land fort Als ich nicht antwortete Nun, Ned Sie wollen, dass ich den Kapitän Nemo Um seine Absichten In Hinsicht auf uns befrage Ja, mein Herr Und das, obwohl er sie bereit Zu erkennen gegeben hat Ja Ich will nun ein für allemal Daüber im Reinen sein Sprechen Sie nur für mich allein Wenn Sie wollen Aber ich treffe ihn selten Er meidet mich sogar Umso mehr Grund Ihn aufzusuchen Ich will ihm die Frage stellen Ned Wann? Fragte der Kanadier dringend Wenn ich ihn treffen werde Herr Aronax Wollen Sie, dass ich ihn selbst aufsuche? Nein Lassen Sie mich gewähren Morgen Heute noch Sagte Ned land Meinetwegen Heute will ich ihn aufsuchen Erwiderte ich dem Kanadier Denn wenn er selbst handelte Würde er gewiß alles verdorben haben Ned ließ mich allein Da ich zu fragen beschlossen hatte So wollte ich unverzüglich damit ins Reine kommen Besser getan, als noch zu tun Ich begab mich auf mein Zimmer Hier hörte ich den Kapitän auf- und abgehen Diese Gelegenheit, ihn zu treffen Durfte ich nicht vor Juba lassen Ich klopfte an seine Tore Keine Antwort Ich klopfte abermals Drehte die Schlenker Und die Tore öffnete sich Ich trat ein Der Kapitän war über seinen Arbeitstisch gebeugt Er hatte mich nicht gehört Entschlossen, nicht ohne ihn zu fragen, wieder fortzugehen, trat ich zu ihm heran Er hob den Kopf rasch Dunzelte die Stirne Und fuhr mich ziemlich barsch an Sie hier Was wollen Sie von mir? Mit Ihnen reden, Kapitän Aber ich bin beschäftigt, mein Herr Habe zu arbeiten Gören Sie mir doch auf diese Freiheit Allein zu sein Welche ich Ihnen lasse Ein wenig ermütigender Empfang Aber ich war entschlossen, alles anzuhören Um auf alles zu antworten Mein Herr Sagte ich kalt Ich habe mit Ihnen etwas zu reden Was sich nicht aufschieben lässt Und was, mein Herr Erwiderte er ironisch Haben Sie eine Entdeckung gemacht, die mir entgangen ist? Sind Sie auf neue Geheimnisse des Meeres gekommen? Unsere Rechnung stimmte bei weitem nicht überein Aber ehe ich noch antworten konnte Sagte er mir ein auf dem Tische liegendes Manuskript Und sprach in ernstem Tone Hier, Herr Aronax Ein Manuskript in mehreren Sprachen Es enthält eine Übersicht Meiner Studien über das Meer Und wenn Gott will Soll es nicht mit mir zugrunde gehen Dieser Manuskript von mir unterzeichnet Samt einem Abriss meiner Biographie Soll in ein kleines Unversenkbares Geräte verschlossen werden Wer von uns an Bord Des Nautilus die anderen überlebt Soll das selber ins Meer werfen Dass es die Wellen tragen Wohin sie treiben Der Name dieses Mannes Sein selbst verfaßter Lebensgeschichte Sein Geheimnis sollte also dereinst enthüllt werden Doch im Augenblick sah ich in dieser Mitteilung Nur einen Anlaß Auf meinen Gegenstand zu kommen Kapitän Erwiderte ich Ich kann die Idee Welche sie dazu bestimmt Nur billigen Die Frucht ihrer Studien Darf nicht verloren gehen Aber das Mittel Welches sie anwenden Scheint mir etwas naiv Wer weiß Wohin die Winder dieses Geräte treiben werden In welche Hände es geraten wird Ließe sich dafür Nichts besseres finden Könnten nicht sie Oder einer der jährigen Nein, mein Herr Sagte lebhaft der Kapitän Mich unterbrechend Aber ich und meine Genossen Sind bereit Dies Manuskript aufzubewahren Und wenn sie uns die Freiheit geben Die Freiheit Sagte der Kapitän Nimo Und stand auf Ja, mein Herr Und deshalb kam ich Sie zu befragen Nun sind wir bereits Sieben Monate An Ihren Bord Und ich frage Sie heute In meiner Genossen Und eigenen Namen Ob Ihre Absicht ist Uns ewig hier festzuhalten Herr Aronax Sagte der Kapitän Nimo Ich antworte Ihnen heute Wie vor sieben Monaten Wer in den Nautilus hineinkommt Darf ihn nicht wieder verlassen Die Sklaverei wollen Sie uns also auferlegen Nennen Sie es, wie Sie belieben Aber Juberall bleibt dem Sklaven das Recht Sich seine Freiheit wieder zu verschaffen Er darf alle Mittel, die sich ihm darbieten Für die Richtigen halten Wer versagt Ihnen dieses Recht? Erwiderte der Kapitän Habe ich je daran gedacht Sie durch einen Eid zu binden? Der Kapitän blickte mich an Und kreuzte die Arme Mein Herr Es würde weder Ihnen Noch mir behagen Nochmals über den Gegenstand zu reden Da wir aber nun einmal davon zu reden Angefangen haben So lassen Sie uns denselben Fertig besprechen Ich wiederhole Ihnen Es handelt sich nicht bloß um meine Person Für mich ist das Studium Eine Stütze Eine Ableitung Eine Neigung Eine Leidenschaft Die mich alles vergessen lassen können Wie Sie bin ich imstande Ungekannt im Dunkeln Zu leben Mit der unsicheren Hoffnung Das Ergebnis meiner Arbeiten Vereinst Vermittels eines zweifelhaftenden Wellen und Winden Preisgegebenen Gerätes Der Zukunft zu vermachen Ich kann sie bewundern Ihnen ohne Unlust folgen Aber ich sehe ihr Leben von Verwicklungen umgeben Die uns fremd sind Und so viel wir auch Teilnahme Hegen für ihr Genie Und ihren Mut Wir fühlen uns hier fremd In Beziehung auf alles Was sie betrifft Und dies macht unsere Lage Unerträglich Unmöglich Selbst für mich Geschweige für Nedland Haben Sie sich gefragt Was Freiheitsliebe Hass gegen Sklaverei Für rache Entwürfe In einer Natur Wie die des Canadiers Hervorrufen Was er denken Planen Versuchen kann Hier brach ich ab Der Kapitän Nemo stand auf Nedland Sprach er Mag denken Planen Versuchen Was er will Was liegt mir daran Ich habe ihn nicht aufgesucht Ich halte ihn nicht zu meinem Vergnügen an meinem Bord Sie Herr Aronax Können alles begreifen Selbst das Schweigen Ich habe Ihnen nichts weiter zu erwidern Lassen Sie dieses erste Wort Welches Sie über diesen Gegenstand Führten Auch das letzte sein Denn ein andermal würde ich Sie nicht einmal anhören Ich zog mich zurück Von diesem Tage an War unsere Lage sehr gespannt Ich hinterbrachte meinen Gefährten den Inhalt Unserer Unterredung Wir wissen jetzt Sagte Nedland Dass wir von diesem Manner Nicht zu erwarten haben Der Nautilus kommt jetzt In die Nähe von Long Island Wir wollen entfliehen Trotz allem Unwetter Aber das Wetter wurde immer drohender Die Vorzeichen eines bevorstehenden Orkans Gaben sich kund Die Atmosphäre wurde Weislich Milchfarben Statt seiner Wolkengaben Sah man am Horizont Schichten sich Aufhumenden Gewolkes Niedriger zog Andres in reisender Flucht Das Meer schwol an In hohlen Wogen Die Vögel verschwanden Mit Ausnahme Der Sturmvögel Das Barometer sank Bedeutend Und zeigte in der Luft Eine äußerte Spannung Der Dünste Die Mischung im Wetterglas Zerfetzte sich Unter Einwirkung Der Elektrizität Wovon die Atmosphäre Durchdrungen war Der Kampf der Elemente Stand nahe bevor Das Gewitter kam Im Laufe des 18. Mai Zum Ausbruch Gerade als der Nautilus Auf der Höhe von Long Island Fuhr Einige Meilen Von den engen New Yorks Der Kapitän Nemo Anstatt in der Tiefe Des Meeres Dem Sturme Auszuweichen Zog es Mit unbegreiflicher Laune vor Demselben Auf der Oberfläche Trotz zu bieten Der Wind wehte Aus Südwest Anfang sehr frisch Das heißt Mit einer Geschwindigkeit Von 15 Meter In der Sekunde Und stieg Gegen 3 Uhr Nachmittags Bis auf 25 Der Ziffer Des Sturmes Der Kapitän Nemo Gegen die Windstöse Unerschütterlich Nahm seinen Platz Auf der Plattform Um dem Andringen Ungeheurer Wogen Widerstehen zu können Hatte er sich Mit halbem Körper Angebunden Ich folgte Seinem Beispiel Um diesen Sturm Zu bewundern Und zugleich Den unvergleichlichen Mann Welche ihm Trotzbord Das entfesselte Meer Wurde von Großen Fetzen Gewölk Das in seine Fluten Tauchte Wie mit Besen Gefegt Von den Kleinen Mittleren Wellen Welche Innerhalb der Großen Höhlungen Bilden Sah ich Nichts mehr Nichts als Lange Rußfarbige Wogen Die So Dicht Sind Dass Sich Ihre Spitze Nicht Bricht Die Namen Höherzü Türmten Sich Gegeneinander Auf Der Nautilus Bald Auf der Seite Liegend Bald Wie ein Mask Sich Aufbäumend Schwankte Und Stampfte Fürchterlich Gegen Fünf Uhr Fiel Ein Regen Gleich Einem Reisenden Bergstrom Aber Es Stillte Wieder Den Wind Noch Das Meer Der Orkan Brach Los Mit Einer Schnelligkeit Von Fünf Und Vierzig Meter Die Sekunde Das Heißt Bei Pfirsich Lewis In Der Stunde Bei Solcher Stärke Reißt Er Häuser Zu Boden Schleudert Die Dachsiegel Durch Die Touren Zerbricht Eiserne Gitter Rügt Vierundzwanzig Pfünder Kanonen Von Ihrer Stelle Der Nautilus Trotzte Diesem Sturme Und Rechtfertigte Das Wort Eines Geschickten Ingenieurs Ein Schiff Ist Nicht Richtig Gebaut Wenn Es Nicht Dem Meer Trotz Bieten Kann Es War Nicht Ein Fels Den Solche Wogen Zertrümmert Hätten Es War Einer Spindel Von Stahl Folksam Und Beweglich Ohne Ohne Tackelwerk Und Maste Gefahrlos Ihrer Wut Trotzend Inzwischen Beobachtete Ich Achtsam Diese Entfesselten Wogen Sie Sie Waren Bis Fünfzehn Meter Hoch Bei Einer Länge Von Hundertundfünfzig Bis Hundertfünfundsiebenzig Und Die Geschwindigkeit Womit Sie Sich Fortschoben Der Des Windes Zur Hälfte Entsprechend Betrug Fünfzehn Meter In Sekunde Ihr Umfang Und Ihre Stärke Wuchsen Mit Der Tiefe Der Gewäße Die Stärke Des Thurmes Nahm Beim Herannahen Der Nacht Zu Das Barometer Sank Bis Auf Siebenhundert Und Sehn Millimeter Mit Dem Sinken Des Tages Gewahrte Ich Am Horizont Ein großes Schiff Das Fürsterlich Ankämpfte Es war wohl Ein dampfer Der linie New York Liverpool Und Hafre Um Sehn Uhr Abends War der Himmel Wie In Feuer Und Flammen Die Atmosphäre Von Blitzen Durchgezuckt Ich konnte Den Blendenden Glanz Derselben Nicht Aushalten Während Der Kapitän Nemo Mit Unverwandtem Blick Die Seele Des Sturmes In Sich Einzuatmen Schien Ein Entsetzliches Gethose Fühlte die Luft Ein Zusammengesetztes Aus dem Tosen der Gebrochenen Wellen Dem Heulen Des Sturmwinds Dem Rollen Der Wind Sprang Von Allen Seiten Des Horizonts Über Ja Dieser Golfstrom Rechtfertig Wohl Die Benennung König Der Stürmer Er Veruersacht Die Fürsterliche Wirbelwinde Durch Die Verschiedenheit Der Temperature Der Luftschichten Welche Über Seiner Strömung Sich Befinden Auf den Platzegen Folgte Ein Feuerregen Die Vasertropfen Verwandelten Sich In Leuchtende Strahlenbüchel Man hätte meinen sollen Der Kapitän Nimo Nach einem Tode Trachtend Der seiner Würde Schwerer Wolle Vom Blitz Getroffen Werden Bei Einer Erschrecklichen Stammbewegung Streckte Der Nautilus Seinen Stehlernen Schnabel In Die Höhe Gleich Dem Schaft Eines Blitz Ableiters Und Ich Sah Lange Funken Aus Ihm Sprühen Erschopft An Kräften Rüttste Ich Auf Platten Leiber Der Lucke Zu Joffnete Und Stieg Hinab In Den Salon Das Gewitter War Eben Auf Dem Höhepunkt Seiner Stärke Im Inneren Des Nautilus War Es Unmöglich Sich Auf Den Beinen Zu Halten Der Kapitän Nimo Erschien Gegen Mitternacht Wieder Ich Hörte Wie Die Behälter Sich Allmählich Fühlten Und Der Nautilus Tauchte Gemach Unter Die Oberfläche Der Wellen Durch Die Unverdeckten Fenster Des Salons Sah Ich Große Fische Voll Besturzung Die Gleich Phantomen In Feurigen Gewässern Schwammen Einige Einige Wurden Von Meinen Augen Von Blitz Getroffen Der Nautilus Zwingte Sich Fortwährend Ich Dachte Er Werde In Einer Tiefe Von Fünfzehn Meter Wieder Ruhiges Wasser Finden Nein Die Oberen Schichten Waren Zu Gewaltig Aufgeregt Man Müsste Die Ruhe Bis In Der Tiefe Von Fünfzig Meter Aufsuchen Da Aber Welche Ruhe Welche Stille Welche Friedliche Umgebung Wer Hätte Denken Können Dass Damals Auf Der Oberfläche Dieses Ozeans Ein Furchtbarer Orkan Sich Entfesselte Ende von Teil 2 Kapitel 19 Teil 2 Kapitel 20 von 20.000 Meilen unterm Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Gesine 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 20 Unter 47 Grad 24 Minuten Breite und 17 Grad 28 Minuten Länge Infolge dieses Sturmes waren wir östlich zurückgeworfen worden Jede Hoffnung auf die Landungsstellen von New York oder St. Lawrence zu entrinnen schwand Der arme Ned in Verzweiflung entzog sich gleich dem Kapitän Nemo der Gesellschaft Konsei und ich wir blieben unzertrennlich Ich habe gesagt der Nautilus sei in östliche Richtung gefahren genauer hätte ich gesagt in nordöstlicher Einige Tage lang Feuer und steht bald an der Oberfläche bald unterhalb mitten in den Nebeln welche den Seefahrern so furchtbar sind Sie entstehen hauptsächlich durch das Auftauen des Eises welches in der Atmosphäre eine ausnehmende Feuchtigkeit fortwährend unterhält Wie viele Fahrzeuge gingen in diesen Strichen zugrunde als sie im Begriff waren die unsicheren Feuer der Küste zu erkennen Welche Unglücksfälle werden durch diese dichten Nebel verursacht Wie manche scheiterten an diesen Klippen deren Brandung vor dem Getöse des Windes nicht gehört wurde Wie viele Fahrzeuge stießen zusammen trotz den Leuchtfeuern trotz den Warnungen ihrer Pfeifen und ihrer Alarmglocken Daher bot auch der Meeresgrund hier den Anblick eines Schlachtfeldes wo von Trümmern bedeckt die vom Ozean geforderten Opfer lagen mit Schiffen und Geräte Fahrzeuge aller Art die mit Mann und Maus untergegangen mit den Massen von Auswanderern an den gefährlichen Stellen wie Cap Reis Insel St. Paul Straße Belle Isle Mündung des St. Lawrence Der Nautilus fuhr mitten durch diese Trümmer als wie zu einer Totenschau Am 15. Mai befanden wir uns am Südende der Newfoundlander Bank Diese ist ein Produkt der Anschwemmungen des Meeres eine beträchtliche Anhäufung organischer Abfälle welche teils durch den Golfstrom vom Äquator her teils durch die längs der amerikanischen Küste laufende Gegenströmung kalten Wassers vom Nordpol herbeigeschwemmt werden Hier häufen sich die durch den Eisgang beigeführten Treibeisblöcke und es hat sich da eine ungeheure Totenstätte für Fische Mollusken und Zufüten gebildet welche dort myriadenweise zugrunde gehen Die Meerestiefe ist an dieser Bank nicht bedeutend beträgt höchstens einige hundert Ellen aber nach Süden zu bildet sie plötzlich eine tiefe Einsenkung ein 3000 Meter tiefes Loch Hier erweitert sich der Golfstrom In dieser Ausbreitung seiner Gewässer verliert er an Geschwindigkeit und Temperatur aber er wird zu einem Meer Ich übergehe hier die Menge der schönen oder seltenen Fische welche der Nautilus in diesen Strichen aufscheuchte um mich etwas bei dem Kabeljau aufzuhalten der hier in unerschöpflicher Menge seinen Lieblingsaufenthalt hat Man könnte den Kabeljau einen Bergfisch nennen denn Newfoundland ist nur ein unterseeisches Gebirge Als der Nautilus durch ihre dicht gedrängten Massen fuhr machte Concey die Bemerkung Ei die Kabeljau ich meinte sie seien platt wie die Klischen und Sohlen Wie naiv erwiderte ich Die Kabeljau sind platt beim Krämer wo sie ausgenommen und zum Verkauf ausgelegt sind aber im Wasser sind sie rund wie die Seebarben Ich will's glauben mein Herr versetzte Concey Aber welch Gewimmel welch Schwärme Ei mein Freund es gäbe deren noch weit mehr hätten sie nicht die Menschen und die Seeskorpionen zu feinden Weißt du wie viele Eier man in einem einzigen Weibchen gezählt hat Ich will mal tüchtig raten sagte Concey 500.000 Elf Millionen mein Freund Elf Millionen Das lass ich nicht gelten wenn ich sie nicht selbst zähle Zähle nur immer Concey aber du wirst schneller fertig wenn du mir glaubst Übrigens werden sie von Franzosen Engländern Amerikanern Dänen Norwegern zu Tausenden weggefischt Man verzerrt sie in unglaublicher Menge und wäre nicht die Fruchtbarkeit dieser Fische so erstaunlich so wären diese Meere bald entvölkert So sind allein in England und Amerika 75.000 Mann auf 5000 Schiffen mit dem Fang des Kabeljaus beschäftigt Jedes Schiff liefert deren durchschnittlich 40.000 Das macht 25 Millionen An den norwegischen Küsten dasselbe Ergebnis Gut erwiderte Concey Ich will mich auf meinen Herrn berufen und das Zählen unterlassen Was denn? Die Elf Millionen Eier Aber ich will die Bemerkung machen dass wenn alle dieser Eier ausschlüpften vier Kabeljauweibchen genug wären um England Amerika und Norwegen zu versorgen Während wir am Grund der Bank von Newfoundland herfuhren sah ich genau die langen mit 200 Angeln versehenen Schnüre welche jedes Boot zu Dutzenden auswirft Jede Schnur am einen Ende vermittelt eines kleinen Hakens fortgezogen war durch eine Leine die an einer Korkboje befestigt wurde an der Oberfläche festgehalten der Nautilus mußte inmitten dieses unterseeischen Netzes gut manövrieren Übrigens verweilte er nicht lange in diesen bevölkerten Gegenden er fuhr bis zum 42. Breitegrad hinauf der Höhe von Saint-Jean de Terre-Neuve und von Harz-Content wo der transatlantische Kabel endigt von da an richtete er seine Fahrt östlich als wolle er der telegraphischen Hochfläche folgen worauf der Kabel ruht Am 17. Mai als wir etwa 500 Meilen von Harz-Content entfernt waren bemerkte ich in einer Tiefe von 2800 Meter den auf den Boden liegenden Kabel Concey dem ich nichts davon zum Voraus gesagt hatte nahm ihn anfangs für eine Riesenschlange ich belehrte ihn über die Sache näher wie folgt Der erste Kabel wurde in den Jahren 1857 und 1858 gelegt aber nachdem er etwa 400 Telegramme befördert hatte hörte er auf zu wirken Im Jahre 1863 verfertigten die Ingenieure einen neuen Kabel in der Länge von 3400 Kilometer und 3400 Kilogramm schwer welcher auf dem Great Eastern eingeschifft wurde Auch dieser Versuch scheiterte Am 25. Mai befand sich der Nautilus in einer Tiefe von 3836 Meter gerade an der Stelle wo der Kabel gerissen war 638 Meilen von der Küste Irlands entfernt Man gewartet damals um 2 Uhr nachmittags dass die Mitteilungen nach Europa unterbrochen waren Die Sachverständigen an Bord beschlossen den Kabel zu zerhauen und dann ihn wieder aufzufischen und um 11 Uhr abends hatte man die beschädigte Partie wieder herausgeholt Man machte ein Gelenk und eine Splissung und senkte den Kabel von neuem unter Aber einige Tage später zerriss er und konnte in den Tiefen des Ozeans nicht wieder aufgefischt werden Die Amerikaner verloren den Mut nicht Der kühne Cyrus Field welcher die Unternehmung zu Wege gebracht und sein ganzes Vermögen dafür eingesetzt hatte veranlaßte eine neue Subscription welche sogleich mit Zeichnungen bedeckt wurde Nun wurde unter den besten Bedingungen ein anderes Kabel gefertigt Der Bund Leitender in eine Hülle von gutterpärcher isolierter Drähte wurde durch ein Polster spinnbarer Stoffe in einer Metall Fassung geschützt Der Great Eastern stach am Juli abermals in See Die Operation hatte guten Fortgang Doch begab sich ein Zwischenfall Einige Mal hatten die Ingenieure beim Abwickeln des Kabels wahrgenommen dass Nägel frisch eingeschlagen waren um die Seele desselben zu schädigen Der Kapitän Andersson beriet mit seinen Offizieren und Ingenieuren und sie machten bekannt wenn sich der Täter an Bord betreffen ließe würde er ohne weiteres ins Meer geworfen werden Seitdem kam der sträfliche Versuch nicht weiter vor von Irland aus die Nachricht vom Abschluss des Waffenstillstands zu Sardowa telegrafierte Am 27. erreichte er mitten im Nebel den Hafen von Hartz Content Die Unternehmung war glücklich zustande gebracht und das junge Amerika schickte dem alten Europa als erste Depesche zum Gruß die so selten verstandenen Worte Ehre sei Gott im Himmel und Friede den gut gesinnten Menschen auf Erden Ich hatte nicht erwartet den Kabel in einem frischen Zustande wie er aus den Werkstätten der Fabriken hervorgegangen war zu treffen Die lange Schlange mit Muscheltrümmern bedeckt war mit einem steinigen Teig überzogen der sie gegen die durchbohrenden Mollusken schützte Sie lag ruhig gegen die Bewegungen des Meeres gesichert und unter einem Druck welcher die Hinüberleitung des elektrischen Funkens der in 3200 Teile in einer Sekunde von Amerika nach Europa läuft begünstigt Der Kabel ist ohne Zweifel von unbegrenzter Dauer denn man hat die Beobachtung gemacht dass die guter Percher Hülle durch das dauernde Verweilen im Meerwasser besser wird Übrigens ist auf dieser so glücklich gewählten Hochfläche der Kabel niemals so tief unter gesenkt dass er reißen könnte Der Nautilus folgte ihn bis zum tiefsten Punkt seiner Lage 4431 Meter und hier lag er noch ohne daß das Ziehen irgend anstrengte hernach kamen wie zu der Stelle wo er im Jahre 1863 Schaden gelitten hatte den Grund des Meeres bildete damals ein 120 Kilometer breites Tal auf welches man den Mont Blanc hätte stellen können ohne daß sein Gipfel über den Meeresspiegel empor ragte dasselbe ist dem Westen durch eine steile Wand von 2000 Meter geschlossen wir langten da am 28 Mai an und der Nautilus war nur noch 150 Kilometer von Irland entfernt war der Kapitän Nemo im Begriff noch weiter aufwärts zu fahren in die Nähe der britischen Inseln nein zu meiner großen Überraschung fuhr er wieder südwärts und kam in die europäischen Meere indem wir um die Kap Clear und das Feuer von Fastnet welches den tausenden von Schiffen die von Glasgow oder Liverpool ausfahren zur Leuchte dient Es stellte sich mir damals eine wichtige Frage Sollte wohl der Nautilus wagen in den Kanal zu dringen Ned Lund der seit wir uns dem Land näherten wieder zum Vorschein gekommen war fragte mich unablässig Was konnte ich ihm antworten Der Kapitän Nemo ließ sich fortwährend nicht sehen Nachdem er dem Kanadier das Küstenland Amerikas zu sehen vergönnt hatte wollte er es nun gegen mich mit der französischen Küste ebenso machen Indessen fuhr der Nautilus immer mehr südwärts Am 30. Mai bekam er Lans End zu sehen zwischen der äußersten Spitze Englands und den Silly Inseln welche er rechte Hand ließ Wollte er in den Kanal einfahren so müßte er gerade ostwärts fahren er tat's nicht Am 31. Mai beschrieb der Nautilus den ganzen Tag lang eine Reihe von Kreislinien die mich lebhaft beunruhigten Er schien einen Ort zu suchen welchen zu finden ihm schwer wurde Zu Mittag nahm der Kapitän Nemo die Lage selbst auf Er gönnte mir nicht ein Wort schien düsterer wie jemals Was konnte ihn so verstimmen etwa die Nähe der europäischen Gestade empfand er heimatliche Erinnerungen und was für Empfindungen waren es Vorwürfe oder Sehnsucht solche Gedanken beschäftigten mich als hätte ich eine Ahnung dass mir der Zufall bald die Geheimnisse des Kapitäns enthüllen würde Am folgenden Tag den 1. Juni machte der Nautilus die nämlichen Bewegungen Es war offenbar dass er einen bestimmten Punkt des Ozeans zu erkennen suchte Der Kapitän Nemo kam wie tags zuvor den Höhestand der Sonne aufzunehmen Das Meer war schön der Himmel rein Acht Meilen östlich zeigte sich ein großes Dampfschiff am Horizont Es wehte keine Flagge von seinem Mast und ich konnte seine Nationalität nicht erkennen Einige Minuten bevor die Sonne den Meridian durchschnitt ergriff der Kapitän Nemo seinen Sextant und beobachtete mit äußerster Genauigkeit Die vollständige Ruhe der Wellin erleichterte es ihm Der Nautilus lag unbeweglich ohne Wanken und Schwanken Ich befand mich gerade auf der Plattform Als der Kapitän seine Aufnahme gemacht sprach er nur das einzige Wort Hier Er stieg wieder durch die Luke hinab Hatte er das Fahrzeug gesehen welches seinen Lauf änderte und uns nahe zu kommen schien Ich wusste es nicht zu sagen Ich begab mich wieder in den Salon Die Luke schloss sich und ich hörte das Zischen des Wassers in den Behältern Der Nautilus fing an in vertikaler Richtung unter zu sinken indem die Bewegung der Schraube gehemmt war Nach einigen Minuten hielt er in einer Tiefe von 833 Meter an und ruhte auf dem Grund Die Leuchte am Plafond des Salons erlosch darauf Die Läden öffneten sich und ich sah durch das Fenster das Meer von den Strahlen des Fanal im Umfang einer halben Meile heller leuchtet Ich blickte rechts und sah nichts als ruhiges Gewässer bis in unermessliche Ferne Links zeigte sich auf dem Boden eine starke Erhöhung die meine Aufmerksamkeit erregte Man konnte es für achtsam betrachtete glaubte ich etwas verdickt die Formen eines Schiffes ohne Masten zu erkennen das vorlängst untergesunken war Das Unglück mußte schon vor langer Zeit sich begeben haben wie aus der Verkalkung seiner Hülle abzunehmen war Was für ein Schiff war es Weshalb besuchte der Nautilus seine Grabstätte War das Schiff nicht durch Schiffbruch untergegangen Ich wußte nicht was ihn langsam sprechen hörte Früher hatte dieses Schiff den Namen Le Marseillais Es wurde 1762 erbaut und trug 74 Kanonen Im Jahre 1778 den 13. August kämpfte es tapfer gegen den Preston 1779 am 11. Juli war es mit dem Geschwader des Admirals Distan bei der Eroberung Granadas 1781 am 5. September nahm es am Kampf des Grafen de Grasse in der Baye von Chesapeake teil Im Jahre 1794 gab ihm die Französische Republik einen anderen Namen Am 16. April des selben Jahres schloss es sich zu Brest dem Geschwader von Villaray Joyeuse an welches eine Ladung Getreide aus Amerika zu eskortieren hatte Am 11. und 12. Präreal des Jahres 2 traf dieses Geschwader mit den englischen Schiffen zusammen Heute ist der 13. Präreal 1. Juni 1868 Heute sind es gerade 74 Jahre dass an derselben Stelle unter 47 Grad 24 Minuten Breite und 17 Grad 28 Minuten Länge dieses Schiff als es nach heroischem Kampf seine drei Maste verloren das Wasser in seine Räume drang ein Drittteil seiner Mannschaft kampfunfähig geworden samt seinen 356 Mann lieber sich versenkte als sich ergab und mit aufgepflanzter Flagge und dem Ruf es lebe die Republik in die Tiefe sank der Vengeur rief ich aus ja mein Herr der Vengeur ein schöner Name murmelte der Kapitän Nemo mit gekreuzten Armen Ende von Teil 2 Kapitel 20 Teil 2 Kapitel 21 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 21 Eine Hektar Kombe Diese Art zu reden, das Unvorbereitete der Szene, die Geschichte des patriotischen Schiffes, die Aufregung, womit der außerordentliche Mann diese letzten Worte sprach, der Name Vengeur, dessen Bedeutsamkeit mir nicht entging, Alles dieses machte auf mich tiefen Eindruck. Meine Blicke waren unablässig auf den Kapitän gerichtet, wie er dastand und die ruhmvollen Reste betrachtete. Vielleicht sollte ich niemals erfahren, wer er war, wohin er ging, aber ich lernte mehr und mehr den Menschen in ihm kennen. Nicht ein gewöhnlicher Menschenhass hielt den Kapitän Nemo mit seinen Genossen abgesondert in seinem Nautilus, sondern ein ungeheurer oder erhabener Hass, den die Zeit nicht abschwächen konnte. War es ein Hass, der noch nach Rache dürstete? Die nahe Zukunft sollte mich's lehren. Inzwischen stieg der Nautilus wieder langsam zum Meeresspiegel auf und bald gab mir ein leichtes Schwanken zu erkennen, dass wir wieder in freier Luft schwammen. In diesem Augenblick hörte man einen dumpfen Knall. Ich blickte den Kapitän an. Er rührte sich nicht. Kapitän? sagte ich. Keine Antwort. Ich ließ ihn und begab mich auf die Plateform. Conseil und der Kanadier waren mir vorausgegangen. Woher dieser Ton? fragte ich. Ein Kanonenschuss, erwiderte Nedland. Ich richtete meine Blicke nach dem Schiff hin, welches ich bemerkt hatte. Es kam näher heran und man sah, dass es mit verstärkter Kraft fuhr. Sechs Meilen noch war es von uns entfernt. Was ist's für ein Schiff, Ned? Seinem Takelwerk, seinen Masten nach, erwiderte der Kanadier, wollte ich wetten, dass es ein Kriegsschiff ist, wenn es doch käme, den verfluchten Nautilus nötigenfalls zu versenken. Freund Ned, erwiderte Conseil, was kann er dem Nautilus für einen Schaden zufügen? Soll er ihn unter Meer angreifen? Werden seine Kanonen ihn auf dem Meeresgrund erreichen? Sagen Sie mir, Ned, können Sie erkennen, welcher Nation das Schiff angehört? Der Kanadier runzelte die Augenbraunen, senkte seine Wimpern, blinzelte mit den Augen und heftete eine Weile seinen Blick mit aller Schärfe auf das Schiff. Nein, mein Herr, erwiderte er, ich kann nicht erkennen, welcher Nation es angehört. Es ist keine Flagge aufgesteckt, aber ich kann versichern, dass es ein Kriegsschiff ist, denn ein langer Wimpel weht von der Spitze seines Hauptmastes. Eine Viertelstunde lang fuhren wir fort, das Schiff, welches auf uns zufuhr, zu beobachten. Ich konnte jedoch nicht annehmen, dass es aus dieser Entfernung den Nautilus erkannt hätte, und noch weniger, dass es wusste, was es für eine unterseeische Maschine war. Bald meldete mir der Kanadier, das Schiff sei ein großes Kriegsschiff, mit Schnabel, ein gepanzerter Zweidecker. Aus seinen beiden Rauchfängen stieg ein dichter Rauch auf. Seine Segel waren zusammengeschlagen, sein Mast ohne Flagge. Die weite Entfernung ließ noch nicht die Farben seiner Wimpel erkennen. Es näherte sich rasch. Wenn der Kapitän Nemo es herankommen ließ, bot sich uns eine Aussicht auf Rettung. Mein Herr, sagte Nedland, fährt das Schiff mir eine Meile entfernt, so stürze ich mich ins Meer und fordere sie auf, meinem Beispiele zu folgen. Ich gab auf diesen Vorschlag keine Antwort und betrachtete fortwährend das Schiff, welches immer näher kam. Mochte es englisch, französisch, amerikanisch oder russisch sein, sicherlich fanden wir Aufnahme an Bord, wenn wir hingelangen konnten. Mein Herr wird sich wohl erinnern, dass wir einige Übungen im Schwimmen haben. Er kann sich auf mich verlassen, dass ich ihn bis zu dem Schiff buxieren werde, wenn es ihm gefällig ist, Freund Ned zu folgen. Ich war im Begriff zu antworten, als vorne am Kriegsschiff eine weiße Dampfwolke sichtbar wurde. Nach einigen Sekunden war das Hinterteil des Nautilus von einem ins Meer fallenden Körper bespritzt. Kurz darauf vernahm man einen Knall. Wie? Sie schießen auf uns, rief ich aus. Wackere Leute, murmelte der Kanadier. Sie nehmen uns also nicht für Schiffbrüchiger auf einen Wrack. Mit Erlaubnis, mein Herr. Gut, sagte Concey und schüttelte das Wasser ab, womit eine abermalige Kugel ihn bespritzt hatte. Mit Erlaubnis, mein Herr, Sie haben den Narwal erkannt und schießen auf den Narwal. Aber Sie müssen wohl sehen, rief ich, dass Sie es mit Menschen zu tun haben. Vielleicht eben deshalb, erwiderte Nedland und sah mich an. Nun ging mir im Kopf ein Licht auf. Ohne Zweifel wusste man jetzt, was man von dem vermeintlichen Seeungeheuer zu halten hatte. Ohne Zweifel hatte der Kommandant des Abraham Lincoln bei seinem Zusammentreffen mit dem Nautilus, als der Kanadier seine Harpune auf denselben schleuderte, erkannt, dass der Narwal ein unterseeisches Fahrzeug sei, und zwar gefährlicher als ein übernatürliches Seetier. Ja, so muss es sein, und ohne Zweifel verfolgte man jetzt auf allen Meeren das fürchterliche Zerstörungswerkzeug. Ein erschreckliches Gewiß, wenn, wie man annehmen konnte, der Kapitän Nemo den Nautilus zu einer Racheübung gebrauchte. In jener Nacht, als er mitten im Indischen Ozean uns einsperrte, hatte er wohl einen Kampf mit einem Schiff zu bestehen. Jener auf dem Korallenkirchhof bestattete Mann war gewiss bei einem Zusammenstoß des Nautilus getroffen worden. Ja, sag ich abermals, so mußte es sein. So enthüllte sich ein Teil der geheimnisvollen Existenz des Kapitän Nemo. Und wenn er auch nicht als derselbe wiedererkannt wurde, so machten doch die gegen ihn verbundenen Nationen jetzt nicht auf ein chimärisches Wesenjagd, sondern auf einen Mann, der ihnen unversöhnlichen Hass geschworen hatte. Diese ganze fürchterliche Vergangenheit stand mir jetzt vor Augen. Anstatt auf dem herannahrenden Schiffe Freunde zu treffen, konnten wir nur auf erbarmungslose Feinde stoßen. Inzwischen fielen häufiger Kugeln in unserer Nähe nieder. Manche, welche den Meeresspiegel trafen, sprangen abprallend weiter, um in weiter Ferne sich zu verlieren. Aber den Nautilus traf keiner. Das Panzerschiff war damals nur noch drei Meilen entfernt. Trotz der heftigen Kanonade ließ sich der Kapitän nicht auf der Platteform sehen. Und doch hätte eine einzige seiner Spitzkugeln, wenn sie regelrecht den Rumpf des Nautilus traf, ihm verderblich sein müssen. Der Kanadier sprach da zu mir, mein Herr, wir müssen alles aufbieten, um uns aus dieser schlimmen Lage zu ziehen. Wir wollen Signale geben. Tausend Teufel, vielleicht wird man einsehen, dass wir brave Leute sind. Ned Land nahm sein Taschentuch, um es in der Luft zu schwingen. Aber kaum hatte er es entfaltet, als er trotz seiner furchtbaren Stärke von einer eisernen Hand zu Boden geworfen wurde. Elender, rief der Kapitän, soll ich dich an den Schnabel des Nautilus nageln, ehe ich mit demselben gegen dieses Schiff anrenne? So fürchterlich dieser Zuruf war, noch fürchterlicher war das Aussehen des Kapitän Nemo. Sein Angesicht erbleichte bei dem Kämpfen seines Herzens, dessen Pulsschläge einen Augenblick stocken mussten. Seine Augäpfel zogen sich fürchterlich zusammen, seine Stimme brüllte, mit vorgebeugtem Körper, schüttelte er den Kanadier bei den Schultern. Darauf ließ er ihn, wendete sich gegen das Kriegsschiff, dessen Kugeln um ihn regneten und rief, Ach, du weißt, wer ich bin, du Schiff einer verfluchten Nation! Ich brauchte deine Farben nicht zu sehen, um dich zu erkennen. Schau, hier zeig ich dir die meinige! Und der Kapitän Nemo entfaltete vorn auf seiner Plateform eine schwarze Flagge, gleich derjenigen, welche er am Südpol aufgepflanzt hatte. In dem Moment schlug eine Kugel schief auf den Rumpf des Nautilus, ohne einzudringen, prallte neben dem Kapitän ab und sprang weiter ins Meer. Der Kapitän Nemo zuckte die Achseln. Darauf sprach er zu mir in barschen Ton. Gehen Sie hinab, samt Ihren Genossen. Mein Herr, rief ich, wollen Sie denn dieses Schiff angreifen? Mein Herr, ich werde es in den Grund bohren. Tun Sie das nicht! Ja, ich werde es tun, erwiderte kalt der Kapitän Nemo. Lassen Sie sich nicht einfallen, mein Richter zu sein, mein Herr. Der Zufall hat Sie sehen lassen, was Sie nicht sehen durften. Der Angriff ist geschehen, die Erwiderung wird schrecklich sein. Gehen Sie! Was ist's für ein Schiff? Sie wissen's nicht? Nun denn, umso besser. Seine Nationalität wenigstens soll Ihnen ein Geheimnis bleiben. Gehen Sie hinab! Ich konnte nicht anders als gehorchen, samt Conseil und dem Kanadier. Fünfzehn Mann von den Leuten des Nautilus umgaben den Kapitän und blickten mit unversöhnlichem Hass auf das gegen sie anfahrende Schiff. Man fühlte, wie alle diese Gemüter vom gleichen Rachedurst beseelt waren. Ich begab mich in dem Augenblick hinab, als abermals ein Geschoß auf den Nautilus anschlug und hörte den Kapitän ausrufen Schieße nur thörichtes Schiff vergeude unnütz deine Kugeln. Du sollst dem Schnabel des Nautilus nicht entgehen. Aber nicht an dieser Stelle sollst du sinken. Ich will nicht, dass deine Trümmer sich mit denen des Vengeurs vermischen. Ich ging wieder auf mein Zimmer. Der Kapitän war mit seinem Leutnant auf der Platte vorm geblieben. Die Schraube ward in Bewegung gesetzt. Der Nautilus entfernte sich rasch aus der Schussweite des Schiffes. Aber die Verfolgung dauerte fort, indes der Kapitän Nemo sich damit begnügte, seine Distanz zu wahren. Gegen vier Uhr nachmittags konnte ich die Ungeduld und die Unruhe, die mich peinigten, nicht aushalten und begab mich zur Mittelstiege. Die Luke war offen. Ich wagte mich auf die Plateform. Der Kapitän ging mit raschen Schritten noch immer auf und ab. Ich sah nach dem Schiff, welches fünf bis sechs Meilen unterm Wind ihm standhielt. Er kreiste um dasselbe wie ein Stück Rotwild, zog es östlich und ließ sich von ihm verfolgen. Doch griff es nicht an. Schwankte er vielleicht noch? Ich wollte noch einmal ein Wort einlegen, aber ich hatte den Kapitän kaum angeredet, als er mir Schweigen anbefahl. Ich bin im Recht, ich übe Gerechtigkeit, sprach er zu mir. Ich bin unterdrückt und hier ist der Unterdrücker. Durch ihn habe ich alles verloren, was ich geliebt und verehrt habe. Vaterland, Weib, Kinder, Vater, Mutter, das alles sah ich zugrunde gehen. Dort ist alles, was ich hasse. Schweigen Sie! Ich warf einen letzten Blick auf das Kriegsschiff, welches seine Dampfkraft verstärkte. Darauf suchte ich Ned und Conseil auf. Wir wollen entfliehen, rief ich aus. Gut, sagte Ned, was ist's für ein Schiff? Ich weiß nicht, aber was es auch für eins sein mag, vor Abend wird es in Grundgeburt sein. Jedenfalls besser mit ihm untergehen, als an einer Racheübung teilzuhaben, deren Gerechtigkeit man nicht ermessen kann. Der Meinung bin ich auch, erwiderte Nedland kalt. Warten wir die Nacht ab. Die Nacht kam heran. Tiefe Stille herrschte an Bord. Der Kompass zeigte, dass der Nautilus seine Richtung nicht geändert hatte. Ich hörte die Schraube mit reißender Regelmäßigkeit die Wogen schlagen. Er hielt sich an der Oberfläche des Wassers und in leichtem Schwanken neigte er bald auf die eine, bald auf die andere Seite. Ich war mit meinen Gefährten entschlossen, in dem Augenblick zu entfliehen, wo das Schiff nahe genug wäre, dass es uns hören oder sehen konnte, denn es war heller Mondschein, einige Tage vor Vollmond. Wären wir einmal an Bord dieses Schiffes, so wollten wir, wenn es nicht möglich wäre, dem drohenden Stoß zuvor zu kommen, wenigstens alles tun, was die Umstände uns zu versuchen gestatten würden. Einigemal glaubte ich, der Nautilus schicke sich zum Angriff an, aber er beschränkte sich darauf, seinen Gegner sich nahe kommen zu lassen und kurz darauf zog er sich wieder fliehend zurück. Ein Teil der Nacht verfloss ohne Zwischenfall. Wir lauerten auf die Gelegenheit zu handeln, sprachen wenig, weil wir zu aufgeregt waren. Nedland hätte sich gerne ins Meer gestürzt, ich nötigte ihn zu warten. Meiner Ansicht nach sollte der Nautilus auf der Oberfläche des Wassers den Zweidecker angreifen und dann wäre eine Flucht nicht nur möglich, sondern leicht. Um drei Uhr morgens stieg ich voll Unruhe auf die Plateform. Der Kapitän Nemo hatte sie nicht verlassen. Er stand auf dem Vorderteil nahe bei seiner Flagge, die ein leichter Seewind über seinen Kopf entfaltete. Er behielt das Schiff beständig im Auge. Dieses Schiff fiel sich zwei Meilen von uns entfernt. Es hatte sich genähert, immer auf den phosphoreszierenden Schein zufahrend, welcher die Anwesenheit des Nautilus bezeichnete. Ich sah seine Warnungsfeuer, grün und rot, und seine weiße Schiffsleuchte, die am Flockstag hing. Ein unklarer Widerschein, der auf sein Takelwerk fiel, zeigte an, dass man das Feuern auf den höchsten Grad getrieben hatte. Strahlenbüschel, schlacken brennender Kohlen, die aus seinen Rauchfängen ausgeworfen wurden, bestrahlten die Atmosphäre. Ich blieb also bis zu sechs Uhr früh, ohne dass der Kapitän Nemo mich zu bemerken schien. Das Schiff hielt erst in einer Entfernung von anderthalb Meilen Stand und begann mit Anbruch des Tages seine Kanonade von Neuem. Der Augenblick konnte nicht mehr fern sein, wo ich, während der Nautilus seinen Gegner angriff, nebst meinen Genossen diesen Mann für immer verlassen würde. Ich war im Begriff hinabzugehen, um ihnen davon Kenntnis zu geben, als der Leutnant von einigen Matrosen begleitet auf die Plateform kam. Der Kapitän Nemo sah sie nicht oder wollte sie nicht sehen. Es wurden einige einfache Vorkehrungen getroffen. Man legte die Geländereinfassung der Plateform nieder, die Gehäuse des Fanal und des Steuerers wurden in den Schiffskörper so weit eingezogen, dass sie dem Boden gleich waren. Die Oberfläche der langen Zigarre von Eisenblech hatte keinen Vorsprung mehr, welcher ihren Bewegungen hinderlich sein konnte. Ich begab mich wieder in den Salon. Der Nautilus war noch immer auf der Oberfläche. Einiger Dämmerungsschein drang durch die obere Wasserschichte. Der schreckliche zweite Juni brach an. Um fünf Uhr gab mir das Lok zu erkennen, dass der Nautilus langsamer fuhr. Offenbar wollte er den Gegner herankommen lassen. Übrigens wurde der Geschützesdonner heftiger und die Kugeln flogen ringsum. Meine Freunde, sagte ich, der Augenblick ist da, einen Handschlag und Gott sei mit uns. Nettland war entschlossen, Konsei ruhig, ich in allen Nerven erregt, konnte mich kaum halten. Wir gingen in die Bibliothek. Im Augenblick, als ich die Türe, welche zur Mitteltreppe führte, öffnen wollte, hörte ich, dass man die Lucke hastig abschloss. Der Kanadier stürzte zur Treppe, aber ich hielt ihn zurück. Ein wohlbekanntes Rauschen gab mir zu erkennen, dass die Behälter sich mit Wasser füllten. In der Tat tauchte der Nautilus unverweilt einige Meter tief unter der Oberfläche des Wassers. Ich verstand das Manöver. Es war zum Handeln zu spät. Der Nautilus hatte nicht im Sinne den Zweidecker an seinem undurchdringlichen Panzer zu treffen, sondern unterhalb der Wasserlinie, wo er nicht mehr vor einer Metalldecke geschützt war. Wir wurden von Neuem eingesperrt, gezwungene Zeugen der Unglücksszene, welche man vorbereitete. Übrigens hatten wir kaum Zeit, unsere Gedanken zusammenzufassen. In mein Zimmer geflüchtet, sahen wir uns einander an, ohne ein Wort zu reden. Große Bestürzung befiel meinen Geist. Die Bewegung des Gedankens stockte in mir. Ich befand mich in dem peinlichen Zustand, welcher der Erwartung einer fürchterlichen Katastrophe vorausgeht. Ich wartete, horchte, ich lebte nur noch durchs Gehör. Inzwischen nahm die Schnelligkeit des Nautilus wirklich zu. So nahm er seinen Anlauf. Er zitterte am ganzen Körper. Plötzlich schrie ich auf. Ein Stoß war versetzt worden, doch verhältnismäßig leicht. Ich spürte, wie der stählerne Schnabel kräftig eindrang. Ich hörte ein Kratzen und Schaben. Aber der Nautilus drang mit der mächtigen Gewalt seines Stoßes durch die Schiffsmasse wie die Nadel des Segelmachers durch die Leinwand. Ich konnte mich nicht halten. Bis zum Wahnsinn verstört stürzte ich aus meinem Zimmer in den Salon. Der Kapitän Nemo befand sich darin. Stumm, düster, unversöhnlich schaute er durch das Fenster zur Linken. Eine enorme Masse sank unter das Wasser und um von ihrem Todeskampf nichts zu verlieren, senkte sich der Nautilus zugleich mit ihr in die Tiefe. In einer Entfernung von zehn Meter sah ich den aufgeschlitzten Schiffskörper, in welchen mit donnerähnlichem Getöse das Wasser einstürzte, darauf die doppelte Reihe der Kanonen und die Schanzverkleidung. Das Verdeck war mit schwarzen Schattengestalten bedeckt in unruhiger Bewegung. Das Wasser stieg. Die Unglücklichen schwangen sich ins Tauwerk, kletterten auf die Maste, rangen und drehten sich unterm Wasser. Es war ein Menschenschwarm vom eindringenden Meer überwältigt. Gelähmt, starr vor Schrecken, die Haare zu Berge, schaute auch ich mit weit aufgerissenen Augen, stockendem Atem lautlos. Unwiderstehlich zog mich's an das Fenster. Das enorme Schiff sank langsam in die Tiefe, der Nautilus später auf alle seine Bewegungen. Plötzlich eine Explosion. Die zusammengepresste Luft sprengte das Verdeck, als sei Feuer in den Schiffsräumen ausgebrochen. Die Wasser waren so stark in Bewegung, dass der Nautilus aus seiner Richtung kam. Darauf sank das Unglücksschiff schneller. Sein mit Opfern gefüllter Mastkorb kam zum Vorschein, dann sein mit Menschen belastetes Gebälk, endlich die Spitze seines Hauptmastes. Hierauf verschwand die düstere Masse und mit ihr die ganze Mannschaft als Leichen in fürchterlichem Wirbel hinabgezogen. Ich wandte mich um nach dem Kapitän Nemo. Dieser entsetzliche Henker, ein wahrer Erzengel des Hasses, schaute fortwährend zu. Als alles zu Ende war, ging der Kapitän auf die Tür seines Zimmers zu, öffnete und trat ein. Ich folgte ihm mit den Augen. Auf dem hintersten Feld über den Bildern seiner Heron sah ich das Porträt einer noch jungen Frau nebst zwei kleinen Kindern. Der Kapitän Nemo betrachtete sie einige Augenblicke, breitete die Arme nach ihnen aus und kniete schluchzend nieder. Ende von Teil 2 Kapitel 21 Teil 2 Kapitel 22 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 2 Kapitel 22 Letzte Worte des Kapitän Nemo Die Läden wurden nach diesem erschrecklichen Anblick geschlossen, aber das Licht im Salon nicht wieder angezündet. Im Inneren des Nautilus nur dunkel und schweigen. Er verließ diesen heillosen Ort, 100 Fuß unterm Wasser mit reißender Geschwindigkeit. Wohin fuhr er? Nord oder südwärts? Wohin floh dieser Mann nach der grauenhaften Racheübung? Ich begab mich zurück in mein Zimmer, wo Ned und Conseil sich schweigend befanden. Ich empfand ein unüberwindliches Grauen vor dem Kapitän Nemo. Was er auch von Seiten der Menschen erlitten haben mochte, so zu strafen war er nicht befugt. Er hatte mich, wenn auch nicht zum Mitschuldigen, doch zum Zeugen seiner Untat gemacht. Das war schon zu viel. Um elf Uhr kam das elektrische Licht wieder zum Vorschein. Ich begab mich in den Salon. Er war leer. Ich besorgte die verschiedenen Instrumente. Der Nautilus floh nordwärts mit einer Schnelligkeit von 25 Meilen die Stunde, bald auf der Oberfläche des Meeres, bald 30 Fuß darunter. Ein Blick auf die Karte zeigte mir, dass wir am Eingang des Kanals fuhren und unsere Richtung uns mit unvergleichlicher Schnelligkeit in die nördlichen Meere führte. Am Abend hatten wir 200 Lieux des Atlantischen Meeres zurückgelegt. Es wurde Nacht und das Meer war mit Dunkel bedeckt bis zum Aufgang des Mondes. Ich begab mich wieder in mein Zimmer, konnte nicht schlafen. Ich war von Alpdrücken geplagt. Die grauenhafte Vernichtungsszene stand immer erneuert vor meinem Geist. Seit diesem Tag wer konnte sagen, bis zu welchem Punkt im nordatlantischen Meer der Nautilus uns schleppte. Stets mit einer nicht zu schätzenden Schnelligkeit, stets inmitten hyperburäischer Nebel. Berührte er die Vorgebirge Spitzbergens oder die Küsten von Novae Gersenia. Durchlief er das Weiße Meer, das Meer von Kara, dem Busen des Ob, den Archipel Lissarow und die unbekannten Gestade der asiatischen Küste? Ich kann es nicht sagen und konnte auch die verflossene Zeit nicht berechnen. Die Uhren an Bord standen stille. Tag und Nacht schienen nicht mehr regelmäßig aufeinander zu folgen. Ich schätze, aber vielleicht irre ich mich, dass diese abenteuerliche Fahrt des Nautilus 14 bis 20 Tage dauerte und ich weiß nicht, wie lange sie gedauert haben würde ohne die Katastrophe, womit diese Reise endigte. Vom Kapitän Nemo war nicht mehr die Rede, auch nicht von seinem Leutnant. Nicht ein Mann von den Bootsleuten ließ sich nur einen Augenblick sehen. Fast beständig fuhr der Nautilus unterm Wasser und wenn er zur Lufterneuerung auftauchte, öffneten oder schlossen sich die Lucken automatisch. Die Lage wurde nicht mehr eingetragen, ich wusste nicht, wo wir uns befanden. Auch der Kanadier, dessen Geduld und Kraft erschöpft war, ließ sich nicht mehr sehen. Conseil konnte nicht ein Wort aus ihm heraus bringen und fürchtete, er möge in einem Anfall von Wahnsinn oder von erschrecklichem Heimweh getrieben Hand an sich legen. Er überwachte ihn daher jeden Augenblick mit Hingebung. Es ist begreiflich, dass unter diesen Umständen Tages, wann kann ich nicht angeben, war ich gegen Morgen eingeschlafen. Ein peinlicher und krankhafter Schlaf. Als ich aufwachte, sah ich Nedland über mich gebeugt und hörte ihn leise sagen, wir wollen entfliehen. Ich richtete mich auf. Wann wollen wir fliehen? fragte ich. In nächster Nacht. Jede Überwachung scheint vom Nautilus verschwunden. Man meint, es herrsche Verstörung an Bord. Werden Sie bereit sein, mein Morgen mitten im Nebel zwanzig Meilen östlich wahrgenommen habe. Was für Land? Ich weiß nicht, aber es sei, was es wolle, wir wollen dahin fliehen. Ja, Ned, ja, wir fliehen diese Nacht, sollte uns auch das Meer verschlingen. Das Meer ist schlimm, der Wind ist stark, aber zwanzig Meilen in dem leichten Boot des Nautilus zu machen ist für mich nichts erschreckliches. Ich habe unbemerkt einige Lebensmittel und einige Flaschen Wasser hinschaffen können. Ich schließe mich an. Übrigens fügte der Kanadier bei, wenn ich ertappt werde, wehre ich mich, lasse mich umbringen. Dann werden wir miteinander sterben, Freund Ned. Ich war zu allem entschlossen. Der Kanadier verließ mich. Ich begab mich auf die Plateform, wo ich mich gegen den Wellenschlag kaum halten konnte. Der Himmel war drohend, aber da im dichten Nebelland in der Nähe war, so musste man fliehen. Kein Tag und keine Stunde war zu verlieren. Ich kam in den Salon zurück, fürchtete und wünschte zugleich den Kapitän Nemo zu treffen, wollte und wollte nicht mehr ihn sehen. Was hätte ich ihm sagen können? Konnte ich ihm das unwillkürliche Grauen verhehlen, dass er mir einflößte? Nein, besser war nicht mehr vor sein Angesicht zu kommen, besser war ihn vergessen. Und doch, wie wurde mir dieser Tag lang der letzte, den ich an Bord des Nautilus verleben sollte? Ich blieb allein. Nedland und Conseil vermieden mit mir zu reden, aus Furcht sich zu verraten. Um sechs Uhr speiste ich, aber ich hatte keinen Hunger. Ich zwang mich widerwillend zu essen, um nicht an Kräften schwächer zu werden. Um halb sieben kam Nedland auf mein Zimmer und sagte, wir werden uns vor unserer Abfahrt nicht wiedersehen. Um zehn Uhr ist der Mond noch nicht aufgegangen und die Dunkelheit wird uns zugutekommen. Kommen Sie zum Boot. Ich werde mit Conseil Sie dort erwarten. Darauf entfernte sich der Kanadier, ehe ich Zeit hatte, ihm zu antworten. Wir fuhren Nord-Nord-Ost unter erschrecklicher Geschwindigkeit bei fünfzig Meter Tiefe. Ich warf einen letzten Blick auf diese Wunder der Natur, auf die in diesem Museum gehäuften Schätze der Kunst, auf diese unvergleichliche Sammlung, die einst in der Tiefe des Meeres zugleich mit ihrem Gründer zugrunde gehen sollte. Ich wünschte in meinem Geist einen letzten Eindruck festzuhalten. Eine Stunde lang blieb ich hier, in der hellen Beleuchtung die Schätze musternd, welche unter ihren Glaskästen glänzten. Darauf kehrte ich auf mein Zimmer zurück. Hier zog ich dauerhafte Mehrkleidung an, nahm meine Notizen zusammen und steckte sie wie Kostbarkeiten zu mir. Mein Herz pochte gewaltig. Seine Schläge ließen sich nicht hemmen. Gewiss meine Unruhe, meine Aufregung würden mich dem Kapitän Nemo verraten haben. Was tat er in diesem Moment? Ich horchte an der Türe seines Zimmers, hörte da Fußtritte. Der Kapitän war darin, er hatte sich nicht zu Bette gelegt. Bei jeder Bewegung kam es mir vor, er werde zu mir treten und mich fragen, weshalb ich fliehen wolle. Ich empfand unablässige Beunruhigung. Meine Einbildungskraft vergrößerte sie noch. Diese Empfindungen waren so peinigend, dass ich mich fragte, ob es nicht besser wäre, ins Zimmer des Kapitäns zu treten, ihm gerade ins Angesicht zu sehen, mit Blick und Gebärde zu trotzen. Ein wahnsinniger Gedanke. Glücklicherweise tat ich's nicht und legte mich auf mein Bett, um die körperliche Aufregung in mir zu stillen. Meine Ruhiger, aber bei der Überspannung meines Gehirns überblickte ich in rascher Erinnerung mein ganzes Leben an Bord des Nautilus, alle die glücklichen oder unglücklichen Erlebnisse seit meinem Verschwinden vom Abraham Lincoln bis zu der grässlichen Szene des mit seiner Mannschaft versenkten Schiffes. Da erschien mir der Kapitän Nemo über die Maßen groß, als ein Charakter von übermenschlichen Verhältnissen, der seinesgleichen nicht hatte. Es war damals halb zehn Uhr. Ich hielt meinen Kopf mit beiden Händen, damit er nicht zerspringe. Ich schloss die Augen, wollte nicht mehr denken. Also noch eine halbe Stunde. Das Warten konnte mich zum Narren machen. In dem Augenblick vernahm ich die Akkorde der Orgel, eine traurige Harmonie, eine unbeschreibliche Melodie, den klagenden Ausdruck einer Seele, welche ihre irdischen Bande sprengen will. Ich lauschte mit allen Sinnen zugleich, kaum atmend, gleich dem Kapitän Nemo, in die musikalische Entzückung versenkt, welche ihn über die Grenzen dieser Welt hinaus zog. Darauf erschreckte mich ein plötzlicher Gedanke. Der Kapitän Nemo befand sich in dem Saal, durch welchen ich kommen musste, um zu entfliehen. Hier sollte ich ihn zum letzten Male treffen. Er würde mich sehen, vielleicht mit mir sprechen. Eine Bewegung von ihm konnte mich vernichten, ein einziges Wort mich an seinen Bord fesseln. Indessen war es gleich zehn Uhr. Der Zeitpunkt war gekommen, wo ich mein Zimmer verlassen und zu meinen Gefährten mich begeben musste. Es war nicht mehr zu zögern, sollte auch der Kapitän Nemo mir entgegentreten. Ich öffnete behutsam meine Türe, und doch schien mir es als knarrte sie in den Angeln. Vielleicht bildete ich mir es auch nur ein. Ich schlich weiter durch die dunklen Gänge des Nautilus, hielt bei jedem Schritt inne, um meinen Herzklopfen zu unterdrücken. Als ich an der Ecktüre des Salons ankam, öffnete ich leise. Der Salon lag in tiefem Dunkel, die Akkorde der Orgel klangen schwach. Der Kapitän Nemo befand sich da, sah mich aber nicht. Ich glaube, sogar bei hellem Tageslicht hätte er mich nicht bemerkt, so sehr war er in Entzücken versunken. Ich schlich auf dem Teppich und vermied das geringste Geräusch, das meine Anwesenheit verraten hätte. Ich brauchte fünf Minuten, um zu der Türe zu gelangen, welche zur Bibliothek führte. Ich war im Begriff, sie zu öffnen, als ein Seufzen des Kapitäns mich an der Stelle fesselte. Er stand auf, kam auf mich zu, mit gekreuzten Armen, schweigend, schwebend wie ein Gespenst. Er schluchzte aus gedrückter Brust und ich hörte ihn murmeln, die letzten Worte, die ich aus seinem Munde vernahm. Allmächtiger Gott, genug, genug. War es ein Ausdruck von Gewissensbissen? Ganz bestürzt eilte ich in die Bibliothek. Ich stieg die Mitteltreppe hinauf und gelangte durch den oberen Gang zum Boot. Durch die Öffnung, welche bereits meinen beiden Gefährten gedient hatte, stieg ich ein. Fort, nur fort, rief ich. Im Augenblick erwiderte der Kanalia. Die in dem Eisenblech des Nautilus ausgeschnittene Öffnung wurde erst geschlossen und mit einem englischen Schlüssel, den sich Ned Land Bootes und der Kanadier fing an die Schrauben zu öffnen, welche uns noch am unterseeischen Boot festhielten. Da vernahm man plötzlich ein Geräusch innen. Stimmen in lebhaftem Wortwechsel. Was gab's? Hatte man unsere Flucht gemerkt? Ned Land steckte mir stille einen Dolch in die Hand. Ja, murmelte ich, wir werden zu sterben wissen. Der Kanadier hatte mit seiner Arbeit inne gehalten. Doch ein Wort, zwanzig Mal wiederholt, ein fürchterliches Wort, enthüllte mir die Ursache dieser unruhigen Bewegung an Bord des Nautilus. Uns galt die Aufregung nicht. Mahlstrom, Mahlstrom, rief es. Der Mahlstrom, ein schrecklicheres Wort, in einer schrecklicheren Lage, hätten wir nicht hören können. Wir befanden uns also an dieser gefährlichen Stelle der norwegischen Küste, ward der Nautilus in diesen Abgrund gerissen im Moment, wo unser Boot sich von ihm loszumachen im Begriff war? Bekanntlich bilden die zwischen den Faroe- und Lofodeninseln eingeengten Gewässer zur Zeit der Flut einen Strudel mit unwiderstehlicher Gewalt, dem noch niemals irgendein Schiff entronnen ist. Von allen Seiten des Horizonts her strömen ungeheuerliche Wogen hier zusammen, und die Anziehungskraft dieses Strudels erstreckt sich auf eine Entfernung von 15 Kilometer, fortgerissen werden. Hierhin war der Nautilus von seinem Kapitän ohne oder vielleicht mit Willen geleitet worden. Er beschrieb eine Spirallinie, deren Umfang stets enger wurde. Mit ihm wurde auch das noch daran befestigte Boot in schwindelhaften Zug fortgerissen. Todesschrecken befiel uns, in höchstem Grauen stockte das Blut, kalter Schweiß drang auf die Stirne. Und welches Getöse um unser zerbrechliches Boot herum, ein Brausen, das vom Echo wiederholt gehört wurde. Ein Krachen der Wogen, die sich auf den Felsenspitzen meilenweit brachen im tiefen Grunde, wo die härtesten Körper zerschmettert werden. Welche Lage! Wir wurden grässlich hin und her geschleudert. Der Nautilus verteidigte sich, daß seine eisernen Muskeln krachten. Wir müssen wacker festhalten, sagte Ned, und die Schrauben wieder so können wir uns noch retten. Er hatte noch nicht ausgeredet, als es krachte. Die Schrauben mangelten, das Boot wurde aus seinem Gehäuse gerissen und wie ein Stein aus einer Schleuder mitten in den Strudel geworfen. Mein Kopf wurde wieder einen eisernen Rahmen geschmettert und bei der heftigen Erschütterung verlor ich von Meilen unter dem Meer Dies ist Deine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind liezensfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es Meilen unter dem Meer schluß Hiermit schließt die unterseeische Reise Was diese Nacht vorfiel Wie das Boot aus dem furchtbaren Wirbel des Mehlströmes entran Wie ich mit Nedland und Konseil aus dem Schlund wieder herauskam Kann ich nicht sagen Als ich wieder zu mir kam lag ich in einer Fischhüte der Laforden in Selm Meine beiden Gefährten waren gesund und wohlbehalten an meiner Seite und drückten mir die Hände Wir umarmten uns mit Innigkeit In diesem Augenblick können wir nicht daran denken nach Frankreich zurückzukehren Die Verkehrsmittel zwischen dem nördlichen norwegen und dem syrien sind spärlich ich muß daher die vorüberfahrt des dampbootes abwarten welches alle zwei monaten nach dem nordgap fährt hier also umgeben von den braven leuten welche uns aufgenommen haben sehe ich die erzählung dieser abenteuer durch sie ist genau keine tatsache ist übergangen kein detail übertrieben worden es ist der treue bericht über diese unwahrscheinliche fahrt unter einem für den menschen unzugänglichen element dessen bahnen der fortschritt dereinst eröffnen wird wird man mir glauben ich weiß es nicht es liegt auch nicht viel daran ich habe jetzt kann ich wohl versichern das recht über diese meere zu reden unter welchen ich nicht allein voll zehn monate zwanzig tausend meilen zurück gelegt habe von dieser unterseeischen reise zu erzählen die mir so manche wunder im stillen meere dem indischen ocean dem roten meere dem mittelländischen dem atlantischen dem nördlichen und südlichen eismeere enthüllte aber was ist aus dem nautilus geworden hat er dem gewaltigen druck des meelstromes widerstanden verfolgte er seine erschrecklichen repressalien weiter oder ist er bei dieser letzten hecatombe stehen geblieben werden uns die fluten eines tages das manuskript mit seiner ganzen lebensgeschichte zu führen werde ich endlich den namen dieses manna erfahren ich hoffe es hoffe ebenfalls daß sein mächtiges fahrzeug das meer in seinem erschrecklichsten schlund überwältigt und daß der nautilus unverletzt geblieben ist wo so viele schiffe zugrunde gegangen sind when das ledsterer der fall ist wenn der kapitaine nemo immer noch im meere hauset seinem adoptive vaterlander so möge der haß in diesem wilden gemute sich beschwichtigen lassen die anschauung so viele wunder möge den rahertost in ihm ausstilgen möge der strafen der wichte aufhören der gelehrte die friedliche erforschung des meeres fortsetzen das seltsame geschick ist auch ein erhabenes zehn monate habe ich das ausernaturliche leben geführt for sechs tausend jahren hieß es wie geschrieben steht wer hat er die tiefen des abgrundes zu erforschen vermocht zwei menner sind die einzigen in der menschenwelt welcher jetzt die antwort auf dieser frage geben können der kapitän nemo und ich